Willkommen hier, wie gerade schon erwähnt, in der Nähe, in der Station Berlin, wo der Bundesparteitag der Freien Demokraten vor wenigen Minuten hier begonnen hat. Und wir bei Phoenix zeigen Ihnen das alles live, was hier passiert. Und das live übertragen wir Ihnen hier aus dieser Halle in Berlin. Heute, morgen und auch am Sonntag, drei Tage lang, trifft sich die FDP hier. Es gibt einiges zu tun, einiges zu besprechen und es stehen auch Wahlen an. Der Bundesvorsitzende Christian Lindner persönlich muss sich hier seinen Parteimitgliedern auch einem Votum stellen und muss um seine Wiederwahl hier auch kämpfen vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die ganzen Mitglieder aus dem Bundesvorstand werden hier neu gewählt. Heute schon soll es losgehen damit. Und für die FDP, das muss man ja so sagen, geht es ums Ganze. Die letzten Landtagswahlen waren enttäuschend. Es gab eine Wahlniederlage nach der nächsten. In der Ampel kracht es immer wieder. Und die FDP will sich hier sicher auch ein bisschen selbst vergewissern in den nächsten Tagen. Und dazu gehört auch, die Debatten, die im Moment geführt werden, ausdrücklich aus der liberalen Perspektive zu betrachten. Stichwort Klimaschutz und Klimakleber. Da haben jetzt auch FDP-Politiker nochmal nachgelegt. Und wir werfen jetzt mal einen kleinen Blick nach draußen vor die Halle. Denn es waren ja auch Protestaktionen angekündigt im Umfeld dieses Bundesparteitages. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie es vor der Tür aussieht. Es sind einige Protestaktivisten hier auch in Berlin vor dem FDP-Bundesparteitag auch tatsächlich angekommen. Wirklich festgeklebt. Habe ich niemanden gesehen. Aber Greenpeace etwa war auch dabei und hat hier nochmal sehr die Klimapolitik der FDP kritisiert. Also da gibt es ordentlich Gegenwind. Und Gegenwind, den die FDP in den letzten Monaten auch gespürt hat in der Ampelkoalition mit den Grünen und der SPD. Da ging es um die Atomkraftwerke und die Laufzeitverlängerung, die dann ein bisschen kam, aber nicht so richtig. Da ging es um das Verbrenner aus und die E-Fuels-Debatte, die der Bundesverkehrsminister Wissing ja auch sehr intensiv geführt hat. Und der Streit und Knackpunkt dieser Tage, der Heizungstausch. Wirklich ein Thema, wo die FDP sehr sauer drüber ist und Nachbesserungen einfordert. Und wir werden in jedem Fall jetzt Ihnen erstmal einen kleinen Überblick über das bieten, was für die FDP hier auf dem Spiel steht. Wenn die hessische FDP ihre Plakate aufstellt, wird ein wichtiger Redner erwartet. Einer, der polarisiert. Wolfgang Kubicki. Auf dem Parteitag will er wieder als stellvertretender Parteichef kandidieren, auch wenn er parteiintern nicht unumstritten ist. Kubicki redet Klartext auch über die schlechten Ergebnisse bei den letzten Landtagswahlen. Ja, sie waren nicht nur nicht ideal, sondern sie waren teilweise verheerend. Wir haben ja bei den letzten Wahlen schlecht abgeschnitten, da weiß die Maus keinen Faden. Aber nur durch ein besseres Auftreten und der Schadensmöglichkeit auf Bundesebene können wir den Ländern auch wieder die nötige Kraft geben, eigene Wahlen zu bestehen. Der Druck ist immens. Drei Landtagswahlen in diesem Jahr, eine davon in Hessen. Viele der eigenen Leute stehen noch hinter dem Kurs in Berlin, wünschen sich aber mehr FDP in der Ampel. Die FDP wird nicht gewählt dafür, dass sie die Position der Grünen oder der SPD umsetzt, sondern dafür, dass sie FDP-Positionen umsetzt. Trotzdem muss die FDP natürlich in Fragen, die der Kern des Liberalismus sind, stark bleiben. Und da muss es auch mal krachen im Zweifel, gerade wenn die Grünen oder die SPD sich querstellen. Wer sich wie querstellt, das wird innerhalb der Ampel unterschiedlich gesehen. Konflikte gibt es einige, gerade der aktuelle Streit um den Heizungstausch. Aufbauarbeiten beim Parteitag, hier wird es um Signale gehen, vor allem an die eigenen Leute. Dazu wird gehören, dass man nochmal Profilschärfe zeigt, dass man klare Kante zeigt, dass man rote Linien womöglich auch definieren wird und sagen wird, also das ist für uns Liberale in der Regierung und auch mit Blick auf anstehende Wahlen etwa traditionell und extrem wichtig. Liberale drängen beharrlich auf eine andere Energiepolitik. Viele wollen die Atomkraftwerke in Reserve halten, einige wollen gar neue bauen. Zündstoff für die Ampel, sogar Regierungsmitglieder sind deutlich. Wir glauben, dass es erforderlich ist, die bestehenden Kernkraftwerke einfach nochmal für ein paar Jahre laufen zu lassen. Deshalb wollen wir dafür Brennelemente beschafft sehen und haben den Eindruck, dass noch nicht geklärt ist, wie eine Stromlücke abgewendet werden kann. Auch Christian Lindner muss sich zur Wahl stellen, fraglich, ob seine Partei auch ihm die schlechten Wahlergebnisse anlastet. Sie will aufrücken, die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte seine Stellvertreterin werden. Welches Signal wollen sie senden? Wie sehr will man dem Image der Männerpartei vielleicht nochmal stärker begegnen, auch ratsam neben Christian Lindner andere Personen stärker in den Vordergrund zu rücken? Der Parteitag dürfte lebhaft werden. SPD und Grüne wird sicher nicht jedes Signal gefallen. Ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht das, was die FDP hier im Sinn hat. Sie möchte eigene Signale setzen und sortiert gerade hier ein bisschen die Tagesordnung. In jedem Fall haben wir schon vorab die Gelegenheit gehabt, über die Knackpunkte, über die Streitpunkte auch zu sprechen. Wir sprechen mit dem Generalsekretär der FDP, mit Bijan Dziasaray. Ich habe den Weg hier gut gemacht. Selbstverständlich hat man auch den Weg genutzt, um Gespräche zu führen, aber es hat alles wunderbar geklappt. Die Blockaden, die auch für Berlin angekündigt worden sind, richten sich gegen Ihre Partei, auch gegen die FDP. Der Justizminister legt da jetzt nochmal nach, gibt auch einen Vergleich zu extremen Protesten in den 30er Jahren. Ist das wirklich nötig, solche verbalen Geschütze aufzufahren gegen Klimaaktivisten? Wir haben heute einen Bundesparteitag, das ist der Bundesparteitag der FDP. Wir werden heute unterschiedliche Themen behandeln, aber wir werden selbstverständlich auch über umweltpolitische Themen, Klimaschutzthemen reden. Das Thema Klimaschutzpolitik wird auch hier eine große Rolle spielen, ist übrigens auch für uns außerordentlich wichtig. Allerdings sind wir davon überzeugt, dass wir eine Politik verfolgen, wo wir auf Technologieoffenheit setzen. Vor allem Klimaschutz, wo man die Menschen mitnimmt. Klimaschutz gegen die Interessen der Menschen, das wird in diesem Land nicht funktionieren. Und diejenigen, die glauben, dass man Klimaschutz machen kann, gegen die Interessen der Menschen in diesem Land, die werden aus meiner Sicht scheitern. Sie sagen, Sie werden scheitern, aber Sie stehen ja hier bei Ihnen vor der Tür. Das heißt, Ihr Appell an die lautet? In diesem Land, wir leben, das ist ein freies Land. Wir leben in einer Demokratie. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu verkünden. Jeder hat das Recht, Position zu beziehen. Und wir haben parlamentarische Wege, parlamentarische Prozesse. Da ist jeder herzlich eingeladen, mitzumachen und mitzuwirken. Also das klingt jetzt etwas, sage ich mal, einladender als manch anderes, was man aus der FDP in den vergangenen Tagen gehört hat. Schauen wir mal auf das, was Sie sagen. Man soll die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Beim Thema Heizungstausch, da gibt es einen Kabinettsbeschluss. Da gibt es einen Beschluss im Koalitionsvertrag. Und dennoch sagt die FDP, das soll jetzt alles nochmal geändert werden. Können Sie uns das nochmal erklären? Zunächst einmal ist das ja ein Beweis dafür, dass es außerordentlich wichtig ist, gute Ziele hier so umzusetzen, damit die Menschen in diesem Land mitgenommen werden. Das, worüber wir jetzt hier konkret reden, Ihre Frage, das Heizungsthema, das ist derzeit ein Thema, was sehr viele Menschen in diesem Land bewegt. Und vor allem dieses Thema hat in den letzten Tagen und Wochen vor allem die Formulierung und die Vorstellung, die dazu gehören, hat dazu geführt, dass viele Menschen in unserem Land verunsichert sind und nicht wissen, was demnächst auf sie zukommt. Das heißt, Planungssicherheit ist hier überhaupt nicht vorhanden. Ich kriege sehr viele Briefe, ich kriege sehr viele E-Mails diesbezüglich. Und ich kann diese Anliegen nachvollziehen. Und übrigens, wir wollen, wir haben ja bewusst im Koalitionsvertrag und im Koalitionsausschuss uns ja auch dafür ausgesprochen, dass man hier technologieoffen vorgeht. Das heißt, die Dinge, die vorgeschlagen werden, die müssen, und es gibt ja demnächst ja auch die Debatte, wird es ja im Parlament geben, da werden wir noch Veränderungen vornehmen. Das, was jetzt kommt, muss finanzierbar sein. Das, was jetzt kommt, muss wirtschaftlich sein für die Menschen. Und vor allem am Ende des Tages muss das auch praxistauglich sein. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Sie sagen, das muss noch geändert werden. Dann nochmal die Nachfrage, das ist ja was, was eigentlich schon auch beschlossene Sache ist. Ist das jetzt die neue Taktik der FDP, etwas zu beschließen im Kabinett und dann einen Parteitag zu veranstalten und mit Anträgen eigentlich das zu konterkarieren? Da verkürzen Sie allerdings jetzt einen sehr komplexen Sachverhalt. Wir haben ja vor zwei Wochen noch eine Sitzung des Koalitionsausschusses dazu gehabt. Und dort haben wir schon über diese Dinge gesprochen. Auch dort haben wir gesagt, dass das, was kommen wird, vor allem die Menschen in diesem Land mitnehmen muss. Das darf nicht dazu führen, dass die Menschen in diesem Land verunsichert sind. Das darf nicht dazu führen, dass das Ganze am Ende des Tages zu finanziellen Schwierigkeiten führt bei den Menschen. Das muss ja bezahlbar sein. Und diese Dinge und vor allem das, was wir als technologieoffen bezeichnet haben, das muss auch quasi in der Praxis umsetzbar sein. Und diese Dinge sind so, wie wir das jetzt sehen, so wie Herr Habeck das derzeit präsentiert hat, das ist noch nicht der Fall. Und daran werden wir noch arbeiten müssen im Parlament und da wird es noch Veränderungen geben. Was für Veränderungen konkret möchte die FDP? Es gibt eine ganze Reihe von Veränderungspunkten, die kommen müssen. Angefangen von der objektbezogene Förderung bis hin zur Planungssicherheit, bis hin zu den Zeiträumen, die übrigens auch in dem Entwurf vorgegeben sind. Wenn selbst Fachleute, also diejenigen, die sich auch fachlich, konkret, technisch sich mit diesen Themen auskennen, sagen, dass auch die Zeiträume, die hier angegeben werden, nicht im Einklang mit der Realität sind, selbstverständlich, dann muss die Politik reagieren. Und da werden wir auch reagieren. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, in den Gremien des Deutschen Bundestages hier genau, also notwendige Veränderungen vorzunehmen. Jetzt sind wir mal gespannt, was vom Parteitag hier für Veränderungen auch der FDP mitgegeben werden. Der Parteitag findet für Ihre Partei in schwierigem Fahrwasser statt. Die letzten Landtagswahlen waren sehr enttäuschend. Sie sind auch aus Landtagen rausgeflogen. Es stehen drei Wahlen an jetzt in diesem Jahr. Wie wollen Sie diesen Abwärtstrend eigentlich stoppen? Ich kann keinen Abwärtstrend erkennen, wenn Sie sich gerade die aktuellsten Umfragen anschauen, auch von Instituten, die Ihnen nahestehen. Die FDP ist derzeit, die Umfragewerte der FDP steigen. Letzte Umfrage 8 Prozent, da ist auch noch Potenzial nach oben. Und um Ihre Frage sehr konkret zu beantworten, selbstverständlich schaue ich mir sehr genau an, was im letzten Jahr passiert ist. Die Landtagswahlen, die Sie angesprochen haben. Wir haben jetzt wichtige Landtagswahlen vor der Haustür, demnächst Bremen. Und ich bin davon überzeugt, Hessen und Bayern, das sind alles tolle Landesverbände. Wir haben exzellente Spitzenkandidaten. Und das, was wir gerade auf Berlin, gerade die Rolle der FDP, die wichtige Funktion der FDP in der Koalition, all das wird dazu führen, dass wir erfolgreich sein werden. Dann vielleicht zum Schluss noch kurz. Das heißt, Ihre Strategie, also in der Ampel mehr FDP-Profil, sagen Sie, das führt jetzt dazu, dass es jetzt wieder besser laufen soll? Es geht ja jetzt nicht hier permanent um Strategie und Profilierung. Wir sind ja keine Oppositionspartei, sondern wir sind eine Partei in einer Regierung. Und uns geht es darum, die Herausforderungen, die Probleme, die in diesem Land existieren, zu lösen. Zuhören, was die Sorgen und Nöte der Menschen sind und dementsprechend die Probleme lösen. Das ist das, was wir machen müssen. Und wer eine solche Politik macht, braucht sich auch keine Sorgen zu machen um Umfragewerte. Sagt der Generalsekretär der FDP, Bijan Dscher-Saray, hier bei Phoenix. Und auch Sie stehen ja zur Wahl auf diesem Parteitag. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, und damit zurück hier live beim Bundesparteitag der FDP, den wir bei Phoenix komplett übertragen in den kommenden drei Tagen. Und damit wir ein bisschen uns mal einen Überblick verschaffen, über was da eigentlich wann ansteht, haben wir hier eine Kollegin mit dabei, die sie mit der Kommentierung auch in den kommenden drei Tagen komplett durchleitet, durch diesen Parteitag mich auch ein wenig. Und deswegen sage ich, jetzt ist der Platz, um Janett Clark einmal ans Mikrofon zu lassen, um ihr auch einmal hier den Überblick geben zu können, was wir hier machen. Vielen Dank, Marc. Ja, da sind wir mal ganz optimistisch, dass das an den nächsten Tagen ganz gut gelingt. Ich gebe Ihnen zuallererst, während wir hier in die Reihen der ja rund 660 Delegierten schauen, die diesen Parteitag bestreiten müssen in den nächsten drei Tagen. Und insgesamt sind das, wir haben mal nachgerechnet, 20 Stunden, die sich die Partei vorgenommen hat, nicht nur um ihren Kurs abzustecken, sondern auch um die gesamte Parteispitze eben zu wählen. Was passiert also wann an diesen drei Tagen? Wir laufen ja mit großen Schritten jetzt sozusagen auf die Rede von Christian Lindner zu. Der Parteitag, der konstituiert sich im Moment. Und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie häufiger bei Phoenix Parteitagsberichterstattungen verfolgen. Das gehört eben zum Formalen dazu, die Beschlussfähigkeit festzustellen, das Tagungspräsidium zu wählen, die Wahl der Zählkommission oder die Tagesordnung überhaupt mal festzustellen. Aber um 12 Uhr ist es dann sozusagen auch die Tradition, dass der Bundesvorsitzende diesen Parteitag inhaltlich eröffnet. Also die Rede von Christian Lindner in den nächsten Minuten soll sie schon beginnen. Parteiintern ist das dann der Rechenschaftsbericht des Parteivorsitzenden, aber man kann es auch die politische Rede nennen. Danach gibt es eine Aussprache. Ja, und das wird so eine erste Stimmungslage sein. Wie ist denn die Stimmung in der Partei bei den Delegierten nach fünf Wahlschlappen und derzeitigem Ampelfrust? Und am Nachmittag gegen 16 Uhr, da geht es dann los mit dem Stimmungstest in Zahlen sozusagen. Denn dann ist die Spitze gefragt, die hier sich zur Wiederwahl stellt. Nicht nur Christian Lindner, sondern auch das gesamte Parteipräsidium und auch der Parteibundesvorstand. Der Bundesvorstand, der wird gewählt, das ist ja turnusgemäß so, alle zwei Jahre. Bei der letzten Wahl immerhin vor zwei Jahren bekam Christian Lindner ein Ergebnis von 93 Prozent der Delegierten. Also wie fällt das Ergebnis heute aus? Dann werden die Parteifizes gewählt, da gibt es einen kleinen Wechsel. Wolfgang Kubicki und Johannes Vogel treten erneut an und Nicola Beer, die derzeitige stellvertretende Parteivorsitzende, der tritt nicht mehr an. Sie soll von Bettina Stark-Watzinger, der Landesvorsitzende von Hessen und auch Bundesbildungsministerin hier sozusagen, der soll sie nachfolgen. Und gegen 19 Uhr ist dann dieser erste Tag beendet. Morgen am Samstag steht dann die inhaltliche Profilierung der Partei hier auf der Tagesordnung 12 Uhr, die Rede des Generalsekretärs, der dann auch den Leitantrag des Bundesvorstandes einbringen wird. Dann gibt es weitere Antragsberatungen, die sich unter anderem mit liberalen Klassikern beschäftigen werden, mit Innovation, Wachstum und Wettbewerb. Dann der Parteitag gegen 19.30 Uhr, soll der dann morgen unterbrochen werden. Und was auch wichtig ist, es soll dann einen geselligen Abend für die Partei geben. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, der für parteiintern zumindest nicht zu vernachlässigen ist. Und Sonntagvormittag gibt es dann nochmal weiter mit weiteren Antragsberatungen. Also Sie sehen es, die 660 Delegierten, die haben doch einiges vor sich. So, und wir haben, wie das üblich ist, einen Kollegen in diesem Fall positioniert zwischen den Delegierten, der in den nächsten drei Tagen so ein bisschen die Stimmung aufnehmen wird. Und da schalten wir doch mal hin. David Frechenhäuser, bitte. Ja, Jeanette Clark, danke schön. Ja, also die Erwartungen hier im Saal sind auf jeden Fall groß an diesen Bundesparteitag. Und die Erwartungen noch an die Rede vom Parteivorsitzenden Christian Lindner. Ich schaue mal gerade, noch sitzt er da an seinem Platz, das Pult ist aber bereit, er wird gleich sprechen. Und ich frage mal gerade hier beim Bremer Landesverband nach, wie die Stimmung ist. Hallo, Céline Eberhard, grüße Sie. Hallo. Ja, Sie sind gerade in der heißen Wahlkampfphase in gut drei Wochen. Am 14. Mai sind ja Landtagswahlen und genauer gesagt die Wahlen zur bremischen Bürgerschaft. 6 Prozent, das ist die Sonntagsfrage gestern gewesen bei Umfragen. Ist das eine gute Zahl oder wollen Sie noch mehr? Also mehr geht natürlich immer. Wir freuen uns über die sechs Prozent. Es hat auch so ein bisschen gezeigt, dass der Wahlkampf funktioniert, dass das, was wir tun, funktioniert, dass die Inhalte ankommen. Und die Umfragen, gerade auch im Hinblick auf Tempo 30, haben gezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich darauf, dass es vielleicht noch mehr wird. Richtiger Weg. Der Landesvorsitzende Tore Scheck hat ja gesagt, er will mehr haben. 5,9 Prozent waren es letztes Mal jetzt sechs. Wie wichtig ist da nochmal so ein Parteitag, um nochmal so einen Push zu geben für einen Landeswahlkampf? Also was erwarten Sie hier von diesem Bundesparteitag für Ihren Wahlkampf in Bremen? Also ich glaube, es ist erstmal schön zu sehen, dass man auch so viel Unterstützung vom ganzen Bundesgebiet bekommt. Wir hatten letzte Woche ein Aktionswochenende in Bremen. Wir haben auch in zwei Wochen wieder eins, wo sehr, sehr viele Menschen aus dem Bundesgebiet, gerade auch aus den Ministern, zu uns nach Bremen kommen. Und hier kann man dann doch nochmal ein paar Wünsche äußern, was man auch von diesen Terminen erwartet. Und daher freue ich mich auch sehr darauf, dass sie alle nochmal nach Bremen kommen. Was erwarten Sie sich ganz konkret von dem Bundesparteitag für Bremen? Noch irgendein konkretes Thema, was hier bearbeitet werden soll? Also wir in Bremen bespielen sehr, sehr viel Sicherheit, Verkehr. Und da hoffe ich natürlich auch, dass der ein oder andere, gerade unser Verkehrsminister, sich vielleicht nochmal dazu äußert, uns auch nochmal ein bisschen den Rückenwind stärkt, dass die Forderungen, die wir nach vorne setzen, auch die sind, die unsere Bundespartei mitträgt. Verkehrspolitik ist wichtig bei Ihnen in Bremen, das haben Sie jetzt nochmal bekräftigt. Jetzt geht es ja darum, auch die Rede von Christian Lindner. Ich schaue nochmal nach hinten, er sitzt noch da, gleich geht sie los. Sie waren hier vor einem Jahr bei dem letzten Bundesparteitag, dem 73. Christian Lindner war nicht hier, der war ja zugeschaltet aus Washington, weil er ja in Quarantäne, Corona-Quarantäne war. Was glauben Sie, was wird das für ein Unterschied sein? Ein letztes Mal zugeschaltet über den Bildschirm, da ist immer wieder ein Ausfall gewesen bei der Technik. Er war sehr abgekämpft da, nur eine 40-minütige Rede. Was glauben Sie, was wird der Unterschied sein, wenn er gleich hier Jahrzehmeter von Ihnen reden wird? Also ich habe erstmal sehr, sehr großen Respekt davor gehabt, dass er es überhaupt gemacht hat. Wenn ich an meine Corona-Zeit denke, ich hätte keine Rede halten können. Von daher freue ich mich heute, dass er persönlich da ist, dass er diese ganzen Emotionen, die man auch in so eine Rede steckt und seine Themen, dass er das heute auch persönlich rüberbringen kann. Das ist halt dadurch, dass es digital war, letztes Mal leider runtergegangen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir das heute auch persönlich erleben. Und ich glaube, dass er da auch die Halle mitnehmen kann. Letztes Mal war es der Staatsminister gegen den Ukraine-Krieg. Was glauben Sie, was wird diesmal sein? Wird auch mal gegen die Grünen wieder ausgekeilt? Ich glaube, dass er heute auch gut austeilt. Also gar nicht spezifisch gegen eine Partei, sondern wahrscheinlich eher so ein Rundum-Paket, um sich selbst und unsere Partei einfach nochmal zu positionieren, wo wir stehen und wofür wir stehen. Super. Celine Eberhard vom Landesverband Bremen. Erste Eindrücke hier aus dem Saal. Und dazu gebe ich jetzt zurück wieder zu Marc Steinhäuser. Ja, vielen Dank, David Frechenhäuser. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch ein bisschen das zu analysieren, was hier kurz bevorsteht. Die Rede des Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Und bei mir ist für den Parteitag hier bei der Analyse eine Frau mit dabei, die sich bestens auskennt mit der parteipolitischen Szene in Deutschland. Julia Reuschenbach, Freie Universität Berlin, Politologin. Herzlich willkommen bei phönix. Hallo. Frau Reuschenbach, Herr Lindner möchte jetzt hier seine Positionen, seine liberalen Positionen vertreten. Was steht eigentlich für ihn auf dem Spiel? Denn die Wahlergebnisse waren ja zuletzt wirklich katastrophal. Ja, interessanterweise, obwohl man eigentlich vermuten würde, dass die Landtagswahlen der letzten Monate Grund genug sind, auch die Rolle des Parteivorsitzenden anzuzweifeln, würde ich tatsächlich sagen, so viel steht am Ende wahrscheinlich dann doch nicht auf dem Spiel. Wir sehen ja eine Partei, die immer noch fest hinter ihrem Vorsitzenden steht. Erwartbar sicherlich auch eine Wiederwahl. Spannend ist dann der Blick aufs genaue Ergebnis. Gibt es vielleicht da doch etwas weniger Zustimmung als beim letzten Mal? Im Grunde ein bisschen eine kleine Quittung vielleicht für die Politik der letzten Monate. Aber wir haben erlebt, dass es erstaunlich ruhig geblieben ist in der FDP, trotz all dieser Niederlagen. Dass es keine Personaldebatten gab, dass man nicht die eigene Führung in Frage gestellt hat. Insofern würde ich sagen, auf dieser Ebene kann Christian Lindner doch verhältnismäßig beruhigt auf diesen jetzt hier beginnenden Parteitag schauen. 93 Prozent, das ist die Messlatte. Das war sein Ergebnis beim letzten Mal. Jetzt sagen Sie, es könnte ein bisschen weniger sein. Scherbengericht bei der FDP, schließen Sie aus? Ja, doch, tatsächlich. Ich glaube, dafür ist die Lage umgekehrt auch zu ernst. Denn die Partei durchläuft ja wirklich einen Spagat. Wir sehen, dass diese Profilierungsversuche, die man unternommen hat, zumindest auf den landtagspolitischen Ebenen, nicht unbedingt verfangen haben. Wir sehen aber sehr wohl, dass die Zufriedenheit der eigenen Anhängerinnen und Anhänger mit der Bundesarbeit in der Regierung seit dem Herbst wieder ein bisschen zugenommen hat. Das heißt also, man ist so tastend unterwegs. Das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Und insofern glaube ich, wird das Scherbengericht ausbleiben. Spannender ist vielleicht eher die Frage nicht, wie wirkt der Parteitag nur nach innen, sondern wie wirkt er nach außen? Also welche Botschaften gehen hier aus von diesem Wochenende? Gerade natürlich an die beiden Koalitionspartner, an SPD und Grüne, mit denen die Zusammenarbeit ja auch gerade in den jüngsten Tagen, wenn wir an die Debatte über den Heizungsaustausch, das Heizungsgesetz denken, tatsächlich nicht ganz einfach waren. Nicht ganz einfach. Es ist ja vielleicht noch fast untertrieben. Und das liegt ja auch an Christian Lindner, muss man ja mal dazu sagen. Der sitzt im Kabinett, beschließt damit, dass dieser Heizungstausch kommen soll, um dann kurz nachdem er diesen Kabinettstisch verlässt, mitzuteilen, dass da jetzt im Bundestag quasi alles nochmal auf den Prüfstand müsse und geändert werden müsse. Was ist das für eine Taktik? Was ist das für ein Vorgehen des FDP-Vorsitzenden? Ja, das war in der Tat dann doch ein etwas überraschendes Manöver. Denn wir sehen ja, und das ist nicht nur bei diesem Thema so, sondern schauen Sie ins letzte Jahr zurück, bei ganz vielen anderen politischen Entscheidungen schon der Fall gewesen, dass gerade die mangelnde Geschlossenheit, also das Fehlendes mit einer Stimme Sprechens, der Regierung immer wieder angelastet wurde und auch Vertrauen gekostet hat. Insofern wäre es eigentlich, gerade nach dem Koalitionskrach, wir denken an den letzten Koalitionsausschuss vor einigen Wochen, doch ratsam gewesen, lieber am Kabinettstisch einen Moment länger und weiter zu verhandeln und dann aber eben mit einem gemeinsam getragenen Vorschlag ins parlamentarische Verfahren zu gehen. So kann man wieder den Eindruck gewinnen, nach außen hin, dass es doch auch um Polarisierung ein Stück weit geht, um Profilbildung geht. Gleichwohl gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, es ist üblich, dass Gesetze im parlamentarischen Verfahren, denn da gehört ja eigentlich auch die Demokratie hin in den Bundestag, natürlich nochmal überarbeitet werden, aber mit dieser ja regelrechten Aufforderung verbunden, das in dieser Deutlichkeit zu sagen, das hat mich auch überrascht, zumal wir ja doch auch gehört haben, dass eigentlich allen Koalitionspartnern daran gelegen ist, geschlossener aufzutreten miteinander. Das hat man jetzt beim allerjüngsten Beispiel mal wieder, würde ich sagen, leider nicht hinbekommen. Mal wieder ist das Stichwort. Es gab die Debatte um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Es gibt die Debatte, die läuft noch um die Kindergrundsicherung. Es gibt die Debatte um den Heizungstausch. Da ist meistens Lindner gegen den Rest im Kabinett. Lindner gegen die Grünen, Lindner mal gegen die Bauministerin, Lindner mal gegen die Familienministerin. Ist das eine kluge Wahl gewesen im Nachhinein betrachtet, sich das Finanzressort zu sichern und da jetzt genau das zu machen, was wir erleben, FDP immer sozusagen als Dr. No sich zu positionieren und Nein zu sagen? Beim Dr. No würde Christian Lindner natürlich jetzt mit großer Vehemenz widersprechen. Und ich würde sagen, also zur Wahrheit gehört schon dazu, dass er nicht alleine an diesem Kabinettstisch sitzt, sondern all die Beispiele, die Sie erwähnt haben, werden ja mitgetragen, auch aus den anderen FDP-Ressorts. Man ist gemeinsam in der Regierung unterwegs. Aber die Frage, die Sie stellen und die es, glaube ich, berechtigt ist, reicht es, dass man immer wieder darauf zurückkommt, zu sagen, wir sind das Korrektiv, wir sind im Grunde die Ware der Finanzen des Staatshaushaltes. Ist das immer der Rückzugspunkt und kann das in der öffentlichen Wahrnehmung verfangen, auch vielleicht nicht nur bei den eigenen Anhängerinnen und Anhängern? Und da würde ich auch ein kleines Fragezeichen dran machen. Es ist durchaus ratsam, dass es in der Koalition jemanden gibt, der die Finanzen im Blick behält. Und Christian Lindners Partei, die FDP, wird gerade ja in diesem Bereich Finanz-, Wirtschafts-, Steuerpolitik auch mit Kompetenzwerten aus der Bevölkerung ausgestattet. Man traut ihr diese Themen zu. Aber man hat eben 2021 gemeinsam einen Koalitionsvertrag geschlossen mit diesem großen Begriff der Fortschrittskoalition. Und die Frage ist natürlich, wird am Ende auch die FDP als Partei wahrgenommen, die für Fortschritt steht. Denn ich weiß, das klingt, als wäre das schon ewig lange her. Und das ist es ja gar nicht. Denken wir noch mal ganz kurz zurück an dieses Zitrus-Selfie von Grünen und FDP. Das ist tatsächlich wie aus einer anderen Zeit. Genau. Und das ist aber ja eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, wo man gesagt hat, wir beide, also wir Grüne und FDP, wir machen den Unterschied. Also mit uns in der Regierung wird das wirklich anders werden, als in der großen Koalition vorher. Und diesen Unterschied unter Beweis stellen zu wollen, muss auch aus Sicht der FDP natürlich jetzt der Anspruch sein für diese Legislatur. Und da macht sich kleine Seitenbemerkungen. Vielleicht manchmal auch die SPD ist ein bisschen einfach, die ja all die politischen Versäumnisse in der früheren Koalition mit der CDU auch mit zu verantworten hat. Und gerade da könnten Grüne und FDP eigentlich gemeinsam in eine Richtung agieren. Aber die unterschiedlichen Steuerungsvorstellungen, die Frage, wie viel Staat, wo und wie weit soll der Staat wirklich eingreifen, regelrecht oder aktiv werden, die treffen gerade bei diesen großen Fortschrittsfragen jetzt dann doch fundamental aufeinander. Und dann gibt es noch einen weiteren Koalitionspartner, die SPD, mit dem Bundeskanzler, wo man in den letzten Wochen zunehmend den Eindruck hatte, dass der mit dem FDP-Kurs ganz gut leben kann. Dass sich die FDP ein paar Mal auch gerade deshalb durchsetzen konnte, weil Olaf Scholz das im Grunde genauso sieht wie Christian Lindner. Würden Sie das auch so sehen, dass der Kanzler im Moment so eine Art bevorzugten Koalitionspartner in diesem Dreier hat? Also in der Außenwahrnehmung würde ich das nicht ganz unterschreiben. Und ich würde es strategisch Olaf Scholz auch nicht empfehlen. Denn die Koalition lebt am Ende ja von allen drei Beteiligten. Und er ist ja mal angetreten mit dem Anspruch, dass er gesagt hat, jeder muss hier Dinge, die ihm wichtig sind, verwirklichen können. Jeder muss glänzen können vielleicht auch in einem so komplizierten und wohlgemerkt ja auf Bundesebene auch neuen Bündnis, wie wir es vorfinden. Aber ja, also in der Tat, es gehört dazu, dass Olaf Scholz, der selber mal Bundesfinanzminister war, durchaus mit einigen der inhaltlichen Positionen Christian Lindners sehr übereinstimmt. Aber wenn wir auf die einzelnen Debatten schauen, Sie hatten eben beispielsweise die AKW-Laufzeitverlängerung angesprochen, dann würde ich sagen, kann man doch auch noch mal fragen, wie weit hat die FDP sich denn tatsächlich durchsetzen können? Denn da ist man ja mal angetreten mit dem Anspruch, eine Laufzeitverlängerung bis 2024, also deutlich weiter noch zu erreichen. Und jetzt sind sie abgeschaltet. Am Ende waren es drei Monate, also drei statt 39 Monate, glaube ich, wenn man es ausrechnet. Ob das dann ein Durchsetzungserfolg ist, da kann man ja auch ein Fragezeichen dran machen. Das kann man und das müssen ja am Ende dann auch Wählerinnen und Wähler beurteilen. Dennoch hat die FDP in den letzten Wochen immer wieder auch Punkte gesetzt, da vielleicht noch mal diese Gratwanderung, die auch Christian Lindner dazu leisten hat. Auf der einen Seite eine FDP-Basis, auch FDP-Kernklientel und Stammwähler bedienen zu müssen, die mit der Ampel, muss man sagen, vielleicht bis heute ein bisschen fremdeln. Und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass man eine Art Fortschrittsverweigerer innerhalb dieser Koalition ist. Was ist da in einer Rede, die er jetzt hier auch an die eigenen Leute hält, das Entscheidende? Ja, es wird sicherlich darauf ankommen, noch mal einzuschwören darauf, dass dieses Bündnis am Ende keine Notlösung war, sondern eine Überzeugungstat. Dass man also wirklich davon ausgegangen ist, als man begonnen hat 2021 und diese Überzeugung bis heute hat, dass die FDP in diesem Bündnis gestalten, profitieren, umsetzen kann. Und diese Botschaft wird ja sicherlich auch mit kernigen, klaren politischen Botschaften und Forderungen noch mal unterlegen. Wir erwarten ja, dass es gerade in den strittigen Feldern auch gegenüber den Koalitionspartnern noch mal eine Positionierung geben wird jetzt an diesem Wochenende. Und diese Positionierung funktioniert natürlich immer auch nach innen, hier in die Halle hinein, in die eigenen Reihen, noch mal klarzumachen, wofür stehen wir, wo sind wir verhandlungsbereit, wo aber auch nicht. Aber trotzdem gleichzeitig den Anspruch schon zu haben, noch mal klarzumachen, wie definieren wir uns in diesem Bündnis und warum glauben wir als FDP, dass diese Ampelkoalition auch für uns tatsächlich Vorteile birgt. Und ist es so klug, als Freie Demokraten hier auf einem Parteitag, zwei Kilometer vom Bundestag entfernt, rote Linien oder sagen wir mal gelbe Linien in dem Fall zu ziehen? Naja, also es ist nach innen hinein wichtig, Parteitage haben innerhalb von Parteien eine sehr wichtige Funktion, noch mal sozusagen Geschlossenheit, eine Verständigung zu erzeugen über die Positionen, noch mal wirklich auch die eigenen Anhängerinnen und Anhänger anzusprechen und klarzumachen, wo stehen wir gerade in solchen Krisenzeiten. Aber natürlich das Risiko ist hoch, je nachdem wie rot die Linien sind, wie sie ausfallen, dass wir im Grunde den nächsten Koalitionskrach vorprogrammiert wissen oder ehrlicherweise vielleicht aus dem Krachmodus gar nicht richtig rauskommen, der ja nahezu dauerhaft anhält. Und das ist natürlich am Ende, wenn wir noch mal auf Wählerinnen und Wähler schauen, eigentlich nicht das, was man sich wünscht. Denn das Vertrauen leidet dann, wenn man das Gefühl hat, man kann sich nicht verlassen auf das, was die Regierung formuliert. Wenn im Grunde montags ein gemeinsamer Entschluss gefasst wird, der dienstags wieder in Frage gestellt wird, dann wissen Bürgerinnen und Bürger einfach nicht, woran sie sind. Das erzeugt Unsicherheiten und das ist in Krisenzeiten natürlich das Letzte, was man brauchen kann. Das Letzte, was man brauchen kann. Mal gucken, was die FDP gebrauchen kann. Vielen Dank bis hierhin, Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin. Sie stehen uns ja auch im Laufe dieses Parteitags hier zur Verfügung für die Analyse. Und wir werden jetzt mal schauen, wie es bei der FDP aussieht. Denn es gibt minimale Verzögerungen, so wie das, ja, muss man sagen, üblicherweise auf einem Parteitag passieren kann. Es wird gerade noch ein bisschen getestet, ob das mit den Abstimmungen funktioniert, die ja heute erwartet werden. Christian Lindner muss sich heute zur Wiederwahl stellen. Und er wird hier eigentlich in diesen Sekunden, in diesen Minuten erwartet, mit seiner Rede an den Bundesparteitag der FDP. Und meine Kollegin Jeannette Clark, die wird uns jetzt noch mal auf den Stand der Dinge bringen, was bei der FDP hier gerade Sache ist. Vielen Dank, Julia. Ich kann Ihnen sagen, tatsächlich, der Parteitag hat sich mittlerweile konstituiert. Also alle Formalien sind abgearbeitet worden. Und jetzt ist Christian Lindner tatsächlich aufgerufen, der Parteivorsitzende, zu seiner Rede. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, im vergangenen Jahr habe ich nach den Pandemiejahren hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass man im demokratischen Leben zusammenkommt, dass man von Angesicht zu Angesicht Argumente austauscht und dass man auch abseits der Tagesordnung miteinander Gespräche führt. Leider traf das alles auf mich letztes Jahr nicht zu. Ich habe den Parteitag im vergangenen Jahr so genau und so präzise verfolgt, wie kaum jemals eine Parteiveranstaltung zuvor. Jedes Detail der Antragsberatung habe ich genau verfolgt, weil mir ja auch nichts anderes übrig blieb, denn ich durfte mein Hotelzimmer in Washington während der Corona-Isolation nicht verlassen. Ich verspreche, dieses Jahr bleibe ich freiwillig und mit besonderer Freude bei diesem Parteitag auf der Bühne. Immerhin konnte ich ja mit Erleichterung feststellen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, denn in der vergangenen Woche war ich wiederum in Washington bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds. Aber ich habe es geschafft, nach Berlin zu kommen und deshalb nach jetzt vier Jahren auch für mich wieder ein Bundesparteitag in Präsenz. Und ich kann nur sagen, es ist schön, mit Ihnen und euch hier in der Station zusammenzukommen. Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem Blick von außen, den ich nicht nur im vergangenen Jahr reichlich hatte, sondern auch sonst, dienstlich begründet, ja öfter, damit verbunden ist eine gewisse beobachtende Distanz zu unserem Land. Der Blick von außen ist ja manchmal hilfreich, um Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Manche unserer innenpolitischen Debatten, das ist das, was ich wahrnehme, werden anderswo auf der Welt gar nicht verstanden. Und manche unserer Leistungen, die werden im Ausland stärker gewürdigt als bei uns. Beispielsweise, wie es gelungen ist, in einer Phase der Energieknappheit im vergangenen Jahr und bis in unsere aktuelle Zeit dennoch die Funktionsfähigkeit von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Übrigens, auch die Verantwortung, die wir international wahrnehmen, wird im Ausland stärker gewürdigt als bei uns selbst. Vielleicht ist es so, wie Wilhelm Vogt, jener Hauptmann von Köpenick, gesagt hat, das glaubst du ja nicht, wie schön Deutschland ist, wenn man weit weg ist und immer nur dran denkt. Bei aller berechtigten Kritik nämlich, liebe Freundinnen und Freunde, bei aller berechtigten Kritik und bei allem Wunsch, den wir ja teilen, es besser machen zu wollen. Wir leben in einem wahnsinnig tollen Land mit großartigen Menschen, die jeden Tag im Großen und im Kleinen ihren Beitrag für unser gutes Zusammenleben leisten. Darauf dürfen wir stolz sein, und das dürfen wir auch nicht vergessen. Völlig klar ist, wir wollen weiter, hier auf unserem Bundesparteitag, aber auch in unserer Regierungsverantwortung, im Bund, in den Ländern, in Parlamenten, in der Kommunalpolitik. Da wollen wir dafür sorgen, dass Deutschland immer stärker und immer freier und immer moderner wird. Dass die Zukunft besser wird, als die Gegenwart ist und die Vergangenheit war, das ist unsere Grundüberzeugung. Zukunft ist nichts, wovor wir uns fürchten müssen, sondern im Gegenteil, wovon wir als freie Demokraten uns etwas erwarten. Im vergangenen Jahr, liebe Freundinnen und Freunde, wie auch jetzt in der vergangenen Woche, habe ich in Washington und bei anderen Gelegenheiten gesprochen über internationale Fragen. Und insbesondere haben wir gemeinsam bewertet die Situation vor dem Hintergrund des schrecklichen Angriffs Russlands auf die Ukraine. Das haben viele von uns, auch ich selbst, haben das zuvor, vor dem Februar des vergangenen Jahres nicht für möglich gehalten, dass es in Europa noch einmal einen Angriffskrieg eines Staates auf einen anderen geben könnte. Und dennoch ist das eine schreckliche Realität, mit der wir seit über einem Jahr umgehen müssen. Wir haben seitdem wesentliche, auch weitgehende Maßnahmen eingeleitet, die an Gültigkeit nichts verloren haben. Zum einen die Isolation des Aggressors Russlands, das politisch, das rechtlich und wirtschaftlich vollständig isoliert werden muss, weil es kein Business als usual mit denen geben kann, die das Völkerrecht brechen. Und genauso bleibt auch nach über einem Jahr gültig, dass wir der Ukraine Solidarität schulden. Sie kämpft eben nicht nur für sich heldenhaft, sondern die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für all das, was uns heilig ist, das Recht auf Selbstbestimmung in Frieden und Freiheit. Kein Staat darf unter dem Machtdiktat eines anderen stehen. Deshalb verdient die Ukraine Solidarität nicht nur aus Mitmenschlichkeit, sondern auch in unserem wohlverstandenen eigenen Interesse. Die Ukraine, sie kann sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite bleiben. Applaus Und all jenen will ich sagen, die Putins Aggressionen verharmlosen, irgendwie erklären wollen, die Waffenlieferungen und sonstige Hilfen für die Ukraine ablehnen, ich will Ihnen sagen, wer in dieser Phase der Geschichte nicht an der Seite der Ukraine steht, der steht auf der falschen Seite der Geschichte. Applaus Deutschland, die Bundesregierung, tut ihr Möglichstes, um die Ukraine in ihrer Durchhaltefähigkeit zu stärken. Dazu gehört die zivile Zusammenarbeit, die finanzielle Unterstützung, aber auch die Ausrüstung mit militärischen Gütern und die Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten. Wir handeln abgestimmt mit unseren Partnern, entschlossen in der Haltung und auch in einer solchen Situation muss man mit verantwortungsethischen Abwägungen, mit kühlem Kopf die eigenen Entscheidungen formen. Das Ziel aber, unsere innere Einstellung, ist klar und muss klar bleiben. Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem Krieg dauerhaft größer bleibt als die Bösartigkeit, die von Putin ausgeht. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind im Jahr 2023. Vor 75 Jahren wurde diese stolze Freie Demokratische Partei begründet. In diesem Jahr ist das Gründungsjubiläum, das 75. Gründungsjubiläum unserer Partei. In der Gründungsproklamation in Hessen, seinerzeit verabschiedet, da wurde notiert, Freiheit sei für uns Richtschnur für alle Entscheidungen. Auch 75 Jahre nach unserer Gründung hat sich an dieser Richtschnur und ihrer Bedeutung nichts verändert. In unserem Land wird gelegentlich ja der Wert der Freiheit gering geschätzt, weil sie als eine Selbstverständlichkeit betrachtet wird. Die Corona-Pandemie dagegen und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen haben jeder und jedem gezeigt, dass Freiheit alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Das mag heute wie Vergangenheit erscheinen, aber trotzdem war es eine Charakterfrage, die politische Entscheidungsträger und auch Parteien haben bestehen müssen oder nicht. Ich erinnere mich noch an das sogenannte Team Vorsicht, die in Wahrheit ein Team Vorschrift waren. Der große Baumumarmer Markus Söder hat es anderen selbst draußen untersagt, Bäume zu umarmen, weil er präventiv in Bürgerrechte eingegriffen hat. Es zählte nicht das Vertrauen auf den Einzelnen und seine Möglichkeit, Verantwortung für das eigene Leben und die Gesundheit zu übernehmen, sondern zum Teil harte, bisweilen auch an die Grenze und über die Grenze der Verhältnismäßigkeit hinausgehende Maßnahmen wurden in unserem Land beschlossen. Es ist das Verdienst insbesondere unseres liberalen Justizministers Marco Buschmann, dass wir danach eine andere liberalere Pandemie-Politik eingeleitet haben. Das war alles andere als unumstritten. Ich erinnere mich doch noch an den Jahreswechsel 2021, als wir klargemacht haben, Schulschließungen und andere pauschale Schließungen Ausgangssperren wird es mit uns nicht mehr geben. Was sind da für Szenarien auch öffentlich bemüht worden? Da gab es Twitter-Trends Buschmanns Tote. Es war ja alles andere als unumstritten, diese Veränderung hin zu einer liberaleren Pandemie-Politik umzusetzen. Und am Ende haben uns die Ergebnisse Recht gegeben. Oder anders gesagt, die Bürgerinnen und Bürger haben uns Recht gegeben, denn sie sind verantwortungsbewusst mit ihren Freiheiten umgegangen. Und aus diesem Grund will ich 75 Jahre nach Gründung einer Freien Demokratischen Partei in Deutschland erneut feststellen, es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Freiheit begründen müssen, es ist immer der Staat begründen muss, wenn er in die Freiheit der Menschen eingreift. Liebe Freundinnen und Freunde, Freiheit als Richtschnur, das gilt nicht nur für unsere eigene Gesellschaft, das ist unser Anspruch auch international. Die Volksrepublik China ist inzwischen ein systemischer Rivale mit einem auch globalen Dominanzanspruch. Wir treiben Handel mit China und China ist ein wichtiges Gegenüber im Welthandel von einer kaum zu überschätzenden Bedeutung auch für die deutsche Wirtschaft. Wir müssen realistisch sein, das wird nicht über Nacht zu verändern sein. Vielleicht sollte es über Nacht auch gar nicht verändert werden, sondern vielleicht sollten eher andere Weltregionen schrittweise an Bedeutung gewinnen, sodass man sich nicht einseitig aus China und aus den Handelsbeziehungen zurückziehen muss. Es bleibt also ein wichtiger Partner in wirtschaftlichen Fragen, diese Volksrepublik China. Aber bei jeder Gelegenheit sprechen wir als Liberale und muss Deutschland insgesamt die Frage von Menschenrechten und Völkerrecht thematisieren. Die Samtfötigkeit, die es teilweise in der Vergangenheit auch von Deutschland aus gab, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gegenüber China. Sie war ein Fehler. Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass wir uns für gute Geschäfte unsere liberalen Werte abkaufen lassen. Es kann man von der FDP nicht sagen, dass uns wirtschaftliche Entwicklungschancen unwichtig wären. Im Gegenteil, wir wollen ja, dass wir über weltweiten Handel auch hierzulande unseren Wohlstand stärken. Aber auch wir machen selbst deutlich, wo für uns die Prioritäten liegen. Es war Bettina Stark-Watzinger, die nach 25 Jahren das erste Mitglied eines Bundeskabinetts war, das Taiwan besucht hat. Denn für uns ist Freiheit unteilbar. Die Unteilbarkeit der Freiheit ist für uns Orientierung in unserer Gesellschaftspolitik. Marco Buschmann setzt dort fort. Ich nenne nur beispielhaft das Namensrecht. Auch andere wichtige Vorhaben. Von konservativer Seite wird ja mitunter beklagt, eine liberale Gesellschaftspolitik, dass unsere modernen progressiven Gesellschaften gesellschaftlichen Zusammenhalt einbüßen könnten. Dass traditionelle Werte wie Nationen, die dörfliche Gemeinschaft und die Familie relativiert werden würden dadurch, dass Menschen Emanzipation leben und Selbstbestimmung. Ja, richtig ist, für uns als Liberale ist es wichtig, Zusammenhalt zu stiften, aber keiner, der sich allein aus Tradition ergibt, sondern aus freier Selbstbestimmung. Wir zerstören also nicht traditionellen Zusammenhalt, sondern im Gegenteil, wir ermöglichen neuen, wenn zum Beispiel mit der Verantwortungsgemeinschaft eine neue Institution geschaffen wird, wo Menschen in freier Selbstbestimmung füreinander Verantwortung übernehmen können. Das ist unsere gesellschaftspolitische Vision. Das ist unsere gesellschaftspolitische Vision und wir grenzen uns ab von jenen von links, die gewissermaßen Verhaltensanweisungen geben wollen, aber auch gegenüber jenen Menschen von rechts, wie Markus Söder, der giftet gegen Vogue-Wahnsinn. Wir urteilen nichts, liebe Freundinnen und Freunde, über Lebensstile. Für uns gilt nicht als fortschrittlich, wer in Berlin-Mitte mit Lastenfahrrad lebt, aber eben auch nicht als rückständig, wer den Lebensstil der Mehrheitsgesellschaft prägt. Das Leben mit Verbrennungsmotor im Thüringer Wald ist nicht besser oder schlechter als das Leben mit Lastenrad im Prenzlauer Berg. Es sind schlicht freie Lebensentscheidungen, die beiderseits Respekt verdienen. Das friedliche und freie Zusammenleben in unserer Gesellschaft wird bedroht von wirklichen Gegnern dieser Gesellschaft und dieses Staates wie etwa den Reichsbürgern, die sich sogar Zugang zu Waffen verschafft haben und Umsturzfantasien geprägt haben. Klar ist, das Gewaltmonopol liegt beim demokratischen Rechtsstaat. Aber auch jenseits dieser extremistischen Bedrohungen wird unser gesellschaftlicher Konsens infrage gestellt. Man sieht es ja dieser Tage auch bei mancher Beschränkung unserer Bewegungsfreiheit. Ich sehe mit Sorge eine gewisse Sympathie in der öffentlichen Diskussion für die sogenannten Klimakleber. da wird dann gesagt, nun ja, also, das seien Belastungen im Alltag und Einschränkungen der Mobilität, aber die Motive, die seien ja edel. Was sollten denn auch Menschen tun, die den Eindruck hätten, es würde zu wenig in der Klimapolitik getan? Was sollen sie denn anderes tun, als Autobahnen blockieren? Ich habe eine Antwort darauf. Wer eine andere Politik will, der kann in die Politik gehen, eine Partei gründen und Mehrheiten für seine Positionen erwerben. Gewalt jedenfalls. Und kein noch so edles und nachvollziehbares Motiv kann darüber hinwegtäuschen, dass das Blockieren von Autobahnen, Straßen oder andere Maßnahmen nichts anderes ist als physische Gewalt. Und physische Gewalt darf niemals ein mittel demokratischer Auseinandersetzung sein. Zumal die konkreten Forderungen nur wirklich außerordentlich bescheiden sind. Neun Euro Ticket und Tempolimit. Volker Wissing als Verkehrsminister – ich komme später an anderer Stelle noch mal darauf zurück – mit seinem Einsatz beispielsweise für die Modernisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, mit dem Deutschlandticket und endlich einem digitalen Nahverkehrstarif, der das Leben leichter macht und den ganzen Bürokratismus im Bereich des Nahverkehrs reduziert. Volker Wissing macht konkret mehr für den Klimaschutz als die Forderungen der letzten Generation und der Klimakleber. Liebe Freundinnen und Freunde, Tempolimit und neun Euro Ticket, das sind ganz kleine Ideen und dafür den großen Ärger. Kleine Ideen großer Ärger umgekehrt wäre besser. Große Ideen kleiner Ärger, darüber könnte man sprechen. In diesen Tagen, liebe Freundinnen und Freunde, beschäftigen wir uns alle sehr viel mit Zahlen. Ich zumal gibt da diesen berühmten deutschen Schlager, ach das bisschen Haushalt, das hat noch nie gestimmt, aber ich darf sagen, mit Blick auf die öffentlichen Budgets Stimmt es mindestens auch nicht. Die Zahlen zeigen ganz nüchtern, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in Deutschland ein Ungleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das zeigt sich ganz konkret in unseren öffentlichen Haushalten. In diesem Jahr werde ich als Finanzminister im Bundeshaushalt allein 40 Milliarden Euro an Kapitaldienst, also an Zins für Schulden der Vergangenheit aufwenden. Im Jahr 2021 waren es 4 Milliarden Euro. 36 Milliarden Euro mehr also an Last innerhalb weniger Monate. 36 Milliarden Euro, die nicht zur Verfügung stehen, um investiert zu werden in Bildung oder Digitalisierung, die Modernisierung der Infrastruktur, den Ausbau sozialer Sicherung oder die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. 36 Milliarden Euro mehr als 2021 einfach nur, um Verpflichtungen gegenüber der Vergangenheit zu bedienen. Aus diesem Grund, liebe Freundinnen und Freunde, ist das Festhalten an der Schuldenbremse nicht irgendein Fetisch. Es ist noch nicht einmal nur ein Befehl der Verfassung. Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften. Mitnichten hat diese Haushaltssituation im Übrigen etwas zu tun mit den aktuellen Krisen. Selbstverständlich ist der Schuldenstand Deutschlands durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie gestiegen. Und ja, auch jetzt die Strom- und Gaspreisbremse etwa haben die Verschuldung unseres Staates erhöht. Aber viel entscheidender ist etwas anderes. Wir haben im nächsten Jahr zum ersten Mal voraussichtlich mehr als eine Billion Euro Steuereinnahmen. Auch der Bundeshaushalt wird über Rekordeinnahmen verfügen. Aber dennoch reicht das Geld, das die Bürgerinnen und Bürger der Politik zur Verfügung stellen, das reicht nicht aus, um bestehende, um gesetzliche Verpflichtungen zu finanzieren. In der Vergangenheit nämlich, während der vergangenen gut zehn Jahre, wurden nämlich immer neue Leistungen von der Politik beschlossen, namentlich von der Großen Koalition. Ich nenne als ein Beispiel von vielen möglichen den Beschluss, eine Rente mit 63 einzuführen, die natürlich eine Auswirkung auf den Bundeszuschuss in die Rentenkasse hat. Über ein Jahrzehnt, übrigens unter Führung der CDU, wurde der künstlich niedrige Zins, den wir hatten, die Negativzinsen, die wir hatten, die Situation, dass der Staat am Schuldenmachen noch verdient hat, das wurde nicht genutzt, um wirklich das Fundament unserer öffentlichen Finanzen zu erneuern, sondern es wurden immer neue Leistungen geschaffen, die nicht nachhaltig finanziert sind. Jetzt kommt der Bumerang der unsoliden CDU-Finanzpolitik zurück. Und deshalb müssen wir jetzt lernen. Liebe Freundinnen und Freunde, deshalb müssen wir jetzt neu lernen, die Politik muss neu lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihr zur Verfügung stellen. Das ist ein Gebot auch der Bekämpfung der Inflation. Ich hatte mehrfach darauf hingewiesen, ich war vergangene Woche beim Internationalen Währungsfonds und dessen Expertinnen und Experten geben uns den dringenden Rat allen Volkswirtschaften, reduziert die hohen Ausgaben, denn hohe Ausgaben auf Pump treiben die Inflation. Die Notenbanken ziehen die Geldpolitik an, die Zinsen steigen, auch mit negativen Effekten. Wenn dann auf der anderen Seite aber die Staaten auf Pump weiter Ausgaben beschließen, dann dann konterkarieren sich Geld und staatliche Finanz Politik, dann wird die Inflation nicht bekämpft. Sie ist ohnehin ein zähes Biest, diese Inflation. Oberste Priorität muss haben, die Preisstabilität wiederherzustellen, oberste Priorität muss haben, die Inflation zu überwinden. Denn sie ist ein Verarmungsprogramm für die breite Mitte der Gesellschaft. Sie hindert die Wirtschaft an notwendigen Investitionen, weil man immer glaubt, die Preise könnten sich verändern und ein späterer Zeitpunkt wäre besser. Sie verändert die Marktwirtschaft selbst und die Möglichkeit, wie der Preis aufgrund von Angebot und Nachfrage zusammen kommt. Die Bekämpfung der Inflation hat für die wirtschaftliche Entwicklung also oberste Priorität. Und nur, weil es unbequem ist, dürfen wir uns dieser Aufgabe nicht verweigern. Liebe Freundinnen und Freunde, nur, nur weil die Prioritätensetzung mit dem vorhandenen Geld auskommen zu müssen unbequem ist, dürfen wir uns dieser Aufgabe nicht verweigern. Allenthalben werden aber Bypässe gesucht. Ich schaue etwa Tore zu euch nach Bremen. Die Landesregierung in Bremen will jetzt auf Dauer Notlagen, Krisenkredite aufnehmen, an der Schuldenbremse vorbei mit dem Argument, wir müssen ja die Dekarbonisierung, die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft finanzieren. Andernfalls droht ja eine Krise, also nennen wir Präventiv Krisenkredite. Ich nenne das mal eine kreative Argumentation, aber ich glaube nicht, dass sie ökonomisch überzeugt und verfassungsrechtlich sind, Zweifel begründet. Am heutigen Tag meldet sich die Wirtschaftsministerin des Schwarz-Grünen Nordrhein-Westfalen zu Wort. Sie fordert einen Industriestrompreis, finanziert mit öffentlichem Geld, also Subventionen für die Industrie. Ich will jetzt die Frage eines mit öffentlichem Geld subventionierten Industriestrompreises im Einzelnen jetzt nicht hier diskutieren. Könnte man ordnungspolitische Fragen anmelden? Man könnte fragen, ob das nicht dazu führen könnte, dass Mittelstand und Handwerk die hohe Preise zahlen müssen, gegenüber der Industrie die subventionierte Preise bekommen soll. Ob das nicht den Wettbewerb verzerrt, könnte man fragen. Man könnte fragen, ob das eigentlich sinnvoll ist, drei sichere klimaneutrale Kernkraftwerke abzuschalten, die auch einen Effekt für den Strompreis haben und auf der anderen Seite dann die gestiegenen Strompreise mit Steuergeld runter subventionieren zu wollen. Man dürfte Fragen nach dem Sinn stellen. Aber diese ordnungspolitischen Debatten werden gewiss demnächst uns in der Politik noch ereilen. Ich will sie heute gar nicht abschließend hier ausführen. Ich will nur auf einen Umstand hinweisen, dass auch im schwarz-grünen Nordrhein-Westfalen von der dortigen Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin gesagt wird, wir könnten ja die Mittel des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, also die Krisenmittel, die wir zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse aufgenommen haben, die, wenn das nicht genutzt wird, die könnten wir jetzt ja einsetzen für solche Subventionen. Liebe Freundinnen und Freunde, egal aus welchem Topf, auf welcher Rechtsgrundlage Schulden gemacht werden. Schulden sind Schulden, für die man Zinsen zahlen muss. Und deshalb dürfen wir uns nicht strangulieren. Und deshalb dürfen wir uns nicht strangulieren. Angesichts dieser Zinsentwicklung müssten wir sonst in Kürze entweder scharf öffentliche Leistungen kürzen oder die Steuern erhöhen. Aber Steuern erhöhen, um Zinsen für die Schulden der Vergangenheit zu zahlen, das wäre volkswirtschaftlich nun wirklich kein guter Rat. Wir wollen keine Debatte abwürgen. Wir werden intensive Haushaltsberatungen haben, liebe Freundinnen und Freunde. Man muss schon sehen, welche Unterschiede es in diesen Ausgangslagen einer engagierten Haushaltspolitik gibt. Es sind zum Beispiel immer wieder Forderungen zu hören, das sogenannte Dienstwagenprivileg solle abgeschafft werden. Das höre ich regelmäßig. Das ist wirklich nur ein Beispiel. Ich könnte unzählige nennen, vertraut mir. Aber das Dienstwagenprivileg wird genannt. Das sollte man streichen, um dann was auch immer zu finanzieren. Es gibt kein Dienstwagenprivileg, sondern es gibt nur eine Entlastung von der ärgerlichen Bürokratie ein Fahrtenbuch zu führen durch eine Pauschalversteuerung. Aber was mich besonders reizt an diesem Wort Dienstwagenprivileg ist der Eindruck, der erweckt wird. Dienstwagenprivileg. Wer dieses Wort ausspricht, der will doch beim Zuhörer erwecken das Bild Bentley, S-Klasse und so weiter. Die Wahrheit aber ist, liebe Freundinnen und Freunde, der beliebteste Dienstwagen in Deutschland, das ist der VW Passat Variant. Auf Platz zwei, auf Platz zwei, Ford Fokus Turnier. Platz zwei, Ford Fokus Turnier, weitere Liste weiß ich jetzt nicht, aber das sind die Dienstwagen der arbeitenden Mitte in Deutschland. Das sind die Menschen, die in Deutschland arbeiten, pendeln, Steuern und Abgaben zahlen. Und liebe Freundinnen und Freunde, und diejenigen, diejenigen, die im Außendienst tätig sind oder pendeln, die sollen jetzt belastet werden, um auf der anderen Seite den Lifestyle anderer zu finanzieren. Und das kann nicht gerecht sein. Wir werden dafür sorgen, wir werden dafür sorgen, weiter dafür sorgen, dass nicht die Passatfahrerin ins Zentrum der Umverteilungsfantasien von anderen kommt, denn das ist die breite Mittelschicht in Deutschland und nicht ihre Champagneretage. Wir werden stattdessen prüfen, was wir nicht brauchen. Ich nenne mal ein eigenes Beispiel aus meinem Verantwortungsbereich. Ich wünsche mir Nachahmer. Es war geplant, auch von meinem Vorgänger, dass das Bundesministerium der Finanzen einen Anbau erhält. Diese Planung datiert zurück auf die Zeit vor der Pandemie. Inzwischen gibt es in meinem Ministerium eine Personalvereinbarung, die 65 Prozent ortsflexibles Arbeiten vorsieht. Ich glaube, das ist übrigens sogar die höchste mögliche Quote von allen Ministerien, weil wir als Liberale eben auch Vertrauen in die Beschäftigten setzen. Das muss aber doch Auswirkungen natürlich auf das Raumprogramm haben. Und auch die Räume, die man nutzt, wenn 65 Prozent bis zu 65 Prozent flexibel sind, im Homeoffice arbeiten, dann benötigen die ja offensichtlich während dieser Zeit nicht ihr Büro. Also muss doch auch eine solche Veränderung der Arbeitswelt Auswirkungen haben auf die Gebäude, die der Staat für sich selber plant. Was nicht geht, ist, dass wir bei anderen sparen. Liebe Freundinnen und Freunde, was nicht geht, ist, dass wir bei anderen sparen. Ich bin fest davon überzeugt, dass zum Führungsauftrag einer Regierung ebenfalls gehört, die eigenen Pläne auf den Prüfstand zu stellen. Also auf den Prüfstand stellen, zum zweiten Prioritäten setzen dort, wo es unabweisbare Notwendigkeiten gibt, zum Beispiel Bundeswehr und dann drittens feststellen, dass manches vielleicht wünschenswert ist, aber mindestens gegenwärtig nicht finanzierbar ist. Es gilt eben, erst muss Wohlstand erwirtschaftet werden, bevor er verteilt werden kann. Dies gilt, wie ich nur kurz andeuten will, auch für den Bereich unserer Sozialversicherungssysteme. Wir haben verabredet in der Koalition, dass wir bei der Rente zukünftig ein Sicherungsniveau von 48 Prozent einhalten wollen. Und ich verstehe das Anliegen der Sozialdemokratie. Aber dieses Anliegen der Sozialdemokratie in einer alternden Gesellschaft wird unweigerlich dazu führen, dass die Beiträge für die Aktiven stark steigen werden. Sie werden ohnehin aufgrund des demografischen Wandels stärker in Anspruch genommen werden, die jüngere Generation. Heute ist die Quote ja 1 zu 3. Wir müssen befürchten, es wird 1 zu 2 sein. Aber durch eine solche Sicherungsmaßnahme droht die jüngere Generation, macht man nichts, stärker in Anspruch genommen zu werden. Wir haben als Freie Demokraten deshalb ja schon vor einigen Jahren das Konzept der Aktienrente vorgeschlagen. Wir werden es in diesem Jahr auch umsetzen, in der Form eines Generationenkapitals, also des politischen Plans, in der gesetzlichen Rentenversicherung Kapital anzulegen, das dann mit Zins und Zinseszins wächst und das wir nutzen wollen, um die Beitragssteigerungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu dämpfen. Wir haben verabredet 10 Milliarden Euro im Jahr 2023. Wir haben uns nun intensiv mit den Plänen beschäftigt. Wir sind in der Konkretisierungsphase und liebe Freundinnen und Freunde, ich muss nach der Konkretisierung, in der wir stehen, sagen, die Verabredung des Koalitionsvertrages, 48 Prozent Sicherungsniveau und einmalig 10 Milliarden Euro Generationenkapital, das wird keinen Beitrag allein leisten, um unser Rentensystem zu stabilisieren. Wir müssen die Ambition haben, deutlich über den Koalitionsvertrag hinaus zu gehen. Damit unser Rentensystem stabil bleibt, müssen wir von heute an, dem Jahr 2023 bis Ende der 30er Jahre, in jedem Jahr mindestens 10 Milliarden Euro Generationenkapital bilden, verzinsen und nutzen, weil sonst die Größenordnung nicht stimmt. Sonst stimmt die Größenordnung nicht. Sonst stimmt die Größenordnung nicht. Wir brauchen die Erträge aus diesen Generationenkapital, um die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu schützen. Das muss doch auch ein Anliegen unserer Koalitionspartner sein. Denn die Beiträge zur Rentenversicherung werden doch eben nicht geleistet von den Millionären und Multimillionären. Das ist doch ebenfalls die arbeitende Mitte in Deutschland. Doch schon bereits der sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Mindestlohn leistet doch Rentenversicherungsbeiträge. Und für den muss genauso das Rentensystem fair sein wie für die Generation der Rentnerinnen und Rentner, Großeltern und Enkelgeneration stehen gemeinsam im Zentrum unserer Anstrengungen. Erwirtschaften vor Verteilen, liebe Freundinnen und Freunde, bedeutet, dass wir unser wirtschaftliches Fundament stärken müssen. Wir tun das, indem wir die Bremsen für wirtschaftliches Wachstum in unserem Land bestimmen und an ihnen arbeiten. Beispielsweise, indem wir die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland wesentlich erleichtern. Zu einem modernen Einwanderungsmanagement gehört allerdings nicht nur, sich mit den Lebenslügen der deutschen Konservativen zu beschäftigen. Unser Land sei kein Einwanderungsland. Es ist ein Einwanderungsland und qualifizierte Einwanderung muss besser gelingen. Auf der anderen Seite müssen wir uns allerdings auch mit mancher linken Lebenslüge beschäftigen, dass es gewissermaßen eine unkontrollierte Einwanderung in unser Land geben dürfte. Das darf nicht sein. Unkontrollierte Einwanderung nach Deutschland würde zwangsläufig zur Beschädigung unserer öffentlichen Ordnung und zur Beschädigung unseres Sozialstaates führen. Deshalb brauchen wir genauso wie die qualifizierte Einwanderung einerseits eine präzise Unterscheidung zwischen denen, denen wir aus humanitärer Solidarität bei uns Schutz gewähren, die wir in den Arbeitsmarkt einladen oder die in Deutschland eben kein Aufenthaltsrecht haben können. Also Fachkräfteeinwanderung Fachkräfteeinwanderung Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Infrastruktur übrigens insbesondere auch bei den Autobahnen es ist gelungen für 144 Autobahnprojekte mit einer Länge von gut 1000 Kilometern zu beschreiben, dass sie zukünftig im überragenden öffentlichen Interesse sind, weil sie es sind. Die Schließung von Engpassstellen und die Beseitigung von Staubrempunkten, das ist im überragenden öffentlichen Interesse, weil Logistikketten in unserem Land funktionieren müssen und weil nichts schlechter für den Klimaschutz ist, als dass Benzin und Diesel im Stau verbrannt wird. Im Naturschutz wird es eine große Veränderung geben, die wir beschlossen haben. Sie wissen, dass für Vorhaben, etwa neue Produktion, neue Fabrik, die man erstellen will und die Flächen benötigt, aufgrund des Naturschutzrechts eine Ausgleichsfläche bereitgestellt werden muss. Oft genug ist das ein bürokratisches und langwieriges Verfahren. Die Bundesregierung, diese Koalition, wird das verändern, werden zukünftig dafür sorgen, dass nicht nur eine Investorin durch wirkliche Flächenkompensation, also die Anzeige einer anderen Fläche, diesem naturschutzrechtlichen Grundsatz nachkommen kann, sondern dass man auch Ausgleichszahlungen leisten kann, damit man nicht zwei, drei, vier Jahre warten muss, bis man den Stempel hat, der Flächenausgleich ist gelungen, sondern dass man dann mit seiner Maßnahme beginnen kann, wenn die betriebliche Notwendigkeit es begründet. Ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, der im Alltag an vielen Orten für Tempo führt. Ich bin zudem überzeugt, dass das im besten Sinne ein Win-Win-Verhältnis ist, innerhalb der Koalition auch. Denn ich konnte gestern bei den Familienunternehmern darüber berichten und ich konnte sehen, dass viele Mittelständler, die im Alltag damit Probleme hatten, dass die sagen konnten, endlich, endlich kommt in diese Frage Tempo. Endlich wird das Naturschutzrecht an dieser Stelle weniger bürokratisch. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, genau so bin ich überzeugt, dass die Vorsitzende von Bündnis 90 die Grünen auf einer Versammlung von Naturschützern für dieses Vorhaben Applaus ernten würde, weil nicht nur für die Investoren, den Investor vor Ort, die Realisierung des eigenen Vorhabens beschleunigt wird. Zukünftig wird es auch möglich sein, in größeren Biotopverbünden zu denken und nicht nur in vielen kleinen Flächen, was bedeutet, biologisch hinsichtlich der Biodiversität wertvollere Maßnahmen können eingeleitet werden. Und das ist nämlich im besten Sinne ein Win-Win-Verhältnis. Wirtschaftliche Prosperität und Schonung natürlicher Lebensgrundlagen zu vereinbaren. Und wir werden auch steuerliche Anreize diskutieren müssen, um die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land zu stärken. Hele über Abschreibungen und anderes mehr. Mir wird da übrigens entgegengehalten von Koalitionspartnern, ich würde Wasser predigen und Wein trinken. Das haben Sie vielleicht auch gelesen. Also wenn ich Vorschlage Abschreibungen für den Mittelstand, Investitionsprämie für neue klimafreundliche Technologie, Stärkung der Forschungsförderung, dann wird mir gesagt, ich würde Wasser anderen predigen und selber Wein trinken. Mal ganz abgesehen davon, dass auch die Vorhaben des Finanzministers unter dem allgemeinen Finanzierungsvorbehalt stehen, dass ein Haushalt beschlossen werden muss. Ich finde, es macht dennoch politisch einen Unterschied, ob man Dinge auf den Weg bringen will, die die wirtschaftliche Basis unseres Landes stärken und die Volkswirtschaft erneuern sollen oder ob man auf der anderen Seite Steuergeld für Subventionen oder andere Vorhaben verteilen will. Für mich macht es einen Unterschied, ob man das wirtschaftliche Fundament stärkt oder ob man auf seiner Grundlage verteilen will. Um die große Veränderung, dieses Veränderungswunder, das wir in den nächsten Jahren brauchen, in Deutschland zu gewährleisten, bin ich sicher, ist eine Ressource entscheidend. Freiheit und Einfallsreichtum der Menschen nämlich. Wir können schlicht doch gegenwärtig gar nicht wissen, welche Technologie sich zukünftig durchsetzen wird. Es ist eine Selbstverständlichkeit, aber leider ist es nicht ohne Belang, sie immer wieder auszusprechen. Es entsteht Fortschritt nicht am Schreibtisch in Ministerien und es sind auch nicht einzelne wenige Politikerinnen und Politiker, die sozusagen in den Plan der Geschichte eingeweiht sind und sie deshalb mit harten Entscheidungen Verboten, Geboten, Subventionen und gesetzlicher Lenkung dann auch vorgeben können. Zukunft wird gemacht in der Mitte der Gesellschaft, im täglichen Miteinander, im Ideen, Wettbewerb unterschiedlicher Konzepte, weil man setzt auf das eine Produkt oder die andere Dienstleistung. Eine Wissenschaftlerin strebt diese Erkenntnis an, überlässt eine andere dem Kollegen. Im millionenfachen Miteinander, jeden Tag in der Gesellschaft wird Fortschritt gebracht. Da wird Neues hervorgebracht und anderes wird verworfen, weil es nicht funktioniert. Und deshalb ist die wichtigste Ressource, die wir für unseren Fortschritt haben, den Erhalt des Ideen Wettbewerbs der Marktwirtschaft. Das Erfinden muss wichtiger bleiben, als das Verbieten. dafür, dafür, liebe Freundinnen und Freunde, dafür, liebe Freundinnen und Freunde, sorgen wir nun jetzt auch. Wovon ich hier spreche, als Anspruch, das ist nicht mehr nur Wort, sondern das sind konkrete politische Vorhaben. Wir werden das Klimaschutzgesetz in Deutschland novellieren. Das Klimaschutzgesetz kommt von der Großen Koalition und es sieht für jeden Bereich unseres Lebens, man sagt Sektor, präzise jährliche Einsparziele vor. Nun weiß aber jeder, und ich komme gleich noch mal darauf zurück, dass es in bestimmten Bereichen unseres Lebens Trägheiten gibt, aufgrund in der Vergangenheit von den Menschen getroffener Entscheidungen. Ich nehme das Beispiel Gebäude und Heizung, ich nehme das Beispiel Verkehr, wenn irgendwo kein Bahnhof ist, kann man nicht auf den ÖPNV umsteigen. Wenn man ein Auto gekauft hat, dann wird man nicht ein Jahr später ein neues kaufen. Da gibt es Trägheiten. Im Übrigen gibt es auch teilweise Fortschritt in der Industrie, der so überhaupt gar nicht zu sehen war, weil aufgrund neuer Technologien oder veränderter Wettbewerbsbedingungen in der Welt schneller als gedacht Einsparziele bei den Treibhausgasemissionen möglich sind. Deshalb war die Orientierung der Großen Koalition an diesen jährlichen Sektorzielen, die hart eingehalten werden mussten, ein Fehler. Wir werden jetzt ermöglichen, dass die unterschiedlichen Sektoren sich helfen können. Wenn es leichter ist, eine Tonne CO2 im Bereich der Industrie einzusparen, dann hilft diese zusätzlich eingesparte Tonne CO2 auf der anderen Seite, dass Menschen weiter so mobil bleiben können, wie sie es wollen. Das ist mehr Marktwirtschaft im Klimaschutz. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist konkret mehr Marktwirtschaft im Klimaschutz. Da geht es nicht darum, das Anspruch, das Ambitionsniveau unseres Landes insgesamt zu reduzieren, wie manche uns das vorhalten, sondern es geht darum, die effektivsten Mittel einzusetzen, jene, die möglichst viel freie Lebensentscheidungen für die Menschen offenhalten, jene Mittel, die je eingesetztem Euro den größten Klimaeffekt haben. Umgekehrt muss man fragen, was eigentlich diejenigen bezwecken, die an den harten Sektorzielen festhalten wollten. Ich nenne keine Namen, aber unter ihnen sind auch führende Köpfe der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Was bezwecken die damit? Im Verkehrsbereich, aufgrund unserer Infrastruktur, aufgrund der Situation, aufgrund der Lebensentscheidungen der Menschen, ist es eben sehr schwer, die CO2-Einsparziele, die sehr ambitioniert sind, in jedem Jahr umzusetzen. Im Grunde müsste man fortwährend sofort Programme in jedem Jahr beschließen, und zwar mit harten, teilweise drakonischen Maßnahmen. Wollte Volker Wissing auf Punkt und Komma in seinem Sektor, den er verantwortet, würde er die Klimaziele eins zu eins, die ihm vorgegeben sind, in seinem Sektor einhalten wollen. Da reden wir nicht über das Tempolimit. Da reden wir in einigen Jahren, wenigen Jahren davon, dass wir über Fahrverbote nachdenken müssen. Wer kein Elektroauto hat, bekommt am Sonntag ein Fahrverbot. Ich bin überzeugt, die Mehrheit der Bevölkerung würde solche drakonischen Maßnahmen und Eingriffe in ihre Freiheit ablehnen. Wir brauchen aber, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir das Ziel der Treibhausgasneutralität 2045 erreichen wollen. Wir brauchen aber die Zustimmung der Bevölkerung. Es wird nicht möglich sein, einen so großen Veränderungsprozess, wie er vor uns steht, erfolgreich abzuschließen, ohne dass die breite Mehrheit in der Bevölkerung mitzieht. Und zwar beim Tun als auch an der Wahlurne, wenn abgestimmt werden muss. Deshalb wundere ich mich über die, die Maßnahmen durchdrücken wollen, gegen die Mehrheitsauffassung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe muss sein, die Mehrheit der Gesellschaft für Veränderungen zu gewinnen und sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Deshalb war es richtig, dass Volker Wissing sich am Ende durchgesetzt hat. Es gibt jetzt ein Verbot des Verbrennerverbots, liebe Freundinnen und Freunde, und im Sinne der Technologiefreiheit war das eine fortschrittliche Entscheidung. Wir wollen synthetische Kraftstoffe ermöglichen, die klimaneutral sind. Übrigens werde ich die im Steuerrecht vorschlagen, genauso zu behandeln wie Elektrofahrzeuge, weil beide helfen in gleicher Weise dem Klima. Ich bin davon überzeugt, dass die in der Bestandsflotte der 4 Millionen Fahrzeuge, die wir auf der Straße haben, eine große und möglicherweise immer noch eine Rolle haben werden bei Neufahrzeugen ab 2035. Ich kann es nicht wissen, niemand kann das wissen, aber mindestens halten wir diesen Technologiefahrt offen. Jetzt gibt es andere aber, die sagen uns fortwährend, also die sind nicht wirtschaftlich. Also diese E-Fuels, die sind nicht wirtschaftlich. Übrigens glaube ich das tatsächlich auch, wenn man daran denkt, die sollten alle in Deutschland produziert werden. Sinnvollerweise werden synthetische Flüssigkraftstoffe aber dort produziert, wo viel Sonne verfügbar ist, nicht zwingend in Deutschland, sondern die kommen dann auf andere Infrastruktur nach Deutschland zurück. Aber es wird uns trotzdem immer gesagt, ja, die sind nicht wirtschaftlich, das wird nicht gelingen. da frage ich mich, ja, wenn die nicht wirtschaftlich sind, dann müsste man sie auch gar nicht verbieten wollen. Dann kann das ja der Markt entscheiden. Aber mehr noch, aber mehr noch, aber mehr noch, Freundinnen und Freunde, es sind die gleichen Leute, die uns sagen, die Wärmepumpe wird in zwei Jahren ganz günstig sein, die uns gleichzeitig aber sagen, selbst in E-Fuels nie wirtschaftlich sein. Ich glaube, wenn man an Marktwirtschaft glaubt, dann bei der Wärmepumpe genauso wie bei den E-Fuels, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Apropos Heizen, wenn wir 2045 ein klimaneutrales Land sein wollen, wir werden irgendwann anfangen müssen, auch im Gebäudebereich zu Veränderungen und zu Fortschritt zu kommen. Die CDU CSU macht sich leicht, selbst haben sie nahezu nichts getan, als sie in Verantwortung standen und jetzt stehen sie am Rand in der Opposition machen keine eigenen Vorschläge, sondern sagen nur schlecht und geht nicht. So einfach können wir uns das nicht machen, denn wir stehen in Verantwortung und ich empfehle uns, dass wir weiter am Ziel festhalten, dieses Land klimaneutral zu machen. Aber wir müssen eben auf die richtige Weise zur Klimaneutralität kommen und das gilt nicht nur für unser Land insgesamt, sondern auch für den Bereich von Gebäuden und Heizungen. Die ursprünglichen Vorschläge, die einmal unterbreitet worden sind mit harten Austauschpflichten und einer einseitigen Orientierung nur auf eine Erfüllungsmöglichkeit von 65 Prozent erneuerbarer Energie in der eigenen Heizung, das liegt hinter uns. Fragen der Wirtschaftlichkeit, Härtefälle, Technologieoffenheit, da haben wir Fortschritte erzielen können. Eines muss man aber dennoch sagen. Der jetzt vom Kabinett gebilligte Entwurf eines Gebäudeenergie Gesetzes ist noch nicht das, was am Ende vom Bundestag beschlossen werden sollte. Ich hoffe also darauf und bin mir sicher, dass wie immer im parlamentarischen Verfahren mit dem Sachverstand unserer Kolleginnen und Kollegen und durch die öffentliche Debatte das Gebäudeenergie Gesetz zu dem gemacht wird, was wir brauchen. Nämlich ein technologieoffener, wirtschaftlich vernünftiger und sozial akzeptierter Weg, auch unsere Gebäude und Heizungen klimafreundlich zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Übrigens habe ich da jetzt auch noch heute sogar von einem bei mir in hohem Kurs stehenden Chefredakteur einer in München erscheinenden Zeitung gelesen. Ja, also die FDP, was sei denn das? Im Bundeskabinett hätten sie zugestimmt, nur eine Protokollerklärung gemacht und quasi den Bundestag aufgefordert, zu Veränderungen zu kommen. Was das denn sei? Ja, was ist denn das? Ja, ein normales Verfahren. Es ist ein normales Verfahren. Es ist jetzt nicht von uns erfunden worden. Es ist nicht von uns erfunden worden. Ich erinnere mich jetzt, dass beispielsweise die Kollegin Baerbock dem Entwurf des Haushalts 2023 nur mit einer Protokollerklärung zugestimmt hat, dass im parlamentarischen Verfahren sie noch zusätzliche Mittel bekommen müsse und ansonsten das aber alles sehr kritisch sehe. Will ich mich gar nicht zu äußern, aber es ist ein normales Verfahren. Warum wählt man es? Man wählt es, weil man zwar noch sachliche Bedenken hat, die geklärt werden müssen, aber dennoch Fristen drohen, zum Beispiel eine parlamentarische Sommerpause, aber ein Vorhaben beschlossen werden muss, weshalb man die endgültige Klärung von Vorhaben dann in das Parlament gibt, denn das Parlament trifft sowieso erst die endgültige Entscheidung. Manchmal ist es so, wenn die FDP sich gewisser Verfahren der Staatspraxis bedient, dann wird es bei uns kritisiert, bei anderen wird es hingenommen. Ich glaube, dieses Los müssen wir tragen. Liebe Freundinnen und Freunde, in der Energiepolitik steht uns Großes bevor. Ich will das nur kurz andeuten. Ich bin etwas bekümmert, dass wir in Deutschland nunmehr Kohle verfeuern müssen, um schneller sichere, saubere Kernkraftwerke abschalten zu müssen. Aber das ist eine Koalition. So sind Koalitionen. Nun wird uns vorgehalten, und die eine und der andere von euch hat mir das auch geschrieben, per WhatsApp oder per E-Mail, die CDU, CSU, Bundestagsfraktion, die E-Abe, eine und der die Kernkraft weiter zu nutzen. Warum haben wir die FDP im Bundestag nicht zugestimmt? Das kann ich leicht erklären. Weil SPD und Grüne den ganzen Anträgen der Linkspartei für Steuererhöhungen und Enteignung auch nicht zustimmen können, trotz Sympathie, weil in Koalitionen wechselnde Mehrheiten ausgeschlossen sind, weil sonst ein planvolles gemeinsames Gestalten nicht möglich wäre. Das ist der Grund. Glauben aber manche Leute. Also hätte ich nicht gedacht, wenn man dieses Prinzip es gibt keine wechselnden Mehrheiten, dass man das so oft erklären muss. Aber es ist der Fall. Unsere Haltung jedenfalls ist klar. Die Kernspaltung mit der heutigen Technologie, wie wir sie haben, das ist keine Zukunftsoption, zumal in Deutschland nicht realistisch. Was mit neueren Formen der Kernspaltung der einst passiert, das werden spätere Generationen entscheiden. Die jetzt vorhandenen Kernkraftwerke wäre es nach uns gegangen, wir hätten sie reserviert, um sie im Falle eines Falles dann in Betrieb zu nehmen. Aber letztlich sind das Auseinandersetzungen hier in diesem historischen Moment dieser besonderen Jahre. Die Zukunftsaufgabe, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine andere. Da geht es nicht um die drei Kernkraftwerke, die jetzt vom Netz gegangen sind. Nach meiner Überzeugung geht es da auch nicht selbst um die neueren Generationen von Kernspaltung. Die Zukunftsfrage, das ist die Kernfusion. In Bayern gibt es ein Unternehmen, die kurz vor einem Durchbruch stehen. Kernfusion bedeutet all das, was wir an Risiken und auch nicht tragbaren Risiken in der Kernspaltung sehen, gibt es nicht. Trotzdem ist es eine sichere, saubere Energiequelle, eine Verheißung möglicherweise für die Menschheit. Man kann es nicht wissen. Kernfusion, das ist ein Zukunftsfeld, das in Deutschland erhalten bleiben muss. Aus diesem Grund ist es so erforderlich, dass wir im Bereich der Forschung, in der europäischen Zusammenarbeit das uns mögliche tun, dieser Technologie eine Chance zu geben. Es wäre nichts gewonnen, wenn hochinnovative Unternehmen mit dieser Technologie am Ende in die Vereinigten Staaten von Amerika gehen, weil sie dort willkommen sind. Gehen diese Unternehmen nicht nur Energie Optionen, es geht auch die Wertschöpfung. Von irgendwas werden wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts in Deutschland aber leben müssen. Liebe Freundinnen und Freunde, mein letztes inhaltliches Kapitel will ich beginnen mit der Diskussion um die Kinder Grundsicherung. manches was ich da lese macht mich tatsächlich auch betroffen. Man sich an einer Debatte beteiligt, die eigentlich nur auf der Basis von Schlagworten bisher geführt wird und man meldet Bedenken an, dann wird man sehr schnell in den aufgeheizten Debatten in unserem Land als herzlos oder als Kinderhasser diskreditiert. Mich bekümmert das schon, aber es hilft ja nichts. Mit dem Bürgergeld und den erhöhten Regelsätzen, mit dem seit 1996 nicht mehr so stark erhöhten Kindergeld und im Übrigen auch mit dem Kinderzuschlag haben wir bereits Milliarden mobilisiert, um Familien mit Kindern, die von Armut bedroht sind, zu helfen. Unter Regierungsverantwortung der FDP hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kein so großes Engagement für Kinder in von Armut bedrohten Familien gegeben. Und das ist auch richtig so, denn keine Schülerin soll, weil die Eltern kein Geld haben, nicht an der Klassenfahrt teilnehmen können und kein Schüler soll, weil die Eltern kein Geld haben, den Beitrag für den Musikverein nicht leisten können. Liebe Freundinnen und Freunde, in finanzieller Hinsicht ist da also viel getan, da kann uns keiner einen Vorwurf machen. Aber oft genug kommt das, was möglich ist, bei den Familien, die es brauchen, gar nicht an. Nehmen wir mal ein Praxisbeispiel. Ein Lagerist, der Vollzeit arbeitet, mit einem relativ kleinen Gehalt, der fünf Kinder hat, und seine Partnerin ist zu Hause, übernimmt die Care-Arbeit. Das ist eine Familie, die trotz eines Vollzeitverdienenden nicht in der Lage ist, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber viele dieser Familien, der Lagerist mit fünf Kindern, die Partnerin übernimmt zu Hause die Care-Arbeit, wissen gar nicht, dass ihnen ein Kinderzuschlag zusteht. Die beantragen den deshalb nicht, sondern sparen dann möglicherweise gezwungenermaßen bei den Kindern. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir als Freie Demokraten sagen, der wichtige, notwendige Schritt, der keinen Aufschub duldet, ist, dass in einem digitalen, modernen, automatisierten Verfahren die Familien endlich das bekommen, was ihnen zusteht. Das ist nicht nackte Verwaltungstechnik, sondern das wird für tausende Familien in unserem Land die Lebenssituation verbessern. Die Diskussion geht weiter. Die Grünen, die Kollegin Paus, fordert eine Ausdehnung von Leistungen. Ich meine, wir sollten zunächst die Treffsicherheit der Bestehenden diskutieren. Einerseits fordern die Grünen zusätzliche Leistungen, Einbeziehung etwa von denjenigen, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Es soll mehr Geld eingesetzt werden in Form von Transfers. Andererseits plant Bettina Stark-Watzinger ein Startchancen- Programm mit Talentschulen gerade in den Stadtteilen, wo es besondere soziale Aufgaben gibt, wo besonders viele Schülerinnen und Schüler aus Familien kommen, die von Armut bedroht sind. Einerseits wird also gefordert zusätzliche Geldleistungen, obwohl oft auch Kinderarmut begründet ist in der Erwerbs der Bildungsarmut oder auch unzureichenden Sprachkenntnissen der Eltern. Andererseits geht es darum, einen nachhaltigen, präventiven Weg zur Bekämpfung von Armut einzuschlagen. Der beste Weg, Armut zu verhindern, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, ist, sie mit fairen und guten Bildungschancen auszustatten, damit sie eine Chance haben, auch am Arbeitsmarkt. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben bereits finanziell viel getan für Kinder. Wir haben vor, ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren. Aber wenn es jetzt darum geht, bei Klappenmitteln gibt es noch mal zusätzliche Transferleistungen oder investieren wir Geld konkret in die Bildung, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich vor diese Wahl gestellt werden würde, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir auch die Bildung stärken, denn nichts schafft mehr Fairness, als dass nicht die Herkunft aus dem Elternhaus entscheidet über den Lebensweg, sondern Fleiß, Talent und die eigenen Lebensentscheidungen aufgrund von Bildung. Und das dieses kleine Beispiel steht übrigens exemplarisch für viele Diskussionen, die wir in der Koalition führen. Es wird ja gelegentlich gesagt, ja, die FDP ist jetzt eine Dafür-Partei oder eine Dagegen-Partei. Ist die FDP eine Dafür- oder eine Dagegen-Partei? Liebe Freundinnen und Freunde, wir sollten uns nicht darüber definieren lassen, ob wir für oder gegen die Ideen von anderen sind. Wir haben nämlich eigene gute Ideen und für die kämpfen wir. Apropos Ideen. Es gibt ja jetzt eine ganz aktuelle Debatte. Die CDU hat neue steuerpolitische Ideen. Die Idee ist, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Soweit, so gut. Unterstützen wir. Mit unserem Inflationsausgleichsgesetz haben wir die Menschen in der Mitte der Gesellschaft stark entlastet. Eine Familie vierköpfig 55.000 Euro Einkommen um 800 Euro entlastet. Also kleine und mittlere Einkommen entlasten. Kleine und mittlere Einkommen entlasten. Sehr gut. Aber die CDU geht weiter, sagt, ja, das müsse gegenfinanziert werden durch eine stärkere Belastung bei einem allerdings dann später einsetzenden Spitzensteuersatz. Die Idee ist für die CDU neu, in der Politik öfter geäußert, zum Beispiel von meinem Kollegen Robert Habeck. Und man muss wirklich sagen, das Feedback auf die Vorstöße der CDU ist nicht allenthalben schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Viele attestieren der CDU jetzt Beweglichkeit. Also beispielsweise der von mir sehr geschätzte Kollege oder Journalist, nicht Kollege der Süddeutschen Zeitung, Klaus Hulverscheidt, der übrigens bei meinem Vater Mathematikunterricht hatte, wir kommen also gewissermaßen aus derselben Schule, der hat geschrieben, ja, also man müsste anerkennen, die CDU bewege sich jedenfalls. FDP sei jetzt in meinen Worten in ihren Dogmen gefangen und er sagt weiter, es wird einsam um Christian Lindner. Liebe Freundinnen und Freunde, man muss ja wissen, die CDU CSU macht das ja alles nicht aus Nächstenliebe, um jetzt der FDP Alleinstellungsmerkmale zu verschaffen. Das ist ja nicht ein Rückbesinn an das große C. Jetzt wollen wir der FDP Argumente geben, indem wir steuerpolitisch uns von ihr entfernen. Da geht es um ganz anderes. An meiner festen Überzeugung sind das weitere schwarz-grüne Lockerungsübungen, für die auch die Union von manchem Leitartikler ja Respekt und Anerkennung erfährt. Ich bin ja sehr serviceorientiert, wie bekannt ist, und deshalb habe ich schon vor einiger Zeit einmal ausrechnen lassen, was bedeutet das eigentlich konkret? Klein- und mittlere Einkommen entlasten, den sogenannten Mittelstandsbauch abflachen und dafür den Spitzensteuersatz später vorsehen, also bei einem etwas höheren Einkommen mit einem höheren Prozentsatz, damit die Rechnung aufgeht. Das habe ich mal konkret ausrechnen lassen, worüber jetzt auch die CDU nachdenkt, wie es auch mein Kollege Robert Habeck schon einmal ins Gespräch gebracht hat. Also die Idee der Union läuft darauf hinaus, dass der Spitzensteuersatz zukünftig immerhin erst bei 80.000 Euro anfällt, dann allerdings 57 Prozent betragen würde. 57 Prozent, jetzt kann man sagen, nein, nein, es sollen keine 57 Prozent sein, wir 52 Prozent sind, aber in irgendeiner Größenordnung dieser Art denken wir. Und dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Einerseits glaube ich, dass für Mittelstand und Handwerk und Fachkräfte die kluge Köpfe und fleißige Hände, die wir nach Deutschland einladen wollen, Steuererhöhungen nicht unbedingt ein Signal sind, in Deutschland etwas erreichen zu wollen. Vor allen Dingen aber aus einer normativen Perspektive, ich betrachte es als schlicht ungerecht, wenn jemand mehr abgeben soll, als ihn von den Ergebnissen seiner Leistung selbst zustellen. Das kann nicht funktionieren. Liebe Freundinnen und Freunde, das kann nicht funktionieren. Dann der Vorschlag, der Union Erbschaft steuert. Wir haben ja jetzt ein Verschonungsmodell, das bedeutet, betriebliches Vermögen wird nicht versteuert, wenn das Unternehmen erhalten bleibt, wenn die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Jetzt gibt es den innovativen Vorschlag, ja, also lasst uns einfach eine Art Flat-Tags machen, ich glaube 10 Prozent auf alles. Und auch das wird dann von manchen begrüßt. Ich fürchte, es fängt mal irgendwann mit 10 Prozent an, aber ganz schnell über das eine und andere Jahressteuergesetz ist man bei 15 Prozent, aber einerlei. Geht man so an das Betriebsvermögen unseres Mittelstands heran, bedeutet das doch eins. Die börsennotierten großen Gesellschaften, die haben keine Erbfälle, aber im Mittelstand, wo jede Generation dann in Anspruch genommen wird von dieser Erbschaftssteuer, alle 20, 30 Jahre vielleicht, da muss dann alle zwei, drei Jahrzehnte ein Familienbetrieb sein komplettes Eigenkapital abgeben beim Fiskus, weil auch noch die betriebliche Nachfolge organisiert werden muss. Während auf der anderen Seite die großen Betriebe, Industrie, die Kapitalgesellschaften, Publikumsgesellschaften an den Börsen davon völlig verschont bleiben. Eine solche Idee schwächt nicht nur die Investitionstätigkeit der Familienbetriebe, es beschädigt auch ihre Wettbewerbsfähigkeit im Verhältnis zu den Großen. Und deshalb darf das so nicht kommen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich gönne der Union jeden positiven Leitartikel, den sie bekommen hat und ich wünsche ihr weiter Ideenreichtum dieser Art. Wir werden aber nicht jeder falschen Idee folgen. Applaus Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, letzter Gedanke, es ist ja so in dieser Koalition, dass wir um viele Fragen ringen müssen. Also angesichts 30 Stunden Koalitionsausschuss ist das glaube ich irgendwie offensichtlich in unterschiedliche Parteien. Auf einen Unterschied will ich allerdings schon auch noch mal hinweisen. Bitte erinnern Sie, erinnert euch doch noch mal an die letzte Marathon-Sitzung der Großen Koalition. Am Ende der letzten Marathon-Sitzung der Großen Koalition stand im Ergebnis die sogenannte Osterruhe, die dann nicht kam und ein abgesetzter Verfassungsschutz Chef sollte Staatssekretär im Innenministerium werden. Da muss ich sagen, jawohl, bei uns dauert es manchmal auch lang, aber nach 30 Stunden stehen da schnellere Autobahnprojekte, ein Klimaschutzgesetz mit Marktwirtschaft, Investitionen in die Bahninfrastruktur und anderes. Ich kann nur sagen, bei uns lohnt das Warten wenigstens, da kommt nämlich Besseres raus. Liebe Freunde, in diesem Jahr stehen drei wichtige Landtagswahlen Landtagswahlen an. In Bremen ist die CDU völlig orientierungslos, rote Plakate, grüne Inhalte, halber Kandidat. Ich habe eben schon mal kurz die Haushaltssituation von Bremen geschildert, aber im Zentrum des CDU-Wahlprogramms steht ein neues Förderprogramm für Lastenfahrräder und das im Bundesland mit der höchsten Pro-Kopf- Verschuldung, da kennt man die Prioritäten der Union. Bremen wird seit Jahrzehnten unter Wert regiert. Bremen stand mal oben, leider ist es an vielen Stellen jetzt unten. In Tore Scheck haben wir einen starken Kandidaten, der das ändern will und der Momentum hat. In einer gestern veröffentlichten Umfrage, wenige Wochen vor dieser für euch so wichtigen Wahl, hat die FDP in Bremen von 4 plus 2 auf 6 Prozent zugelegt. Tore, die Richtung stimmt. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein lässt nahezu keine Gelegenheit aus, auf Distanz zu den Grünen zu gehen und gibt ihnen dann doch aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder nach. Hessen ist ein starkes Land in der Mitte unseres Landes, aber leider hat auch Hessen in den vergangenen Jahren an Dynamik verloren. Stefan Nass will das verändern. Er will und wird Hessen wieder zum dynamischen Erfolgsland in der Mitte Deutschlands machen, und zwar eines Lands, in dem wir uns alle gerne freiwillig aufhalten und nicht nur, weil wir auf hessischen Autobahnen im Stau stehen. Und dann Bayern. Und dann Bayern. In Bayern gibt es für, ich sage mal, den Ideenreichtum inzwischen sogar ein eigenes Verb, nämlich das Södern. Politik nach Laune, Stimmung, Tageszeit, mal für den Verbrennungsmotor, mal dagegen, mal für die Gentechnik, mal dagegen, mal für Kernkraft, mal dagegen. Das ist aus meiner Sicht, hier vorne ist der Bayerische Landesverband, das ist kein sympathisches Mir san Mir, das ist ein Ivert Narisch. Und ich finde, lieber Martin, lieber Martin, lieber Martin, lieber Martin, dir gebührt Dank und Anerkennung dafür, dass du dich im Maximilianäum von dieser Politik des Tarnentricksen täuschen, nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern Kurs hältst für ein liberales, sympathisches und frisches Bayern. Dafür hättest du schon jetzt den Bayerischen Verdienstorden verdient, mindestens aber ein gutes Wahlergebnis. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will mich bedanken bei Nicola Bär. Ich will mich bei ihr in doppelter Hinsicht bedanken. Zum einen will ich ihr danken, dass sie mein Angebot angenommen hat, für unser Land an einer führenden Stelle in Europa als Macherin zu gestalten. Die Europäische Investitionsbank ist eine vielleicht nicht für alle bekannte, aber umso bedeutendere und weiter an Einfluss gewinnende Institution zur Finanzierung der Transformation, um Innovation sicherzustellen. Diese besondere Institution braucht starke Führungspersönlichkeiten und sie wird eine Vizepräsidentin mit einem klaren ordnungspolitischen Kompass Liebe Nicola, für diese große Aufgabe im Interesse unseres Landes wünschen wir dir Fortun und allen Erfolg. Ich will dir danken dafür, dass du diese Herausforderung annimmst, aber natürlich will ich dir auch danken für die Herausforderungen, die wir mit dir und dank deiner klugen Führung bereits gemeistert haben. Es ist jetzt nicht hier der Ort zu erinnern an deine vielfältigen Aufgaben, die du hessischen hessische gehabt hast, als Abgeordnete, als Staatssekretärin, als Kultusministerin. Nein, ich beziehe mich jetzt auf unsere enge Zusammenarbeit während eines Jahrzehnts. Nicola Bär ist in einer Zeit, als das nahezu keiner einen Pfifferling auf die FDP gegeben hat, im Ehrenamt Generalsekretärin der FDP geworden. Sie hat den Wiederaufbau Sie hat vom Leitbildprozess über die Wahlkämpfe und dann auch die Arbeit im Parlament für uns Verantwortung an führender Stelle getragen. Liebe Nicola, du hast dir, wie überhaupt nur ganz, ganz, ganz wenige andere verdient. Dienste um unsere gemeinsame Freie Demokratische Partei erworben und ich füge hinzu, außerdem bist du eine tolle Persönlichkeit und eine gute Freundin. Wir freuen uns, dass du weiter in unserer Mitte bleibst. Liebe Freundinnen und Freunde, da ist eine starke Kämpferin für und in Europa auf der Seite der Exekutive. Aber wir brauchen natürlich auch Freiheitskämpferinnen auf der Seite der Legislative. Wie wichtig das Europäische Parlament ist, das hat man ja gerade in den letzten Monaten noch mal gesehen. Ich sage nur einmal die Auseinandersetzung um das sogenannte Verbrennerverbot. Es kann nicht auf Dauer so sein, dass wir gewissermaßen im Europäischen Rat als Bundesregierung europäische Entscheidungen beeinflussen. Wir wollen auch im Parlament Gewicht haben und noch mehr Gewicht haben. Wir sind eine Europapartei. Insofern ist der Wahlerfolg auf europäischer Ebene für uns nicht nur Ergebnis einer Nützlichkeitserwägung, sondern Ausdruck auch unserer inneren Einstellung. Und deshalb bin ich glücklich und dankbar, dass eine unserer stärksten Persönlichkeiten, eine unserer besten Wahlkämpferinnen, die gezeigt hat in den letzten Monaten, dass sie jeden Tag aufs Neue ihre Scheu gegenüber den Medien zu überwinden vermag, dass wir mit Marie Agnes Strack-Zimmermann eine großartige Spitzenkandidatin für die nächste Europawahl haben. Applaus Wir haben im Präsidium in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht. Wir haben eine Bundestagswahl erfolgreich bestritten. Wir haben eine Koalition gebildet und wir haben die Freien Demokraten in Regierungsverantwortung in den letzten Monaten geführt. Das gelingt nur als Team mit starken Einzelpersönlichkeiten. Und deshalb will ich mich auch sehr herzlich bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen in unserem Präsidium. Lieber Bijan, lieber Wolfgang, lieber Nikola, lieber Johannes, liebe Bettina, lieber Michael Theurer, liebe Lydia, lieber Michael Link, habt ganz herzlichen Dank für die wirklich immer kollegiale, immer konstruktive, aber da, wo es notwendig ist, auch kontroverse Suche nach den besten Lösungen. Ich glaube, wir haben gezeigt, die FDP ist dann stark, wenn sie nicht gegeneinander arbeitet, sondern wenn wir miteinander in der Sache arbeiten. Vielen Dank für diese tolle Zusammenarbeit und dieses Beispiel von Teamwork. Lieber Michael Zimmermann, dir und den Manzlietig-Gentschaus herzlichen Dank für die exzellente Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. Und ich möchte natürlich auch Karl-Heinz Paquet für die Friedrich-Naumann-Stiftung, Uli Rülke für die Fraktionsvorsitzenden-Konferenz und Moritz Körner für unsere Kolleginnen und Kollegen im EP für die gute Zusammenarbeit danken, aber besonders hervorheben, ihr erlaubt es will ich Christian Dürr, den Chef unserer Bundestagsfraktion. Die Zusammenarbeit mit euch ist super und es ist ein Gewinn, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es den Bundestag erreicht hat. Vielen Dank hier und allen Kolleginnen und Kollegen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich erinnere mich genau vor fast genau zehn Jahren stand ich auch hier und wurde zum ersten Mal zum Parteivorsitzenden gewählt. Welcher Lage war die FDP damals? Damals war die FDP finanziell überschuldet. Heute steht die FDP wirtschaftlich solide und so gut wie seit vielen Jahrzehnten nicht da. Damals hatten wir nur noch gut 55.000 Mitglieder. Heute sind es 20.000 mehr. Damals standen wir in Umfragen bei zwei. Heute stehen wir bei sieben Komma aktuell. Damals waren wir APO. Heute sind wir Regierungspartei. Aber darum alleine geht es nicht. Ich glaube, damals war die FDP eine Partei, die wenig wusste, mit sich anzufangen, die nicht so recht wusste, wer sie ist und wofür sie steht. Ich habe hier heute versucht, auch anhand unseres konkreten Regierungshandels noch einmal in Erinnerung zu rufen, wofür wir eigentlich stehen. Für den Gedanken, dass Freiheit unteilbar ist, dass alle Menschen faire Chancen verdient haben und Leistung sich lohnen muss, dass Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss, bevor er verteilt werden kann, dass wir Verantwortung tragen, nicht nur für unsere Freiheit, sondern auch für die von Menschen anderswo auf der Welt und die unserer Nachkommen, dass wir mehr Freude am Erfinden als am Verbieten haben sollten. Vor zehn Jahren habe ich gesagt, es sei nicht schlimm, wenn die FDP angegriffen wird für das, wofür sie steht. Schlimm sei nur, wenn die FDP angegriffen wird, weil sie für nichts steht. Wenn ich mir heute die Angriffe ansehe, ich glaube, da habe ich geliefert. Ich glaube, da habe ich sagen zu können, da hat sich etwas verändert. Das könnte man sagen, in meiner Zeitung habe ich es auch gelesen, naja, zehn Jahre, FDP steht gut da, jetzt könnte man ja eigentlich dann auch gehen und es ist auch eine gute Bilanz und was soll das denn noch? liebe Freundinnen und Freunde, ich will durchaus sagen, der enorme Zeiteinsatz und auch vielleicht mancher Angriff versuche sogar, das Privatleben zu skandalisieren, das ist ein gewisser Preis, den man als Vorsitzender der Freien Demokraten zahlt. Aber mit aller Überzeugung sage ich, die Aufgabe unserer Werte, ihr seid es wert. Wir haben nämlich noch viel vor und ich mit euch. Wir kämpfen für den Wert der Freiheit, für wirtschaftliche Vernunft, faire Lebenschancen und ein modernes, nicht-linkes Deutschland. Der Auftrag ist eben noch nicht erfüllt, wir stehen gemeinsam erst am Anfang. Ich danke Gott. Applaus Der Parteivorsitzende der FDP, Christian Lindner, knapp in 90 Minuten hat er sich hier genommen, eine Redezeit, um zu seiner Partei, um zu seinen Delegierten hier zu sprechen und er hat in diesen 90 Minuten sich abgearbeitet an dem, was die Partei seiner Ansicht nach in der Ampelkoalition erreicht hat. Er hat seine Ministerinnen, Kollegen und Minister gelobt, Marco Buschmann oder Bettina Starke-Watzinger und auch natürlich Volker Wissing. Er hat auch auf die strittigen Punkte in der Ampelkoalition Bezug genommen, auf das, was gerade aktuell diskutiert wird, auf das Klimaschutzgesetz, auf den Heizungstausch, auf die Kindergrundsicherungen, wo man sich ja genau absetzen will, auch innerhalb der Ampelkoalition. Er hat auch gegenüber der Union durchaus sich abgegrenzt, beispielsweise in der Steuerpolitik und dafür hat er sich sehr lange Zeit genommen, insgesamt fast 70 Minuten als Regierungsmitglied und auch als Finanzminister, denn er ist ja der erste FDP-Finanzminister seit fast 55 Jahren, Parteivorsitzender ist er seit 10 Jahren. Heute Nachmittag will er sich der Wiederwahl stellen und da wird es mal interessant sein, wie die Delegierten ihn hier bestätigen. Beim letzten Mal im Mai 2021 hat er immerhin 93% der Delegierten Stimmen hier bekommen. Er hat noch kurz dann sich bezogen auf die Landtagswahlen in diesem Jahr, die anstehen in Bremen, Hessen und Bayern. Allerdings interessant ist, was er hier nicht thematisiert hat, nämlich, dass die FDP, seit sie im Bund in der Ampelkoalition ist, eben auch fünf schmerzhafte Wahlschlappen bei Landtagswahlen hinnehmen musste und es wird mal interessant sein, tatsächlich, wie das jetzt in der Aussprache, die jetzt folgt, es sind schon über 30 Wortmeldungen, die es hier geben wird, wie das in der Aussprache thematisiert werden wird, denn es sind nicht nur Erfolge, die Christian Lindner hier aufgeführt hat, die seiner Ansicht nach die FDP in der Ampelkoalition erzielen konnte, sondern, wie gesagt, die FDP steht auch im Moment in Umfragen unter ihrem Ergebnis der Bundestagswahl, da hatte sie 11,5% erreicht, im Moment steht sie bei 7 bis 8%, also, hat der Parteivorsitzende Christian Lindner denn die Stimmungslage der Partei getroffen, mein Kollege David Frechenhäuser, der steht bei den Delegierten. Ja, richtig, Janett Clark, hier wird gerade noch heftig applaudiert, schon seit ein paar Minuten, die Delegierten sind doch sehr begeistert, jetzt hört es gerade auf hier, ich bin hier quasi in der Bayern-Kurve, kann man sagen, beim Landesverband Bayern, denn am 8. Oktober sind da ja auch Landtagswahlen und da hat er auch einiges angesprochen, hat auch Richtung gegen Söder auch Kritik geäußert, ich frage jetzt mal nach, wie die Rede hier angekommen ist bei Ihnen, hallo. Ich habe die Frage leider nicht verstanden. Wie ist die Rede bei Ihnen angekommen gerade von Herrn Lindner? Sehr gut, also ich fand das sehr gut und er hat auch gut ausgeteilt gegen Söder, was uns im Wahlkampf sicherlich auch nochmal helfen wird, gerade in Bayern, da geht es um alles und da freue ich mich, dass er das mit eingebaut hat. Danke. Ich hatte gerade auch das Gefühl, als er Bayern angesprochen hat, ich bin gerade im bayerischen Bierzelt kurz gelandet und zwar ist ja alles sehr straztragen. Wie fanden Sie die Rede von Herrn Lindner? Ich finde, er hat das sehr gut gemacht, er hat gezeigt, dass Politik nicht immer nur populär sein muss, sondern optimistisch sein muss, verantwortungsbewusst sein muss und das ist gerade etwas, was wir in Bayern mehr brauchen, nicht den Populismus von Söder, sondern klare, rationale, zukunftsgerichtete Politik. Vielen Dank. Ja und hier vorne sind auch zwei Wahlkämpferinnen, die quasi Sonntag nach dem Bundesparteitag direkt wieder zurückfahren nach Bayern, nach München und da geht Montag dann der heiße Wahlkampf los. Laura Reif ist das und Katharina Walter. Frau Reif, Sie sind, Sie wollen in den Landtag, sind noch keine Landtagsabgeordnete, aber wollen am 8. Oktober es schaffen, aber das geht nur mit einem guten Ergebnis. Was finden Sie, fanden Sie jetzt die Rede speziell in Bezug auf die Landtagswahl? Na ja, erstens wurde angesprochen, dass Söder angesprochen und seine Arbeit im Parlament und auch sein Hin- und Herschwenken in seinen politischen Handeln und auch unsere Bildungsministerin, die zum Beispiel jetzt mit dem Startschuss für die Talentschulen auch anfangen möchte, unsere Schüler, die das benötigen, auch zu unterstützen. Ich bin selber Bildungspolitikerin und Bildung ist so ein wichtiges Thema und deshalb brauchen wir auch große Unterstützung auch aus dem Bund, damit es umgesetzt werden kann. Ich weiß jetzt, Bildung kam doch aber ein bisschen kurz. Da hätten Sie sich vielleicht noch mehr gewünscht, weil es war ja doch mehr Steuerpolitik und Verkehrspolitik schwerpunktmäßig. Nee, eigentlich nicht. Bildung ist ja immer noch Ländersache und es muss auch viel bei uns im Landesparlament in Bayern entschieden werden. Deshalb fand ich es genau richtig, was gesagt wurde. Wie fanden Sie jetzt die Rede in Bezug auf den bayerischen Landtagswahlkampf? Das waren ja doch viele Standardthemen, die da besprochen worden sind. Bundespolitische Themen, Steuersenkung beispielsweise oder Verkehr und E-Fuels. Also gerade der Verkehr ist ja für Bayern auch ein elementar wichtiges Thema mit den Stausstrecken auf der A8 Irschenberg, die jetzt in den Prioritätenplan gekommen sind. Das ist für uns enorm wichtig, dass wir das, das sind Themen, die Bundesthemen, die wir im Landtagswahlkampf brauchen, wo der Bund auch uns die Unterstützung gegeben hat, wo wir wissen, hier, wir können, damit können wir auch Landtagswahlkampf machen. Und eben auch wichtig, was er angesprochen hat, Söders Corona-Politik, dass ich mich in München während Corona nicht mal alleine mit meinem Buch auf die Parkbank setzen durfte, dafür gleich Strafgelder kassiert habe. Das widerspricht sämtlichen Menschen und Bürgerrechten und das ist eins der Themen, auf die wir uns, glaube ich, stürzen müssen und auch da die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichts dazu. Vielen Dank. Ja, das waren ein paar Stimmen aus dem Landesverband Bayern zu der Rede vom Parteivorsitzenden Christian Lindner. Und damit zurück zu Marc Steinhäuser. Danke für diese Eindrücke aus der Halle hier in Berlin und wir nutzen jetzt die Gelegenheit und analysieren diese Rede von Christian Lindner und das, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat, das mache ich hier mit zwei Kolleginnen. Bei mir sind Ann-Kathrin Büsker, Korrespondentin vom Deutschlandfunk, zuständig für die FDP. Willkommen bei Phoenix. Und Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Auch an Sie herzlich willkommen bei Phoenix. Ja, schauen wir mal auf das, was in dieser über 70-minütigen Rede gesagt worden ist und wie es präsentiert worden ist an Katrin Büsker. War das hier die Rede eines Parteivorsitzenden oder eines Bundesfinanzministers? Ja, ein bisschen wieder beides. Das haben wir ja schon beim letzten Parteitag gesehen, dass Christian Lindner schon auch jetzt deutlich stärker den Staatsmann gibt, als er das früher getan hat. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dieser Rede, weil es war ein Ritt über die thematischen Dörfer, muss ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Liste abhaken der Themen. Aber eigentlich ist Christian Lindner ja wirklich ein rhetorisches Talent. Und ich finde, dieser Rede fehlte tatsächlich Esprit und ich finde, man hat das auch ein bisschen bei den Delegierten gesehen. Die haben zwischendurch untereinander geschnackt, die haben auf ihren Handys gescrollt, die haben zwar dann geklatscht, wenn es sein musste, aber so richtig Begeisterung, finde ich, ist hier heute nicht aufgekommen. Keine Begeisterung in der Halle. Wie haben Sie es wahrgenommen, Frau Münstermann? Ja, ähnlich wie die Kollegin. Ich fand, es war eine solide Rede, aber es war keine glänzende Rede. Und wer Christian Lindner kennt, das ist ein Rhetorik-Genie, vielleicht der beste Politiker, den wir haben, der rhetorisch wirklich prälieren kann. Und das hat er überhaupt nicht abgerufen. Also ich war auch etwas überrascht. Er kriegt immer dann Zuspruch, das hat er gemerkt, bei FDP pur. Und das scheinte immer nur so am Rande auf. Es scheinte am Rande auf. Es plätscherte so zwischendurch ein bisschen dahin, aber es gab ja schon Momente, wo die Halle starken Applaus geliefert hat. Da ging es gegen Lastenfahrräder, da ging es gegen das Prenzlauer Bergleben, da ging es dagegen, den Verbrenner abzuschaffen. Ist das jetzt das, womit die FDP noch punkten will, bei der Basis, bei den Delegierten, gegen die Grünen, gegen den Zeitgeist? Also ich glaube doch, dass man deutlich gemerkt hat, was die Parteibasis erwartet. Nämlich eine Abgrenzung zu den Ampelparteien, eine Abgrenzung zu den Grünen, also Lastenfahrräder im Prenzlauer Berg versus Verbrennermotoren im Thüringer Wald. Da stand der Saal. Und das, was Christian Lindner hier geliefert hat, finde ich, war noch nicht so ganz das, was alle erwarten. Nämlich das klare Bekenntnis, Technologieoffenheit, das klare Bekenntnis, keine Schulden zu machen, das hat er getan. Das ist ein Törf als Bundesfinanzminister. Aber so diese Betonung der Freiheit, der liberalen Idee, da glaube ich, hätte man noch zulegen können. Ja, und das finde ich eben auch bei diesem Beispiel, was Sie gebracht haben, der Verbrennungsmotor im Thüringer Land oder Thüringer Wald, wo es ist das Lastenrad. Natürlich geht es da dabei darum, den Menschen individuelle Lebensentscheidungen zu ermöglichen und so eben auch Freiheit möglich zu machen, Freiheit hochzuhalten. Aber aus FDP-Perspektive könnte man natürlich noch einen Schritt weiter denken, weil wer schafft die politischen Rahmenbedingungen, damit Menschen in Freiheit leben können? Die schafft die Politik, die Bundesregierung. Und gerade wenn ich an das Thema Mobilität denke, den ländlichen Raum immer darauf zu reduzieren, auf den Verbrennungsmotor, finde ich tatsächlich etwas sehr kurz gedacht. Und da ein bisschen mehr liberalen Gestaltungswillen an den Tag zu legen, zu präsentieren, um eben den Menschen Freiheit zu ermöglichen, damit die Menschen im ländlichen Raum eben nicht das Auto nutzen müssen, weil es keine Alternativen gibt. Und da finde ich das tatsächlich in der Präsentation des Freiheitsgedankens manchmal ein bisschen simpel. Sie sagen simpel. Auf der anderen Seite, die FDP ist in einer schwierigen Lage. Verlorene Landtagswahlen, die hier nicht wirklich angesprochen worden sind, die Landtagswahlen, die noch kommen, die wurden hier mit kleineren Sprüngen in den Umfragen, jetzt nicht mehr nur vier, sondern sechs Prozent in Bremen. Wow für die FDP. Naja, entscheidet über Wohl und Weh im Landtag. Das ist richtig. Es entscheidet, ob man in den Landtag, in die Bürgerschaft in Bremen einzieht. Aber trotzdem ist es ja doch ein verhältnismäßig niedriges Niveau, auf dem die FDP hier schon jubiliert, in namentlich der Vorsitzende. Wie entscheidend sind diese drei Wahlen in dem Jahr für Christian Lindner? Ja, also ich fand die charmantesten Part der Rede eigentlich, als er die drei Spitzenkandidaten vorgestellt hat, am Ende seiner 70 Minuten oder über 70 Minuten, das ist für die FDP schon wichtig. Also würde man in Bremen tatsächlich den Sprung schaffen, dann doch dabei zu sein, das wäre wichtig, in Hessen möglicherweise irgendwie an einer Regierung beteiligt zu werden. Gut, Bayern ist ein Sonderfall, das wissen wir alle. Das, glaube ich, ist so dieses, wir gucken nach vorne, denn realistischerweise fünf Wahlen, fünf Landtagswahlen gingen seit der Ampelbeteiligung in die Hose. Dreimal flog man raus, zweimal war man erschreckend schwach, übrigens ja auch in NRW, wo Christian Lindner seine politische Heimat hat. Und deswegen, ja, das ist wichtig. Ich fand noch auffallend, dass er sozusagen der CDU eins mit eingeschenkt hat. Da war er stark. Also da kam ja ein Steuerkonzept, wurde irgendwie durchgestochen. Und das ist so halbgar. Trotzdem bietet es für die FDP eine Chance, nämlich sich als so diese ganz klare Anti-Steuererhöhungspartei zu profilieren. Und da, glaube ich, wird man in den nächsten Wochen noch ein bisschen draufsetzen. Müssen wir vielleicht noch mal an der Stelle dazu sagen, es sind Pläne bekannt geworden, nach denen die CDU sich Steuererhöhungen für Reichere, für Besserverdienende durchaus wieder vorstellen kann. Erbschaftssteuererhöhungen. Erbschaftssteuererhöhungen, das hat die FDP, das muss man hier sagen. Ja, Christian Lindner dankend, lächelnd, grinsend geradezu aufgenommen. Ist das ein Eigentor der CDU oder ist Christian Lindner einfach nur geschickt darin, die Fehler der anderen hier auszunutzen? Ich glaube, darin ist er sehr geschickt. Und ich glaube, das ist auch ein guter Abgrenzungsansatz, wo es ja bei anderen Themen häufig fehlt. Das haben wir beispielsweise im Berliner Landtagswahlkampf gesehen, dass FDP und CDU teilweise die gleichen Dinge wollten, insbesondere in der Verkehrspolitik. Insofern tut Christian Lindner gut daran, die Unterschiede im Angebot an der Stelle tatsächlich auch ganz konkret zu betonen. Die CDU und die FDP haben immer noch ein gleiches Wählermilieu, in das sie konkurrieren. Und das sind genau die Wähler, von denen die Partei glaubt, dass ihnen das Ampelbündnis zu links ist. Insofern da jetzt zu zeigen, hey, wir sind aber die, die die Hand an der Kasse haben. Ich glaube, so hat es Nicola Beer zur Eröffnung ausgedrückt. Damit kann man sich entsprechend gut positionieren. Und mit Blick auf die Landtagswahlkämpfe wollte ich noch hinzufügen, das kommende Jahr wird ja auch nicht toll für die FDP. Da wählen ostdeutsche Bundesländer, Sachsen, Brandenburg, Thüringen. In Thüringen mit Thomas Kemmerich wird auch noch mal eine kritische Nummer für die Partei. Da muss sie einen Umgang damit finden, dass Kemmerich wieder antreten möchte als Spitzenkandidat. Der sich mal mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Genau. Und eigentlich hatte die Bundespartei gesagt, wenn er das noch mal machen will, also noch mal antreten möchte, dann unterstützt sie diesen Wahlkampf nicht. Und das sind, in diesen Bundesländern ist die FDP auch nicht stark. 2024, ein Jahr vor der Bundestagswahl, da nur mit Niederlagen rausgehen, schwierig. Ich glaube, vor dem Hintergrund erklärt sich dann auch, dass man jetzt im Europawahlkampf auf eine sehr bekannte Kandidatin setzt mit Marie-Agnis Strack-Zimmermann. Ja, genau. Das wird hier zwischen den Reihen immer unser stärkstes Schwert, sozusagen die stärkste Waffe, die wir haben. Strack-Zimmermann. Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die hier einen sehr, sehr starken Applaus bekommen hat. Also, trotz kontroverser, sagen wir mal, Einstellungen zur Ukraine-Politik, zur Regierung, ist sie sehr populär. Und also, die Partei setzt auf sie. Ich glaube, das wurde sehr deutlich für Europa. Ja, schauen wir mal, inwieweit die Partei noch auf Christian Lindner setzt. Der steht heute zur Wahl, wie auch andere im Bundesvorstand. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank bis hierhin an Kerstin Münstermann, an Ann-Kathrin Büsker. Wir werden vielleicht auch im Laufe dieses Parteitags noch mal die Gelegenheit haben, zu analysieren, wie dann die Ergebnisse aussehen und was genau rausgekommen ist bei den Abstimmungen der Delegierten. Und an dieser Stelle übernimmt jetzt hier einmal Janett Clark. Ja, vielen Dank. Und wie schon angekündigt, ist jetzt heute Nachmittag natürlich, bevor die Wahlen dann zu der Parteispitze hier durchgeführt werden, so gegen 16 Uhr soll das der Fall sein, wenn ja zunächst sich auch Christian Lindner der Wiederwahl hier stellen muss, erwarten wir natürlich eine Aussprache jetzt zu dem Bericht des Bundesvorsitzenden. Aber dazwischen geschoben ist noch immer ein etwas undankbarer Termin, nämlich ein undenkbarer Termin für den Bundesschatzmeister. Das ist seit letztem April Michael Lind, der Bundesschatzmeister der FDP und der Auftritt des Bundesschatzmeisters. Der findet eben auf FDP-Parteitagen stets im Ankluss an die Rede des Bundesvorsitzenden statt, die ja meist etwas länger dauert, wie auch heute auch. Und die Delegierten, die wollen natürlich dann auch über das Gesagte des Bundesvorsitzenden ein bisschen reden und sich die Beine vertreten. Und der Rechenschaftsbericht des Verwalters der Parteifinanzen, der findet dann etwas weniger Aufmerksamkeit, muss man sagen. Aber nochmal gesagt, der Bundesschatzmeister, der ist natürlich enorm wichtig für eine Partei. Das sind die Spendensammler und die Kassenwarte ja zugleich. Und Christian Lindner, der hat es ja in seiner Rede auch angesprochen, 2013, nachdem die Partei aus dem Bundestag geflogen war, da sah es ja mit den Finanzen überhaupt nicht gut aus. Da war die Partei völlig überschuldet. Und Michael Link, der Bundesschatzmeister, konnte zumindest den Delegierten hier mitteilen, es sieht wieder besser aus mit den Parteifinanzen, auch was die Spenden beispielsweise anbelangt. Ja, wir laufen ein bisschen auf die Rede, beziehungsweise auf die Aussprache zur Rede von Christian Lindner zu, haben aber noch ein bisschen Zeit und deswegen geht es nochmal weiter mit Mark Steinhäuser am Set. Ja, nutzen wir die Gelegenheit und machen ein bisschen Aussprache hier und zwar über das, was die FDP leisten muss und geleistet hat in der Ampel. Bei mir ist der Fraktionschef der Liberalen im Deutschen Bundestag, Christian Dörr, willkommen. Grüße Sie, Hallo. Herr Dörr, es ist gerade schon angeklungen, auch die ganzen Streitthemen in der Ampel der letzten Tage, der letzten Wochen und Monate. Jetzt hat Christian Lindner in der Rede Ihnen quasi diesen Heizungstausch vor die Füße gekippt, muss man mal so sagen. Sie müssen das jetzt lösen. Was machen Sie denn da jetzt? Ja, so empfinde ich es nicht. Nun muss man in der Sache sagen, da ist ja auf Kabinettsebene, also in der Bundesregierung zum Glück einiges geklärt worden. Christian Lindner hat es gesagt, diese Zwangsaustauschpflicht, dass jemand eine funktionierende Heizung rausreißen müsste. Das kommt nicht. Das haben wir schon längst geklärt. Jetzt geht es darum, welche Möglichkeiten es gibt. Die Wärmepumpe wird eine Option sein, aber auch Gasheizungen, die dann später, wenn es zur Verfügung steht, auch klimaneutralen Wasserstoff nutzen können. Also Technologieoffenheit ist das Stichwort. Technologieoffen, das ist ja im Prinzip im Moment so das Mantra der FDP. Das sagen Sie im Prinzip bei allem, was zur Debatte steht. Ist es das Verbrenner aus, Technologieoffen ist es, die Heizung Technologieoffen? Vielleicht dann noch mal etwas konkreter gefasst. Also Herr Habeck hat was vorgelegt, das hat die FDP im Grundsatz im Kabinett einmal abgesegnet. Sie sollen das jetzt anpassen und ändern. Was bleibt denn dann von Habecks Heizungstausch noch übrig? Die ursprüngliche Vorlage von Robert Habeck ist ja nicht durchs Kabinett gekommen, richtigerweise so. Da bleibt eine ganze Menge übrig, denn wir wollen natürlich klimaneutral werden, auch im Gebäudebereich. Im Verkehrsbereich, Sie haben es gerade angesprochen, beim Verbrennermotor sagen wir, wir wollen ihn erhalten, aber klimaneutral. Also mehr Optionen, mehr Technologien zulassen. Die FDP ist die Partei der Freiheit, aber auch der Vernunft. Und da haben wir viel erreicht. Planungsbeschleunigung könnte ich noch hinzufügen. Also all die Dinge, die nicht geklappt haben. Was wollen Sie bei den Heizungen jetzt abändern? Also was wir noch anschärfen müssen, sage ich mal, ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Nämlich, dass die Heizungen, die nicht Wärmepumpe sind, zum Beispiel eine Gasheizung, die H2-Ready, bedeutet, dass sie auch Wasserstoff verbrennen kann in der Zukunft, dass Sie das eben auch einbauen können zu Hause. Also das ist wichtig. Da sind zurzeit die Stadtwerke noch skeptisch beispielsweise. Ein ganz wichtiger Partner ja. Und mit denen müssen wir reden, dass wir es so ins Gesetz schreiben, dass es klappt. Also im konkreten Fall, ich baue mir eine Gasheizung wieder ein, die aber irgendwann umgerüstet wird auf einen anderen Brennstoff, der dann klimaneutral in einem Gesamtzyklus ist. Genau das ist das. Und die Stadtwerke müssen da noch mitgehen, sagen Sie. Die Stadtwerke müssen das gerne ja sicherstellen später, dass dann dieser Brennstoff auch zur Verfügung steht. Und insofern arbeiten wir genau daran. Schauen wir noch mal auf das Grundproblem, was Sie in der Ampel haben. Sie müssen jetzt wieder mal was ändern, was Sie eigentlich gar nicht wollen. Sie steigen andauernd ja in einen fahrenden Zug ein und sagen dann während der Fahrt, ich würde gern die Richtung ändern. Warum machen Sie eigentlich diese Ampelkoalition, die Ihnen bei den Wahlen erkennbar schadet, weiter, wenn Sie immer nur sozusagen das Schlimmste verhindern als FDP? Im Gegenteil. Das Schlimmste verhindern wäre kein Anlass, Regierungsarbeit zu machen, sondern wirklich was erreichen. Christa Lindner hat es ja in seiner Rede gesagt. In der Vergangenheit gab es Koalitionsausschüsse der Großen Koalition. Das Ergebnis war ein freier grüner Donnerstag. Mehr nicht. Wir machen jetzt 31 Stunden Koalitionsausschuss und schaffen Planungsbeschleunigung. Das ist das größte Modernisierungsprojekt der letzten Jahrzehnte. Also da erreichen wir richtig was. Es geht mitnichten darum, Schlimmes zu verhindern, sondern im Gegenteil, dieses Land moderner, schneller, zukunftsfähiger zu machen. Und deswegen geht man ja in eine Bundesregierung, um das Land nach vorne zu bringen. Und da haben wir ganz, ganz viel schon erreicht. Die Planungsbeschleunigung haben wir angesprochen. Die Frage klimaneutraler Antriebe der Zukunft haben wir angesprochen. Und jetzt geht es beim Umbau der Gebäude darum, möglichst viele Optionen zu haben. Also ganz, ganz wichtige Dinge, die jeden Menschen auch in Deutschland betreffen. Sagen Sie auf der anderen Seite, wenn wir uns die Debatte anschauen um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, Sie wollen jetzt hier beschließen lassen, Kernfusionen und Mini-AKW sollen kommen. Ich bin sicher, die Grünen sehen das anders. Wenn wir uns ansehen, die Debatte um die Kindergrundsicherung, sind es 7 Milliarden oder sind es 12 Milliarden, was die Grünen sagen. Da gibt es kein Ergebnis. Man hat den Eindruck, das Regieren fällt Ihnen mit den Grünen besonders schwer. Nein, es fällt nicht schwer. Es ist immer mal wieder auch Diskussion in der Sache. Aber wir reden ja und streiten bisweilen auch in der Sache. Die GroKo-Jahre waren doch ein Jahre des Stillstands für Deutschland. Es ist nichts passiert. Kein großes Reformprojekt, an das man sich jetzt erinnern könnte. Wir machen viel in großer Geschwindigkeit, weil viele Reformen notwendig sind. Dieses Land ist zu langsam geworden. Auf die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, geantwortet. Ja, natürlich wollen wir gerade für Kinder aus sozial schwächeren Familien etwas tun. Beispielsweise auch über mehr Bildung. Da geht es ja darum, am Anfang des Lebens faire Chancen zu haben. Die Bildungschancen sind in Deutschland ungleich verteilt. Und das ist eine soziale Frage. Wir stellen die Bildungsministerin. Man könnte die Liste fortsetzen. Aber ich glaube, die ersten anderthalb Jahre haben ja eins gezeichnet. Ja, wir sind auch innerhalb der Koalition mal unterschiedlicher Meinung. Streiten bisweilen auch. Aber wir haben ja sehr, sehr viel entschieden schon fürs Land. Und dann ist mir Streit und Entscheiden wesentlich lieber, als dass eine Bundesregierung die Hände in den Schoß legt und nichts macht. Das ist ja der Eindruck, den Sie sagen, wie es vorher war mit der großen Koalition. Jetzt muss man sagen, wenn man auf den Klimaschutz guckt und auf die Sektorziele im Klimaschutz, die dazu geführt haben, dass jedes Ressort auch Klimaschutzziele einhalten musste. Da sind Sie jetzt weniger ambitioniert, machen weniger Klimaschutz als Angela Merkel und die Union. Das muss man ja auch erst mal schaffen. Das Gegenteil ist der Fall. Denn was ist passiert bei der großen Koalition? Man hat Papiere beschrieben. Man hat Gutachten gemacht und die Klimaziele allesamt gerissen. Es war wirklich Klimaschutz auf dem Papier. Und Deutschland hat eine Verpflichtung, auch im Rahmen des Pariser Abkommens. Und das wollen wir wirklich möglich machen. Deswegen übrigens auch neue Technologien. Draußen fahren. 46 Millionen Verbrennerautos, die wollen wir klimaneutral bekommen. Da hat die Union nichts für getan. Die hat ein bisschen was bei E-Autos gemacht und das war es. Sonst ist da nichts passiert. Also Klimaschutz macht man nicht durch Papiere beschreiben, sondern durch reale Möglichkeiten, die die Wirtschaft hat, die die privaten Haushalte haben. Und wenn Sie sich den letzten Koalitionsausschuss, der ein bisschen länger gedauert hat, anschauen, über 40 Maßnahmen zum Klimaschutz im Straßenverkehr. Bei der Union und bei der großen Koalition war damals gar nichts drauf. Also ich glaube, es lohnt sich, auch mal zu streiten. Und diese Betrachtung und Sektoren, Christian Littner hat es in seiner Rede ja auch gesagt, die ist planwirtschaftlich gewesen und man hat alle Ziele gerissen. Wir machen es marktwirtschaftlich mit mehr Möglichkeiten. Gut, Planwirtschaft, glaube ich, das möchte sich der FDP nun wirklich nicht vorwerfen lassen. Dennoch demonstrieren hier vor der Halle Klimaaktivisten gegen genau das, was sie tun. Sie sagen, sie tun zu wenig für den Klimaschutz und die verbale Keule, die da geschwungen wird, auch hier auf dem Parteitag gegen diese Klimakleber, die ist ja doch relativ happig. Der Justizminister spricht jetzt sogar von extremen Protesten wie in den 30er Jahren. Ist das wirklich nötig, Klimaaktivisten so zu beschimpfen? Machen sie sich damit nicht das Leben selber schwer? Wenn sie denn Klimaaktivisten wären, ich stelle das offengestanden in Abrede, die einzige Forderung ist ein Tempolimit. Wir beschließen 40 Maßnahmen im Straßenverkehr, um CO2-Reduktion zu schaffen. Den Gebäudebereich haben wir vorhin angesprochen, Beheizung. Also machen da ganz, ganz viel, was Vorgängerregierungen nicht gemacht haben und die einzige Forderung der letzten Generation ist ein Tempolimit. Das war's. Bringt ungefähr 0,8% der deutschen Emissionen. Also geht es denen um Klima oder geht es denen um Propaganda und Ankleben? Und da sage ich ganz offen, in einer Demokratie kann man Mehrheiten auch für seine Ideen, auch wenn man eine Ein-Themen-Partei wäre mit nur Tempolimit, dann muss man antreten zur Bundestagswahl, dann entscheiden die Deutschen darüber. Aber das, was die machen, ist nicht mehrheitsfähig und weil es nicht mehrheitsfähig ist, bedienen sie sich antidemokratischer Instrumente und sagen, die Parlamente sollen weg. Wir setzen einen Rat ein, der anstatt der Bürgerinnen und Bürger entscheidet. Entschuldigung, das kann die Partei der Freiheit nicht zulassen und deswegen die scharfen Worte gegen die letzte Generation. Sagt Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank für das Gespräch bei Phoenix. Ich danke Ihnen. Ja, und wir werden jetzt nochmal ein bisschen reinhören in den Parteitag hier. Wir übertragen ja bei Phoenix live heute Morgen und auch am Sonntag all das, was hier passiert, das ist heute vor allen Dingen auch die Wahlen, die anstehen, die Vorstandswahlen und im Vorfeld werden sich die Delegierten nochmal ganz genau auch austauschen über das, wie sie den Zustand der Partei im Moment empfinden. Den Fraktionschef haben wir schon gehört. Mal sehen, ob das alle anderen auch so sehen. Janett Clark weiß in jedem Fall, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank, Mark. Also, wir haben noch einen kleinen Moment, bis wir in die Aussprache gehen. Ich sehe nur, wie die Rednerliste schon anwächst. Also, wir sind mittlerweile bei 37 Rednern, die sich da schon zu Wort gemeldet haben, bevor wir überhaupt zu den Wahlen kommen. Also, zwar hat man die Redezeit hier schon gedeckelt auf drei Minuten, aber das wird dann doch eine sehr lange Aussprache. Also, wir haben noch ein paar Minuten und deswegen hören wir doch nochmal zu den Delegierten. Das macht mein Kollege David Frechenhäuser. Ja, danke, Janett Clark. Ja, vorhin war ich beim Landesverband Bayern. Die haben am 8. Oktober Landtagswahlen, aber am 8. Oktober wird auch gewählt in Hessen. also ein neuer Landtag in Wiesbaden. Und deswegen bin ich hier im Landesverband Hessen in dem großen Saal hier in Berlin bei Daniel Potzmann und Mark Schmidt. Grüße Sie, hallo. Hallo. Hallo, guten Tag. Die Rede gerade von Herrn Lindner ist jetzt so ungefähr eine halbe Stunde her. Was ist da bei Ihnen am meisten hängen geblieben? Also für mich, ich war vor zehn Jahren dabei, als Christian Lindner hier das erste Mal gewählt worden ist und wenn man den direkten Vergleich sieht, hat sich da natürlich mordswas gewandelt. Vor zehn Jahren waren wir vor dem Aus und jetzt sind wir Regierungspartei, das ist schon gewaltig und demzufolge hat sich natürlich dann auch die Art und der Stil der Rede verändert. Sie sagen Regierungspartei, aber die letzten fünf Landtagswahlen verloren, dreimal rausgeflogen, zweimal aus der Regierung rausgeflogen. Bei Ihnen jetzt, was haben wir, sieben Prozent, sind Sie gerade so in Hessen, Sie hatten letztes Mal 7,5 und Ihr Spitzenkandidat Stefan Naas sagt, ich will mehr, also da muss auch noch mehr kommen, oder? Ja, dafür kämpfen wir, also wir bereiten uns jetzt auf den Wahlkampf vor, da freuen wir uns drauf und ich glaube mit dem Stefan Naas haben wir einen hervorragenden Spitzenkandidaten, der weiß, was er will, der auch fähig ist, als Spitzenkandidat hier noch was zu leisten für die FDP in Hessen und der dann auch für die Regierungsverantwortung bereitstehen könnte. Ich frage jetzt mal bei Ihnen, bei der Rede von Christian Lindner, da haben wir ganz viel CSU gehört, Bashing, Söder, also Bayern und Ihr Kandidat ist auch ganz klar, der Kandidat ist ganz klar angesprochen worden, Martin Hagen, der FDP-Kandidat aus Bayern. Hessen ist so ein bisschen kurz gekommen in der Rede, oder? Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, dass Christian Lindner vor allem hinsichtlich des Verkehrsthemas ein Kernthema, dessen er angesprochen hat, was in Hessen maximal ausbaufähig ist und deshalb denke ich, dass hier auf jeden Fall die wichtigen Punkte angesprochen worden sind, für die wir als Freie Demokraten einstehen und für die wir auch Wahlkampf machen, damit man eben auch gerne durch Hessen fährt und nicht nur steht. Das heißt, Sie beziehen sich hier auf die A3 weiter ausbauen. Der ist jetzt, glaube ich, dabei bei diesem Thema, was Herr Wissing vorgestellt hat, was durchgesetzt worden ist im Koalitionsgipfel mit diesen 144 Projekten. Ist das genau was, was Sie brauchen, zu sagen, hier, das ist eines von diesen Projekten, die A3 in Hessen, der Weiterbau, um mehr Stimmen zu bekommen? Ich denke, es ist ganz elementar, als Freie Demokraten zu zeigen, dass wir eine Verkehrspolitik betreiben, die ideologiefrei ist und keinen Verkehrsteilnehmer ausschließt und auch für die Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn unterwegs sind, diesen Verkehr ihnen nicht zusätzlich erschweren, sondern Möglichkeiten schaffen, gerade den Leuten, die eben auf diese Mobilitätsform angewiesen sind, die Möglichkeiten zu verbessern, um eben auch den Gürtel um Frankfurt außerhalb der Schiene attraktiv zu halten. Sie sagen jetzt ideologiefrei, aber es kam ja doch mal ein bisschen wieder durch, dieses Klischee, FDP, die Autofahrerpartei, weil das Autofahren, das hat Herr Lindner ja doch öfters mir da angesprochen, dass das doch wichtig sei. Ich denke, das Auto ist genauso wichtig wie andere Verkehrsmittel. Aktuell haben wir es ja eher in der Debatte, dass Debatten gegen ein Verkehrsmittel und für ein anderes gemacht werden. Ich denke, es sollte unser Ziel sein, dass wir für alle Formen eine Mobilität Politik machen, um eben die maximale Freiheit und Mobilität gewähren zu können. Wie sieht es aus draußen? Die Klimaprotestler haben angekündigt, dass sie hier sich auch nähern wollen dem Gelände. Da hat Herr Lindner auch ganz schön ausgeteilt gegen Klimaprotestler. War das gerecht, dass er da so gegen die fährt? Also wir stehen ja für eigene Inhalte. Natürlich ist das eine Abgrenzung bei den Leuten, die jetzt hier für das Klima oder vermeintlich für das Klima protestieren. Da haben wir einfach andere Auffassungen. Aber ich glaube, wir haben auch klar skizziert, oder Christian Lindner hat klar skizziert, was die FDP für das Klima tun möchte. Und eben die Öffnung der Sektoren beispielsweise ist ein großer Gewinn an der Stelle. Dass wir mit dem Geld, das wir haben, eben dort ansetzen, wo wir große Erfolge und schnell große Erfolge erzielen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Antwort, die uns hilft. Also nicht gegen irgendwas zu sein, sondern positiv nach vorne zu schauen und eigentlich auch Antworten zu geben, die für etwas sind und die uns weiterbringen. Sie sagen gerade diese Sektoren, dass die aufgelöst werden. Also es ist nicht jedes Ministerium, wie das Verkehrsministerium auch zeigen muss, wir sparen ein. Da haben aber die Umweltaktivisten von Greece, Peace oder BND gesagt, das genau ist der falsche Weg, weil das wird ja dieses Klimagesetz verwässert eigentlich, oder? Naja, wenn man jetzt mal tatsächlich guckt, ich meine, ich bin auch nicht dafür, dass die Atomkraftwerke wieder angefahren werden, aber wenn man sieht von der CO2-Belastung, was wir jetzt durch die Kohlekraftwerke aktuell jetzt dazu bekommen an der Stelle und das vergleichen beispielsweise mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, dann steht das schon im akuten Missverhältnis einfach. Also wir können durch Atomkraftwerke deutlich mehr einsparen als jetzt durch ein Tempolimit. Man muss einfach gucken, wo ist der Hebel, wo kann man tatsächlich große Mengen erreichen und nicht einfach hier ein Symbol hervorholen und sagen, wir stellen in ganz Deutschland ein Tempo-100-Schild auf die Autobahn. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter, sondern wir müssen in Deutschland und weltweit gucken, wo sind die Hebel. Bei den Gebäuden müssen wir anfangen, ist ja auch ein großes Thema jetzt in der Woche gewesen, wie wir den Gebäudebestand tatsächlich auch fit fürs Klima machen, wie wir es schaffen, dort CO2 einzusparen. Und auch da kann man nicht von heute auf morgen sagen, keine Gasheizung mehr, keine Ölheizung mehr, sondern das muss über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann auch sinnvoll umgestellt werden. Dankeschön. Jetzt zum Schluss noch eine letzte kurze Frage. Gleich wird Christian Lindner ja auch wieder antreten bei den Wahlen. Letztes Mal 2021 hat er, glaube ich, 93 Prozent geholt. Was glauben Sie, was wird es diesmal werden? Kurzer Tipp. Also ich denke, wir werden uns in dem Bereich weiter halten. Vielleicht kann er es ein bisschen ausbauen, würde mich freuen. Also ich glaube, wir haben gute Arbeit gemacht, wir sind zurück in der Regierung und das haben wir nicht zuletzt Christian Lindner zu verdanken, der sich hier wirklich seit Jahren, fast Jahrzehnten hier engagiert an der Stelle und ich drücke ihm die Daumen. Was ist Ihr Tipp? Meinen Sie auch über 93 oder kriegt er vielleicht einen Denkzettel, weil die letzten Landtagswahlen ja schlecht waren? Ich denke, dass wir als Partei geschlossen zusammenstehen und dass sich das Ergebnis auch entsprechend in den Abstimmungsergebnissen widerspiegeln wird. Super, vielen Dank. Ja, das waren Stimmen aus dem Landesverband Hessen und damit gebe ich wieder ab zu Jeannette Clark. Ja, vielen Dank. Und die wahlkämpfenden Landesverbände, natürlich hoffen die hier auf Rückenwind auch von diesem Parteitag und die Hessen, wenn man nochmal auf das letzte Ergebnis schaut, 2018 bei den Landtagswahlen erzielte die FDP 7,5 Prozent in den letzten Umfragen, beispielsweise Infratest Mitte März, da lag die FDP in Hessen bei 5 Prozent. Also das wird nicht einfach für den Spitzenkandidaten für den hessischen Landtagswahlkampf, Stefan Naas, der die Partei möglichst natürlich zurück in die hessische Landesregierung führen soll, wenn es nach seinen Parteimitgliedern geht. Und dieses Ziel, das könnte wahrscheinlich nicht so ganz einfach zu erreichen sein, denn wenn CDU, Grüne und SPD eben mit Boris Rhein, mit Tarek Al-Wazir und auch mit der Bundesinnenminister, Nancy Faeser, die ja für die SPD in den Wahlkampf ziehen, da wird diese drei, die werden sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, diese politischen Schwergewichte und da wird es für eine doch vergleichsweise kleine Partei in Hessen wie die FDP doch schwierig, um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Also hier soll es natürlich an diesen drei Tagen ein bisschen Rückenwind nicht nur für die Parteispitze geben, sondern auch für die wahlkämpfenden Landesverbände. So, wir erwarten, nochmal darauf einzugehen, die Wahl natürlich der Parteispitze heute, das gesamte Präsidium, das sind neun Personen, die gewählt werden müssen, natürlich als erster der Parteivorsitzende. Das hat die Parteitagsregie vorgesehen, ursprünglich so gegen 16 Uhr, das könnte jetzt etwas nach hinten rücken, denn der Parteitag hat mit ungefähr 20 Minuten Verspätung angefangen und nach der Rede von Christian Lindner, da gab es jetzt noch den Bericht des Bundesschatzmeisters, auch den Bericht der Rechnungsprüfer, das muss natürlich alles sein, das gehört zu auch den Rechenschaftsberichten einer Partei, ist vorgeschrieben. Das hat auch ein bisschen länger gedauert und deswegen wird es in einigen Minuten dann erst losgehen mit der Aussprache zu der Rede von Christian Lindner und wir haben jetzt dann nochmal die Gelegenheit hineinzuhören in den Parteitag. Es spricht gerade das parteiintern auch interessant, das Ombudsmitglied, Christopher Gohl ist das, das Ombudsmitglied berüft quasi die Umsetzung der Anträge auf Bundesparteitagen in den Parteitagen durch den Bundesvorstand. Also was hat die Partei überhaupt mit dem gemacht, was sie mal auf Bundesparteitagen beschlossen hat? Beispielsweise, da hören wir doch mal rein, Christopher Gohl. Das heißt, oder wer noch nicht wusste, dass auch und gerade liberale Politik ein Teamsport ist, der musste das jetzt lernen. Der Marsch durch dunkle Tal, den haben wir zusammen bestanden, weil die Partei als Team zusammengewachsen ist. Die Medien haben das nie kapiert. Ein-Mann-Partei, so sah das nach außen aus, aber nach innen sind wir in der APO zur Teampartei geworden. Und ich glaube, die liberale Führungsreserve für unser Land ist auch heute so groß, weil wir damals, angefangen bei unserem Bundesvorsitzenden Christian Lindner, von der Generalsekretärin Nicola Bär, vom Bundesgeschäftsführer Marco Buschmann und den Mitgliedern des Präsidiums runter in die Landesvorstände bis rein in Tausende von Ortsverbänden, die Sache der Freiheit, die Tradition, die Zukunft der liberalen Bewegung in Deutschland als eine persönliche Aufgabe, als ganz persönliche Leistung verstanden haben. Und die Rückkehr in den Bundestag 2017 war eine große, große, ganz weitgehend eben auch ehrenamtliche Energieleistung. Vor allem war sie eine unglaubliche Gemeinschaftsleistung. Und es lag auch daran, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, dass wir unsere Organisation erneuert und verbessert haben. Damit sind wir bei der Parteientwicklung beim Ombudswesen, dass wir jetzt mit Vertrauenspersonen aufbauen. Und damit sind wir auch bei dem, was der Generalsekretär die Arbeit am Leitbild 2030 genannt hat. Zur Bedeutung von Organisation und Parteientwicklung ein paar Bemerkungen. Organisation heißt ja zunächst mal, wie wir liberale Individualisten zusammenarbeiten, formal und informell. Wie funktioniert ein Verband? Was macht er? Was macht er nicht? Wer trifft wen? Wer redet mit wem? Und wer entscheidet was? Da geht es um den Alltag im Verband, um Adresslisten und Software, um Informationen und Plattformen, um digitale Chancen und um neue Veranstaltungsformate, wie wir Sitzungen durchführen, wie wir Anträge machen und wie wir Neumitglieder arbeiten. Und so weit klingt Organisation richtig saulangweilig, nach trivialen Basics. Aber Organisation ist eben nicht trivial, sondern sie ist fundamental. Sie ist enorm entscheidend, gerade für die Sache der Freiheit und der liberalen Demokratie. Denn da geht es ja auch um Spielregeln, die das Spiel bestimmen, um Satzungen, Rollen, Rechten und Pflichten, auch darum, wer sich wie beteiligen kann oder eben draußen bleiben muss. Es geht also um Machtfragen und es geht um Macherfragen. Es geht darum, wie wir zusammen erfolgreich sind, wie wir den Gummi auf die Straße kriegen, wie wir Zeit und Geld und Ideen in zweistellige Ergebnisse und in Mehrfreiheit für mehr Menschen umsetzen. Und es geht auch um liebgewonnene Gewohnheiten, um Frust, um Lust, um Lebenszeit und Liebesmühel, um unser Selbstverständnis, um Identität und sogar um Moral, wer wir als Liberale sind, wie wir miteinander umgehen und wer wir sein wollen. Und es sind entscheidende, zentrale Fragen, dass nicht zu viele Köche den Brei verderben, sondern dass wir die Vielfalt der Perspektiven und der Ideen produktiv nutzen können. Und dass wir in der Partei eine gute Mitte finden auf der Skala zwischen fröhlicher Anarchie und Kaderstrukturen in der Politik. Da muss die Politik als Teamsport gelingen, auch in der Partnerschaft der Geschlechter. Und da gibt es große Unterschiede zwischen den Landesverbänden, die wir uns zu selten klar machen. Ich will ein kurzes Beispiel nennen, wie wir diesen Bundesparteitag reorganisiert haben. 2011 konnten wir auf dem Bundesparteitag in Rostock noch nicht mal die seinerzeit außergewöhnlich große Anzahl von 112 Änderungsanträgen zum Leitantrag zu Ende beraten. Dank Software-Updates wählen, beraten und beschließen wir heute viel transparenter, schneller und zielführender. Das hat auch die Rolle der Antragskommission verändert. Und außerdem haben wir neue Standards eingeführt zum Umgang mit Delegiertenanträgen, zu Dringlichkeitsanträgen und mit Verwieseneranträgen. Und zum ersten Mal gibt es auf diesen Parteien jetzt einen Mitgliederantrag, einen von den Mitgliedern zur Behandlung ausgewählten Antrag. Ich hoffe, Sie merken, dass es bei diesen organisatorischen Fragen im Kernbestand nicht einfach nur um Beteiligung und Mitreden geht, sondern um eine mündige Mitgliedschaft und um Regierungsfähigkeit. Dass selbstverständlich sein muss, dass eine Partei dazulernt, dass sie mitdenkt und sprachfähig bleibt oder ob sie Parteipolitik als Zuschauersport betreibt, die in Berlin bei der Führung Freiheit bestellt und motzt, wenn die Regierung Kompromisse einfordert. Beim Ombudswesen geht es um Parteientwicklung, es geht um Vertrauensarbeit, es geht um die Kultivierung und Organisation unseres Miteinanders. Das ist Arbeit im System, es ist aber auch Arbeit am System. Es ist Arbeit am Eingemachten, das wichtig ist. Und die Julis wissen das, um Franzi Brandmann, die selber Ombudsmitglied war. Die haben im November 2022 in Kassel auf ihrem 65. Bundeskongress ihren Leitantrag FDP 2025 diskutiert, darüber, wie wir eine moderne, liberale Partei werden können und was wir dafür tun müssen, um uns gut aufzustellen. Das muss uns als Mutterpartei beschäftigen und ich bin sicher, dass uns die Liberalen die Julis damit beschäftigen werden. Warum erzähle ich das alles? Ich habe fünf Botschaften zum Schluss. Botschaft 1 Parteientwicklung heißt Updates für unser Betriebssystem, heißt Investitionen in Kampagnenfähigkeit und Wahlerfolge, in die Attraktivität für eine Vielfalt von Mitgliedern, in die programmatische Führung unseres Landes in Regierungsfähigkeit. Botschaft 2 Unsere Parteientwicklung der letzten zehn Jahre ist eine Erfolgsgeschichte, auf die wir stolz sein sollten. Zu den jüngsten Erfolgen gehört, dass wir in den Gremien der Bundespartei in den letzten Jahren viel vielfältiger geworden sind, dass zum Beispiel der Männeranteil im Bundesvorstand auf 60 Prozent gefallen ist und die Bundesfachausschüsse jetzt zur Hälfte von Frauen geführt werden. Dazu wird sicherlich unsere Diversity-Beauftragte Daniela Schmidt was sagen, so wie sie es gestern im Bundesvorstand auch schon berichtet hat. Botschaft 3 Wir sind viel besser geworden, aber wir sind noch so weit unter unseren Möglichkeiten. Ich bin immer noch ungeduldig, wie langsam das alles geht. Ich meine, wir müssen noch viel mehr Liebe und Expertise und eigentlich Strategie und Geld in die Parteientwicklung stecken. Wir geben viel Geld aus für Werbeagenturen in Wahlkämpfen. Ich glaube, wir sollten mal mindestens ein Viertel dieser Ausgaben in die Parteientwicklung stecken, in die Beratung durch Organisationsentwickler. Immerhin gibt es jetzt diesen Referenten in der Parteientwicklung im Dehler Haus, der Niklas Krieg. Herzlich willkommen, lieber Herr Krieg. Das ist ein guter Anfang, sage ich, in Richtung Bundesschatzmeister. Aber nach zehn Jahren zu großem Teil ehemtamtlich experimentierender Parteientwicklung eben auch nur das ein Anfang. Botschaft 4 Nutzen wir die Chancen der kommenden Jahre. Da steht, wenn ich den Generalsekretär richtig verstanden habe, die Ausarbeitung unseres Leitbildes FDP 2030 an. Und unsere Vertrauenspersonen müssen nach der Pandemie jetzt auch ihren Groove finden. Da gibt es viele offene Fragen zur Rolle, zur Rechtslage, zum Status unserer Leitlinien des liberalen Miteinanders. Botschaft 5, letzte Botschaft, hier geht es um Demokratie, nicht um Technokratie. Parteientwicklung erschöpft sich nicht darin, Satzungen anzupassen, unsere Partei zu digitalisieren und eine Parteiakademie einzurichten, die uns mit Coaching und Tools professioneller macht. Das sind wichtige Bestandteile, aber was wir brauchen ist eine Kultur einer lernenden Partei, eine lernende Demokratie in der FDP. Parteientwicklung in diesem Sinne ist für unsere Parteientwicklung, für unsere Parteiendemokratie eben auch Demokratieentwicklung. Als Partei wirken wir im Sinne von Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes an der politischen Willensbildung der Republik mit und gewährleisten dafür eine innere Ordnung, die demokratischen Grundsätzen entspricht. Um diese demokratischen Grundsätze geht es, um die demokratischen Grundsätze der Selbstregierung, um die Ordnung und die Praxis politischer Freiheit. Der erste Bundesvorsitzende der FDP war Theodor Heuss. Wir Freien Demokraten haben in demokratischen Fragen eine Führungsaufgabe für unser Land. Ich will, dass wir diesem Beispiel gerecht werden. Ich will, dass wir diese Hausaufgaben gut und noch besser machen, denn ich bin überzeugt, wenn jedes Mitglied Chancen hat, einen sinnvollen Unterschied für die liberale Sache zu machen, dann geht es der liberalen Sache besser. Dieses Land und die Zukunft unserer Kinder braucht eine starke, moderne, liberale Partei. Unsere Zukunft wird, unsere Partei wird stärker durch bessere Organisation, Organisationen, durch partnerschaftliches und vielfältiges Miteinander, durch Teamfähigkeit. Das ist und bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. Die gehen Sie jetzt an, die gehen wir zusammen an auf diesen Bundesparteitag, in der Aussprache, bei den Wahlen, bei den Antragsberatungen. Ich wünsche uns und ich wünsche Ihnen dabei einen fruchtbaren Streit in der Sache, Respekt füreinander und kluge Entscheidungen. Herzlichen Dank. Ja, es sagt das Ombudsmitglied Christopher Gohl, die Ombudsleute sollen Organisationen für ihre Mitglieder besser machen, also auch für Parteien und er ist ja auch Ansprechpartner beispielsweise für Mitglieder bei konkreten Problemen, das hat er ja auch gesagt und die FDP sagt übrigens von sich selbst, dass sie weltweit die erste Partei mit einem Ombudswesen gewesen sei seit 2014, das konnten wir noch nicht so schnell überprüfen, aber das ist parteiintern natürlich einen solchen Ansprechpartner zu haben, für die Mitglieder sicher eine gute Einrichtung. So, jetzt kommen wir zur Aussprache, zur Rede von Christian Lindner, wir schauen mal auf die Rednerliste, mittlerweile 38 Wortmeldungen, wenn ich das richtig verfolgt habe und wenn wir hochrechnen, jeweils drei Minuten Redezeit soll jeder Redner, jede Rednerin haben und das Ganze wird jetzt eröffnet von Franziska Brandmann aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Sie ist die Vorsitzende der jungen Liberalen und ist gerade Ende März wiedergewählt worden. Aber erst mal Franziska, bitte schön. Ja, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich bin seit 2009 Mitglied der Freien Demokraten. Es ist der erste Parteitag, bei dem ich auf dem Weg zum Parteitag sehr viele Aktivisten vor der Tür sehe und ich glaube, man muss es einfach mal ganz klar sagen, diese Aktivisten, die wissen, wo über die Zukunft dieses Landes entschieden wird, nämlich hier auf dem FDP-Bundesparteitag. Deshalb herzlich willkommen bei der FDP. Die vielen jungen Menschen, die bei der Bundestagswahl die FDP gewählt haben, die erwarten jetzt viele Reformen. Und der Anfang, der war sehr vielversprechend. Darüber habe ich in der letzten Aussprache beim letzten Bundesparteitag gesprochen. Da war ein Koalitionsvertrag mit dem mehr Fortschritt wagen, ein Selfie und natürlich auch ein gemeinsamer Spirit, den es gab. Und dann kam der Krieg, die Energiekrise, Inflation. Dass das mit drei sehr unterschiedlichen Parteien dann nicht einfach ist, das ist, glaube ich, jedem klar. Das Problem ist nur, junge Menschen, die interessieren sich nicht dafür, was einfach oder was schwierig ist. Die sind darauf angewiesen, dass es jetzt politische Veränderungen gibt. Wir sind auf einen soliden Haushalt angewiesen. Darauf, dass wir Innovationen wagen, wie die Aktienrente statt immer mehr staatliche Subventionen und Sozialausgaben. Wir sind auf zuverlässige und auf bezahlbare Energie angewiesen. Und das bedeutet für uns Atomkraft und erneuerbare Energien und nicht immer nur das, was im Landtagswahlkampf für Markus Söder gerade gut ist. Wir sind darauf angewiesen, eine digitale Verwaltung zu haben, ein funktionierendes Bildungssystem und ja, auch auf einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei dem die Intendanten nicht mehr verdienen als der deutsche Bundeskanzler. Wir wollen Klimaschutz und Klimaschutz, die Vision, die wir beschreiben, das ist ein Klimaschutz, der den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land in Zukunft mehr Mobilität ermöglicht, nicht weniger Mobilität, aber eben klimaneutral. Und das haben wir in den letzten Wochen klargemacht. Der Wohlstand unserer Zukunft, der ist davon abhängig, dass die FDP jetzt die Gegenwart gestaltet. Und die junge Generation, die hat keine Zeit für Befindlichkeiten in der Ampel. Was für die zählt, ist, dass die FDP jetzt Deutschland reformiert. Und in den letzten Wochen habe ich gemerkt, bei den Debatten um E-Fuels, um Technologieoffenheit, beim Koalitionsausschuss, auch in der Rede von Christian Lindner gerade, dass die FDP das kann. Sie kann eine Reformpartei, eine Reformkraft in dieser Ampel sein. Aber ich möchte auch ganz klar betonen, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, davon wünsche ich mir im ganzen Jahr mehr, denn da waren noch einige Monate, in denen wäre mehr möglich gewesen an Gestaltungswillen. Und das erwarte ich in Zukunft von der FDP. Mehr Erwartungen habe ich auch beim Thema Digitalisierung. Wir haben plakatiert, Digital First, Bedenken Second. Das war unser Anspruch. Wenn ich an die großen Digitalisierungsprojekte dieser Bundesregierung denke, dann denke ich an die digitale Kfz-Zulassung und ein digitales Verkehrsticket. Ich glaube, das reicht nicht. Übrigens insbesondere nicht, wenn man eine Innenministerin in der Bundesregierung hat, die sich nicht klar zur Chatkontrolle positioniert. Zum anlaflosen Screenen der Kommunikation aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, das muss uns auf den Plan rufen. Marco Buschmann hat sich ganz klar gegen die Chatkontrolle positioniert, aber ich will ganz klar sagen, wenn die Europäische Kommission in die private Kommunikation von Bürgerinnen und Bürgern in ganz Deutschland hineinschauen will, dann muss uns das als Digitalpartei auf den Plan rufen. Da erwarte ich mehr von uns, von der ganzen Partei. Da müssen wir richtig Gas geben. Die Chatkontrolle darf es mit der FDP nicht geben. Und ein allerletzter Punkt, den möchte ich noch machen. Aktuell scheint es einen Wettbewerb in dieser Partei zu geben. Ein Wettbewerb um das schärfste rhetorische Statement gegenüber den Grünen. Mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass auch der letzte Bürger in diesem Land ganz klar die Unterschiede zwischen FDP und den Grünen erkannt hat. Wer diesen Eindruck nicht teilt, dem kann ich nur meine Erfahrungen wiedergeben im Umgang mit der grünen Jugend. Die interessieren sich viel mehr dafür und haben viel mehr Angst davor, dass wir ganz klar unsere liberalen Inhalte und Lösungen kommunizieren und die ganz klar zeigen, dass sie zum Beispiel mit dem Ausflieg aus der Atomkraft einen riesigen Fehler gemacht haben. Da haben die viel mehr Angst vor als vor rhetorischen Statements unter der Gütenlinie. Deshalb ganz ehrlich, Robert Habeck beispielsweise, der bietet bei Gott, bei Gott genug inhaltliche Angriffsfläche. Lasst uns die Grünen darstellen und nicht mit rhetorischen Statements. Deshalb gehen wir in die inhaltliche Offensive. Die Zukunft braucht uns. Vielen Dank. Ja, und das war noch ein bisschen Kritik an Wolfgang Kubicki von der JUSI-Vorsitzenden Franziska Brandmann. Das hatte sie bereits vor 14 Tagen schon mal gemacht, nämlich den Vergleich, den Kubicki in einem Interview gezogen hatte zwischen Putins und Habecks Freiheitsbegriff. Der hat sich übrigens dafür entschuldigt, Wolfgang Kubicki, bei Robert Habeck. Jetzt spricht Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag. In den aktuellen Debatten, Heizung, ist das notwendig, Christian? Ich will euch sagen, das ist notwendig. Nichtstun ist nämlich für Deutschland keine Option mehr. Christian Littner hat das vorhin beschrieben, wie zu Zeiten der großen Koalition Koalitionsausschüsse abgelaufen sind. Die haben sich auch 31 Stunden zusammengesetzt. Und daraus kam dann der Gründonnerstag. Nichtstun ist für ein Land, was 16 Jahre lang zu langsam geworden ist, keine Option. Ich will das an drei Beispielen deutlich machen. Das, was wir als Freie Demokraten in dieser Bundesregierung durchsetzen, beim Thema Planungsbeschleunigung, ist ja das, was Menschen von einer Regierungsverantwortung der FDP zu Recht erwarten. Es ist kein Wert, Autobahnen besonders langsam zu bauen. Das, was wir beim Bundesnaturschutzrecht erreicht haben, ist übrigens keine neue Forderung der FDP gewesen. Das, was wir da durchgesetzt haben, mit SPD und Grünen, das, was wir streitig durchgesetzt haben, haben, das war die Forderung der FDP im Jahr 2009, als wir mit der Union in Regierungsverantwortung waren. Mit der Union war es nicht möglich. In dieser Bundesregierung ist es nötig und möglich, liebe Freunde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dabei sind. Zweites Beispiel. Energiepolitik. Was ist denn die letzten Jahre passiert? Deutschland ist aus allem Möglichen ausgestiegen. Wir konnten erreichen in der schärfsten Energiekrise unseres Landes, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Mehr hätten wir uns gewünscht. Was war denn die Politik der CSU? Was war denn Markus Söder damals, als er noch Umweltminister in Bayern war? Er hat gesagt, wenn die Kernkraftwerke in Deutschland und in Bayern länger laufen als der 31. Dezember 2022, dann trete ich zurück. Lieber Herr Söder, auf den Rücktritt wartet die FDP bis heute, dass nichts passiert im Vergleich zu den Ankündigungen. Drittes Beispiel. Verbrennungsmotoren, die Mobilität der Zukunft, als ob es die Grünen alleine waren, die gegen Verbrennungsmotoren für das Verbrennerhaus waren. Die Debatte darüber, die Nicola Beer-Weißdach, läuft doch in Europa schon viel, viel länger. Und die alte Bundesregierung, die unionsgeführte Bundesregierung hat nichts daran getan. Es war übrigens auch der besagte Markus Söder, der schon 2007 ein Verbrenner ausgefordert hat. Nicht gegen die Grünen müssen wir vor allen Dingen kämpfen, sondern insbesondere gegen die vorgängergeführte Bundesregierung, liebe Freunde. Auch das hat die FDP durchgesetzt in Verantwortung. Und zum Schluss will ich sagen, weil wir auf Wahlkämpfe schauen, wenn ich mir jetzt anschaue, nach all den Herausforderungen, denen dieses Land umso mehr hat, weil Reformen nicht passiert sind in der Vergangenheit und wir diesen Debatten jetzt führen müssen, weil wir dieses Land wieder auf Kurs bringen wollen, auf einen marktwirtschaftlichen Kurs. Was ist das Angebot? Ich komme aus dem Umland von Bremen, aus Niedersachsen. Was ist das Angebot der CDU in Bremen in der Bildungspolitik? Die CDU in Bremen will in den bremischen Schulen einen Glücksunterricht einführen. Das ist deren zentrale Forderung. Liebe Parteifreunde, Parteifreunde, wir wollen junge Menschen nicht in Glück unterrichten. Wir wollen, dass sie ihres eigenen Glückes Schmiedes sind. Liebe Parteifreunde, Parteifreunde, und deswegen ist die FDP so wichtig in diesen Tagen. Ich danke euch. Christian Dürr war das, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag. 92 Mitglieder hat die derzeitige FDP-Fraktion im Bundestag. Und Christian Dürr ist ihr Chef seit Dezember 2021. Nächste Rednerin hier, Anita Maas aus dem Landesverband Sachsen. Sie ist dort die Landesvorsitzende. Liebe Delegierte, als sächsische Landesvorsitzende, vor allem aber als Bürgermeisterin einer Kleinstadt und als Kreisrätin wiederhole ich hier vor diesem Plenum meine Forderung, die ich letztes Jahr schon gestellt hatte, bei allen Entscheidungen im Bund, auch die kommunale Ebene immer mit in den Blick zu nehmen. Denn wir als FDP sind in Deutschland und in Sachsen auf kommunaler Ebene sehr stark verwurzelt. Und viele hier im Raum tragen Verantwortung als Kreisräte, als Stadträte. Und einige Bundesländer haben in diesem Jahr oder im nächsten Jahr auch Kommunalwahlen vor der Brust. Die kommunale Ebene muss aber genau die Dinge umsetzen, die im Bund beschlossen werden. Und unser liberaler politischer Erfolg hängt eben auch davon ab, ob uns das vor Ort gelingt. Die Kommunen können aber die Probleme, die der Bund gelöst haben will, nur dann lösen, wenn es auch ein politisches Verständnis für das Machbare gibt, sowohl zeitlich als auch finanziell. Zudem eben auch die Länder, die Mittel des Bundes mit sehr, sehr klebrigen Fingern nur weiterreichen. Und deswegen möchte ich hier drei Forderungen an die Bundespolitik richten. Erstens, nein zu weiteren Standarderhöhungen. Neue Leistungen, egal ob im Sozial- oder im Baubereich, sind ganz augenscheinlich nicht mehr schuldenfrei finanzierbar. Das verfassungsmäßige Prinzip der Konnexität ist für die Länder wie für die Kommunen genau einzuhalten. Und deswegen dürfen Kommunen und der Bund die nachfolgenden Generationen schon heute nicht finanziell erdrosseln. Zweitens, das Geld, das verteilt werden soll, muss erwirtschaftet werden. Die Reform des Mutterschutzgesetzes bietet die Chance, gerade selbstständige Frauen besser abzusichern und damit auch das Gründen für junge Frauen attraktiver zu machen. Es darf aber nicht dazu führen, dass weitere Arbeitszeit reduziert wird und dass der Wirtschaftsstandort Deutschland durch zu wenig arbeitende Menschen, gerade bei dem aktuell bestehenden Arbeitskräftemangel, weiter gefährdet wird. Und drittens, Realität sind bei der geplanten Heizungsnovelle beweisen. Bundesweit hoffen mehr als 80 Prozent der Menschen und im Osten sind es sogar noch deutlich mehr, dass wir Liberale das Augenmaß behalten, so wie sie es von uns in der Corona-Zeit gewöhnt waren. Wir sind diejenigen, die das fleißig erarbeitete Eigentum der Menschen vor Zwangseingriffen des Staates schützen müssen. Die Energiewende gelingt nur, wenn die Bürger selbstbestimmt, selbstverantwortlich und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten freiwillig mitwirken. Und ich wünsche uns Freien Demokraten dafür viel Erfolg. Ja, da kann man der Bundespartei schon mal Aufgaben geben. Anita Maas seit 2019 ist die Bürgermeisterin der Stadt Lumatsch und sie ist Landesvorsitzende in Sachsen. In Sachsen sitzt übrigens die FDP nicht im Landtag, einer von fünf Landtagen, in denen die FDP derzeit nicht vertreten ist. Vertreten ist sie in der Bundesregierung mit vier Ministern, einer davon, Marco Buschmann. Herr Sternhochpräsidium, wir merken das alle, wir leben in historischen Zeiten. Der Bundeskanzler spricht von der Zeitenwende, der Bundespräsident spricht von einem Epochenbruch. Und das gilt nicht nur für die Haushaltspolitik, das gilt nicht nur für die Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Es gilt auch für das Recht. Es gilt für das Völkerrecht und es gilt insbesondere für das Völkerstrafrecht. Denn über Jahrtausende galt, wenn die Waffen sprechen, dann schweigt das Recht. Und Mitte des letzten Jahrhunderts haben sich die zivilisierten Staaten auf den Weg gemacht, diesen Satz zu beenden. Mit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen sollte endgültig gelten, dass im Krieg nicht alles erlaubt ist. Dass, wenn es bestimmte Praktiken gibt, sich alle dafür verantworten müssen, auch strafrechtlich. Und was wir in der Ukraine sehen, ist, dass es dort einen Staat gibt mit Russland, dem all diese Errungenschaften der zivilisierten Welt egal sind. Und deshalb ist es unsere Aufgabe als Rechtsstaatspartei, als Partei des Völkerrechts dafür zu sorgen, der Satz, wenn die Waffen sprechen, schweigt das Recht, dass er falsch ist. Deshalb stärken wir den Generalbundesanwalt. Deshalb stärken wir das Völkerstrafrecht. Deshalb habe ich zum ersten Mal in der Geschichte die G7-Justizminister zusammengerufen, um noch enger dagegen zu kooperieren, damit ein neuer Satz gilt. Wenn die Waffen sprechen, dann schweigt das Recht nicht. Es muss gelten, wenn die Waffen sprechen, dann verschafft sich auch das Recht Gehör. Nirgendwo dürfen sich Kriegsverbrecher sicher fühlen. Erst recht nicht in Deutschland. Das gilt für alle und müsste auch für einen verurteilten Kriegsverbrecher Wladimir Putin gelten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Applaus Unsere Aufgabe ist aber auch, diesen Staat zu modernisieren. Das wichtigste Element ist die Digitalisierung. Wir treiben das auch im Justizministerium voran. Ich habe eine 100% papiergetriebene Behörde übernommen. Nach einem Jahr war sie 100% auf E-Akte umgestellt. Wir treiben das im materiellen Recht vorwärts. Also es geht. Man kann das machen. Aber mit der Digitalisierung sind natürlich auch bestimmte Gefahren verbunden. Und das möchte ich hier einmal sagen, mit einem Stichwort, das vielleicht noch nicht jedem geläufig ist, nämlich dem der sogenannten Chatkontrolle. Ich will mal daran erinnern, dass vor einigen Jahrzehnten es üblich war, in einem Teil unseres gemeinsamen Vaterlandes Briefe staatlicherseits zu durchschnüffeln. Da hat man Briefe geöffnet und reingeschaut, ob etwas Böses drin sein könnte. Das würden wir nie wieder in diesem Land akzeptieren wollen. Wenn aber jemand seine privaten Nachrichten verschlüsselt, dann dürfen wir es auch nicht akzeptieren, aus welchen Gründen auch immer, dass der Staat mit gutem Willen da reinschauen kann. Eine Chatkontrolle hat im Rechtsstaat nichts verloren, meine lieben Freundinnen und Freunde. Und weil ich Ihre Geduld nicht überspannen will und die Zeit sehe, möchte ich mich am Schluss bedanken. Ich möchte mich bedanken bei dir, Nikola, weil ich auch noch viele, viele gemeinsame Erinnerungen habe. Die erste war, glaube ich, bei dir in Frankfurt am Esstisch, als dein Mann gekocht hat, weil wir gearbeitet haben und dein Rigatoni, glaube ich, serviert wurden. Also vielen, vielen Dank für deine tolle, deine leidenschaftliche Arbeit und alles Gute in deiner neuen, wichtigen Aufgabe. Ich möchte mich bedanken bei meinen Kabinettskollegen, auch bei der Fraktionsführung, auch bei allen Abgeordneten, weil das ist echt hartes Brot in der Koalition und auch in der Auseinandersetzung mit der Opposition, das alles hinzubekommen. Also thank you so much. Und ich möchte, Christian, du hast dich bei so vielen Menschen hier bedankt. Aber ich finde, es gehört zum Anstand auch dazu, dass wir uns einmal bei dir bedanken. Was du ertragen musst, was du ertragen musst an persönlichen Angriffen. Das muss keiner von uns. Und du hast mal gesagt, wenn einer von uns angegriffen wird, dann bekommt er es mit allen zu tun. Und jeder, der Christian Lindner angreift, der sollte es mit uns allen hier gemeinsam zu tun bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und am Schluss möchte ich mich bei Ihnen und euch bedanken, weil viele Dinge sind strittig, die wir da durchsetzen. Da gibt es nicht nur Freunde. Und ich weiß, dass Sie alle auch Ärger bekommen an der Basis, zu Hause, im Ortsverband, im Kreisverband. Aber wir haben mal hier beschlossen, hier in diesem Saal, nicht German Angst ist unser Motto, sondern German Mut. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann werden wir auch weiterhin so mutige Regierungspolitik machen können, wie wir das in den letzten Monaten gezeigt haben. Deshalb lasst uns zusammenstehen. Dann werden wir es auch weiter gut hinbekommen. Herzlichen Dank dafür. Schönen Parteitag. Sagt der Bundesjustizminister Marco Buschmann. Und er weiß auch, dass bei vielen Parteimitgliedern, auch bei vielen Delegierten, die Ampelkoalition nicht gerade die Lieblingskoalition ist. Bitte schön. Geehrtes Präsidium, liebe Delegierte, die FDP ist die Partei der Bürgerrechte und der Freiheit. Das ist der Grund, warum ich damals Mitglied wurde. In der Opposition haben wir immer gegen Vorratsdatenspeicherung für die Anonymität im Netz und für das Recht auf Verschlüsselung gekämpft. Ich erwarte, dass wir das jetzt auch in Regierungsverantwortung weiterverfolgen und bin da optimistisch, wie Marco Buschmann das eben erzählt hat. Frau Faeser mit ihrem Innenministerium versucht Stück für Stück einen Überwachungsstaat zu installieren. Damit knüpft sie nahtlos an CDU und CSU-Minister an. Die FDP muss hier die Hane der Freiheit hochhalten. Auf EU-Ebene wird beim Cybersecurity Act wieder einmal der Kinderschutz gegen bürgerliche Freiheiten in den Ring geworfen. Wenn es um Kinder geht, setzt leider zu oft der Verstand aus. Das wissen natürlich auch Kommission und Menschen wie Faeser und nutzen das aus. Mit dem Antrag 3012 Kommunikationsrechte in digitalen Zeiten könnt ihr heute diesen einen Antrag hochmüllern. Mit diesem können wir die Position unserer Partei für die digitale Zukunft bestimmen. Entscheiden wir uns für das Brief- und Postgeheimnis, entscheiden wir uns für die Datensouveränität der Menschen, entscheiden wir uns für Meinungs- und Pressefreiheit. Dankeschön. Vielen Dank. Uwe Probst war das vom Landesverband Bayern. Er ist auch Vorsitzender der AG Digitalisierung und Netzpolitik der FDP. Daher auch die inhaltliche Ausrüstung. Also nächste Rednerin jetzt. Da gab es, wenn ich mich nicht täusche, mit den meisten Applaus in der Rede von Christian Lindner, nämlich als er die Spitzenkandidatin für die nächste Europawahl erwähnte Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungsexpertin aus dem Bundestag. Die soll die FDP bei der Europawahl anführen. Stand jetzt eigentlich auf der Rednerliste. Nein, das verschiebt sich wohl noch. Dann hören wir erstmal Stefan Thomae. Liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde, der Philosoph Karl Popper hat einmal geschrieben, zum Optimismus gibt es keine Alternative. Zum Optimismus gibt es keine Alternative. Wer denn? Wer die Zukunft misstraut, der gibt sie schon verloren. Und die Partei des Optimismus, das sind wir, das ist die FDP. Wir sind die Partei des Optimismus, die Partei des Zupackens, des Zutrauens, des Vertrauens in die Zukunft und des Vertrauens in die Menschen. Und darin machen wir als FDP den großen Unterschied. Denn andere und auch viele unserer Koalitionspartner in der Bundesregierung vertrauen auf die Kraft der Regulierung. Sie vertrauen auf die Kraft staatlicher Gebote und Verbote. SPD und Grüne setzen vielfach auf gesetzliche Pflichten und Zwänge. Und auf der anderen Seite schreibt die Union gerade ein neues Grundsatzprogramm. Und allen Ernstes nennt sie ihr erstes Kapitel mit der Überschrift Freiheit. Und da fragt man sich, welche Freiheit meint die Union denn da eigentlich? Denn die einzige Freiheit, die ich bei der Union erkennen kann, ist die Freiheit von Überzeugungen. In Berlin unterschreibt die Union einen Koalitionsvertrag, den genauso gut Rot-Rot-Grün unterschreiben könnte. Und wer in Bayern versucht, die Positionen Söders nachzuvollziehen, der kriegt ein Schleudertrauma. Wir, die FDP, wir haben eine echte Vision für die Zukunft. Deutschland war mal führend in vielen Zukunftstechnologien. Jetzt sind wir noch führend in Gendersternchen. Wir waren mal stolz auf Unternehmertum, auf den Fleiß der Menschen, auf die wirkliche Leistung bei uns. Und heute renaturieren wir Hochmoore. Ich finde es besonders deprimierend und alarmierend, dass Klimaproteste heute nicht mehr nur die Grundlagen unseres Wohlstandes und unserer Wirtschaft angreifen, sondern jetzt auch die Grundfesten unserer demokratischen parlamentarischen Verfassung und des Rechtsstaates. Ich mache mir nicht Begriffe wie Klimaterroristen oder so zu eigen. Aber Demokratie und Rechtsstaat sind unsere höchsten Güter. Und Rechtsverachtung und Geringschätzung von Wählerentscheidungen, die führen uns nicht in die Zukunft. Wer den Pfad von Demokratie und Rechtsstaat verlässt, liebe Freunde, der scheint sich seiner Sache offenbar nicht sicher zu sein. Denn sonst würde dafür Mehrheiten suchen und mit rechtsstaatlichen Mitteln arbeiten. Und das tun viele nicht. Wir tun es. Wir stellen uns diesem Wettkampf der Demokratie und des Rechtsstaates. Und deswegen sind wir die beste Alternative. Denn wir machen was Wichtiges. Viele Freude. Vielen Dank. Stefan Domé war das, der Mitglied der Bundestagsfraktion, der FDP ist. Und vielen Dank auch von mir. Ich schau doch mal in die Runde, ob Frau Strack-Zimmermann bereit ist, die jetzt zum zweiten Mal aufgerufen wird. Dann wird das noch mal ein bisschen verändert hier. Und jetzt ist aufgerufen Svenja Ilona Hahn. Sie ist Abgeordnete im Europäischen Parlament. Ja, liebe Parteifreunde, ich muss es Ihnen nicht sagen, Sie wissen es alle, der Konflikt unserer Zeit. Das Thema, das spätestens seit einem Jahr alle Debatten dominiert. Der Konflikt unserer Zeit ist Autokratie versus Demokratie. Und ich bin unserer Parteiführung, insbesondere Christian Lindner und Johannes Vogel, sehr dankbar, dass ihr keine Gelegenheit auslasst, das auch immer wieder anzusprechen und klar zu benennen. Denn diesen Konflikt sehen wir in sehr, sehr vielen Politikbereichen. Ich möchte euch ein Beispiel aus Brüssel mitbringen. Seit dreieinhalb Jahren arbeite ich am Gesetz für künstliche Intelligenz. Und wir versuchen, eine liberale Linie zu finden zwischen rechten Überwachungsfantasien und linker Zukunftsangst. Und da geht es vor allen Dingen darum, zu verhindern, dass wir kein Social Scoring à la China in Europa haben, dass wir keine biometrische Massenüberwachung haben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit Marco Buschmann und Volker Wissing da zwei starke Verbündete im Rat haben für Bürgerrechte. Denn wir müssen einen Weg finden zwischen dieser Fortschrittsangst und gleichzeitig Chancen zu schaffen, aus unserer Sicht für Chancen für Technologie, für Offenheit. Wenn ich höre, dass Kollegen ChatGPT verbannen wollen, dann sage ich aber, ciao, Innovation made in Europe. Wir müssen einen Gesetzesrahmen schaffen, der Innovation zulässt. Denn ich merke in sehr, sehr vielen Gesprächen, dass viele Menschen Mut verlieren. Mut verlieren in die Zukunft, Mut verlieren in Europa. Und liebe Freunde, wir Liberale stehen für das Aufstiegsversprechen. Und wir erleben das, der Gedanke, Kinder sollen es besser haben, als ihre Eltern bei vielen nicht mehr so viel Zuversicht erschafft. Dass viele Angst haben, dass ihre Kinder es mal nicht besser haben werden. In den Zeiten von Wirtschaftskrise ist unsere liberale Antwort, es ist Zeit zu handeln. Wir brauchen mehr Freihandel mit mehr Ländern auf der Welt. Und deswegen freue ich mich, dass wir dazu ein starkes Kapitel im Leitantrag haben. Denn wir brauchen eine Allianz der Demokratien. Die Autokraten dieser Welt unterstützen sich gegenseitig. China hilft Iran mit Überwachungssoftware. Iran schickt Drohnen nach Russland. Und wir müssen uns fragen, welche Rolle spielt die EU in der Welt. Wir dürfen uns nicht in einem Klein-Klein verlieren. Die Debatten, die dominieren aus Brüssel, sind Verbrote wie Verbrennerverbot. Und dabei müssen wir doch gucken, wie machen wir die Europäische Union fit für die Zukunft. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir zwei starke Frauen dazu haben. Nicola, du warst immer eine starke Stimme in Brüssel und du wirst es auch weiter sein. Ich bin dir so dankbar für alles, was wir zusammen gemacht haben. Und ich weiß, du wirst auch weiter Europa aktiv gestalten. Und ich freue mich jetzt schon auf den Wahlkampf mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Denn sie ist eine leidenschaftliche Kandidatin. Und ich kann sagen, ihr Ruf hat auch jetzt schon nach Brüssel ausgestrahlt. Denn es wird darum gehen, wie werden wir die Zukunft Europas gestalten. I'm glad to see many of our European friends here today from all over Europe because we are united as liberals fighting for freedom, fighting for democracy. Und wir haben gesehen, dass die Europäische Union stark handeln kann. Das haben wir in den Krisen der letzten Jahre gesehen. Und es wird unsere Aufgabe sein, sie zukunftsfest zu machen, diese Chancen, diese Handlungsfähigkeit in Strukturen zu überführen, die EU zu reformieren. Und darum wird es im ganzen nächsten Jahr gehen. Wir Liberale sollten den Menschen wieder Mut auf Europa machen, Mut und Zuversicht, sodass wir gemeinsam mehr erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir mit Dr. Volker Bissing weitermachen, ein Hinweis da für 15 Uhr. Die Delegiertenbesprechungen vorgesehen waren. Die rutschen zeitlich nach hinten. Wir werden erst die Aussprache beenden. Dann werden wir die Entlastung des Bundesvorstandes, die empfohlene abstimmen. Und erst anschließend werden sich die Delegiertenbesprechungen anschließen. Das als organisatorischer Hinweis. Wir würden dann aber in der Rednerliste zur Aussprache verfahren. Und als Nächsten habe ich Volker Bissing auf der Rednerliste. Und ich sehe ihn auch. Bitte schön. Ja, Volker Bissing auf dem Weg zum Rednerpult. Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde. Wir tragen Regierungsverantwortung in einer Zeit, in der wir Herkulesaufgaben zu lösen haben. Die Bundesrepublik Deutschland soll 2045 klimaneutral sein. Das ist eine große Aufgabe. Eine Aufgabe, die man gar nicht mit ausreichend Respekt angehen kann. Es ist eine Aufgabe, die das Zeug hat, auf der Strecke unsere Gesellschaft zu spalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Aufgabe angehen. Mit Sachverstand, mit technologischer Innovation, mit der Freude am Erfinden, aber auch mit technologischer Neutralität und Offenheit. Es sind viele Fragen im Zusammenhang der klimaneutralen Mobilität heute nicht beantwortet. Viele Fragen, auf die es auch in den nächsten Jahren noch keine abschließende Antwort geben kann. Und deswegen wäre es töricht gewesen, hätten wir in Europa am Beginn dieser Transformation Technologien, deren Bedeutung wir in Zukunft gar nicht abschätzen können, verboten. Und deswegen war es richtig und wichtig, dass die Freien Demokraten in einer harten Auseinandersetzung durchgesetzt haben, dass der Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen auch nach 2035 zugelassen werden kann in Europa. Nirgendwo auf der Welt sonst ist man auf die Idee gekommen, eine Technologie zu verbieten, die eine klimaneutrale Mobilität ermöglicht und deren Bedeutung man heute noch nicht abschließend kennt. Und wir haben damit etwas Wichtiges erreicht, nämlich das Prinzip der Technologieneutralität bei der Flottengrenzwertregulierung auf europäischer Ebene verankert. Und jetzt wird in einem nächsten Schritt die Kategorie der E-Fuels-Only-Fahrzeuge geschaffen und dann umgehend werden diese Fahrzeuge in die Flottengrenzwertregulierung integriert. Wir haben damit ganz Europa, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes eine zusätzliche Option der klimafreundlichen Mobilität gesichert. Und das war wichtig, denn Mobilität ist ein Freiheitsrecht, ein Grundbedürfnis der Menschen, liebe Freundinnen und Freunde. Und parallel kümmern wir uns wie keine andere Partei um die Reform der ÖPNV-Strukturen. Denn den Menschen zu sagen, wir brauchen andere Formen von Mobilität, aber dann die Strukturen, die einfach nicht passen, so zu lassen, wie sie sind, das ist unfair. Und das ist kein gerechtes Angebot an diese Gesellschaft. Menschen leben nicht in warmen Strukturen, wie sie die ÖPNV-Tarife kennen. Menschen leben in einem Land, in dem sie sich frei und individuell bewegen. Und deswegen ist das Deutschland-Ticket ein Freiheitsticket für den ÖPNV in Deutschland. Und liebe Freundinnen und Freunde, keiner von uns muss sich von den Klimademonstranten dort draußen Vorwürfe machen lassen, weil wir in Wahrheit nicht nur Vorschläge auf den Tisch gelegt haben, die weit über das hinausgehen, was die Umweltaktivisten fordern, sondern wir haben diese Dinge auch bereits umgesetzt in Regierungsverantwortung und schaffen damit etwas, was wir den Menschen schuldig sind. Wir sichern Freiheit, wir sichern Mobilität und wir kommen Schritt für Schritt voran mit der Einhaltung unserer Klimaziele. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist der Unterschied zwischen einer Politik des Respekts vor Menschen, einer Politik, die Freiheit von Menschen, die ihre Bedürfnisse ernst nimmt, die nicht mit Verbot, mit Verzicht den Klimawandel bekämpfen möchte, sondern mit Technologiefreundlichkeit, mit Technologieneutralität und mit Bürokratieabbau, mit einfachen digitalen Angeboten. Das sind wir, die Freien Demokraten. Das sagt Volker Wissing. Für die FDP sitzt er in der Bundesregierung als Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Er ist aber auch Landesvorsitzender, nämlich in Rheinland-Pfalz und ist dort gerade im März wiederbestätigt und wiedergewählt worden. Es hat auch noch niemand den Antrag auf Schluss der Rednerliste gestellt. Ich weise nur mal darauf hin und erst mal hören wir Sonja Jakobsen und anschließend Sarah Zickler. Ich rufe auf, sobald die Rede ist aufgerufen. Danke, Geschäftsordnungsantrag. Bitte schön. Ja, hallo. Ich bin die neue Landesvorsitzende in Hamburg. Ich war 2018 das erste Mal hier auf einem Parteitag. Da habe ich noch einen Neumitgliedervortrag bekommen. Und wenn mir damals jemand die berühmte Wo sehen Sie sich in fünf Jahren Frage gestellt hätte, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt heute hier als Landesvorsitzende in Hamburg stehe und zu Ihnen spreche. Ich freue mich ganz besonders, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der ersten Bundesvorstandssitzung, in der ich gestern Abend sein durfte, zur Spitzenkandidatin für Europa nominiert worden ist, weil ich davon überzeugt bin, dass sie die Beste für diese Aufgabe ist. Und es freut mich ganz persönlich, weil Marie-Agnes Strack-Zimmermann meine Mentoren im Empowerment-Programm der Friedrich-Naumann-Stiftung war. So klein ist die Welt. Und ich freue mich als Hamburger Landesvorsitzende, dass wir hier so ein tolles Team für die Europawahl haben. Denn parallel zu den Europawahlen sind in Hamburg die Kommunalwahlen, das heißt bei uns Bezirksversammlungswahlen. Und da geht es für uns darum, die Grundlage für den Wiedereinzug in die Bürgerschaft in 2025 zu legen. Und 2025, und da brauchen Sie uns so sehr, wie wir Sie brauchen, denn 2025 eröffnen wir das Bundestagswahljahr in Hamburg. Und das wird die entscheidende Stimmung setzen. Und deshalb ist der Erfolg nicht nur für Hamburg wichtig, sondern dieser Erfolg ist auch für die ganze Bundespartei wichtig, so wie die Europawahl auch für die ganze Bundespartei wichtig ist. Wir haben ein ganz tolles, riesiges Verkehrsprojekt in Europa. Ich selber bin Verkehrspolitikerin. Das ist die Fehmarn-Beltquerung. Die soll 2029 fertig werden. Glauben wir natürlich erst, wenn es wirklich so weit ist. Verkehrsprojekte verzögern sich ja meistens ein bisschen. Was wir aber in Hamburg haben, ist 20 Prozent Anteil Schwerlast im Verkehr. Und das wird wahrscheinlich, wenn die Fehmarn-Beltquerung fertig ist, nicht weniger werden. Und deshalb, und das ist ein Problem, das können wir politisch nicht in Hamburg lösen, sondern das müssen wir in der Metropolregion mit unseren Nachbarverbänden Schleswig-Holstein und Niedersachsen und auf der europäischen Ebene lösen. Und deshalb ist es so wichtig, dass unsere Europaabgeordnete Svenja Hahn ihre gute Arbeit in Brüssel weitermachen kann. Denn keine Stadt hat so viel europäischen Verkehr wie Hamburg auf der Schiene und auf der Straße. Und ich kann die Fünfjahresfrage heute immer noch nicht beantworten. Ich kann aber die Zweijahresfrage beantworten, wo ich mich und meinen Landesverband da sehe. Und das ist wieder in der Bürgerschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir weitermachen, darf ich die nochmalige Bitte äußern, doch etwas leiser zu sein. Gespräche nach außen zu verlagern, dann hören wir auch viel mehr von der Aussprache. Wie gesagt, Unterhaltungen gerne, aber gerne draußen. Vielen Dank. Ich habe als nächste Rednerin Sarah Zickler auf der Liste. Und sie steht auch schon bereit. Bitte sehr. Ja. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, lieber Bundesvorstand, vielen Dank für den Leitantrag, den wir hoffentlich noch bearbeiten werden. Als Generalsekretärin der Bundesvereinigung liberaler Mittelstand war und bin ich natürlich hoch erfreut über einen Wirtschaftsleitantrag. Ein bisschen überrascht hat mich, dass in dem ganzen Antrag nicht einmal das Wort Mittelstand auftaucht. Wir entnehmen diesem Leitantrag, dass es mit uns, mit uns Freien Demokraten, keine Steuererhöhung gegeben hat. Und das ist gut so. Denn was wir brauchen, sind Steuersenkungen. Die extrem hohe effektive Steuerbelastung in Deutschland von 28,8 Prozent zum Vergleich im EU-Durchschnitt sind es 18,8 Prozent, schlägt unsere Unternehmer in die Flucht. Immer mehr Unternehmer, insbesondere aus dem Mittelstand, verlagern ihren Sitz ins Ausland. Aber nicht nur die hohe Steuerbelastung lassen Deutschland für Unternehmer uninteressanter werden, auch die extrem hohe Bürokratiebelastung. Wissen Sie, was mir als Unternehmerin und Wirtschaftspolitikerin haben große Schwierigkeiten bereitet. Wir Unternehmer sollen die Arbeitswelt transformieren, damit wir überhaupt noch Menschen haben, die arbeiten möchten. 32-Stunden-Woche, aber für 40 Stunden bezahlt werden. Homeoffice, Flextime, Cailatte, Obstkorb, Zuschüsse, Dienstwagen, Sonderurlaub und das im Hochsteuerland Nummer eins. Das funktioniert so nicht. Die Transformation kann nur dann umgesetzt werden, wenn die Wirtschaft massiv entlastet wird. Hubertius Heil schwadroniert von der erneuten Erhöhung des Mindestlohns. Eigentlich gehört er abgeschafft, also der Mindestlohn. Mindestlöhne treiben Kosten in die Höhe und schränken unsere Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zusätzlich ein. Warum können unsere heimischen Produkte so schwer mit denen aus dem EU-Ausland konkurrieren? Wenn in Spanien der Erntehelfer 6,55 Euro auf die Stunde bekommt, unsere Landwirte hier das Doppelte bezahlen müssen, dann ist die Frage schnell beantwortet. Und wenn wir schon beim Thema Europas sind, ich bin gleich fertig, das EU-Parlament benötigt dringend qualifizierte Wirtschaftspolitiker und Praktiker. Wirtschaft entsteht nicht am Schreibtisch eines Philosophen. Wirtschaft lebt. Wirtschaft ist das Produkt unternehmerischer Freiheit. Und Wirtschaft stirbt, wenn das Staatskorsett zu eng geschnürt wird. Vielen Dank. Sarah Zickler war das. Sie ist unter anderem die Generalsekretärin des liberalen Mittelstands, also der Bundesvereinigung. Gestellt werden. Es ist gestellt der Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es hierzu Gegenrede? Nicht mal Gegenrede, nicht mal formal. Formal höre ich jetzt. Okay, dann stimmen wir drüber ab. Wer für die Schließung der Rednerliste ist, bitte jetzt das Zeichen mit der Stimmkarte. Ja, also der Parteitag stimmt jetzt drüber ab und die Rednerliste geschlossen wird. Und wahrscheinlich ist es aus Sicht der Partei keine schlechte Idee, denn eigentlich sollte gegen 15 Uhr schon eine Pause stattfinden für eine Delegiertenbesprechung. Die musste verschoben werden. Wir haben noch sehr viele Redner auf der Rednerliste, deswegen jetzt drüber abgestimmt, ob die Rednerliste geschlossen wird. Die wird geschlossen tatsächlich. Und jetzt Aufmerksamkeit für die nächste Rednerin. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, als Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion will ich kurz über ein Thema sprechen, das ja doch sehr viele unserer Mitglieder beschäftigt, und zwar nicht nur die Jüngeren unter uns. Natürlich geht es heute um Cannabis. Denn seit letzter Woche liegen uns neue aktualisierte Eckpunkte aus dem BMG vor. Und die sind natürlich mit unseren Ministerien abgestimmt. Und an der Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an unseren liberalen Justizminister Marco Buschmann für seinen tatkräftigen Einsatz auch in dieser Sache. Wir haben jetzt endlich ein Eckpunktepapier für ein Gesetz vorliegen, mit dem wir einen anderen Weg gehen können als den der krachend gescheiterten Prohibitionspolitik der Union. Einen Weg, der endlich echten Jugend-, Gesundheits- und Verbraucherschutz schafft und den Schwarzmarkt ein Stück weit zurückdrängen wird. Ein Weg, der vor allem auch eines ist, nämlich rechtssicher. Diese Regierung, die ist nämlich nicht so vermessen, wie die große Koalition mit ihrem damaligen CSU-Verkehrsminister Scheuer, der bei der Maut mit Blick nach Brüssel nur mit den Schultern gezuckt hat. Und das, was jetzt vorliegt, wissen wir, auch wir Liberale, das kann aber nur ein erster Schritt sein. Denn nicht jeder hat einen Garten oder einen Balkon und auch nicht jeder möchte einem Cannabis-Club beitreten. Und zum anderen kann der Schwarzmarkt langfristig nur mit einer kontrollierten Produktion und Lieferkette vom Anbau bis zur Ladentheke und einem flächendeckenden Netz zum legalen Erwerb von Cannabis großflächig und dauerhaft zurückgedrängt werden. Deswegen arbeiten wir weiter an einer echten Liberalisierung und Legalisierung. Staaten wie Kanada, die sollten und können uns hier in vielen Punkten Vorbild sein. Denn mit der Legalisierung sorgen wir nicht nur für Jugend-, Gesundheits- und Verbraucherschutz, sondern auch für eine Entstigmatisierung und Entkriminalisierung und auch für eine Entlastung von Polizei und Justiz. Aber wir stärken damit auch den Wirtschaftsstandort Deutschland und schaffen neue und innovative Arbeitsplätze. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, gestern war der 420, der Welt-Cannabis-Tag. Und wir, wir sind einen großen Schritt weiter auf dem Weg hin zu einer echten Legalisierung. 2015, also vor acht Jahren, da haben wir auf dem Bundesparteitag den Beschluss gefasst, uns auf den Weg Richtung Legalisierung zu machen. Und Konstantin war es, der als Juli-Chef damals den Antrag eingebracht hat. Das, das war ein Stück Parteigeschichte. Der Weg, der ist jetzt noch nicht zu Ende. Aber wir können als Teil dieser Regierung mit einer klug durchdachten Legalisierung auch ein Stück Geschichte für Deutschland und für Europa schreiben. Ja, sagt Christine Lüttke, Mitglied des Bundestages. Es sind noch zahlreiche Wortmeldungen hier in der Aussprache. Das ist aber die Gelegenheit für uns einmal hier am Set noch ein prominentes Mitglied der Partei zu interviewen. Das macht mein Kollege Marc Steinhäuser. Vielen Dank, Janett Clark. Und eben war er am Rednerpult. Jetzt ist er bei uns hier live bei Phoenix, der Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Wissing, Sie haben ja hier schon im Vorfeld für Fragezeichen gesorgt, weil man sich gefragt hat, kommen Sie hier überhaupt hin? Sind die Klimakleber jetzt vor Ihrem Ministerium oder vor dem Parteitag? Jetzt sind Sie nun mal da. Wie entspannt sind Sie mit den Aktivisten vor der Tür, bei Ihrem Haus und auch hier? Nun, ich finde, in einer Demokratie muss man miteinander sprechen und nicht andere Menschen blockieren. Ich finde diese Bereitschaft, die da gezeigt wird, mit Gewalt anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, mehr als befremdlich. Und gegen diese Dinge muss auch mit aller Konsequenz vorgegangen werden. Ich habe Gesprächsbereitschaft signalisiert. Selbstverständlich bin ich bereit, mit den Betroffenen zu reden über Maßnahmen, wie wir den Verkehr klimaneutral gestalten können. Aber andere Menschen blockieren, sich auf Straßen festzukleben. Das lehne ich also strikt ab. Sie sagen, Sie lehnen das ab. Jetzt treffen Sie sich am 2. Mai, so heißt es, mit der letzten Generation. Haben Sie denn überhaupt den Eindruck, dass es sich lohnt, dieses Gespräch zu führen? Weil Sie sind ja so ein bisschen die Zielscheibe dieser Proteste geworden. Ich finde, man muss gesprächsbereit sein. Und ich erwarte auch, dass ein sachliches Gespräch geführt wird, ein inhaltliches Gespräch geführt wird. Ich finde das nie gut, wenn in der Öffentlichkeit über andere gesprochen wird, anstatt miteinander zu sprechen. Wir müssen eine Herkulesaufgabe leisten, nämlich unsere Gesellschaft klimaneutral stellen und dabei die Mobilität der Menschen sichern. Menschen müssen mobil sein. Und im ländlichen Raum spielt das Auto eine ganz zentrale Rolle für die Mobilität. Das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Und wir brauchen auch ein Zusammendenken der unterschiedlichen Bedürfnisse und keine Spaltung des Landes in Stadt und Land. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir vom Bürger, der Bürgerin her die Klimaneutralität angehen. Und nochmal, das Auto spielt auf dem Land eine ganz entscheidende Rolle. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, die Menschen sollten nicht einfach blockieren. Sie tun das ja auch, wenn auch in anderer Form. Sie blockieren ja auf EU-Ebene, Sie blockieren in der Ampel, zwar nicht mit Klebstoff, aber sehr nachdrücklich, wenn es um Ihre Lieblingsthemen geht. Stichwort Verbrenner, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben sich über Wochen einen Schlagabtausch mit der EU-Kommission geliefert. Haben Sie jetzt das erreicht, was Sie erreichen wollten? Oder haben Sie sich da verkämpft? Ich habe überhaupt nichts blockiert. Im Gegenteil, ich habe verhindert, dass Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen blockiert werden. Ich habe die Blockade gelöst, die man vorgehabt hatte. Jetzt habe ich erreicht, dass diese Technologie, die uns klimaneutrale Mobilität bietet, auch nach 2035 genutzt werden kann. Warum setzen Sie da auf was, wo die Autoindustrie im Prinzip sagt, das sei im Moment marktwirtschaftlich nicht lohnenswert? Weil ich mir Sorgen mache um die Bürgerinnen und Bürger, die bezahlbare Mobilität brauchen. E-Fuels sind sehr teuer. Das sind sie heute. Aber das weiß man nicht, ob sie das auch in Zukunft sind. Und wenn man mehrere Technologien hat, einen Wettbewerb unterschiedlicher Technologien, dann wissen wir in der Marktwirtschaft, dass bei Vielfalt und Wettbewerb die Preise niedriger sind und die Angebote besser. Und deswegen möchte ich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger technologieneutralen Wettbewerb haben, um den besten und preiswertesten Antrieb. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich im Interesse der Industrie oder anderer mich auf eine Technologie beschränke. Und genau das habe ich durchgesetzt und damit nichts blockiert, sondern Blockaden gelöst. Sagt der Verkehrsminister, der andererseits ja auch darauf Wert legt, dass es nicht blockiert werden soll, was den Autobahnausbau betrifft. Da wollen Sie beschleunigen. Wenn man sich das im Detail anguckt, geht es ja um diese 144 Autobahnprojekte, die Sie den Grünen abgerungen haben. Dennoch sollen jetzt grüne Landesminister etwa in Baden-Württemberg und in NRW da eingebunden werden, wenn es um die Realisierung geht. Was wird beschleunigt, wenn grüne Landesverkehrsminister beteiligt werden? Nun, wir beschleunigen sehr viel. Mit dem Genehmigungsbeschleunigungsgesetz beschleunigen wir den Brückensersatzneubau und zwar aller Autobahnbrücken. Wir beschleunigen Autobahnprojekte und zwar alle, indem wir das Raumordnungsverfahren bereits verkürzt haben. Wir beschleunigen dadurch, dass wir die Ausgleichsmaßnahmen bei Umweltbelangen vereinfacht haben, verbessert haben. Das alles sind Beschleunigungsmaßnahmen, die gleichzeitig auch noch dem Umweltschutz dienen. Und zusätzlich wollen wir 145 Engpässe in unserem Autobahnnetz im überwiegenden öffentlichen Interesse besonders schnell ausbauen, weil wir diese Engpassbeseitigung brauchen, um Güterverkehre abwickeln zu können, die in den nächsten Jahren spürbar zunehmen werden. Und zwar sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Stichwort Schiene und Straße. Sie sind ja jetzt sehr erleichtert worden, was die Erreichung der Klimaziele betrifft. Christian Lindner hat das ja hier auch gesagt. Die Sektorziele sind quasi kurz vor der Abschaffung. Sie müssen sich an nichts mehr halten. Sie haben jetzt einen Freifahrtsschein, dass im Verkehrssektor Ihnen die negativen CO2-Zahlen nicht mehr angelastet werden. Haben Sie die politische Verantwortung für Ihr Ressort abgegeben? Nein, ich habe dafür gesorgt, dass wir jetzt wieder einen Blick auf das Ganze haben. Die Bundesrepublik Deutschland hat im vergangenen Jahr ihre Klimaschutzziele erreicht. Und wir haben überhaupt keinen Grund, deswegen verschärfte Maßnahmen für das vergangene Jahr anzuordnen, denn die Klimaschutzziele wurden erreicht. Und es ist ja sehr schwer, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wenn die Klimaschutzziele erreicht werden, bekommen sie trotzdem Auflagen, die sie im Alltag einschränken. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir diese Gesetzessystematik ändern. Das jetzige Gesetz sieht vor, dass man trotz Erreichung der Klimaschutzziele zusätzliche Maßnahmen im Verkehr vorlegen muss. Das werden wir tun. Aber wir wollen, dass das Gesetz geändert wird und wir dann in Zukunft einen Gesamtblick haben im Interesse der Menschen. Es ist ja keinem zu erklären, wenn wir die Klimaschutzziele als Gesellschaft erreichen, dass dann einzelne Bereiche wie etwa Bauen oder Wirtschaft oder Verkehr Einbußen zusätzlich hinnehmen müssen. Es gibt keinen anderen Bereich, wo man es gut findet, wenn man den Blick auf die gesamte Gesellschaft verengt. Ein Spatendenken war nie besser als der Blick aufs große Ganze. Das sagt Volker Wissing, FDP-Bundesverkehrsminister hier bei Phoenix. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Thema, was die FDP weiter beschäftigen wird, wie man gerade beim Thema Verkehrspolitik und auch beim Thema Klimaschutz punkten kann und da auch in die Offensive kommt und sich auch abgrenzen kann gegenüber den Grünen. Und wie der Parteitag das sieht und welche Meinungen es dazu gibt, das hören wir uns jetzt weiter an. Unternehmen, die sich rechtstreu und wettbewerbskonform verhalten, sollen damit künftig als Adressaten weitreichender Maßnahmen in Betracht kommen. Das stellt einen erheblichen Eingriff in unternehmerische Rechtspositionen dar und schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland massiv. Unternehmensinternes Wachstum, Effizienz und wirtschaftlicher Erfolg im Leistungswettbewerb können künftig Anlass für strukturelle Eingriffe in das Kartell des Kartellamts sein. Zudem führt das für die Novelle zu einer Insellösung zum Schaden der deutschen Wirtschaft und macht den Standort Deutschland weiterhin unattraktiv. Vergleichbare multinationale Vorstöße, das sogenannte New Competition Tool auf EU-Ebene, ist zu Recht gescheitert. Einen dringenden Anlass für diese Novelle gibt es in Deutschland nicht. In tatsächlicher Hinsicht ist etwa anders als in den USA keine starke Unternehmenskonzentration in Deutschland gegeben. Nun werden Sie sagen, es handele sich um einen Papiertiger, die Voraussetzungen seien so eng und ein Anwendungsfall sei kaum denkbar. Das mag sein. Aber ich frage mich, warum schaffen wir so eine weitreichende Eingriffsbefugnis? Ja, ich komme nochmal zurück, wenn man an die Marktwirtschaft glaubt, dann darf diese Novelle nicht kommen. Herr Boschmann hat es selbst gesagt, wir leben in historischen Zeiten. Ja, auch wir werden mit dieser Novelle in die Geschichtsbücher eingehen, aber nicht ruhmreich und auf der falschen Seite der Geschichte. Vielen Dank. Ich bitte alle nochmal einringlich auf die Glocke zu hören und die Redezeit zu beachten. Als nächsten Redner hätte ich nochmal Christoph Henson auf der Liste, den ich aber gerade nicht sehe. Insofern würde ich Dr. Hauke Hilz vorziehen. Bitteschön. Ja, mehrfach sind jetzt schon Rednerinnen oder Redner aufgerufen worden, die aber dann doch nicht das Rednerpult finden. Jetzt hören wir deswegen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der bremischen Bürgerschaft, Hauke Hilz. Aus Bremerhaven für die beherzte Rede und die klare Positionierung bei Christian Lindner. Bedanken. Dieses hilft uns in unserem Wahlkampf, der ja jetzt in drei Wochen zu Ende geht mit den Wahlen am 14. Mai für die Bürgerschaft in Bremen und die Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven. Und ich glaube, hier wollen wir gemeinsam mit Tore Scheck und allen unseren Wahlkämpfern in Bremen und Bremerhaven auch für die Gesamtpartei für alle ein klares Zeichen für Freiheit in unserer freien Hansestadt setzen, meine Damen und Herren. Wir kämpfen für bessere Bildung. Wir wollen endlich wieder Noten als transparentes Bewertungsmedium in unseren Klassen, in den Grundschulen ab der dritten Klasse haben und wir wollen, dass wir in der Bildungsbundesliga wieder aufsteigen. Derzeit sind wir Letzter, aber das muss sich dringend ändern, meine Damen und Herren. Aber wir haben auch gerade in unserer Seestadt noch viel vor. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Wir wollen die Energiewende, die Antriebswende von Bremerhaven aus gestalten. Und deswegen möchte ich das aufgreifen, was Christian Lindner in seiner Rede gesagt hat. E-Fuels, meine Damen und Herren, E-Fuels, die werden vermutlich nicht in Deutschland produziert. Deswegen müssen wir Hafeninfrastruktur schaffen. Deswegen brauchen wir in Bremerhaven einen Energyport, der sowohl für E-Fuels, für Wasserstoff, aber auch für Komponenten der Offshore-Windenergie geeignet sind. Den wollen wir für uns an Seeschiff, tiefem Wasser an der Weser realisieren. Und dafür kämpfen wir auch in diesem Wahlkampf, meine Damen und Herren. Und ein zweiter großer Aspekt, den ich besonders begrüße. Es wird in absehbarer Zeit Raketenstarts aus der Nordsee geben. Raketenstarts, die Satelliten ins Weltall befördern, die wir dringend für unser tägliches Leben brauchen. Satellitengestützte Technologie, die in vielen Standorten sowohl im Cluster Bremen, aber auch im Cluster Bayern entsprechend entwickelt werden. Und dafür wollen wir in Bremerhaven der Versorgungshafen sein. Ein Versorgungshafen für den Nordsee-Weltraum-Bahnhof. Das ist, glaube ich, eine Zukunftsperspektive, die wir für unsere Seestadt haben, mit der wir auch Leistungen für die Bundesrepublik und für unser ganzes Land dadurch erbringen wollen, meine Damen und Herren. Dafür kämpfen wir auch in Bremerhaven. Und dafür hoffe ich auch auf die Unterstützung. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns unterstützen. In Bremen, aber für mich jetzt insbesondere in Bremerhaven, die schon da waren. Volker Wissing ist schon bei uns gewesen. Lydia Hüskens ist da gewesen. Christian Dürr, Bijan Gia Sarai, Bettina Stark-Watzinger wird noch kommen. Und es zeigt noch einmal wieder, dass ein Wahlkampf nicht alleine geführt werden muss, sondern dass wir gemeinsam für die liberale Sache streiten. Das macht mich sehr stolz. Das freut mich sehr. Und damit schließe ich auch. Und wir werden unseren Partei dazu beitragen, dass wir am 14. Mai alle gemeinsam was zu feiern haben. Herzlichen Dank. Am 14. Mai ist in Bremen und in Bremerhaven Bürgerschaftswahl und Hauke Hilz ist der Spitzenkandidat für Bremerhaven. So, eine, die sich hier in der Aussprache auch schon zu Wort gemeldet hat, die steht jetzt bei meinem Kollegen Mark Steinhäuser am Set. So ist es. Vielen Dank, Jeanette Clark. Wir werden jetzt mal ein bisschen auf die Perspektive der Frauen und vor allen Dingen der jungen Liberalen auf diesen Parteitag schauen. Denn bei mir ist die Vorsitzende, Franziska Brandmann. Willkommen bei Phoenix. Hallo, Steinhäuser. Frau Brandmann, Sie haben im Vorfeld und auch heute gesagt, dass Ihnen der jetzige Vorstand nicht ganz so passt, namentlich Wolfgang Kubicki. 71 und in den letzten Wochen und Monaten auch aufgefallen. Etwa damit, dass er Robert Habeck mit Wladimir Putin verglichen hat. Sollte Wolfgang Kubicki hier nochmal wiedergewählt werden? Ja, ich habe mich beim Bundeskunders der jungen Liberalen da klar geäußert und ich habe gesagt, es zieht sich nicht für einen stellvertretenden Parteivorsitzenden einer liberalen demokratischen Partei einen politischen Mitbewerber oder das Freiheitsverständnis eines solchen mit dem von Wladimir Putin zu vergleichen. Das ist inakzeptabel und Wolfgang Kubicki hat sich dafür zwar entschuldigt, aber das ist ja jetzt auch wieder eine Äußerung, die immer mal wieder fällt, so in die Richtung einfach unter der Güterlinie und deshalb wünsche ich mir, dass das tatsächlich nicht mehr vorkommt. Entweder sollte Wolfgang Kubicki nicht mehr antreten oder solche Statements in Zukunft unterlassen. Es sieht momentan nach zweiterem aus und ich hoffe, dass er sich dann entsprechend etwas auch anders verhält. Das würde mich sehr freuen. Also er tritt nochmal an, aber er hört dann künftig auf Sie. Habe ich das so verstanden? Da müssen Sie ihn fragen. Er ist bestimmt auch nochmal bei Ihnen im Interview. Ich glaube, er hat unsere Kritik deutlich vernommen als jungen Liberale. Wir wünschen uns eine klare politische liberale Kante von Wolfgang Kubicki, so wie man ihn kennt, aber eben nicht mit solchen Schüssen zwischendurch immer wieder. Ich glaube, das geht auch gut ohne und ich glaube, die klare liberale Linie, die kann man auch ohne diese Schüsse unter der Güterlinie auch laut ausleben. Jetzt schauen wir mal darauf. Sie vertreten ja die junge Generation in der FDP und dennoch muss man sagen, die FDP ist auch Zielscheibe von vielen Aktivisten in den letzten Wochen und Monaten. Beim Thema Klimaschutz wirft man Ihrer Partei vor, andauernd zu blockieren. Haben Sie eigentlich irgendwas, wo Sie sagen, da müsste die FDP mal eine Klimaschutzmaßnahme hier präsentieren oder ein Thema nach vorne setzen, was im Moment einfach fehlt, weil es entsteht doch der Eindruck, die FDP ist viel dagegen, auch wenn Christian Lindner das hier anders dargestellt hat. Ja, also sowohl Lukas Köhler als auch Konstantin Kuhler haben vor kurzem einen Aufschlag gemacht in der FAZ zum Thema Zertifikatehandel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ganz klar machen, wir sind eine Partei für Klimaschutz, aber eben nicht für Klimaschutz mit Verboten, vor allem nicht mit staatlichen Verboten, sondern für Klimaschutz durch Marktmechanismen. Ich nehme Ihrer Frage, dass Sie uns das noch nicht ganz abkaufen. Das weckt in mir den Sportgeist. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Inhalte. Ich glaube, inhaltlich sind wir beim Thema Klimaschutz sehr gut aufgestellt, aber es geht um die Kommunikation. Wir müssen das besser auch nach außen tragen und auch glaubwürdiger vertreten. Mit Lukas Köhler zum Beispiel, der ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, der zum Beispiel auch heute antritt als stellvertretender, nee, als Beisitzer im Präsidium der Partei. Da sehe ich zum Beispiel eine Person, die das immer sehr stark nach außen trägt und da wünsche ich mir tatsächlich noch mehr von. Sie wünschen sich da mehr von, aber vor allen Dingen kaufen das Ihnen ja vielleicht deshalb auch die Leute nicht ab, weil der Zertifikatehandel immer so ein bisschen wie eine Wette auf die Zukunft ist, auf einen CO2-Preis, der dann demnächst irgendwann in einigen Jahren erhöht wird. Die erschreckenden Klimazahlen, auch die Verfehlungen im Verkehrsbereich, die sind ja jetzt. Also was hat die FDP jetzt für Antworten? Also der Zertifikatehandel, den gibt es ja schon und aktuell wird das zum Beispiel, wird er erweitert, beispielsweise auch den Verkehrssektor, das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Klimaschutz und Sie stellen das jetzt so dar, als würde niemand der Bürgerinnen und Bürger uns das abkaufen, dass wir Klimaschutz betreiben. Ich glaube, man sollte da auch nicht die Statements der letzten Generationen für repräsentativ für die Gesellschaft halten. Ich habe das Gefühl, gerade bei vielen jungen Menschen, gerade zum Beispiel bei vielen Mitgliedern der jungen Liberalen, wir haben ziemlich genauso viele Mitglieder wie die grüne Jugend, da ist das durchaus angekommen. Und deshalb glaube ich, man sollte da auch nicht immer die Lieder am lautesten Schrein quasi ja so betonen als repräsentative Gruppe, sondern ich glaube, tatsächlich gelingt uns das etwas besser, als die letzte Generation uns das zugute hält. Aber es muss noch besser werden. Sie kleben sich zumindest nicht fest. Sie sagen aber zum Beispiel bei einem anderen Punkt, da ist Ihre Position, da sollte man was tun, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Sie haben vor wenigen Tagen gesagt, wer Florian Silbereisen sehen will, der kann dafür zahlen, genauso wie andere für Ihr Netflix-Abo zahlen. Das hat durchaus Schlagzeilen gemacht. Sie sind kein Fan von Florian Silbereisen-Shows, höre ich da raus. Ich habe noch nie eine Show von Florian Silbereisen gesehen. Und genauso wie mir geht es da bei den anderen Personen. Dann ist das aber eine mutige Aussage. Nein, sondern es ist eine Aussage, es kommt bei Unterhaltung, glaube ich, sehr stark auf den Geschmack an. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe nach dieser Aussage, das bedeutet ja vor allem, ich wollte ja, dass der Rundfunk-Beitrag stark gesenkt wird, dadurch, dass der ÖER sich in Zukunft auf Informationen, wie zum Beispiel hier, konzentriert und nicht so stark auf Unterhaltung, wo jedes Jahr Millionen ausgegeben werden, um solche Unterhaltungsformate zu produzieren. Ich habe da ganz viele E-Mails bekommen von völlig entrüsteten Bürgern, die gesagt haben, was fällt Ihnen ein, Florian Silbereisen zu attackieren. Das war gar nicht mein Anliegen. Ich habe gar kein Interesse daran, Florian Silbereisen zu canceln. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ich finde, es kann doch nicht sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in diesem Land, freiwillig, Wehrdienstleistende, Studierende, Auszubildende, dass die über 18 Euro im Monat zahlen müssen dafür, dass irgendeine Bevölkerungsgruppe zum Beispiel Florian Silbereisen guckt. Die können das ruhig machen. Meine E-Mails zeigen ja, die, die ich erhalte, dass es viel Nachfrage nach Florian Silbereisen gibt. Aber das können auch Privatsender ganz gut. Dafür brauchen wir noch keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den brauchen wir für Informationen, für Meinungsaustausch, für Debatte. Wie in diesem Format zum Beispiel, aber nicht für rote Rosen und Co. Wobei viele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das ja einschalten. Und dann nochmal die Frage, Sie haben das Canceln angesprochen. Die jungen Liberalen, die FDP ist gegen das Canceln, gegen die Cancel Culture. Sie sagen, es ist eine Geschmacksfrage. Sie wollen eigentlich keine Verbote bei anderen Themenbereichen. Warum verbieten Sie dann in dem Punkt den Leuten ihre Unterhaltung, die Sie vielleicht nicht kennen oder nicht mögen? Nochmal, ich habe überhaupt kein Interesse daran, Florian Silbereisen zu verbieten. Das lädt mir völlig fern. Ich möchte auch betonen, nachdem ich mich jetzt nicht erhalten habe in letzter Zeit. Sondern es geht ja darum, eine Debatte darüber zu führen, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft aussehen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, glaube ich, wichtig als Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger. Gerade in diesen Zeiten, in Zeiten von Disinformation und Co. Aber ich glaube, dass wir schon auch eine Debatte darüber führen müssen, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn leisten. Und da sage ich, das, wofür er da ist, für zum Beispiel dieses Informationsangebot, aber doch nicht für private Unterhaltungsshows, die private Fernsehsender schon anbieten. Also ich bin mir sicher, Florian Silbereisen, der hat zum Beispiel auch schon Gagen von RTL erhalten. Der ist auch auf dem Privatmarkt ganz gut vermittelbar. Dafür braucht der ÖRR keinen Rundfunkbeitrag einziehen. Den kann man dann deutlich senken, indem man nicht mehr auf Unterhaltung, sondern auf Informationen setzt. Ich sehe schon, das Thema Silbereisen, das halte auf jeden Fall bei Ihnen nochmal nach. Ich hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können. Rote Rosen, Kochshows und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich sogar über die Hälfte der Sendezeit. Ich glaube, da könnte man tatsächlich deutlich kürzen. Bei Phoenix definitiv ist es nicht die Hälfte der Sendezeit. Wir senden ja jetzt die nächsten drei Tage quasi nur vor dem Parteitag hier. Phoenix, gucken Sie. Dann schauen wir noch einmal auf das Thema Digitalisierung. Daher wollen Sie auch die Bundesregierung stärker in die Pflicht nehmen. Gleichzeitig gibt es hier eine Bildungsministerin der FDP, die bei dem Thema auch nicht so richtig aus dem Puschen kommt. Also erst einmal, die Frage hat ja zwei Nuancen. Dann mal zum Thema Digitalpolitik. Wir haben plakatiert Digital First, Bedenken Second. Und das möchte ich jetzt sehen von der Bundesregierung. Da muss die FDP auch noch wahrnehmbarer werden. Wir haben jetzt digitale Kfz-Anmeldungen. Wir haben jetzt im Bereich Digitalisierung nur einzelne Einzelmaßnahmen erreicht. Aber der große digitale Wurf ist das noch nicht. Da erwarte ich mehr. Und zweitens, ich glaube, wir haben ein riesiges Thema vor der Brust. Das ist das Thema Chatkontrolle. In der Europäischen Kommission, die Europäische Kommission möchte das Screening aller privaten Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft zulassen. Ich finde, wir brauchen eine Innenministerin, die ganz klar sagt, das geht nicht. Wir lassen das nicht zu. In Deutschland wird die Privatsphäre weiter geschützt. Das macht Frau Faeser nicht als Innenministerin. Marco Buschmann hat da eine ganz klare Sprache und sagt, mit uns gibt es keine Chatkontrolle. Aber ich finde, das muss eine Aufgabe der ganzen Partei sein. Es muss absolut zentrale Aufgabe der FDP als Bürgerrechtspartei sein, zu sagen, Digitalisierung und Privatsphäre, das muss zusammengehen und zwar ohne Chatkontrolle. Und dafür muss die FDP ganz klar eintreten. Nochmal ein Appell an die eigenen Parteimitglieder von Franziska Brandmann, der Vorsitzenden der Jungliberalen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war hier ein Blick von der Juli-Chefin auf ihre Partei, auf ihre Themen und auf das, was sie bewegt und was die anderen bewegt. Das weiß Janett Klag. Ja, und am Rednerpult steht gerade ein Mitglied der FDP aus dem Landesverband Hamburg, Karl Kost, und der hat zu Beginn seiner Rede gerade schon mal Respekt für die FDP-Bundesminister formuliert. Hören wir mal, wie es weitergeht. Das ist doch das, worauf wir viel eher den Fokus setzen sollten. Zwei Punkte noch zur Parteiorganisation. Wir haben gerade beim Leitbildprojekt uns immer wieder als Mitmachpartei beschrieben. Deswegen die Trennung zwischen Delegierten und Mitgliedern auf diesem Parteitag ohne Mandat, die, dachte ich, hätten wir doch schon überwunden. Deswegen, lieber Christian, lieber Bisan, vielleicht prüft ihr doch noch mal, ob es wirklich diese Mauer zwischen Freien Demokraten noch heute braucht. Der zweite Punkt. Christian, du meintest, es braucht mehr Miteinander statt Gegeneinander. Als Liberale sind wir ja gerade kein uniformer Block. Und nicht alles, was die Bundesregierung macht, gefällt allen Mitgliedern der Freien Demokraten und auch nicht alles, was FDP-Minister machen. Und zugegeben, es ist auch schwierig, Wolfgang Kubicki gleichzeitig mit Gerhard Baum zufriedenzustellen. Und Kritik ist dabei auch anstrengend und auch nervig. Und dann gibt es ja auch noch gleichzeitig die Kritik an der Kritik. Aber wir sind eine Diskurspartei und dieses Spektrum zeichnet uns doch gerade aus. Wir sind ja Full-Flavor-Liberalism. Und dazu gehört halt auch teilweise eine gewisse Schärfe. Und gerade bei den Diskursen, die wir die letzten Jahre in der Gesellschaft geführt haben, die die Gesellschaft spalten, ist doch auch klar, dass das auch in einer Partei kontrovers zugeht. Deswegen, lieber Bundesvorstand, versteht diese Kritik bitte nicht als Angriff auf euch oder ein Gegeneinander, sondern als Element der liberalen Dialektik. Oder, um es etwas einfacher zu auszudrücken, versteht es als Reibung erzeugt Freiheitsenergien. Vielen Dank. Ja, und wenn nicht hier, wo dann, kann man innerhalb einer Partei auch Kritik formulieren auf einem solchen Bundesparteitag. Bitte schön. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, lieber Vorstand, ich möchte jetzt nicht unbedingt etwas zu politischen Themen sagen, weil es geht sich ja hier in der Aussprache auch ein bisschen darum, die Arbeit des Vorstandes zu bewerten und vielleicht Vorschläge zu machen, wie man sich in Zukunft das vorstellt, wie der Vorstand arbeitet. Meiner Meinung nach haben wir in den letzten Jahren viele Beschlüsse getroffen, auf Bundesparteitagen, in den Landesvorständen und so weiter, die jetzt auch meiner Meinung nach gut abgearbeitet werden, seitdem wir in Regierungsverantwortung sind. Was aber gleichzeitig passiert ist, seitdem wir in Regierungsverantwortung sind, ist es, dass ein Minister schwerlich immer für die Politik der FDP dastehen kann. Deswegen mein Vorschlag an den Vorstand verteilt die Aufgaben ein bisschen auch so, dass die Stellvertreter, die Beisitzer mehr in der Öffentlichkeit die Position der FDP darstellen, der Wirtschaftsminister dann gerne die Position der Regierung. Denn ich glaube, es ist schwierig, diesen Hut ständig in einer Moderation umzudrehen. Das funktioniert einfach nicht, weil der Zuhörer dann gar nicht weiß, wer spricht jetzt gerade Regierung oder FDP. Und mein Vorschlag ist, ich habe es auch in den letzten Wochen gesehen, da waren tatsächlich Johannes Vogel öfters auch in der Öffentlichkeit. Und ich habe ihm das schon gesagt, das fand ich gut. Denn ich glaube, er kann sehr gut die FDP-Position darstellen. Und ich glaube, das sollten wir machen, um in Zukunft auch unseren Wählern zu zeigen, ja, wir haben Beschlüsse getroffen, wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen, wir arbeiten daran, aber wir sind halt nicht alleine in dieser Regierung. Und deswegen, ihr macht eine gute Arbeit. Und ich glaube, wenn man das besser erklärt, das kann eine Person nicht, wenn man den Hut ständig dreht, seid ihr auf dem richtigen Weg. Danke für eure Arbeit. Vielen Dank. Bereithalten kann sich bitte Martin Barmann aus Sachsen. Und das Wort gebe ich aber erst mal Thomas Kemmerich. Bitte schön. Thomas Kemmerich ist der Chef der Thüringer FDP. Ja, sehr verehrtes Plenum des Bundesparteitags der Freien Demokraten. Machen, was wichtig ist und bleibt. Auch das Motto sollten wir nicht vergessen. Und zwar sollte das sein, der unermüdliche Einsatz für den deutschen Mittelstand. Und auch aus der Rede von Christian wurde ganz klar, in dem Deutschen Bundestag setzt sich keiner, aber auch nicht eine Partei, für die Belange des Mittelstands ein. Nein, im Gegenteil, auch das müssen wir mit auf der Agenda haben. Wir müssen denjenigen einbremsen, der oftmals Sachen gegen den deutschen Mittelstand unternimmt. Was ist wichtig? Was ist wichtig für den deutschen Mittelstand? Was erwarten die? Erst mal eine vernünftige Versorgung, ein Herankommen an Fachkräfte. Und das ist ja viel schichtiger, als man so denken mag. Und die alleinige Lösung ist auch nicht, sie aus dem Ausland per Zuwanderung zu gewinnen. Mir hat letztens jemand erzählt, der stand am Frankfurter Flughafen, hat noch 90 Minuten auf seinen Koffer gewartet. Er hat gesagt, wir haben keinen mehr in Deutschland, der einen Koffer schleppt. Aber alle beauftragten Stellen für Gleichberechtigung und all diese Dinge, die sind besetzt. Wir müssen die Leute auch an die richtigen Stellen bekommen und nicht an den falschen Stellen weiter beschäftigen. Frau Faeser, unsere Innenministerin und Kandidatin dann für Hessen, haben wir gesehen, ob sie sich um ihren eigentlichen Job kümmert, hat das OZG, Online-Zugangsgesetz, entfrüstet. Es ist ganz wichtig, dass wir in der öffentlichen Verwaltung dafür Sorge tragen, dass sie nicht weiter die Fachkräfte aus dem Mittelstand, aus der Mittelschicht ansaugen, sondern dass wir eher Fachkräfte freisetzen, damit sie in der Mittelstand arbeiten können. Wir müssen jeder Tendenz widersprechen, die die Motivation zur Arbeit senkt. Erstmal müssen wir die Leute motivieren, so lange als möglich zu arbeiten, vielfältig besprochen, Rentenkonzepte, eine möglichst lange Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Aber wir müssen auch allem widersprechen, was eine Demotivation, Arbeitsaufnahme in frühen Jahren herunternimmt. Ich nenne mal das Wort Bürgergeld. Auch hier müssen wir aufpassen, dass es keine Anreize gibt, nicht zu arbeiten, sondern mehr Anreize zu arbeiten. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch weiter daran arbeiten, den Mittelstandsbauch noch und noch abzusenken. Der nächste Feind der Arbeit und des Mittelstands, Hubertus Heil. Neueste Idee, Familienstartzeit. Zehn Tage zusätzlichen Urlaub für jeden, der ein Kind bekommen hat, den Ehepartner. Ganz tolle Idee, kann kaum jemand gegen etwas haben, belastet die Wirtschaft nur mit 1,5 Milliarden Euro. Also auch hier vorsichtig bei all diesen Dingen aus dem Ministerium von Heil. Und nochmals, Herr Habeck als der Erbe von nicht nur Ludwig Erhard, sondern auch von Otto Graf Lambsdorff und von vielen erfolgreichen Wirtschaftsministern der Freien Demokraten, muss hier eingebremst werden. Oftmals war Thema bezahlbare Energie ein großer Anspruch des Mittelstandes. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie können wir weiter die Kernenergie friedlich nutzen, wie können wir die AKWs in die Reserve holen. Christian hat es angesprochen, neue Brennstäbe. Und das bis zur Beendigung der Krise und vor allen Dingen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir verlässlich und sicher Energie für den Mittelstand und für den deutschen Wohlstand haben. Was uns fehlt, ist Anerkennung für den Mittelstand. Das kommt in den Reden oftmals viel zu kurz. Und Christian, herzlichen Dank. Ich glaube, das ist auch ein großes Anliegen der Mittelständler. Die Schuldenbremse muss stehen, denn das ist das Geld, was wir heute nicht haben, was die nächsten Generationen zurückzuzahlen hätten. Und da hast du uns an unserer Seite, dass er kein Euro unnützt weiter die Staatskassen verlässt. Herzlichen Dank. Thomas Kemmerich, FDP-Chef in Thüringen, ist bundesweit ja vor allem als Kurzzeitministerpräsident im Frühjahr 2020 bekannt geworden. Der Liberale war damals im dritten Wahlgang in Thüringen mit Stimmen der AfD gewählt worden. 28 Tage war er Ministerpräsident. Er hat gerade angekündigt im März, dass er auch für 2024 für die Landtagswahl in Thüringen wieder Spitzenkandidat für die FDP werden möchte. ... Plätze zu begeben und andernfalls Gespräche außerhalb der Bühne einzustellen. Das wäre wirklich sehr schön. Und dann Martin Barmann als nächster Redner. Bitte schön. Martin Barmann kommt aus dem Landesverband Sachsen. Ja, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich habe jetzt hier während der ganzen Reden so ein bisschen aufgepasst und sehr, sehr viel positive Rückmeldungen gehört und nur ganz wenig Kritik. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, vor Ihnen steht jetzt ein bisschen frustriertes Ostbasismitglied, der sich das jetzt angehört hat und so gemerkt hat, dass er doch nicht mit den ganzen wohlmeinenden Worten so übereinstimmen kann, ganz persönlich und privat. Wenn wir da wirklich so gut wären, wie wir jetzt immer gehört haben, dann müssten wir eigentlich 20 Prozent haben und in jedem Landtag drinsitzen und dort immer und überall die bestimmenden Positionen haben. Das haben wir leider noch nicht. Daran sollten wir arbeiten. Da bin ich absolut dafür. Aber dafür müssen wir eben auch die Politik machen. Und wenn ich bei mir vor Ort, ich bin Stadtrat, Kreisrat, ich führe da zwei Fraktionen, wenn ich dort mit den Handwerkern rede, wenn ich mit den Mittelständlern rede, wenn ich mit den Reden, die dort unterwegs sind, bei denen kommen all diese guten wohlmeinenden Worte einfach nicht an. Die nehmen das nicht wahr, weil sie eine andere Politik sehen, die in Berlin gemacht wird. Dinge, die sie nicht verstehen. Ich wäre sehr dankbar, wenn es deutlich besser kommuniziert wäre. Ich habe in der Vergangenheit, in den letzten Wochen gesehen, es ist deutlich besser geworden. Das möchte ich auch hervorheben. Dafür bin ich dankbar. Aber ich habe es langsam satt, mir immer wieder anhören zu müssen, was für Idioten wir denn sind. Und das sind nicht irgendwelche grünen Wähler. Für mich persönlich sind die Grünen eigentlich nur der parlamentarische Arm derer, die sich da auf der Straße festkleben. Nichts anderes, meine Damen und Herren. Sondern mit diesen Grünen arbeiten wir im Bundestag. Das finde ich persönlich nicht in Ordnung. Aber das ist nun mal jetzt so. Ich bin persönlich auch der Meinung, das sollte nicht so bleiben. Sei es drum. Ich möchte jetzt eine Bitte äußern. Eine Bitte und eine Einladung aussprechen. Lieber Christian Lindner, ich wäre dankbar, wenn Sie mal zu uns nach Meißen kommen würden, zu den Handwerkern, zum Mittelstand. Ja, aber in die Mittelstadt. Ich weiß, ich habe das auch verfolgt. Aber zu einem Handwerkerstammtisch von Einpersonenbetrieben, zu den Mittelständlern vor Ort, die ganz andere Probleme haben, die Angst haben, mit den Diskussionen, die gerade geführt werden um die Wärmepumpe, dass sie ihr hart erspartes Eigenheim verlieren könnten. Das ist eine reale Angst von Handwerkern und Mittelständlern im Osten. Diese Angst müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern nehmen im Rahmen unserer Arbeit. Und deswegen meine ausdrückliche Einladung, kommen Sie in die 30.000 Einwohner Stadt Meißen. Ich wäre da sehr dankbar. Wir sind da auch offen. Unsere Parteimitglieder vor Ort würden sich da auch freuen. Ohne Tamtam. Einfach mal zu einem Bier am Stammtisch. Ganz unkompliziert. Bitte. Dann, Sie haben es gehört, er kommt zu uns nach Meißen. Vielen Dank. Dann bin ich sehr dankbar, dass Sie die Einladung annehmen und freue mich auf den Termin. Danke sehr. Ja, das war das wohl auch, was Martin Barmann aus dem Landesverband Sachsen erreichen wollte. Und weil wir gerade Christian Lindner so schön im Bild gesehen haben, mit der Zusage nach Sachsen zu fahren oder erneut nach Sachsen zu fahren. Ein kleiner zeitlicher Hinweis. Der Parteitag wollte ja eigentlich, so hat es die Regie, die Parteitagsregie der FDP vorgesehen, gegen 16 Uhr in die Wahlgänge einsteigen für das Präsidium. Christian Lindner stellt sich ja zur Wiederwahl unter anderem. Das Ganze hat sich etwas verschoben. Und wir erwarten jetzt, so sind jetzt im Moment die zeitlichen Hinweise, die Wahlgänge wahrscheinlich erst so gegen 17 Uhr, vielleicht 17.15 Uhr. Geht weiter in der Aussprache mit dem nächsten Redner. Das wird Michael Kauch sein für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und Herren, mein Vorredner hat ja gerade deutlich gemacht, wo es vielleicht schwierig ist in dieser Koalition. Ich sage aber auch, ich bin sehr froh, dass wir regieren. Ich bin froh als Selbstständiger, dass wir einen Finanzminister haben, der Steuererhöhungen verhindert hat bisher. Ich bin froh als Selbstständiger, dass wir eine Regierung haben, wo wirtschaftliche Vernunft eine Stimme hat mit der FDP. Und ich bin froh als Bundesvorsitzender von Diesel, dass diese Koalition eine Fortschrittskoalition ist. Und meine Damen und Herren, ich habe es ja erlebt, als wir mit der CDU-CSU regiert haben. Das war auch nicht immer leicht. Und gerade im Bereich der Gesellschaftspolitik war es ein Betonkoalitionspartner, so wie wir ihn jetzt vielleicht in anderen Bereichen haben. Aber das ist gerade die Herausforderung. Und stellen wir deshalb als Liberale doch mal in den Mittelpunkt, was wir erreichen in dieser Koalition. In der Queerpolitik beispielsweise haben wir erreicht, dass die Strafbarkeit homo- und transfeindlicher Gewalt verschärft wird. Das ist ein Projekt, das Marco Buschmann durchgesetzt hat. Sehen wir, dass wir einen nationalen Aktionsplan durchgesetzt haben, der gerade diese Gewalt mit Prävention verhindern soll. All das wäre mit der CDU-CSU genauso wenig möglich gewesen, wie die Abschaffung des Blutspendeverbotes, eine Regierungskommission für Leihmutterschaft und Eizellspende oder auch Änderungen in der Flüchtlingspolitik. Früher hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegen die europäische Rechtslage von irakischen Flüchtlingen verlangt. Sie können sich zu Hause ja verstecken, damit sie nicht ins Gefängnis kommen. Damit haben wir aufgeräumt und zwar gegen den Widerstand der Bundesinnenministerin. Das ist auch ein Erfolg der FDP-Bundestagsfraktion. Ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wir werden oft gefragt, wo bleiben denn die Projekte im Bereich der transsexuellen Politik, wo bleiben die Vorlagen im Bereich des Abstammungsrechts und des Familienrechts. Und da wird immer von grüner Seite gesagt, wir als Grüne, wir wollen ja. Und der böse Justizminister von der FDP, der verhindert das. Meine Damen und Herren, zum Thema Selbstbestimmungsgesetz die klare Feststellung. Es gibt eine Einigung zwischen dem Justiz und der Familienministerin von den Grünen. Und es wird bisher nur von der grünen Bundestagsfraktion hintertrieben, dass dieser Gesetzentwurf endlich vorgelegt wird. Dieses Spiel, die FDP ist für die Verzögerung schuld und auf der anderen Seite die Grünen für die Erfolge. Das lassen wir Ihnen nicht mehr durchgehen. Das sind FDP-Projekte, die sehr erfolgreich in den Deutschen Bundestag gekommen sind. Vielen Dank. Ja, darauf weist Michael Kauch hierhin. Und er ist, Sie ahnen es, der Bundesvorsitzende der liberalen Schwulen und Lesben, Herr Liesel hat er es ja selbst abgekürzt. Herr Liesel, der sich bitte bereithalten möchte. Bitte schön. Carsten Klein ist es aus Bayern, Mitglied im Bundestag. Parteifreundinnen und Parteifreunde, dass wir ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse im Koalitionsvertrag haben, dass die Ergebnisse dieser Koalition in Berlin klar das Einhalten der Schuldenbremse beinhalten, dass wir 2023 die Schuldenbremse einhalten, dass die enormen Gefahren der Inflation einen prominenten Platz in der Finanz- und Wirtschaftspolitischen Debatte in Berlin haben. Dass daraus aber auch gefolgert wird, dass wir eine Ausgabendisziplin brauchen und nicht ein weiteres Ausgreifen des Staates. Dass wir uns darüber bewusst sind, in der Koalition, dass die enorm gestiegenen Zinsausgaben von 4 auf 40 Milliarden Euro ein Problem sind und nicht zu einer höheren Verschuldung führen dürfen oder dadurch gelöst werden dürfen. Dass wir als erstes Mal in den letzten Jahren als Deutschland einen Impuls gesetzt haben bei der Diskussion und die europäischen Finanzen nicht zugeschaut haben, wie zu Zeiten der Großen Koalition. Oder dass wir klar festgelegt haben, dass die Sondervermögen eine Bindung nicht nur eingehen bei Beschluss für bestimmte Aufgaben, Bundeswehr, Klima und auch den Bereich für die Wirtschaftsstabilisierung im Bereich der Energiekosten. Das alles ist nur geschehen, ist nur Ausfluss, weil wir Freien Demokraten dieses Mal dem Bundesfinanzminister stellen und mit ihm gemeinsam mit den Finanz- und Haushaltspolitikern der Bundestagsfraktion dafür Sorge tragen. Und deshalb will ich schon fragen, bei allen berechtigten Debatten, die wir immer führen müssen, bei den Schwierigkeiten in dieser Koalition, allein schon, dass Deutschland nach wie vor finanzpolitisch auf dem richtigen Kurs ist, das ist es wert, auch Teil dieser Bundesregierung zu sein. Und das ist für mich und meine Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion und im Bereich von Haushalts und Finanzen auch der Ansporn, weiterhin für gute Ergebnisse zu kämpfen. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir sollten uns nicht ausmalen, in welcher Situation wir in dieser enormen Krise wären, in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir Freien Demokraten nicht bereit gewesen wären, in einer Situation, wo die Union sich der Regierung verweigert hat, Verantwortung zu übernehmen und diese Verantwortung auch jede Woche im Deutschen Bundestag und im Kabinett zu füllen. Deshalb, liebe Freunde, ich glaube, wir tun gut daran, dass wir gemeinsam jetzt für Bremen kämpfen, dass wir gemeinsam dann für die Freunde in Hessen und natürlich für uns auch in Bayern kämpfen, denn wir werden nur gemeinsam erfolgreich sein. Debatten, die uns auseinander treiben, helfen nicht, deshalb lasst uns gemeinsam stark an diesen Erfolgen kämpfen, an den Erfolgen im Bund und an den Erfolgen in den Ländern. Vielen Dank. Ich möchte mal auf den Hinweis nochmal verweisen, der hier gerade eingeblendet wurde. Da stand bitte Ruhe und es wäre wirklich schön, wenn es etwas ruhiger wäre, weil man akustisch ganz hinten wenig versteht und das auch den Rednerinnen und Rednern gegenüber sehr freundlich wäre, wenn man leise wäre. Vielen Dank und bitteschön. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, die Menschen in Deutschland machen sich zurzeit viele Sorgen, auch berechtigt. Da ist zu einem der Krieg in der Ukraine, da ist zum anderen China, da ist zum anderen das Verhältnis zu den USA im Vergleich zur Europäischen Union und nicht zuletzt ist das Problem oder die Sorgen, die da sind, die Frage, wie wird zukünftig in Deutschland geheizt, welche Heizung darf ich mir noch persönlich einbauen. Und ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen in Deutschland für Veränderungen bereit sind. Sie tragen sie mit, wenn sie nicht dabei überfordert oder genötigt werden. Ich sehe aber bei dem geplanten Gesetz der Bundesregierung, dass dies genau der Fall ist. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich eine Wärmepumpe einbaut oder andere Techniken nutzt, neue Techniken nutzt, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe was dagegen, dass man es den Menschen so scharf vorschreibt und sagt, ab nächstem Jahr muss das so sein. Denn es gibt ja ganz verschiedene Gebiete in Deutschland, verschiedene Situationen von Hausbesitzern, von Mietern. Und ich denke, hier sollte die FDP nochmal gründlich nachdenken in der Diskussion, so wie dieses Gesetz geplant ist, bin ich der Meinung, kann man das als Freier Demokrat nicht durchgehen lassen. Man kann diesem Gesetz so nicht zustimmen. Das heißt nicht, dass ich gegen den Klimaschutz bin oder die FDP dagegen ist. Und ein noch Wort zu dem Springer-Chef, Herrn Döpfner. Der hatte ja festgestellt, dass es im Osten nur irgendwie Faschisten oder Kommunisten gibt, hat sich dafür auch entschuldigt. Das ist auch in Ordnung. Aber ich möchte schon feststellen, ich selber bin 1990 in die jungen Liberalen eingetreten, und habe die damals in Erfurt selbst mitgegründet, da bin ich heute noch sehr stolz drauf und bin 1991 in die FDP eingetreten. Das heißt, Sie sehen, es gibt also auch in Thüringen noch Liberale. Und zum anderen ist das auch geschichtsvergessen. Denn wenn man sagt, es gibt nur Kommunisten oder Faschisten, dann muss man auch klar sagen oder wissen, dass eben auch Kommunisten in faschistischen Konzentrationslagerinnen umgebracht worden sind. Und ich bin als junger Mensch in eine Oberschule gegangen, die hieß Ernst Thielmann. Und Ernst Thielmann ist eine auch durchaus umstrittene Persönlichkeit oder Person. Aber bekanntlich ist dieser Mann, Ernst Thielmann, im Konzentrationslager Buchenwald ermordet worden. Er wurde hinterrücks erschossen von den Faschisten. Das sollte man dabei auch nicht vergessen. Und ich finde ganz einfach solche Vergleiche, so viele Jahre nach der deutschen Einheit, einfach unsäglich. Und es ist gut, dass der Herr Döpfner sich entschuldigt hat. Ich hoffe nicht, dass es noch so viele Herr Döpfners in Deutschland gibt. Schönen Dank. Herzlichen Dank. Das war ein Redebeitrag eines Mitgliedes. Genau dafür haben wir vorhin die Möglichkeit geschaffen, laut Geschäftsordnung. Und ich sehe einen GO-Antrag an Saalmikro 2 von Tobias Bauschke. Bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebes Präsidium. Ich, trotz dieser spannenden Aussprache, die wir gerade haben, glaube ich, haben wir eine volle Tagesordnung. Und deswegen beantrage ich Schluss der Aussprache und dass wir vorankommen heute. Wir haben noch viel zu tun. Vielen Dank. Es ist gestellt, der GO-Antrag auf Schluss der Aussprache gibt es hierzu Gegenrede. Dr. Rentschler, bitteschön, nicht nur formal. Hallo, liebe Freunde. Ich möchte dem wieder widersprechen. Ich habe zwar schon geredet, mir können es egal sein, aber die Aussprache ist durchaus interessant. Die Rednerliste ist geschlossen. Die Redezeit ist auf drei Minuten begrenzt. Und am Anfang hatten wir auch keine überlangen Reden, sozusagen von Senioren oder sowas, wie man es manchmal hat. Also ich finde, wir können es von uns abarbeiten. Okay, wir haben Rede und Gegenrede gehört für den GO-Antrag auf Abbruch der Aussprache. Ich würde den GO-Antrag jetzt abstimmen lassen. Wer für Ende der Aussprache ist, bitte jetzt das Zeichen mit der Stimmkarte. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann sind wir uns ja vorne im Präsidium einig, dass das Erste die Mehrheit war und die Aussprache hiermit beendet ist. So, so kann es auch gehen hier auf dem Bundesparteitag. Sie haben es mitbekommen. Die 14 Rednerinnen und Redner, die jetzt noch draufstanden, die haben jetzt das Nachsehen zugunsten des Zeitplans. Und wir können jetzt über die Entlastung auch abstimmen, ebenfalls mit der Stimmkarte. Wer für die Entlastung des Bundesvorstandes ist, Zeichen mit der Stimmkarte bitte jetzt. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist der Bundesvorstand hiermit entlastet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Europäischen Parlamentes, die nicht mehr wieder als stellvertretende Parteivorsitzende antritt. Und wir warten jetzt, ob es auch noch eine Ehrung gibt. Okay, es geht jetzt weiter. Wir werden gleich den Parteitag unterbrechen. Vorher werde ich noch die Räume für die Delegiertenbesprechungen durchsagen. Bitte einen Moment der Aufmerksamkeit nach Landesverwenden. So, also das war so nicht so richtig zu erwarten, ein kleiner Abschiedsfilm für Nicola Beer. Christian Lindner hatte sie in seiner Rede ja quasi eigentlich auch schon verabschiedet. Und sie wird ja im nächsten Jahr dann mutmaßlich Vizepräsidentin im Präsidium der Europäischen Investitionsbank. Und das war sozusagen jetzt die Hinleitung zur Pause der Parteitag. Er nimmt sich jetzt ein bisschen Zeit, macht eine kleine Pause für Delegiertenbesprechungen. Das ist natürlich wichtig für die Landesverbände, bevor es dann in die Wahlen geht. Aber bleiben Sie hier natürlich bei uns. Sie werden nichts verpassen. Alle neuen Präsidiumsmitglieder, die gewählt werden müssen, werden heute gewählt. Zunächst Christian Lindner. Apropos Christian Lindner, diese Zeit, die es jetzt hier zu überbrücken gilt, wollen wir Ihnen natürlich nochmal die Rede des Parteivorsitzenden zeigen. Heute um die Mittagszeit, rund 90 Minuten hat er sich Zeit genommen. Und wir zeigen Ihnen Ausschnitte daraus. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, im vergangenen Jahr habe ich nach den Pandemiejahren hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass man im demokratischen Leben zusammenkommt, dass man von Angesicht zu Angesicht Argumente austauscht und dass man auch abseits der Tagesordnung miteinander Gespräche führt. Leider traf das alles auf mich letztes Jahr nicht zu. Ich habe den Parteitag im vergangenen Jahr so genau und so präzise verfolgt, wie kaum jemals eine Parteiveranstaltung zuvor. Jedes Detail der Antragsberatung habe ich genau verfolgt, weil mir ja auch nichts anderes übrig blieb, denn ich durfte mein Hotelzimmer in Washington während der Corona-Isolation nicht verlassen. Ich verspreche, dieses Jahr bleibe ich freiwillig und mit besonderer Freude bei diesem Parteitag auf der Bühne. Immerhin konnte ich ja mit Erleichterung feststellen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, denn in der vergangenen Woche war ich wiederum in Washington bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds. Aber ich habe es geschafft, nach Berlin zu kommen und deshalb nach jetzt vier Jahren auch für mich wieder einen Bundesparteitag in Präsenz. Und ich kann nur sagen, es ist schön, mit Ihnen und Euch hier in der Station zusammenzukommen. Das will ich mir nicht nehmen lassen. Liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem Blick von außen, den ich nicht nur im vergangenen Jahr reichlich hatte, sondern auch sonst, dienstlich begründet ja öfter, damit verbunden ist eine gewisse beobachtende Distanz zu unserem Land. Der Blick von außen ist ja manchmal hilfreich, um Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Manche unserer innenpolitischen Debatten, das ist das, was ich wahrnehme, werden anderswo auf der Welt gar nicht verstanden. Und manche unserer Leistungen, die werden im Ausland stärker gewürdigt als bei uns. Beispielsweise, wie es gelungen ist, in einer Phase der Energieknappheit im vergangenen Jahr und bis in unsere aktuelle Zeit dennoch die Funktionsfähigkeit von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Übrigens auch die Verantwortung, übrigens auch die Verantwortung, die wir international wahrnehmen, wird im Ausland stärker gewürdigt als bei uns selbst. Vielleicht ist es so, wie Wilhelm Vogt, jener Hauptmann von Köpenick gesagt hat, das glaubste ja nicht, wie schön Deutschland ist, wenn man weit weg ist und immer nur dran denkt. Bei aller berechtigten Kritik nämlich, liebe Freundinnen und Freunde, bei aller berechtigten Kritik und bei allem Wunsch, den wir ja teilen, es besser machen zu wollen. Wir leben in einem wahnsinnig tollen Land mit großartigen Menschen, die jeden Tag im Großen und im Kleinen ihren Beitrag für unser gutes Zusammenleben leisten. Darauf dürfen wir stolz sein, und das dürfen wir auch nicht vergessen. Völlig klar ist, wir wollen weiter, hier auf unserem Bundesparteitag, aber auch in unserer Regierungsverantwortung, im Bund, in den Ländern, in Parlamenten, in der Kommunalpolitik. Da wollen wir dafür sorgen, dass Deutschland immer stärker und immer freier und immer moderner wird. Dass die Zukunft besser wird, als die Gegenwart ist und die Vergangenheit war, das ist unsere Grundüberzeugung. Zukunft ist nichts, wovor wir uns fürchten müssen, sondern im Gegenteil, wovon wir als freie Demokraten uns etwas erwarten. Im vergangenen Jahr, liebe Freundinnen und Freunde, wie auch jetzt in der vergangenen Woche, habe ich in Washington und bei anderen Gelegenheiten gesprochen über internationale Fragen. Und insbesondere haben wir gemeinsam bewertet die Situation vor dem Hintergrund des schrecklichen Angriffs Russlands auf die Ukraine. Das haben viele von uns, auch ich selbst, haben das zuvor, vor dem Februar des vergangenen Jahres nicht für möglich gehalten, dass es in Europa noch einmal einen Angriffskrieg eines Staates auf einen anderen geben könnte. Und dennoch ist das eine schreckliche Realität, mit der wir seit über einem Jahr umgehen müssen. Wir haben seitdem wesentliche, auch weitgehende Maßnahmen eingeleitet, die an Gültigkeit nichts verloren haben. Zum einen die Isolation des Aggressors Russlands, das politisch, das rechtlich und wirtschaftlich vollständig isoliert werden muss, weil es kein Business as usual mit denen geben kann, die das Völkerrecht brechen. Und genauso bleibt auch nach über einem Jahr gültig, dass wir der Ukraine Solidarität schulden. Sie kämpft eben nicht nur für sich, heldenhaft, sondern die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für all das, was uns heilig ist, das Recht auf Selbstbestimmung, in Frieden und Freiheit. Kein Staat darf unter dem Machtdiktat eines anderen stehen. Deshalb verdient die Ukraine Solidarität nicht nur aus Mitmenschlichkeit, sondern auch in unserem wohlverstandenen eigenen Interesse. Die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite bleiben. Und all jenen, will ich sagen, die Putins Aggressionen verharmlosen, irgendwie erklären wollen, die Waffenlieferungen und sonstige Hilfen für die Ukraine ablehnen, Ich will Ihnen sagen, wer in dieser Phase der Geschichte nicht an der Seite der Ukraine steht, der steht auf der falschen Seite der Geschichte. Deutschland, die Bundesregierung tut ihr Möglichstes, um die Ukraine in ihrer Durchhaltefähigkeit zu stärken. Dazu gehört die zivile Zusammenarbeit, die finanzielle Unterstützung, aber auch die Ausrüstung mit militärischen Gütern und die Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten. Wir handeln abgestimmt mit unseren Partnern, entschlossen in der Haltung. Und auch in einer solchen Situation muss man mit verantwortungsethischen Abwägungen, mit kühlem Kopf die eigenen Entscheidungen formen. Das Ziel aber, unsere innere Einstellung, ist klar und muss klar bleiben. Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem Krieg dauerhaft größer bleibt, als die Bösartigkeit, die von Putin ausgeht. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind im Jahr 2023. Vor 75 Jahren wurde diese stolze, freie, demokratische Partei begründet. In diesem Jahr ist das Gründungsjubiläum, das 75. Gründungsjubiläum unserer Partei. In der Gründungsproklamation in Hessen, seinerzeit verabschiedet, da wurde notiert, Freiheit sei für uns Richtschnur für alle Entscheidungen. Auch 75 Jahre nach unserer Gründung hat sich an dieser Richtschnur und ihrer Bedeutung nichts verändert. In unserem Land wird gelegentlich ja der Wert der Freiheit gering geschätzt, weil sie als eine Selbstverständlichkeit betrachtet wird. Die Corona-Pandemie dagegen und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen haben jeder und jedem gezeigt, dass Freiheit alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Das mag heute wie Vergangenheit erscheinen, aber trotzdem war es eine Charakterfrage, die politische Entscheidungsträger und auch Parteien haben bestehen müssen, oder nicht. Ich erinnere mich noch an das sogenannte Team Vorsicht, die in Wahrheit ein Team Vorschrift waren. Der große Baumumarmer Markus Söder hat es anderen selbst draußen untersagt, Bäume zu umarmen, weil er präventiv in Bürgerrechte eingegriffen hat. Es zählte nicht das Vertrauen auf den Einzelnen und seine Möglichkeit, Verantwortung für das eigene Leben und die Gesundheit zu übernehmen, sondern zum Teil harte, bisweilen auch an die Grenze und über die Grenze der Verhältnismäßigkeit hinausgehende Maßnahmen wurden, in unserem Land beschlossen. Es ist das Verdienst insbesondere unseres liberalen Justizministers Marco Buschmann, dass wir danach eine andere, liberalere Pandemie-Politik eingeleitet haben. Und das war alles andere als unumstritten. Ich erinnere mich doch noch an den Jahreswechsel 2021, als wir klargemacht haben, Schulschließungen und andere pauschale Schließungen, Ausgangssperren wird es mit uns nicht mehr geben. Was sind da für Szenarien auch öffentlich bemüht worden? Da gab es Twitter-Trends Buschmanns-Tote. Es war ja alles andere als unumstritten, diese Veränderung hin zu einer liberaleren Pandemie-Politik umzusetzen. Und am Ende haben uns die Ergebnisse recht gegeben. Oder anders gesagt, die Bürgerinnen und Bürger haben uns recht gegeben, denn sie sind verantwortungsbewusst mit ihren Freiheiten umgegangen. Und aus diesem Grund will ich 75 Jahre nach Gründung einer Freien Demokratischen Partei in Deutschland erneut feststellen, es sind nicht die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Freiheit begründen müssen. Es ist immer der Staat begründen muss, wenn er in die Freiheit der Menschen eingreift. Liebe Freundinnen und Freunde, Freiheit als Richtschnur, das gilt nicht nur für unsere eigene Gesellschaft. Das ist unser Anspruch, auch international. Die Volksrepublik China ist inzwischen ein systemischer Rivale, mit einem auch globalen Dominanzanspruch. Wir treiben Handel mit China. Und China ist ein wichtiges Gegenüber im Welthandel, von einer kaum zu überschätzenden Bedeutung auch für die deutsche Wirtschaft. Wir müssen realistisch sein, das wird nicht über Nacht zu verändern sein. Vielleicht sollte es über Nacht auch gar nicht verändert werden, sondern vielleicht sollten eher andere Weltregionen schrittweise an Bedeutung gewinnen, sodass man sich nicht einseitig aus China und aus den Handelsbeziehungen zurückziehen muss. Es bleibt also ein wichtiger Partner in wirtschaftlichen Fragen, diese Volksrepublik China. Aber bei jeder Gelegenheit sprechen wir als Liberale und muss Deutschland insgesamt die Frage von Menschenrechten und Völkerrecht thematisieren. Die Samtfötigkeit, die es teilweise in der Vergangenheit auch von Deutschland aus gab, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gegenüber China, sie war ein Fehler. Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass wir uns für gute Geschäfte unsere liberalen Werte abkaufen lassen. Jetzt kann man von der FDP nicht sagen, dass uns wirtschaftliche Entwicklungschancen unwichtig wären. Im Gegenteil. Wir wollen ja, dass wir über weltweiten Handel auch hierzulande unseren Wohlstand stärken. Aber auch wir machen selbst deutlich, wo für uns die Prioritäten liegen. Es war Bettina Stark-Watzinger, die nach 25 Jahren das erste Mitglied eines Bundeskabinetts war, das Taiwan besucht hat. Denn für uns ist Freiheit unteilbar. Die Unteilbarkeit der Freiheit ist für uns Orientierung in unserer Gesellschaftspolitik. Marco Buschmann setzt dort fort. Ich nenne nur beispielhaft das Namensrecht. Aber andere wichtige Vorhaben. Von konservativer Seite wird ja mitunter beklagt, dass eine liberale Gesellschaftspolitik, dass unsere modernen, progressiven Gesellschaften, gesellschaftlichen Zusammenhalt einbüßen könnten. Dass traditionelle Werte wie Nationen, die dörfliche Gemeinschaft und die Familie relativiert werden würden dadurch, dass Menschen Emanzipation leben und Selbstbestimmung. Ja, richtig ist, für uns als Liberale ist es wichtig, Zusammenhalt zu stiften. Aber keiner, der sich allein aus Tradition ergibt, sondern aus freier Selbstbestimmung. Wir zerstören also nicht traditionellen Zusammenhalt, sondern im Gegenteil, wir ermöglichen neuen, wenn zum Beispiel mit der Verantwortungsgemeinschaft eine neue Institution geschaffen wird, wo Menschen in freier Selbstbestimmung füreinander Verantwortung übernehmen können. Das ist unsere gesellschaftspolitische Vision. Das ist unsere gesellschaftspolitische Vision. Und wir grenzen uns ab von jenen von links, die gewissermaßen Verhaltensanweisungen geben wollen, aber auch gegenüber jenen von rechts, wie Markus Söder, der giftet gegen Vogue-Wahnsinn. Wir urteilen nicht, liebe Freundinnen und Freunde, über Lebensstile. Für uns gilt nicht als fortschrittlich, wer in Berlin-Mitte mit Lastenfahrrad lebt, aber eben auch nicht als rückständig, wer den Lebensstil der Mehrheitsgesellschaft prägt. Das Leben mit Verbrennungsmotor im Thüringer Wald ist nicht besser oder schlechter als das Leben mit Lastenrad im Prenzlauer Berg. Es sind schlicht freie Lebensentscheidungen, die beiderseits Respekt verdienen. Das friedliche und freie Zusammenleben in unserer Gesellschaft wird bedroht. Von wirklichen Gegnern dieser Gesellschaft und dieses Staates, wie etwa den Reichsbürgern, die sich sogar Zugang zu Waffen verschafft haben und Umsturzfantasien geprägt haben. Klar ist, das Gewaltmonopol liegt beim demokratischen Rechtsstaat. Aber auch jenseits dieser extremistischen Bedrohungen wird unser gesellschaftlicher Konsens infrage gestellt. Man sieht es ja dieser Tage auch bei mancher Beschränkung unserer Bewegungsfreiheit. Ich sehe mit Sorge eine gewisse Sympathie in der öffentlichen Diskussion für die sogenannten Klimakleber. Da wird dann gesagt, nun ja, also, das seien Belastungen im Alltag und Einschränkungen der Mobilität. Aber die Motive, die seien ja edel. Was sollten denn auch Menschen tun, die den Eindruck hätten, es würde zu wenig in der Klimapolitik getan? Was sollen sie denn anderes tun, als Autobahnen blockieren? Ich habe eine Antwort darauf. Wer eine andere Politik will, der kann in die Politik gehen, eine Partei gründen und Mehrheiten für seine Positionen erwerben. Gewalt jedenfalls. Und kein noch so edles und nachvollziehbares Motiv kann darüber hinwegtäuschen, dass das Blockieren von Autobahnen, Straßen oder andere Maßnahmen nichts anderes ist als physische Gewalt. Und physische Gewalt darf niemals eine mitteldemokratische Auseinandersetzung sein. Zumal die konkreten Forderungen nun wirklich außerordentlich bescheiden sind. Neun Euro Ticket und Tempolimit. Volker Wissing als Verkehrsminister – ich komme später an anderer Stelle noch mal darauf zurück – mit seinem Einsatz beispielsweise für die Modernisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, mit dem Deutschland-Ticket, endlich einem digitalen Nahverkehrstarif, der das Leben leichter macht und den ganzen Bürokratismus im Bereich des Nahverkehrs reduziert. Volker Wissing macht konkret mehr für den Klimaschutz als die Forderungen der letzten Generation und der Klimakleber. Liebe Freundinnen und Freunde, Tempolimit und neun Euro Ticket, das sind ganz kleine Ideen. – das sind ganz kleine Ideen und dafür den großen Ärger. Kleine Ideen großer Ärger umgekehrt wäre besser. Große Ideen kleiner Ärger. Darüber könnte man sprechen. In diesen Tagen, liebe Freundinnen und Freunde, beschäftigen wir uns alle sehr viel mit Zahlen. Ich zumal gibt da diesen berühmten deutschen Schlager – ach, das bisschen Haushalt. Das hat noch nie gestimmt. Aber ich darf sagen, mit Blick auf die öffentlichen Budgets stimmt es mindestens auch nicht. Die Zahlen zeigen ganz nüchtern, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in Deutschland ein Ungleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das zeigt sich ganz konkret in unseren öffentlichen Haushalten. In diesem Jahr werde ich als Finanzminister im Bundeshaushalt allein 40 Milliarden Euro an Kapitaldienst, also an Zins für Schulden der Vergangenheit aufwenden. Im Jahr 2021 waren es 4 Milliarden Euro. 36 Milliarden Euro mehr also an Last innerhalb weniger Monate. 36 Milliarden Euro, die nicht zur Verfügung stehen, um investiert zu werden in Bildung oder Digitalisierung, die Modernisierung der Infrastruktur, den Ausbau sozialer Sicherung oder die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. 36 Milliarden Euro mehr als 2021 einfach nur, um Verpflichtungen gegenüber der Vergangenheit zu bedienen. Aus diesem Grund, liebe Freundinnen und Freunde, ist das Festhalten an der Schuldenbremse nicht irgendein Fetisch. Es ist noch nicht einmal nur ein Befehl der Verfassung. Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften. Mitnichten hat diese Haushaltssituation im Übrigen etwas zu tun mit den aktuellen Krisen. Selbstverständlich ist der Schuldenstand Deutschlands durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie gestiegen. Und ja, auch jetzt die Strom- und Gaspreisbremse etwa haben die Verschuldung unseres Staates erhöht. Aber viel entscheidender ist etwas anderes. Wir haben im nächsten Jahr zum ersten Mal voraussichtlich mehr als eine Billion Euro Steuereinnahmen. Auch der Bundeshaushalt wird über Rekordeinnahmen verfügen. Aber dennoch reicht das Geld, das die Bürgerinnen und Bürger der Politik zur Verfügung stellen, das reicht nicht aus, um bestehende, um gesetzliche Verpflichtungen zu finanzieren. In der Vergangenheit nämlich, während der vergangenen gut zehn Jahre, wurden nämlich immer neue Leistungen von der Politik beschlossen, namentlich von der Großen Koalition. Ich nenne als ein Beispiel von vielen möglichen den Beschluss, eine Rente mit 63 einzuführen, die natürlich eine Auswirkung auf den Bundeszuschuss in die Rentenkasse hat. Über ein Jahrzehnt, übrigens unter Führung der CDU, wurde der künstlich niedrige Zins, den wir hatten, die Negativzinsen, die wir hatten, die Situation, dass der Staat am Schuldenmachen noch verdient hat, das wurde nicht genutzt, um wirklich das Fundament unserer öffentlichen Finanzen zu erneuern, sondern es wurden immer neue Leistungen geschaffen, die nicht nachhaltig finanziert sind. Jetzt kommt der Bumerang der unsoliden CDU-Finanzpolitik zurück. Und deshalb müssen wir jetzt lernen. Liebe Freundinnen und Freunde, deshalb müssen wir jetzt neu lernen, die Politik muss neu lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihr zur Verfügung stellen. Das ist ein Gebot auch der Bekämpfung der Inflation. Ich hatte mehrfach darauf hingewiesen, ich war vergangene Woche beim Internationalen Währungsfonds und dessen Expertinnen und Experten geben uns den dringenden Rat, allen Volkswirtschaften reduziert die hohen Ausgaben, denn hohe Ausgaben auf Pump treiben die Inflation. Die Notenbanken ziehen die Geldpolitik an, die Zinsen steigen, auch mit negativen Effekten. Wenn dann auf der anderen Seite aber die Staaten auf Pump weiter Ausgaben beschließen, dann konterkarieren sich Geld und staatliche Finanzpolitik, dann wird die Inflation nicht bekämpft. Sie ist ohnehin ein zähes Biest, diese Inflation. Oberste Priorität muss haben, die Preisstabilität wiederherzustellen. Oberste Priorität muss haben, die Inflation zu überwinden. Denn sie ist ein Verarmungsprogramm für die breite Mitte der Gesellschaft. Sie hindert die Wirtschaft an notwendigen Investitionen, weil man immer glaubt, die Preise könnten sich verändern und ein späterer Zeitpunkt wäre besser. Sie verändert die Marktwirtschaft selbst und die Möglichkeit, wie der Preis aufgrund von Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Die Bekämpfung der Inflation hat für die wirtschaftliche Entwicklung also oberste Priorität. Und nur, weil es unbequem ist, dürfen wir uns dieser Aufgabe nicht verweigern. Liebe Freundinnen und Freunde, nur weil die Prioritätensetzung, mit dem vorhandenen Geld auskommen zu müssen, unbequem ist, dürfen wir uns dieser Aufgabe nicht verweigern. Allenthalben werden aber Bypässe gesucht. Ich schaue etwa Tore zu euch nach Bremen. Die Landesregierung in Bremen will jetzt auf Dauer Notlagen, Krisenkredite aufnehmen, an der Schuldenbremse vorbei. Mit dem Argument, wir müssen ja die Dekarbonisierung, die Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft finanzieren. Andernfalls droht ja eine Krise. Also nehmen wir präventiv Krisenkredite. Ich nenne das mal eine kreative Argumentation, aber ich glaube nicht, dass sie ökonomisch überzeugt und verfassungsrechtlich sind, Zweifel begründet. Am heutigen Tag meldet sich die Wirtschaftsministerin des Schwarz-Grün Nordrhein-Westfalen zu Wort. Sie fordert einen Industriestrompreis, finanziert mit öffentlichem Geld, also Subventionen für die Industrie. Ich will jetzt die Frage eines mit öffentlichem Geld subventionierten Industriestrompreises im Einzelnen jetzt nicht hier diskutieren. Könnte man ordnungspolitische Fragen anmelden? Man könnte fragen, ob das nicht dazu führen könnte, dass Mittelstand und Handwerk die hohe Preise zahlen müssen, gegenüber der Industrie die subventionierte Preise bekommen soll. Ob das nicht den Wettbewerb verzerrt? Könnte man fragen. Man könnte fragen, ob das eigentlich sinnvoll ist, drei sichere, klimaneutrale Kernkraftwerke abzuschalten, die auch einen Effekt für den Strompreis haben, und auf der anderen Seite dann die gestiegenen Strompreise mit Steuergeld runter subventionieren zu wollen. Man dürfte Fragen nach dem Sinn stellen. Aber diese ordnungspolitischen Debatten werden gewiss demnächst uns in der Politik noch ereilen. Ich will sie heute gar nicht abschließend hier ausführen. Ich will nur auf einen Umstand hinweisen, dass auch im schwarz-grünen Nordrhein-Westfalen von der dortigen Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin gesagt wird, wir könnten ja die Mittel des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, also die Krisenmittel, die wir zur Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse aufgenommen haben, die, wenn das nicht genutzt wird, die könnten wir jetzt ja einsetzen für solche Subventionen. Liebe Freundinnen und Freunde, egal aus welchem Topf, auf welcher Rechtsgrundlage Schulden gemacht werden, Schulden sind Schulden, für die man Zinsen zahlen muss. Und deshalb dürfen wir uns nicht strangulieren. Und deshalb dürfen wir uns nicht strangulieren. Angesichts dieser Zinsentwicklung müssten wir sonst in Kürze entweder scharf öffentliche Leistungen kürzen oder die Steuern erhöhen. Aber Steuern erhöhen, um Zinsen für die Schulden der Vergangenheit zu zahlen, das wäre volkswirtschaftlich nun wirklich kein guter Rat. Soweit der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, der hier auf dem Parteitag seine große Rede schon gehalten hat, deutlich überzogen. Anderthalb Stunden hat er gesprochen und hat die Delegierten eingeschwört auf den liberalen Kurs. Drei Landtagswahlen stehen an in diesem Jahr. Und für die FDP lief es zuletzt gar nicht gut. Er hat noch mal ausführlich auch für die Kandidaten in Bremen, in Hessen und auch in Bayern geworben. Muss man schauen, wie gut es dann für die FDP dort wirklich läuft. Insgesamt eine Rede von Christian Lindner, die hier und da ihre Spitzen hatte gegen Lastenfahrräder, auch gegen grüne Themen, aber doch auch sehr staatsmännisch daherkam. Der Bundesfinanzminister, der hier seiner Rolle als Regierungsmitglied, kann man glaube ich sagen, durchaus auch gerecht geworden ist. Als Parteivorsitzender hätten sich vielleicht die einen oder anderen etwas mehr Schärfe und Klarheit gewünscht. In jedem Fall hat er einige Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben, zum Beispiel seiner FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Denn das leidige Thema mit dem Heizungstausch, das muss ja jetzt noch mal angepackt werden. Und der Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, der FDP, Christian Dürr, der muss das jetzt lösen. Der muss jetzt die größten Sorgen und die größten Ängste der FDP-Delegierten dort noch mal nachverhandeln mit Grünen und SPD. Und ich konnte ihn eben dazu befragen, wie genau er sich das jetzt vorstellt. Es ist gerade schon angeklungen, auch die ganzen Streitthemen in der Ampel der letzten Tage, der letzten Wochen und Monate. Jetzt hat Christian Lindner in der Rede Ihnen quasi diesen Heizungstausch vor die Füße gekippt, muss man mal so sagen. Sie müssen das jetzt lösen. Was machen Sie denn da jetzt? Ja, so empfinde ich es nicht. Nun muss man in der Sache sagen, da ist ja auf Kabinettsebene, also der Bundesregierung, zum Glück einiges geklärt worden. Christian Lindner hat es gesagt, diese Zwangsaustauschpflicht, dass jemand eine funktionierende Heizung rausreißen müsste, das kommt nicht. Das haben wir schon längst geklärt. Und jetzt geht es doch um, welche Möglichkeiten es gibt. Die Wärmepumpe wird eine Option sein, aber auch Gasheizungen, die dann später, wenn es zur Verfügung steht, auch klimaneutralen Wasserstoff nutzen können. Also technologieoffenheit ist das Stichwort. Technologieoffen, das ist ja im Prinzip im Moment so das Mantra der FDP. Das sagen Sie im Prinzip bei allem, was zur Debatte steht. Ist es das Verbrenner aus? Technologieoffen ist es die Heizung? Technologieoffen. Vielleicht dann noch mal etwas konkreter gefasst. Also Herr Habeck hat was vorgelegt. Das hat die FDP im Grundsatz im Kabinett einmal abgesegnet. Sie sollen das jetzt anpassen und ändern. Was bleibt denn dann von Habecks Heizungstausch noch übrig? Die ursprüngliche Vorlage von Robert Habeck ist ja nicht durchs Kabinett gekommen, richtigerweise so. Da bleibt eine ganze Menge übrig, denn wir wollen natürlich klimaneutral werden, auch im Gebäudebereich. Im Verkehrsbereich, Sie haben es gerade angesprochen, beim Verbrennermotor sagen wir, wir wollen ihn erhalten, aber klimaneutral. Also mehr Optionen, mehr Technologien zulassen. Die FDP ist die Partei der Freiheit, aber auch der Vernunft. Und da haben wir viel erreicht. Planungsbeschleunigung könnte ich noch hinzufügen. Also all die Dinge, die nicht geklappt haben. Was wollen Sie bei den Heizungen jetzt abändern? Also was wir noch anschärfen müssen, sage ich mal, ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Nämlich, dass die Heizungen, die nicht Wärmepumpe sind, zum Beispiel eine Gasheizung, die H2-Ready bedeutet, dass sie auch Wasserstoff verbrennen kann in der Zukunft, dass sie das eben auch einbauen können zu Hause. Das ist wichtig. Da sind zurzeit die Stadtwerke noch skeptisch, beispielsweise ein ganz wichtiger Partner. Und mit denen müssen wir reden, dass wir es so ins Gesetz schreiben, dass es klappt. Also im konkreten Fall, ich baue mir eine Gasheizung wieder ein, die aber irgendwann umgerüstet wird auf einen anderen Brennstoff, der dann klimaneutral in einem Gesamtzyklus ist. Und die Stadtwerke müssen da noch mitgehen, sagen Sie. Die Stadtwerke müssen das gerne ja sicherstellen später, dass dann dieser Brennstoff auch zur Verfügung steht. Und insofern arbeiten wir genau daran. Schauen wir noch mal auf das Grundproblem, was Sie in der Ampel haben. Sie müssen jetzt wieder mal was ändern, was Sie eigentlich gar nicht wollen. Sie steigen andauernd ja in einen fahrenden Zug ein und sagen dann während der Fahrt, ich würde gern die Richtung ändern. Warum machen Sie eigentlich diese Ampelkoalition, die Ihnen bei den Wahlen erkennbar schadet, weiter, wenn Sie immer nur sozusagen das Schlimmste verhindern als FDP? Im Gegenteil. Das Schlimmste verhindern wäre kein Anlass, Regierungsarbeit zu machen, sondern wirklich was erreichen. Christa Lindner hat es ja in seiner Rede gesagt. In der Vergangenheit gab es Koalitionsausschüsse der Großen Koalition. Das Ergebnis war ein freier grüner Donnerstag. Mehr nicht. Wir machen jetzt 31 Stunden Koalitionsausschuss und schaffen Planungsbeschleunigung. Das ist das größte Modernisierungsprojekt der letzten Jahrzehnte. Also da erreichen wir richtig was. Es geht mitnichten darum, Schlimmes zu verhindern, sondern im Gegenteil, dieses Land moderner, schneller, zukunftsfähiger zu machen. Und deswegen geht man ja in eine Bundesregierung, das Land nach vorne zu bringen. Und da haben wir ganz, ganz viel schon erreicht. Die Planungsbeschleunigung haben wir angesprochen. Die Frage klimaneutraler Antriebe der Zukunft haben wir angesprochen. Und jetzt geht es beim Umbau der Gebäude darum, möglichst viele Optionen zu haben. Also ganz, ganz wichtige Dinge, die jeden Menschen auch in Deutschland betreffen. Sagen Sie auf der anderen Seite, wenn wir uns die Debatte anschauen um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, Sie wollen jetzt hier beschließen lassen, Kernfusionen und Mini-AKW sollen kommen. Ich bin sicher, die Grünen sehen das anders. Wenn wir uns ansehen, die Debatte um die Kindergrundsicherung, sind es 7 Milliarden oder sind es 12 Milliarden, was die Grünen sagen. Da gibt es kein Ergebnis. Man hat den Eindruck, das Regieren fällt Ihnen mit den Grünen besonders schwer. Nein, es fällt nicht schwer. Es ist immer mal wieder auch Diskussion in der Sache. Aber wir reden ja und streiten bisweilen auch in der Sache. Die GroKo-Jahre waren doch ein Jahr des Stillstands für Deutschland. Es ist nichts passiert. Kein großes Reformprojekt, an das man sich jetzt erinnern könnte. Wir machen viel in großer Geschwindigkeit, weil viele Reformen notwendig sind. Dieses Land ist zu langsam geworden. Und auf die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, geantwortet, ja, natürlich wollen wir gerade für Kinder aus sozial schwächeren Familien etwas tun. Beispielsweise auch über mehr Bildung. Da geht es ja darum, am Anfang des Lebens faire Chancen zu haben. Die Bildungschancen sind in Deutschland ungleich verteilt. Und das ist eine soziale Frage. Wir stellen die Bildungsministerin. Man könnte die Liste fortsetzen. Aber ich glaube, die ersten anderthalb Jahre haben ja eins gezeigt. Ja, wir sind auch innerhalb der Koalition unterschiedlicher Meinung, streiten bisweilen auch. Aber wir haben ja sehr, sehr viel entschieden schon fürs Land. Und dann ist mir Streit und Entscheiden wesentlich lieber, als dass eine Bundesregierung die Hände in den Schoß legt und nichts macht. Das ist ja der Eindruck, den Sie sagen, wie es vorher war mit der Großen Koalition. Jetzt muss man sagen, wenn man auf den Klimaschutz guckt und auf die Sektorziele im Klimaschutz, die dazu geführt haben, dass jedes Ressort auch Klimaschutzziele einhalten musste, da sind Sie jetzt weniger ambitioniert, machen weniger Klimaschutz als Angela Merkel und die Union. Das muss man ja auch erst mal schaffen. Das Gegenteil ist der Fall. Denn was ist passiert bei der Großen Koalition? Man hat Papiere beschrieben. Man hat Gutachten gemacht und die Klimaziele allesamt gerissen. Es war wirklich Klimaschutz auf dem Papier. Und Deutschland hat eine Verpflichtung, auch im Rahmen des Pariser Abkommens. Und das wollen wir wirklich möglich machen. Deswegen übrigens auch neue Technologien. Draußen fahren 46 Millionen Verbrennerautos. Die wollen wir klimaneutral bekommen. Da hat die Union nichts für getan. Die hat ein bisschen was bei E-Autos gemacht und das war es. Sonst ist da nichts passiert. Also Klimaschutz macht man nicht durch Papiere beschreiben, sondern durch reale Möglichkeiten, die die Wirtschaft hat, die die privaten Haushalte haben. Und wenn Sie sich den letzten Koalitionsausschuss, der ein bisschen länger gedauert hat, anschauen, über 40 Maßnahmen zum Klimaschutz im Straßenverkehr. Bei der Union und bei der Großen Koalition war damals gar nichts drauf. Also ich glaube, es lohnt sich auch mal zu streiten. Und diese Betrachtung in Sektoren, Christian Littner hat es in seiner Rede ja auch gesagt, die ist planwirtschaftlich gewesen. Und man hat alle Ziele gerissen. Wir machen es marktwirtschaftlich mit mehr Möglichkeiten. Planwirtschaft, glaube ich, das möchte sich der FDP nun wirklich nicht vorwerfen lassen. Dennoch demonstrieren hier vor der Halle Klimaaktivisten gegen genau das, was sie tun. Sie sagen, sie tun zu wenig für den Klimaschutz. Und die verbale Keule, die da geschwungen wird, auch hier auf dem Parteitag, gegen diese Klimakleber, die ist ja doch relativ happig. Der Justizminister spricht jetzt sogar von extremen Protesten wie in den 30er Jahren. Ist das wirklich nötig, Klimaaktivisten so zu beschimpfen? Machen Sie sich damit nicht das Leben selber schwer? Wenn Sie denn Klimaaktivisten wären. Ich stelle das offengestanden in Abrede. Die einzige Forderung ist ein Tempolimit. Wir beschließen 40 Maßnahmen im Straßenverkehr, um CO2-Reduktion zu schaffen. Den Gebäudebereich haben wir vorhin angesprochen, bei Heizung. Also machen da ganz, ganz viel, was Vorgängerregierungen nicht gemacht haben. Und die einzige Forderung der letzten Generation ist ein Tempolimit. Das war's. Bringt ungefähr 0,8 Prozent der deutschen Emissionen. Also geht es denen um Klima oder geht es denen um Propaganda und Ankleben? Und da sage ich ganz offen, in einer Demokratie kann man mehr halten, auch für seine Ideen. Auch wenn man eine Ein-Themen-Partei wäre mit nur Tempolimit, dann muss man antreten zur Bundestagswahl. Dann entscheiden die Deutschen darüber. Aber das, was die machen, ist nicht mehrheitsfähig. Und weil es nicht mehrheitsfähig ist, bedienen sie sich antidemokratischer Instrumente und sagen, die Parlamente sollen weg. Wir setzen einen Rat ein, der anstatt der Bürgerinnen und Bürger entscheidet. Entschuldigung, das kann die Partei der Freiheit nicht zulassen. Und deswegen die scharfen Worte gegen die letzte Generation. Sagt Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank für das Gespräch, Bad Fönix. Ich danke Ihnen. Ja, das ist ein Gespräch, was wir eben geführt haben. Im Moment ist es hier in der Halle relativ ruhig, denn die Liberalen sortieren sich ein wenig. Sie haben sich zurückgezogen in das Hinterzimmer oder auch, wie man hier auch schön nach draußen gehen kann, vor die Tür. Die Sonne scheint in Berlin und beraten sich. Denn gleich sind die Vorstandswahlen hier auf der Tagesordnung. Christian Lindner will wiedergewählt werden. Er hat beim letzten Mal 93 Prozent bekommen. Das ist eine Art Messlatte. Und wir reden noch mal ein bisschen über diese Vorstandswahlen. Und bei mir ist wieder die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Reuschenbach, Christian Lindner hat eine Rede gehalten, die die ein oder anderen als relativ gedämpft wahrgenommen haben. Wie haben Sie diese Rede wahrgenommen? Ja, ich würde mich diesem Eindruck tatsächlich anschließen. Zumindest insoweit, dass wir Christian Lindner anders kennen. Also als rhetorisches Talent, aber auch als jemand, der wirklich die Bühne dann tatsächlich zu nutzen weiß. Also auch vielleicht mal mit Kritik am Koalitionspartner, mit markigen, klaren Botschaften, der sich viel bewegt eigentlich, wenn er Reden hält, sehr dynamisch ist. Das war heute tatsächlich anders. Man konnte den Eindruck haben, es spricht ein bisschen mehr der Bundesfinanzminister als der Parteivorsitzende der FDP. Es war sehr staatstragend, in vielen Punkten sehr grundsätzlich. Wenn Sie den Einstieg sehen mit internationalen Themen, also etwa der Wahrnehmung Deutschlands in anderen Ländern, die Perspektive, der Blick nach China als Systemrivale, China aber auch als Wirtschaftsstandort, dann war es doch so ein bisschen das große Ganze. Und umgekehrt wurde es dann im zweiten Teil der Rede, teilweise fast ein Klein-Klein. Es ging um den Anbau des Bundesfinanzministeriums, um VW-Passat-Fahrer und das Dienstwagenprivileg. Also es war ein großer Rundumschlag. Vielleicht verbunden doch mit der Kernbotschaft, so ein bisschen FDP pur zu zeigen, immer wieder zu fragen, was darf der Staat? Der Staat muss rechtfertigen, wenn er Eingriffe vornimmt. Das war so ein bisschen eine zentrale Botschaft, die sich überall durchzog. Aber insgesamt würde ich sagen, eine solide Rede, keine herausragende und auch die Reaktionen im Saal, ja, solide. Kriegt man mit so einer Rede noch mal 93 Prozent? Ja, die politikwissenschaftliche Glaskugel ist natürlich immer ein schwieriger Gefährte. Also es ist in der Tat möglich, wenn man auch drauf schaut, die Landtagswahlen, die verloren gegangen sind, die Unzufriedenheit auch unter den Anhängerinnen und Anhängern, die schon in Teilen immer noch fast zwei Jahre nach den Wahlen fremdeln mit dieser Regierungsbeteiligung, dass vielleicht jetzt ein bisschen was wegbricht, dass man sagt, nach zehn Jahren auch, kann man als Parteichef noch die entscheidenden Impulse geben. Ist das noch sozusagen diese Innovationskraft, die er ja hatte, als er die Partei damals auch zurück in den Bundestag geführt hat? Also ich würde nicht ausschließen, dass es vielleicht ein bisschen schlechter ausfallen könnte. Auf der anderen Seite ist klar, er ist die zentrale Führungsfigur, die Partei steht hinter ihm. Und man kann es natürlich auch umdrehen und glauben oder davon ausgehen, dass die Partei das Interesse hat, ein Signal der Geschlossenheit nach außen zu senden. Und dann werden es vielleicht sogar noch mehr als 93. Das wäre dann sozusagen ein strategisches Ankreuzen, dass man ihn wählt, damit er gestärkt als Signal hier aus diesem Parteitag dann rausgeht. Sie haben gerade gesagt, er ist die klare Führungsfigur. Es gibt ja noch Stellvertreter, namentlich Wolfgang Kubicki, namentlich Johannes Vogel, namentlich im Moment noch Nicola Bär. Gerade um Wolfgang Kubicki gab es ja eine wilde Diskussion, ob der noch mal antreten darf, soll, sollte. Die Chefin der jungen Liberalen, Franziska Brandmann, hat hier bei Phoenix noch mal gesagt, sie hält davon eigentlich nicht so viel. Wie sehr polarisiert Wolfgang Kubicki in der Partei? Und ist er nicht vielleicht doch auch so eine Art Liebling der Basis? Also ich würde sagen, die Antwort ist sowohl als auch. Er polarisiert, er polarisiert aber nicht nur sozusagen in der Breite, sondern vor allen Dingen bei den jungen Menschen in der Partei, die sich einfach andere Gesichter wünschen, die gerade natürlich auch mit den anderen genannten, etwa mit Johannes Vogel, auch eine personelle Neuaufstellung verbinden. Und vor allen Dingen den im Grunde Weg weg von dieser Ein-Mann-Partei, die wir ja doch über Jahre immer wieder gesehen haben bei der FDP, hin dazu, dass einfach mehr Gesichter sichtbar werden und damit auch womöglich für mehr Themen stehen. Wenn man gerade bei Johannes Vogel zum Beispiel an die Sozialpolitik denkt, eigentlich lange zurückliegend sozialliberale Koalition auch ein wichtiger Kernpunkt der Partei. Und bei Kubicki ist es eben so, dass meines Erachtens die Frage im Raum steht, was sind seine Botschaften? Also die Äußerungen, die er getätigt hat, nicht zuletzt etwa jüngst den Vergleich Robert Habecks mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, das entbehrt ja jeder inhaltlichen Argumentation, wo man sagen könnte, wofür steht denn Wolfgang Kubicki inhaltlich innerhalb der Partei? Insofern kann man in Frage stellen, ob so jemand wirklich nochmal einen Vizeposten bekleiden sollte. Wir sehen ja auch auf der anderen Seite, dass andere neu ins Amt streben, etwa die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die auch als Frau und natürlich in dieser Riege jetzt ein wichtiges neues Gesicht werden könnte, mit dem Weggang von Nicola Beer. Sie sagen es, der Weggang von Nicola Beer, Stark-Watzinger soll Nicola Beer ablösen. Kubicki, eine Ablösung steht da ja eigentlich hier nicht zur Debatte. Er hat gesagt, dass er nochmal antritt. Wie sehr hat eigentlich die FDP weiterhin ein Personalproblem? Weil in der Ampel, wenn man auch die Erhebungen sieht über die beliebtesten Politikerinnen und Politiker, sind natürlich Habeck, sind natürlich Baerbock, Scholz, der neue Verteidigungsminister Pistorius weit vor den FDP-Gesichtern. Also hat die FDP ein Personalproblem? Naja, sie hat offensichtlich zumindest die Situation, dass ein Kabinettsmitglied gegenüber den anderen deutlich hervorsticht. Und das ist der Parteivorsitzende. Das ist Christian Linden als Bundesfinanzminister, der sich auch regelmäßig in diesen Rankings wiederfindet. Während die anderen Ministerien und die zugehörigen Ministerinnen und Minister offensichtlich noch nicht so sehr die Popularität und die Bekanntheit in der Bevölkerung und auch die Wertschätzung genießen. Das Personalproblem auf der anderen Seite ist aber vor allen Dingen, würde ich sagen, ein Frauenproblem. Wenn wir mal zurückdenken an die geforderte Parität im Bundeskabinett, die sich nur über, ich sag mal, Umwege hat herstellen lassen, die dazu geführt hat, dass die FDP nur eine Frau entsandt hat. Auch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die jetzt nominiert wurde als Spitzenkandidatin für die Europawahl, wird ein prominentes Gesicht den Berliner Politikbetrieb an der Stelle voraussichtlich dann im nächsten Jahr verlassen. Wird sie weggelobt? Das würde ich nicht sagen. Die Botschaft ist ja ganz klar, Europa zu stärken mit einer der profiliertesten Sicherheits- und Verteidigungspolitikerinnen der Partei. Aber natürlich fehlt sie dann als Gesicht im politischen Berlin. Und dann kann man schon die Frage stellen, 20 Prozent Frauenanteil unter den Mitgliedern. Nur die AfD hat weniger. Ob nicht auch andere weibliche Gesichter in den ersten Reihen der Partei noch mehr Raum bekommen können. Sagt Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden auf jeden Fall gleich zusammen die Vorstandswahlen verfolgen. Denn hier bei Phoenix werden wir das natürlich live übertragen, was die FDP hier abstimmt, wie sie abstimmt. Und wie es dann am Ende für Christian Lindner und die anderen genannten wirklich ausgeht. Langsam geht es hier wieder los. Langsam kommen hier auch wieder Parteimitglieder in die Halle. Und Janett Clark weiß vielleicht ein bisschen mehr über den weiteren Fahrplan. Ja, danke. Ich muss mich da ein bisschen an das halten, was das Tagungspräsidium gerade nochmal gesagt hat. Nämlich, dass es dann gleich losgehen soll. Aber wenn ich hier in die Reihen schaue, hier in das Station, in diese Veranstaltungshalle in Berlin-Kreuzberg, dann sind tatsächlich, ehrlich gesagt, die Reihen der Delegierten, in 660 sind das ja nach Satzung noch nicht so richtig gut wiedergefüllt. Und jetzt gehen wir eigentlich sozusagen auf den nächsten Höhepunkt dieses Bundesparteitages zu. Nämlich eben die Wahl des FDP-Präsidiums. Jetzt schauen wir nochmal, zum Teil schon angeklungen, ja eben zusammen mit Julia Reuschenbach. Neun Personen des Präsidiums werden gewählt. Das sind Christian Lindner, das sind die drei stellvertretenden Parteivorsitzenden. Das ist aber auch der Bundesschatzmeister, Michael Georg Link, der wieder eintritt. Und das ist natürlich der Generalsekretär, Bijan Gia Sarai. Und das sind drei Beisitzer im Präsidium. Das macht dann neun Personen. Es gibt dann noch im Präsidium, das dann sozusagen für die Feinschmecker noch hinzugefügt, es gibt im Präsidium der FDP auch noch drei Mitglieder zu diesen neun, die quasi qua Amt Mitglied sind. Das ist beispielsweise der Fraktionschef Dürr. Und dann gibt es noch neun Gäste oder ständige Gäste. Jetzt gehen wir aber wirklich in die Details. Beispielsweise Hans-Ulrich Röke, der ist der Sprecher der FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz und derzeit sozusagen wechselnde Gäste, die Spitzenkandidaten für die nächsten Landtagswahlen, die natürlich eingebunden werden, gerade in diesem Landtagswahljahr die Spitzenkandidaten aus Bremen, aus Hessen und aus Bayern, die wie gesagt nicht gewählt werden, sondern die sind eben Gäste, wechselnde oder ständige im Präsidium. So, ich schaue jetzt noch mal nach vorne. Das Tagungspräsidium ist irgendwie auch noch nicht so richtig vollständig. Also eigentlich sollte ja laut Zeitplan gegen 16 Uhr diese Wahl stattfinden, weil man den Parteitag eigentlich nicht ganz so lange in den Arm ziehen wollte. Man muss ja nicht nur das Präsidium hier wählen, sondern die gesamte Parteispitze wird ja gewählt. Also auch der FDP-Bundesvorstand, das sind noch mal 34 Mitglieder, die aber zum Teil erst morgen Vormittag gewählt werden. Und hier sehen Sie noch mal, wer sehr viel Aufmerksamkeit schon auf sich gezogen hat bei uns im Bild, nämlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die, ja schon, jetzt ist sie wieder weg, die schon angekündigt wurde, hier mehrfach als die Spitzenkandidatin, die die FDP in die Europawahl im nächsten Jahr führen soll. So, hier sehen wir eine, die sich bereit macht, neue stellvertretende Parteivorsitzende zu werden. Bettina Strack-Watzinger, sehen Sie hier in der Bank sitzen vorne auf der Tribüne. Ja, Bettina Strack-Watzinger, die ist ja nicht nur Bildungs- und Forschungsministerin in der Ampelregierung im Bund, sondern ist auch Landesvorsitzende in Hessen. Das ist natürlich parteiintern auch ein wichtiger Posten. Sie wird ja, oder soll, wenn sie denn gewählt wird, gleich neue stellvertretende Parteivorsitzende werden. Er setzt damit Nicola Beer, die sich ja heute schon verabschiedet hat, die im nächsten Jahr dann eine der Vizepräsidentinnen der Europäischen Investitionsbank werden soll. So, es wird noch einige Minuten dauern, aber jetzt können wir ja noch ein bisschen Stimmung schon mal aufnehmen, wie die Delegierten jetzt auf diese anstehenden Präsidiumswahlen schauen, auf die Ersten. Und das macht mein Kollege David Frechenhäuser. Ja, genau, richtig. Danke, Janett Clark. Ich bin ja mitten im Landesverband NRW. Neben mir ist Frank Schäffler. Herr Schäffler, jetzt gehen gerade die Abstimmungen los. Was für eine Phase ist das jetzt hier? Ja, das ist ja sehr wichtig, nochmal zu schauen, was für einen Rückhalt der Bundesvorstand auch bekommt. Unter anderem ja auch Christian Lindner als Vorsitzender. Ja, das ist natürlich für die FDP immer wichtig, dass wir hier auf dem Parteitag auch die Führung stützen an der Stelle. Darum geht es jetzt hier an. Ja, wir sind ja Regierungspartei. Und da geht es natürlich auch darum, die eigenen Minister zu unterstützen, auch den Finanzminister. Ich sitze jetzt hier nicht umsonst, denn es geht ja hier nicht nur um das Abstimmen, es geht ja auch um bundespolitische Themen. Unter anderem um das sogenannte Heizungsgesetz, also Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen am 2024. Da ist jetzt das durch das Kabinett gegangen. Und Sie haben jetzt gesagt, nö, mit uns wollen wir das, wir wollen das nicht machen im Bundestag. Sie haben jetzt einen sogenannten Dringlichkeitsantrag hier gestellt. Was heißt das jetzt genau? Ja, wir sind ja die Partei FDP und wir wollen die Bundestagsfraktion bitten, in diesem Gesetzgebungsverfahren, das jetzt ansteht, auch unsere Linie zu vertreten. Das heißt, dass wir eben auf Verbote verzichten, dass wir den Emissionshandel als Instrument zum Klimaschutz nutzen wollen. Und dass wir natürlich auch fördern wollen für diejenigen, die in diese Technologie investieren wollen. Sie haben jetzt gesagt, dieses Gesetz, dieses Heizungsgesetz, haben Sie getwittert selber, sei eine Atombombe für Deutschland. Das ist eine knallharte Rhetorik. Wollen Sie Herrn Kubicki da Konkurrenz machen? Nein, ich habe das ja in Anführungszeichen gesetzt. Also ich meine tatsächlich, dass das ein Gesetz ist, das ganz viele Menschen umtreibt aktuell, das tief ins Eigentum eingreift, dass sie Mieten erhöhen lässt, dass die Menschen sich Sorgen machen, können wir noch in Urlaub fahren, können wir uns das überhaupt noch leisten. Und deshalb ist das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Und wenn das kommt, ist meine Befürchtung, dass das Deutschland über Jahrzehnte zurückwerfen wird. Aber ist das nicht ein Problem? Im Kabinett ist es beschlossen. Da hat Ampel, also Grün und Sie, FDP, haben sich da geeinigt. Ist das nicht ein bisschen schwierig jetzt, dass Sie sich da streiten? Na ja, das ist jetzt ein normales Gesetzgebungsverfahren. Das Kabinett hat das zwar beschlossen, aber mit einer Protokollerklärung der FDP-Minister. Also es ist formal durchgegangen durch das Kabinett. Aber Gesetze werden ja nicht vom Kabinett verabschiedet, sondern vom Deutschen Bundestag. Und da sind wir als Abgeordnete gefragt. Da wollen wir auch energisch für unsere Interessen streiten. Dankeschön, Herr Schäffler, vielen Dank. Und jetzt geht es zum Podium. Ich sehe gerade, da spricht die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Als Freie Demokratin vorstellt, vor Ort aktiv, in der Heimat, im schönen Frankfurt verankert, in Hessen gewirkt, in den Bundestag gegangen und jetzt nach Europa. Wir Freien Demokraten wissen, unsere Zukunft liegt vor Ort, aber sie liegt auch in Europa. Und dafür stehst du mit deiner Person und keiner vertritt das so gut wie du, liebe Nicola. Und noch etwas. Wer dich kennt, der weiß, dass du eine Macherin bist. Wer mit Nicola arbeitet, weiß, dass politics never sleeps. Und deswegen ist es richtig, dass du diese wichtige Aufgabe übernimmst, diese große Aufgabe, Europa zu stärken, dass wir nicht nach China reisen müssen, wie andere Staatsmänner und uns anbändeln müssen, sondern dass wir selber stark werden mit Innovation, mit Zukunft. Und ich bin mir sicher, du kannst da sehr viel machen und umsetzen. Und deswegen wünschen wir dir alles, alles Gute und sagen herzlichen Dank, liebe Nicola. Ja, die Verabschiedung von Nicola Beer hier als stellvertretende Parteivorsitzende, das geht so ein bisschen in Etappen. Sie hat sich heute Morgen, als sie den Parteitag eröffnet hat, schon verabschiedet. Christian Lindner hat sie in seiner Rede schon gewürdigt. Und jetzt noch mal von ihrer Landesvorsitzenden, sie kommt ja auch aus Hessen, also Nicola Beer, noch mal die Würdigung von Bettina Stark-Ratzinger. Und in seiner Rede auch schon einmal ausgesprochen hat, dem kann sich, glaube ich, der gesamte Bundesparteitag auch noch mal mit Nachdruck anschließen. Vielen Dank, Nicola Beer. Ja, sie war ja nicht nur stellvertretende Parteivorsitzende in den letzten Jahren, sondern war auch ja lange Jahre Generalsekretärin, nämlich 2013 bis 2019. 2013 wurde sie das zu einer Zeit, die ja für die Partei wahrscheinlich eine der schwersten war, nachdem sie gerade aus dem Bundestag geflogen war. ...fort und treten wieder in die Tagesordnung ein. Und nach dieser vorgegebenen und heute früh beschlossenen Tagesordnung kommen wir eben auch nun zur Neuwahl des Präsidiums und des Bundesvorstandes der Freien Demokraten. Sie wissen, diese Wahlen sind schriftlich und geheim vorzunehmen. Und wir haben ja heute Morgen auch beschlossen, dass wir dafür die elektronischen Stimmgeräte nutzen. Gemäß § 5 Absatz 1 und 2 der Geschäftsordnung zur Bundessatzung ist der oder diejenige gewählt, der oder die im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wir beginnen, wie das bei uns üblich ist und auch so vorgesehen ist, mit der Wahl des Bundesvorsitzenden. Und ich darf hierfür für den Landesverband Nordrhein-Westfalen Nicole Westig, der stellvertretenden Landesvorsitzenden, das Wort für einen Vorschlag geben. Liebe Freundinnen und Freunde, der Landesverband Nordrhein-Westfalen schlägt Ihnen und Euch unseren Freund Christian Lindner zur Wiederwahl vor. Nicht überraschend, aber diese Formal hier muss natürlich sein. Vielen Dank, Nicole. Christian Lindner ist vorgeschlagen für das Amt des Bundesvorsitzenden. Ich frage, ob es weitere Vorschläge gibt. Gut, das ist erkennbar nicht der Fall. Dann frage ich Christian Lindner noch einmal ausdrücklich. Er nickt, er ist bereit zu kandidieren. Er hat das ja vorhin auch schon einmal zum Ausdruck gebracht. Wunderbar. Nach seiner ausführlichen Rede heute Mittag würden wir an dieser Stelle auf eine weitere Vorstellung verzichten oder vorschlagen, es sei denn, der Parteitag sieht das ausdrücklich anders und wünscht eine solche Vorstellung. Das sieht mir aber nicht danach aus. Dann, liebe Delegierte, können wir zur Wahl kommen. Ich will auch ausdrücklich sagen, bei den Kandidatinnen und Kandidaten für die weiteren Positionen werden wir natürlich fragen, ob eine Vorstellung gewünscht ist und auch dann gegebenenfalls das Wort erteilen. Ich muss aber noch fragen, ob es Fragen an den Kandidaten Christian Lindner gibt. Das sieht nicht danach aus. Das ist nicht der Fall. Dann, liebe Delegierte, dann kommen wir nun zur Wahl mit den Stimmgeräten. Sie können in dem elektronischen Abstimmungsgerät, hier wird es auch noch mal eingeblendet, eins für Ja, zwei für, falls Sie Nein stimmen wollten, oder drei, wenn Sie sich der Stimme enthalten. Ich darf den Wahlgang eröffnen. So, jetzt alle Aufmerksamkeit auf diesen Abstimmungsvorgang. Digital wird hier abgestimmt. Das ist in dieser Art und Weise zwar keine ganze Neuigkeit, um das so zu sagen, denn im letzten Jahr, als zwar kein turnusgemäßer Wahlparteitag der FDP war, aber einige Positionen aufgrund der Bundestagswahl nachbesetzt worden sind. Beispielsweise wurde im letzten Jahr auf dem Bundesparteitag der Generalsekretär gewählt, Bijanjir Saraya. Das ist auch schon digital passiert, aber das gesamte Präsidium ist tatsächlich noch nicht digital gewählt worden, in dieser Art und Weise. 2021 war der gesamte Bundesparteitag digital pandemiebedingt. Und da musste das Ergebnis dann jeweils noch mal bestätigt werden durch Briefwahl. So, jetzt wird aber schon gefragt. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Vorne das Tagungspräsidium sieht, wie viele Stimmen schon abgegeben sind und hat jetzt noch mal aufgefordert, 446 waren das, aber das sind noch nicht alle Delegierten. Also hat jetzt noch mal aufgefordert, dieses digitale Tool doch auch zu nutzen. Technische Herausforderungen, das hört sich nicht so ganz gut an. Schauen wir noch mal auf die letzten Ergebnisse von Christian Lindner. Seit knapp zehn Jahren ist er ja immer ein Parteivorsitzender der FDP. Bei der letzten regulären, schonnussgemäßen Wahl zum Parteivorsitz im Mai 2021 bekam er 93 Prozent. In dieser Reihe sehe ich noch jemanden, der mit der Hand aufzeigt, ansonsten auch ans Helpdesk wenden. Diese 93 Prozent, die hat er natürlich nicht bei allen Wahlen bekommen. Das war vor der Bundestagswahl und das war natürlich ein Rückenwind für den Parteivorsitzenden. Wenn wir mal auf die Ergebnisse zu vorschauen, 2013, als er zum ersten Mal gewählt worden ist, da war die FDP gerade aus dem Bundestag geflogen und musste sich neu sortieren. Eine völlig demoralisierte Partei damals. Christian Lindner ist angetreten und bekam 2013 79 Prozent der Stimmen der Delegierten damals. Und das hat sich mit den Jahren tatsächlich dann aber immer gesteigert. 2015 bekam er schon 92 Prozent. Im April 2017 auf dem Parteitag 91 Prozent der Delegierten Stimmen. 2019 waren es dann 86,6 Prozent. Also natürlich, das wird ein Stimmungstest sein. Christian Lindner als Parteivorsitzender unangefochten. Er hat die Partei nach dieser Wahlkatastrophe 2013 geeint und ihr auch inhaltlich ein etwas schärferes Profil verpasst. 2017 hat er die FDP wieder in den Bundestag geführt. Er ist damals nicht mit seiner Partei in eine Jamaika-Koalition eingetreten. Dafür dann bekanntermaßen nach der Bundestagswahl 2021 in die erste Ampel-Koalition auf Bundesebene. Ich darf noch mal jetzt hier in die Mitte des Saales. Die Erfolgsbilanz ist etwas geschmälert worden. Denn zuletzt musste er auch immer wieder nach Landtagswahlen Scherben zusammenkehren. Das ist schon mehrmals angesprochen worden, jetzt seit die FDP in der Ampel ist im Bund, hat sie fünf Wahlschlappen in Folge eingefahren. Und das wird jetzt natürlich hier ein Stimmungstest. Wie steht die Partei hinter Ihrem Bundesvorsitzenden? Liebe Delegierte, von den 662 möglichen Delegiertenrechten wurden 638 Delegiertenrechte ausgegeben. Das will ich noch einmal wiederholen. Das heißt, es gäbe noch die Gelegenheit für einige, die ein Stimmrecht haben und ihre Stimme offensichtlich ja noch nicht abgegeben haben. Siehst du, guck mal, just in dem Moment kommt noch eine Stimme rein. Ich frage jetzt noch mal, ob es überall technisch jetzt geklappt hat oder ob es noch Probleme gibt. Das scheint so. Also, wir zählen jetzt noch mal gleich runter. Jetzt haben wir auch eine ganze Zeit lang, dass ich nichts mehr bei den abgegebenen Stimmen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ich habe jetzt nirgendwo mehr den Hinweis, dass es ein technisches Problem gibt und Stimmen nicht abgegeben werden konnten. Damit schließe ich die Abstimmung und bitte um Auszählung. Ja, auch das Tagungspräsidium muss sich hier ein bisschen vortasten, wie dieses digitale Abstimmungstool eben anschlägt. Und eigentlich kann die Auszählung ja nicht so lange dauern. 2019 auf dem Bundesparteitag, da wurde tatsächlich auch bei der FDP hier noch mit Zetteln gewählt, die in Urnen geworfen wurden. Und dann hat die Auszählung etwas länger gedauert. Heute müsste es allerdings schnell gehen, hier Christian Lindner, der gespannt sein dürfte. Der Generalsekretär Bidjan Gilseray neben ihm. Nicole Westig aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen an seiner anderen Seite. Die Kameras stehen bereit und schauen natürlich auf die Reaktion. Und wir schauen ganz gebannt vorne auf diese Anzeigetafel von diesem digitalen Abstimmungsmodul. Und eigentlich war man im Vorfeld hier bei der Partei also ganz optimistisch, dass das ganz gut funktioniert. Der Generalsekretär Bidjan Gilseray hat auch darauf hingewiesen, dass das auch schon im Landesverband Nordrhein-Westfalen auf Parteitagen getestet wurde. So, und jetzt haben wir das Ergebnis. So, liebe Delegierte, das Ergebnis wurde schon eingeblendet. Auf Christian Lindner empfiehlen 511 Ja-Stimmen. Er ist damit mit einem sehr überzeugenden Ergebnis zum Bundesvorsitzenden der Freien Demokratie und der Freien Demokraten gewählt worden. Ja, 88 Prozent. Kein Ergebnis über 90 Prozent wie beim letzten Mal und wie auch beispielsweise schon 2015. Und jetzt hören wir aber noch, ob Christian Lindner die Wahl auch annimmt. Die Entgegennahme der Gratulationen kann konkludent als Annahme ausgelegt werden. Frau Präsidentin, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, ich bedanke mich herzlich für diese besondere Rückenstärkung und nehme natürlich gerne die Wahl an. Herzlichen Dank. So, sprach's und ist damit anscheinend auf den ersten Blick ganz zufrieden. Wir hören jetzt mal, was die Delegierten sagen. David Frechenhäuser, bitte. Ja, danke, Janett Clark. Ich bin hier im Landesverband Sachsen und ich frage mal direkt nach. Hier ist ein Bundestagsabgeordneter, Philipp Hartewig. Herr Hartewig, 88 Prozent. Wie finden Sie das Ergebnis? Das ist ein extrem starkes Ergebnis, gerade wenn man überlegt, dass wir in Regierungsverantwortung sind und Christian Lindner ja auch als Bundesfinanzminister viel zu tun hat, viele Kämpfe zu kämpfen hat und deswegen ist es ein starkes Ergebnis. Letztes Mal, Sie deuten es schon so ein bisschen anders, da war es viel stärker, 93 Prozent, jetzt minus 5. Das ist ja jetzt doch nicht so gut, oder? Ich glaube, wenn man sich grundsätzlich bei uns Ergebnisse anschaut, sind Ergebnisse, die jenseits der 80 sind, immer extrem stark und fast 90 Prozent ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Frag mal einen weiter, eine Reihe. Wie finden Sie das Ergebnis jetzt hier? Das ist ein grundsolidiges Ergebnis dafür, dass er uns so lange schon als Parteivorsitzender führt. Das ist natürlich auch ein Zeig, dass er auch uns in der Regierungsverantwortung die klar liberale Positionen aufzeigt und auch der Basis entsprechend die Wünsche mit nach Berlin nimmt und auch umsetzt. Vielen Dank. Ja, das waren erste Stimmen nach der Wahl von Christian Lindner mit 88 Prozent aus dem Landesverband Sachsen. Damit zurück zu Marc Steinhäuser. Vielen Dank, David Brechenhäuser. Ja, es ist ein Ergebnis, wenn man in die Geschichte guckt. Wir haben es ja eben auch gehört, er hatte zweimal auch bessere Ergebnisse, sogar dreimal. Zweimal war es schlechter. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin, ist bei mir. Das Traumergebnis ist es wahrscheinlich nicht. Einige Ampelabstriche musste man machen. Wie ordnen Sie ein? Ja, im Grunde genauso, wie Sie es gerade vorgegeben haben. Und ich bleibe bei einem Wort, das wir eben schon mal benutzt haben. Solide. Das ist vielleicht ein bisschen die Überschrift dieses ersten Tages hier heute. Also ein solides Ergebnis, eine Bestätigung über eine breite Mehrheit, aber eben auch nicht ganz so herausragend wie beim letzten Mal. Sicherlich ein bisschen das Signal gegen auch die Ampelpolitik. Dann hören wir mal, was Wolfgang Kubicki zu sagen hat, der jetzt auch antritt. Einige, unsere Freunde von der Heute-Show durch die Gegend, die wir besonders herzlich begrüßen sollten, weil wir ohne sie nicht so eine weitere Verbreitung bekommen würden. Und die haben mich doch allen Ernstes gefragt, Herr Kubicki, fühlen Sie sich nicht zu alt? Und daraufhin habe ich wahrheitsgemäß geantwortet, nein. Wir müssen vielleicht deutlich machen, dass bei den Freien Demokraten das Alter keine Rolle spielt. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ich sage sicher, Ich sage sicher, dass diejenigen, zu denen ich auch mal gehörte, die glaubten, dass Jungsein ein Wert an sich ist, also für Ever Young, sehr schnell erfahren werden, dass ich das ändern kann. Ich bin Anfang 1971 in die Partei eingetreten, als es darum ging, die Fortschrittskoalition Willy Brandt und Walter Scheel zu unterstützen. Im selben Jahr haben wir übrigens das immer noch gute Grundsatzprogramm der Freiburger Thesen verabschiedet. 1982 war ich hier in Berlin auf dem Parteitag der Tränen, als der Koalitionswechsel im Bund nachträglich besiegelt wurde. Die meisten von uns haben 2013 den bitteren Rauswurf auf den Deutschen Bundestag erlebt, als unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschimpft wurden, als wir verspottet wurden und man unser politisches Ende vorausgesagt hatte. Übrigens die gleichen Medien, die uns nach wie vor freundschaftlich begleiten. Und wie viele andere hier habe ich selbst daran mitgearbeitet, dass wir 2017 nach Jahren der Dunkelheit und einem großen Kampf wieder in den Deutschen Bundestag zurückgekehrt sind. Was ich in den 52 Jahren meiner Mitgliedschaft bei der FDP gelernt habe, ist, wir dürfen uns niemals darüber definieren, in welcher politischen Konstellation wir uns befinden. Wir sind nicht die FDP der Ampel, sondern wir sind die Freien Demokraten. Und liebe Freunde, wir dürfen uns niemals darüber definieren, was andere über uns sagen. Ich lese zum Beispiel, dass wir innerlich gespalten seien, in eine progressive und eine konservative Richtung. Ich suche beides noch. Es wird behauptet, wir seien eigentlich zwei Parteien, eine dafür und eine dagegen Partei. Ich kann nur sagen, ich kann mit solchen semantischen Überlegungen nichts anfangen. Ich bin dafür, dass wir in der Energiepolitik den Weg der Vernunft beschreiten und dagegen, wenn die Energiepolitik so aussieht wie beispielsweise auf grünen Parteitagen. Ich bin dafür, dass wir in der Wohnungspolitik aufs Bauen setzen und dagegen, wenn Ministerin Geibels die Ziele des Koalitionsvertrages nicht erfüllt. Nie wurde in Deutschland weniger gebaut als jetzt. Und das muss uns doch bekümmern, denn nur mehr Wohnungen, die errichtet werden, können die Wohnungsmisere beseitigen, keine Mietpreisbremsen. Ich bin dafür, dass wir unsere Freiheit und Grundrechte verteidigen und dagegen, wenn diese begründungslos eingeschränkt werden, wie teilweise während der Corona-Pandemie. Eins kann ich sicher sagen, wenn wir uns über Fremdbezeichnungen definieren, wenn wir denen folgen, die nie FDP wählen würden, aber meinen, sie wüssten, was richtig für uns ist, dann ist das der sicherste Weg in die Bedeutungslosigkeit. Und den werden wir nicht beschreiben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir den Willen zur Selbstbehauptung haben und wenn wir diesen Willen zu gegebener Zeit auch demonstrieren. Wenn jemand aus unseren Reihen vom politischen Mitbewerber angegriffen wird, dann ist es unsere Pflicht, diese Angriffe mit gleicher Münze zu begegnen. Wenn Sozialdemokraten Marco Buschmann öffentlich anzählen, wie sie es in der Vergangenheit schon getan haben, er war kein Herz für Mieter, dann müssen wir auf derselben Ebene antworten. Wenn unser Parteiaschutz Christian Lindner angegriffen wird, er habe kein Herz für Kinder, sondern lieber für Porsche-Fahrer und andere, dann ist das eine Schmähung, die wir massiv zurückweisen müssen. Und wenn Volker Wissing vom Vorsitzenden der deutschen Grünen im Europaparlament in die Nähe von Faschisten gerückt wird, er mit seiner Verkehrspolitik auf europäischer Ebene nütze ausschließlich den Faschisten in Italien, dann müssen wir aufstehen und Verteidigungswillen demonstrieren. Denn wer, liebe Freunde, sollte uns verteidigen, wenn wir es selbst nicht tun? Ja, wir hatten seit Beginn der Koalition im Bund einige schwere Stunden. Die Wahlergebnisse in den Ländern taten sehr weh und oft habe ich gehört, die Ampel im Bund schadet der FDP in den Ländern. Ich teile diese Auffassung nicht. Abgesehen davon, dass es Ende 2021 keine wirkliche machtpolitische Alternative gab, die Union lag ja dank Markus Söder wirklich in Trümmern, ist es nicht die Ampel, die die Wahlkämpfe in den Ländern erschwert hat. Vielmehr hatten viele unserer Sympathisanten und Sympathisanten Schwierigkeiten mit der Wahrnehmbarkeit der Freien Demokraten in der Ampel. Und hier können wir seit einigen Wochen sehen, dass wir einen Umschwung bewirken konnten und Tritt gefasst haben. Hieß es noch unmittelbar nach der Berlin-Wahl, wir seien im freien Fall, übrigens wieder uns wohlgesonnene Medien, wir seien ratlos, wir seien auf der Suche nach unserem Profil. So heißt es jetzt unmittelbar nach dem Koalitionsausschuss, die Freien Demokraten hätten sich in voller Breite durchgesetzt. Das Wandel der Papier trage eine ziemlich FDP-lastige Handschrift. Es ist zwar richtig, aber ich finde nicht, dass es FDP-lastig ist, sondern nur vernünftig. Und seitdem bewegen sich unsere Umfragewerte wieder nach oben. Seitdem höre ich immer wieder, man setze alle Hoffnung in uns, wenn es um die Heizungsanlage der älteren Dame geht, wenn es um die Mobilität im ländlichen Raum geht, wenn es um eine lebenswerte Zukunft in diesem Land geht. Seitdem spüre ich übrigens auch bei den Wahlkampfauftritten in den Ländern wieder stolz in die eigene Partei, etwas, was uns auch kurzfristig verloren gegangen zu sein schien. Liebe Freunde, das ist unsere Lernaufgabe. Seien wir nicht ängstlich und mutlos, wenn es darum geht, unsere Positionen zu markieren. Wer sich klein macht, wird klein gewählt. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir konstruktive Konfliktbereitschaft an den Tag legen. Wir wollen keinen Streit um des Streits wählen, sondern der Sache wegen. Wir haben schließlich schwerste Krisen zu bewältigen. Da sollten wir auch unsere Vorstellungen einer besseren Zukunft nach Kräften verteidigen. Und uns sollte klar sein, wir bekommen von unseren Koalitionspartnern nichts geschenkt. Wir müssen schon selbst dafür sorgen, dass die Dinge sich in unserem Sinne entwickeln. Deshalb denken wir immer daran, links von der FDP gibt es keine parlamentarischen Mehrheit im Deutschen Bundestag und übrigens auch keine Mehrheit in der Bevölkerung und rechts auch nicht. Hierauf dürfen wir vielleicht gelegentlich hinweisen, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, warum braucht es die FDP. Wir können stolz darauf schauen, was wir in den vergangenen anderthalb Jahren in der Koalition bewirkt haben. Der Koalitionsvertrag trägt eine klare liberale Handschrift. Wir haben auf finanzpolitische Stabilität gesetzt und die Diskussionen um das Gebäudeenergiegesetz, um die Technologieoffenheit zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Worauf ich besonders stolz bin, ist, und das meine ich unglaublich ernst, dass wir in der Corona-Politik die einzige politische Kraft waren, die den Grundrechten die Bedeutung beigemessen haben, die von Verfassungswegen vorgesehen sind. Die Stärke einer Demokratie und einer Verfassung zeigt sich erst, wenn Demokraten in einer Krise handeln müssen. Im Gegensatz zu unseren politischen Mitbewerbern haben wir Freie Demokraten uns hier nichts vorzuwerfen. Wir haben unsere Verfassung und die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger verteidigt. Ich bin stolz darauf, dass wir es waren, die die allgemeine Impfpflicht im Deutschen Bundestag verhindern konnten. Und ich glaube, Karl Lauterbach und Olaf Scholz sind uns heute dankbar dafür, dass der Staat im vergangenen Oktober nicht in die Verlegenheit gekommen ist, 18 Millionen Menschen gegen ihren Willen zu impfen. Bei der damals endemischen Lage wäre das eine gesellschaftliche Katastrophe geworden. Und damit nicht wieder solche dramatischen Fehler passieren, wie sie zum Teil passiert sind, brauchen wir eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie, denn wir müssen aus den Fehlern lernen. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört, dass das Konrad-Adenauer-Haus die Strategie verfolgen soll, die Freien Demokraten überall unter die Wasserlinie zu drücken. Man hält es dort für strategisch klüger und machtpolitisch aussichtsreicher, sich Koalitionen mit den Grünen zu nähern, als mit den Freien Demokraten. Daniel Günther in Schleswig-Holstein hat bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, obwohl er mit uns eine Mehrheit im Parlament hätte, wollte er unbedingt mit den Grünen ins Boot. Wie das im politischen Alltag aussieht, kann man sich vorstellen. Jetzt wird in Kiel im Kabinett nicht mehr darüber gesprochen, wann und wie man Autobahnen baut, sondern ob überhaupt. Und als sei das nicht schon schlimm genug, wird Volker Wissing von Daniel Günther dafür kritisiert, dass die A20 jetzt an den Verkehrsminister der Freien Demokraten scheitern würde, um zu verdecken, dass es in Wahrheit seine grünen Bündnispartner sind. Auch das werden wir immer wieder offen ansprechen und zurückweisen. Es waren und sind die Grünen, wir wissen es doch, die jeden Meter neuen Straßenbau verhindern wollten. Und ich bin froh, dass im Papier des Koalitionsausschusses jetzt nicht nur drinsteht, dass wir die Schwachstellen beseitigen, sondern dass wir auch Autobahnen neu bauen, so wie es der Bundesverkehrswegeplan vorsieht, der nach wie vor gilt und einen vordringen Bedarf ausweist. Wir sind keine Autofahrerpartei, aber wir wollen, dass die Menschen sich bewegen können. Wir wollen, dass Güter und Dienstleistungen auf den Straßen unterwegs sein können, weil das Garanten für unseren Wohlstand sind. Und ohne Wohlstand in diesem Lande können wir uns alle Transformationspläne und sozialen Leistungen in die Haare schmieren. Und wenn, was ich besonders schön finde, die Union jetzt den Eindruck erwecken will, mit ihr hätte es den Atomausstieg am 15. April nicht gegeben, dann kann ich nur sagen, das stimmt. Denn mit der Union in der Regierung hätte es den Aufstieg bereits am 31. Dezember 2022 gegeben. In jeder denkbaren politischen Konstellation nur glaubt irgendjemand, dass die Union, mit wem auch immer sie regiert hätte, durchgesetzt hätte, dass die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert wird. Never. Und deshalb müssen wir sagen, ich mag Menschen, die sich nicht mehr daran erinnern, was sie gestern gesagt und getan haben, aber ich mag keine politischen Entscheidungsträger, die sagen, wir sollen Vertrauen in sie haben, wenn wir kein Vertrauen in sie aufbauen können. Liebe Freunde, wenn die Union uns das politische Ende wünscht, dann sollte uns genau das herausfordern. Kämpfen wir dafür, der Union die Wählerinnen und Wähler streitig zu machen? Sie werden schon sehen, was sie davon haben. Und ich bin sicher, die Menschen sind nicht blöd in diesem Lande und werden uns stärker machen als die Union. Christian hat darauf hingewiesen, ein wunderbares steuerpolitisches Programm der CDU. Egal, mit wem ich gerade rede, wir sagen, die Menschen, die sind nicht mehr ganz von dieser Welt. Und wer glaubt, sich damit den Grünen nähern zu können, wird feststellen, dass ihnen die Basis schwinden wird, um eine gemeinsame Mehrheit herzustellen. Ich freue mich auf die Außenherzungen mit der Union in den nächsten Wochen und Monaten. Ich wünsche jedenfalls den Christdemokraten eine schöne Reise ins Grüne. Und Markus Söder wünsche ich viel Erfolg bei der Suche nach einem Endlager in Bayern, denn wer ein Kernkraftwerk betreiben will, der muss auch den Müll in seinem eigenen territorialen Gebiet entsorgen. Viel Spaß dafür nach Bayern. Liebe Freunde und Freunde, wir haben schwere und wichtige Wahlen vor uns. In Bremen, in Hessen und Bayern stehen in diesem Jahr Landtagswahlen, an den Schleswig-Holstein Kommunalwahlen. Ich will mit euch allen dafür kämpfen, dass wir bei allen vor uns liegenden Wahlen den Pfad bestreiten, der 2025 wieder in einem zweistelligen Bundestagswahlergebnis mündet. Das ist das Ziel, in jedem Land erfolgreich sein und 2025 in dem Deutschen Bundestag mit einem noch stärkeren Ergebnis anzugehören, in dem Jahre 2021. Da lacht jemand. Mein Freund, 2017, als die Jamaika-Koalition platzten, hat man uns vorausgesagt, die FDP will verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Ein Jahr vor der Bundestagswahl hatten wir Meinungsumfragen bei 4 und 5 Prozent. Und am Wahlamt hatten wir 11,5 Prozent. Jetzt sind wir bei 7 bis 8 Prozent. Wenn man das hochrechnet, werden wir deutlich besser abschneiden als im Jahre 2021. Und um dieses Ziel zu erreichen, stelle ich mich heute noch einmal zur Wahl und bitte um die Stimmen. Normalerweise sagt man jetzt, wie man heißt und wie alt man ist. Bei mir ist das so, ich bin 17, falsch rum gelesen, aber immer noch fit. Und ich sage Ihnen, viele ältere Menschen, ich sehe einige da, sind fitter, als manche Jungen glauben. Vielen Dank. Ja, Wolfgang Kubicki, 71 ist er, seit über 50 Jahren Mitglied der FDP, seit 2013 stellvertretender Parteivorsitzender, tritt jetzt noch mal an. Herzlichen Dank, Wolfgang Kubicki. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Die sehe ich nicht. Dann können wir in den Wahlgang einsteigen, wiederum mit den elektronischen Stimmgeräten. So, und da wir jetzt ein bisschen Übung darin haben und wissen, dass das ein wenig dauert, nutzen wir die Zeit und ich gebe deswegen an Zeck zu, Mark Steinhäuser. Ja, vielen Dank, Janett Clark. Wir sind hier zurück am Set von Phoenix. Wir beobachten natürlich diese Vorstandswahlen für Sie und konnten jetzt ein bisschen was hören von Wolfgang Kubicki, der möchte stellvertretender Parteivorsitzender werden. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Nach Ihrer Perspektive auf diese Kandidatur. Die Julis haben ihn kritisiert. Es gab massive Kritik auch an den Äußerungen. Er hat in den letzten Jahren Karl Lauterbach als Spacken bezeichnet. Er hat den Vergleich Habeck-Putin gezogen. Warum kriegt er trotzdem diesen Applaus hier? Naja, die Frage müssen wir eigentlich in den Saal geben. Er ist ja vielleicht ein bisschen das Enfant Terrible in den Reihen der FDP. Noch ein bisschen einer der alten Garde, der sich also auch einfach als Vertreter einer Gruppe sieht in der Partei, die ja über Jahre, über Jahrzehnte, muss man sagen, großen Stellenwert hatte. Der jetzt in seinem kurzen Redebeitrag nochmal klargemacht hat, die FDP ist für jung und alt und auch seine Generation muss sichtbar bleiben. Und der natürlich so ein bisschen den bürgerlichen Flügel in der Partei stark machen will. Er hat klargemacht, es geht auch um den Kampf um Wählerinnen und Wählerstimmen mit der Union. Man ist nicht mehr selbstverständlich in einem gemeinsamen Lager unterwegs, jetzt mit diesen neuen Koalitionsoptionen. Und ich glaube, damit hat er viele Menschen hier im Saal nochmal abholen können, die eben doch vielleicht auch ein bisschen fremdeln, nicht nur mit dem Ampelbündnis, sondern sich auch sorgen um die Frage, inwiefern ist die FDP denn in der Lage, nach einem solchen Bündnis mit SPD und Grünen auch 2025 noch Wählerinnen und Wähler im eher bürgerlichen Lager anzusprechen. Christian Lindner ist bestätigt worden, 88 Prozent haben wir eben schon drüber gesprochen. Solide war ihre Analyse. Er braucht natürlich auch perspektivisch Leute, die ihm umgeben, die auch für die Zukunft stehen. Nun tut das aus Ihrer Sicht Wolfgang Kubicki? Naja, das ist immer eine spannende Frage, wenn es ältere Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Ob man sagt, ist das auch die Zukunft? Aber natürlich gehört in einem Land wie unserem auch demografisch dazu, dass Wahlen in Deutschland bei älteren Menschen gewonnen werden. Insofern kann es Christian Lindner durchaus recht sein, da eine breite Gruppe um sich herum zu versammeln. Aber solche polarisierenden Persönlichkeiten sind natürlich immer auch ein Risikofaktor. Wenn man an diesen Vergleich Habeck-Putin etwa denkt, dann ist das natürlich nicht das, was man dann gleichzeitig in der Koalition mit dem eigenen Koalitionspartner, nämlich mit den Grünen diskutieren möchte. Braucht man denn, wenn man dieser Logik folgt, dann diese Leute in der FDP gerade in so einer schwierigen Koalition, wo man Kompromisse machen muss, wo man nicht FDP pur am Kabinettstisch durchgesetzt bekommt, braucht man dann diese Kubikis, die dann mal richtig auch vom Leder lassen, um die Seele der Partei auch zu bedienen? Man braucht als Stellvertreterinnen und Stellvertreter zumindest Personen, die mit ein Stück mehr Beinfreiheit unterwegs sind, die auch mal noch etwas stärker, klarer, eindeutiger Positionen beziehen als der Parteichef. Wohlgemerkt zugleich Finanzminister das vielleicht dann selber tun kann. Aber es kommt natürlich schon darauf an, hat diese Position auch inhaltliche Qualität? Wenn es um persönliche Beschimpfungen geht, wie die, die Sie eben zitiert haben, dann kann das nicht der Grund sein, warum man Parteivize wird, sondern dann muss es darum gehen zu sagen, wir besetzen damit mit diesen Persönlichkeiten unterschiedliche Teile innerhalb der Partei, die sich in diesen Personen wiederfinden können. Wenn das der Fall ist, inhaltlich programmatisch, dann hat natürlich auch ein Wolfgang Kubicki seinen Platz. Er ist wohlgemerkt ja auch Vizepräsident des Deutschen Bundestages für die Partei. Aber in der Tat würde ich doch sagen, die Kritik, die auch die jungen Liberalen geäußert haben jetzt im Vorfeld, die ist doch berechtigt, weil das Außenbild, das er dominiert hat, eben nicht eines war von inhaltlichen, harten, sachlichen Auseinandersetzungen, sondern eben eines, das doch in Teilen stark geprägt war von auch persönlichen, zumindest ja, Diffamierungen oder Beschimpfungen. Eine Art und Weise, Politik zu machen, die auch, ah, wir hören gerade, es gibt ein Ergebnis für Wolfgang Kubicki und das hören wir uns natürlich an. Das ist nicht, ja, jetzt auf Wolfgang, kurz, der Bildschirm war weg, Sie sehen noch nichts. Auf Wolfgang Kubicki, empfehlen. 442 Stimmen, mit Nein haben gestimmt, 150 Delegierte und 24 Delegierte haben sich enthalten. So, 72 Prozent hat Wolfgang Kubicki bekommen beim letzten Mal, beim letzten Parteitag 2021, waren es 88 Prozent. Ja, er signalisiert mir, dass er die Wahl annimmt, dann herzlichen Glückwunsch auch vom Präsidium. Also, das letzte Mal, das beste Ergebnis der stellvertretenden Parteivorsitzenden hat er bekommen, hat sowieso bei den Vorstandswahlen, beziehungsweise Präsidiumswahlen immer gute Ergebnisse bekommen. Christian Lindner hat ihn übrigens 2013 zum Vizeparteichef zum ersten Mal gemacht, als er eben selbst an die Macht kam, die FDP, die damals aus dem Bundestag geflogen war. Der junge Lindner wollte das Urgestein Kubicki und mit ihm die Partei aufbauen. Und jetzt geht es aber gleich weiter. Wir hören den nächsten Wahlvorschlag. Liebe Parteifreunde, ich habe das große Glück, Ihnen einen überragenden Vorschlag unterbreiten zu können. Ich schlage Ihnen die Landesvorsitzende der hessischen FDP und die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor. Sie soll Nachfolgerin im FDP-Präsidium werden für Nicola Bär, wie er ausscheidet. Und ich schaue mal nach vorne, ob es auch eine Vorstellungsrede gibt. Ich frage der guten Ordnung halber, ob es weitere Vorschläge gibt. Das ist nicht der Fall. Dann darf ich fragen, ob Bettina kandidiert. Das ist der Fall. Dann darf ich fragen, ob Vorstellung gewünscht wird. Das ist auch der Fall. Dann, liebe Bettina Stark-Watzinger, hast du das Wort zur Vorstellung. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Vor kurzem fragte mich ein Journalist, wenn Sie frei wählen könnten, welches Ministerium würden Sie denn dann wählen? Ministerium für Bildung und Forschung, da ist man ja selten auf der Titelseite. Für mich ist das eigentlich keine Frage. Meine Eltern haben mir eins mit auf den Weg gegeben, mir und meiner Schwester. Mädchen können genauso viel wie Jungs. Und was du mal gelernt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Das war eine Ermunterung für mich. Ja, Sie müssen es ausbaden, ich stehe heute hier. Aber das ist eine Ermunterung für mich, aber das ist nicht selbstverständlich in unserem Land. In dieser Woche wurde eine Studie des IFO-Instituts veröffentlicht, der Chancenmonitor. Und um das vorweg zu sagen, nein, das Lebensglück beginnt nicht nur mit dem Abitur. Aber man soll frei auswählen können, welchen Bildungsweg man geht. Wenn ein Kind aus einer Familie mit einem Elternteil, ohne Abitur, aus dem unteren Einkommensviertel und mit Migrationshintergrund kommt, dann sind die Chancen, dass es auf ein Gymnasium geht, 21,5 Prozent. Kommt dieses Kind, kommt ein Kind aus einer Familie mit zwei Eltern, mit Abitur, aus dem oberen Einkommensviertel und ohne Migrationshintergrund, dann sind das 80,3 Prozent. 21,5 versus 80,3. Die Zahlen sprechen Bände. Und das sind nicht nur Chancen des Einzelnen, sondern das ist auch jeder Einstein, der dieser Gesellschaft verloren geht. Und deswegen kann ich ganz klar auf die Frage sagen, niemals brauchten die Kinder in unserem Land mehr Chancengerechtigkeit und mehr Bildung. Und deswegen ist diese Aufgabe die erfüllendste Aufgabe, die man haben kann. Deswegen arbeiten wir mit Hochdruck dran, für den bildungspolitischen Aufbruch, mit dem Schadchancenprogramm, dorthin zu gehen, wo es am schwierigsten ist, an die Schulen, an denen die Kinder die wenigste Unterstützung haben. Wir wollen mit der Exzellenzinitiative die berufliche Bildung stärken. Und wir geben ganz bestimmt auch einmal Gas noch. Denn die finanzielle Bildung, Selbstbestimmung hat auch etwas damit zu tun, dass ich meinen Handyvertrag verstehe und früh in die Altersvorsorge gehe. Aufstieg gelingt selten durch Transfer, Aufstieg gelingt durch Bildung. Die beste Investition in Sozialpolitik ist die Investition in Bildung. Als ich auf meiner Reise im März in Taiwan war, da waren die Systemfrage und China natürlich auch ein großes Thema. Als ich zur Universität gegangen bin, war China noch ein Land Copy und Paste. Heute will es mit Made in China in zehn Schlüsseltechnologien Weltmarktführer sein. Wenn wir aber schauen, ist das eine Bedrohung? Die Frage, manche blinken ja schon mit beeindruckt nach China. Die Erfolgsgeschichte in den jüngsten Monaten, sie wurde in freiheitlichen Demokratien und Marktwirtschaften gelegt, wie Biontech. Und deswegen ist klar, Freiheit ist ein Standortfaktor, meine Damen und Herren. Aber der Stammplatz auf der Seite des Wohlstands, er ist uns nicht gegeben, er muss erarbeitet werden. Und das müssen wir konsequent auf Forschungsfreiheit, Marktwirtschaft und Innovation setzen. Wir brauchen eine Zeitenwende im Mindset, nicht nur Risiken sehen, sondern auch Chancen sehen. Denn wer Chatschipiti und Genschere verbietet, der meldet sich ab von der Zukunft. Wir wollen das nicht, meine Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche gilt für den Klimaschutz. Das Gleiche gilt für den Klimaschutz. Wir sehen ja gerade, die letzte Generation macht es vor, wie man es nicht machen soll. Luisa Neubauer hat gestern gesagt, E-Fuels und Kernfusionen seien klimapolitische Klischees und wären Träume von uns. Wer so denkt, der er denkt. Sein Denken endet an den Grenzen unseres Landes. Ich war in Südafrika, ich war in Namibia, ich war in Australien. Wasserstoff ist ein Teil der erneuerbaren Energien, ein Teil des Energiesystems der Zukunft. Die Länder dort, sie wollen. Und wenn wir dabei sein wollen, dann müssen wir handeln. Und es geht hier um Klimaschutz. Es geht aber auch noch um mehr. Denn viele von Fridays for Future, sie skandieren, burn capitalism, not coal. Es geht um eine andere Gesellschaftsform. Wer glaubt, dass Klimaschutz mit Planwirtschaft besser umzusetzen sei, der muss nur in unsere jüngste Geschichte schauen. Oder er muss sich die Zahlen anschauen des Freiheitsindex und des Index für die Umwelt von der Universität Jehl. Und es zeigt sich, je niedriger der Freiheitsgrad einer Gesellschaft, einer Wirtschaft, desto höher ist die Umweltbelastung. Für uns ist klar, die Marktwirtschaft, sie ist nicht das Problem, sie ist die Lösung für den Klimaschutz. Und darauf werden wir setzen. Das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder. Wir stehen im freien Wettbewerb. Wir haben die klügsten Köpfe. Die Menschen, die in der Wissenschaft sind, sie sind die Helden der Zukunft. Und eins ist klar, frei nach Wolfgang Gerhardt. Wer Erlösung will, der muss beten. Wer Erlösung will, der muss forschen und arbeiten. Also weniger kleben, mehr machen, meine Damen und Herren. Wir sind als Team gestartet. Wir sind als Team gestartet 2013. Wir haben Landtagswahlen vor uns mit ambitionierten Teams. Wenn es jemandem einen Shitstorm auf jemanden gibt, dann stehen wir zusammen. Wir haben noch viel vor. Dieses Land, es braucht German Mut. Es braucht Ambitionen. Und statt Misstrauen wieder Vertrauen in die Menschen in unserem Land. Sie leisten viel. Mein Name ist Bettina Stark-Watzinger. Ich bin Bundesministerin für Bildung und Forschung. Ich bin Landesvorsitzende der FDP Hessen. Ich bin Hessin. Ich bin Mutter aus Überzeugung. Und ich bitte um Ihr Vertrauen als stellvertretende Bundesvorsitzende. Herzlichen Dank. Er bekommt hier viel Applaus. Bettina Stark-Watzinger von den Delegierten für diese Vorstellung. Vielen Dank, Bettina Stark-Watzinger, für die Vorstellung. Ich darf fragen, ob es Fragen an die Kandidatin gibt. Das ist nicht erkennbar. Dann können wir zur Wahl kommen, und zwar wieder mit den elektronischen Stimmgeräten. Wer Bettina Stark-Watzinger wählen möchte, kann das mit der Eins machen. Die anderen haben zwei für Nein oder drei für Enthaltung zur Auswahl. Der Wahlgang ist eröffnet. So, das wird ja einige Minuten dauern. Die Erfahrungen haben wir ja gemacht. Ich darf Ihnen aber noch kurz sagen, für die Feinschmecker wieder, Frau Starke-Watzinger, die ist bislang auch schon Mitglied im FDP-Präsidium. Beim Parteitag 2021 ist die nämlich gewählt worden als Beisitzerin. Also es gibt ja drei stellvertretende Parteivorsitzende und dann noch drei Beisitzer. So die Hierarchie in diesem Präsidium. Damals bekam sie als Beisitzerin immerhin 91 Prozent der Stimmen. Also wir warten einige Minuten auf das Ergebnis. Deswegen geht es noch mal zum Set zu meinem Kollegen Mark Steinhäuser. Vielen Dank. Ja, dann schauen wir mal, wie viel Prozent Bettina Stark-Watzinger jetzt bekommt. Und die Bundesbildungs- und Forschungsministerin, Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin, sie macht ja doch eher einen, ja, unauffälligen Eindruck in dieser Ampelkoalition. Sie hat selber in ihrer Rede damit kokettiert, dass man mit der Bildungspolitik nicht immer auf der Seite 1 lande. Liegt das nur an den Journalisten und an der Seite 1 oder liegt das auch an der Bundesbildungsministerin? Naja, Bildung ist ein schwieriges Terrain auf Bundesebene. Nicht zuletzt, weil es an sich Ländersache ist. Und immer diese Kompetenzschwierigkeiten, Streitigkeiten im Raum stehen. Aber wir haben jetzt eine Rede gehört, die sehr ressortnah war, die noch mal klar gemacht hat, dass die FDP auch in diesen Bereichen Akzente setzen will. Und die vielleicht ein Stück weit auch daran erinnert hat, dass man 2021 gerade von jungen Menschen gewählt worden ist, von vielen Erstwählerinnen und Erstwählern, die sich stark dafür ausgesprochen haben, dass die FDP im Bereich Bildung, im Bereich Digitalisierung vor allem Angebote unterbreitet hat, die damals überzeugt haben. Und diesem Anspruch will man ja jetzt auch gerecht werden. Und diese Kandidatur unterstreicht vielleicht auch noch mal, dass diese Themen einen stärkeren Stellenwert nicht nur in der Regierung bekommen sollen, in Form ihrer Kabinettsbeteiligung, sondern vor allen Dingen auch in der Partei und in der Programmatik der Partei. Dennoch ist es so, der Bildungsgipfel, den Stark-Watzinger neulich gemacht hat, der hat viele gar nicht erreicht. Viele Landesminister sind dem ferngeblieben. Die Digitalisierung läuft auch eher schleppend. Vieles ist Ländersache. Was reißt die Bundesbildungsministerin? Naja, als Wissenschaftlerin würde ich ergänzen wollen, Bildung und Forschung ist ja auch zum Beispiel Hochschule. Und auch da gibt es große Diskussionen über etwa Beschäftigungsverhältnisse der Menschen an den Hochschulen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Da sind viele Sachen im Argen. Man hat so eine Bildungs-, man hat ja gesagt, man braucht eine Bildungsmilliarde zusätzlich, die man ausgeben will, viel mehr für berufliche Bildung tun will. Aber die spannende Frage ist natürlich jetzt, das hat man beim Dreikönigstreffen angekündigt im Januar dieses Jahres, was kommt jetzt raus? Also wo konkret soll das Geld hingehen? Man hat von Talentschulen heute schon hier gehört, ein Modell, das Christian Lindner aus Nordrhein-Westfalen, aus der Koalition mit Armit Laschet damals entwickelt hat, das jetzt auch bundesweit adaptiert werden soll. Also da stehen viele Vorschläge im Raum. Aber man könnte fast eine Fußballmetapher bemühen. Am Ende ist natürlich entscheidend, was rauskommt, wenn das Spiel vorbei ist. Und da, glaube ich, hat sie bislang im Kabinett noch nicht ganz so viel zeigen können an konkreten politischen Entscheidungen. Wohlgemerkt aber natürlich auch in Krisenzeiten, wo Bildung vielleicht auch nicht die erste Aufmerksamkeit bekommt. Stichwort, am Ende ist entscheidend, was rauskommt. Am Ende ist das Ergebnis entscheidend. Und das liegt vor für Bettina Stark-Watzinger. Ja-Stimmen für Bettina Stark-Watzinger abgegeben. Das sind 85,83 Prozent. 66 Delegierte stimmten mit Nein, 19 mit enthielten Sicht der Stimme. Damit ist Bettina Stark-Watzinger gewählt. Ja, 86 Prozent. Ein gutes Ergebnis für Bettina Stark-Watzinger. Sie macht den Daumen nach oben, um zu signalisieren. Natürlich nimmt sie diese Wahl an. Schließlich hat sie sich hier beworben. Und ja, es gab auch bei ihrer Vorstellungsrede tatsächlich viel Applaus. Man konnte also ahnen, dass sie ein gutes Ergebnis bekommt. Und das ist ja auch ein bisschen Rückenwind nochmal auch für die Wahlkämpfer in Hessen, weil sie ja auch Landesvorsitzende ist. Zum Bundesvorstand fort mit der Wahl einer oder eines weiteren stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Und ich sehe eine Wortmeldung von Nicole Westig. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe die große Freude, Ihnen und euch für den Landesverband Nordrhein-Westfalen Johannes Vogel als stellvertretenden Bundesvorsitzenden vorzuschlagen. Ja, Johannes Vogel, ebenfalls aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, wie der Generalsekretär der Landesverband Nordrhein-Westfalen, also gut im Präsidium vertreten. Und jetzt gibt es die Frage, ja, es gibt eine Vorstellungsrede, auch von Johannes Vogel, die Gelegenheit, die nutzt er natürlich hier. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wer von euch erinnert sich noch an sein erstes oder ihr erstes selbstverdientes Geld? Ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt. Ja, die Hände gehen schon hoch. Ich weiß auch noch genau, wie sich das anfühlt. Das Gefühl, dass die eigene Leistung einen Unterschied macht, was man sich davon leisten könnte. Ich habe damals in einer Bäckerei gejobbt und mir davon irgendwann ein Mountainbike leisten können. Viele junge Menschen in Deutschland haben dieses Gefühl so bisher nicht haben können. Drei junge Menschen, Ferhat, Sarah und Alex, haben uns auf Social Media davon berichtet. Weil ihre Eltern auf Hartz IV angewiesen waren, dürften sie von ihrem Minijob nur einen Bruchteil behalten. Anders als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Liebe Freie Demokraten, manche halten das für eine kleine Frage. Ich glaube, das ist eine richtig große Frage. Denn wenn junge Menschen... Applaus Denn wenn junge Menschen schon bei der fundamentalen Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes spüren, dass ihre Leistung sich weniger lohnt, wegen der Familie, in der sie geboren wurden, in die sie geboren wurden, dann ist das das Gegenteil von Chancen, unabhängig von der Herkunft. Und das macht was in den Köpfen. Das pflanzt nämlich Zweifel. Ob es sich lohnt, sich anzustrengen. Ob es sich lohnt, sich etwas aufzubauen. Ob es sich lohnt, an den eigenen Träumen zu arbeiten. Das war fatal. Und eine krasse Ungerechtigkeit in unserem Sozialstaat, liebe Freie Demokraten. Und seit ich als Juli-Vorsitzende angefangen habe, Sozialpolitik zu machen, hat mich dieses Thema der Zuverdienstregeln umgetrieben. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet. Und als ich vor zwei Jahren hier stand und mich das erste Mal als stellvertretender Bundesvorsitzender beworben habe, da habe ich auch darüber geredet. Heute spreche ich vielleicht das letzte Mal darüber. Denn diese krasse Ungerechtigkeit, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, weil wir Freie Demokraten dafür gesorgt haben, dass für 1,9 Millionen junge Menschen in diesem Land nur noch ihre Leistung zählt, nichts anderes. Und darauf bin ich stolz, liebe Freie Demokratinnen und Freie Demokraten. Und das ist doch eines der Beispiele dafür, warum wir das hier alles machen. Warum wir das nach meiner Überzeugung machen müssen. Weil wir nicht klagen und jammern wollen, sondern weil wir wirklich Dinge besser machen wollen. Weil wir nicht politisch mit den Ängsten der Menschen arbeiten wollen, sondern mit ihren Hoffnungen. Weil wir echte Lösungen anbieten wollen. Das ist unser Leitbild, liebe Freundinnen und Freunde. Und sprechen wir es offen aus. 2013 waren wir so gut wie tot. Heute, 10 Jahre später, sind wir das erste Mal wieder in Verantwortung. Und das ist richtig hart. Mit all den Zumutungen, die eben zu Verantwortung dazugehören. Das nervt mitunter jeden Tag. Alleine all der Quatsch, den wir im Deutschen Bundestag verhindern müssen. Ganz aktuell ganz viele Details in der vorliegenden Fassung von Robert-Habeck-Heiz-Gesetz. Ja, das gehört aber zu Verantwortung dazu. Glauben wir wirklich, dass das in den vergangenen Jahren als Freie Demokraten in den letzten Jahrzehnten Regierungsverantwortung gehabt haben? Bei Westbindung, bei Wiederbewaffnung, beim RAF-Terror, bei Kulturkämpfen übers Abtreibungsrecht, bei dem NATO-Doppelbeschluss, bei der Wiedervereinigung. Glauben wir, dass das einfach war, dass das kein Kampf war? Nee. Verantwortung ist immer schwierig. Und ich bin davon überzeugt, wir sind dann dabei erfolgreich, wenn wir darüber reden, wenn wir uns nicht über andere definieren, sondern wenn es darum geht, was wir wollen. Nicht, was andere tun oder wollen, sondern wofür wir stehen, liebe Freie Demokraten. Das müssen wir deutlich machen in der politischen Debatte, liebe Freundinnen und Freunde. Und machen wir es konkret. Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Land gut durch den Winter gebracht haben. Ohne kalte Wohnungen, ohne industriellen Meltdown. Das war nämlich keine Selbstverständlichkeit. Aber das reicht nicht. Weil Krisenreaktion reicht nicht. Das ist genau der Politikmodus in der Zeit von Angela Merkel gewesen, dass Politik bei Krisenreaktion stehen bleibt. Wir müssen einen Schritt darüber hinausgehen. Wir müssen nämlich Modernisierungsrückstände in diesem Land überwinden. Und da ist es doch gut, dass es eine Partei gibt, ohne Tempolimit in diesem Land. Denn ich bin für mehr Tempo bei Schienen, für mehr Tempo bei Straßen, für mehr Tempo bei LNG-Terminals, für mehr Tempo bei erneuerbaren Energien, für mehr Tempo bei Stromnetzen, für mehr Tempo bei Speichern, für mehr Tempo bei CCS, für mehr Tempo bei Ladeinfrastruktur, für mehr Tempo bei E-Fuels und für mehr Tempo bei Freihandel. Weil endlich Schluss sein muss mit der erstickenden Langsamkeit in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich bin auch dafür, dass wir nach jahrzehntelanger Blockade endlich ein Einwanderungsgesetz mit Punktesystemen nach kanadischem Vorbild bekommen. Ich bin dafür, dass wir die Schuldenbremse wieder einhalten. Ich bin dafür, dass wir in die Aktienrente einsteigen und bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorankommen. Ganz egal, ob die IG Metall hier vor der Halle wieder anfängt, Ängste vor Aktien zu streuen. Dem müssen wir uns entgegenstellen. Und das sind die Modernisierungsprojekte, liebe Freie Demokratinnen und Freie Demokraten, für die wir alleine in den letzten Monaten und ganz aktuell bewegen. Das ist es, was Freie Demokraten ausmacht, liebe Freundinnen und Freunde. Und darauf bin ich stolz. Als wir vor der Bundestagswahl das Konzept für die Aktienrente vorstellten, da rief mich ein Journalist an. Der sagte, er hätte mit einem Rentenprofessor gesprochen. Und dieser Rentenprofessor hätte gesagt, ja, das sei ja ein gutes Konzept der FDP. Das mache schon Sinn. Aber eigentlich hätte man das schon in den 90er Jahren machen müssen. Herr Vogel, was sagen Sie zu dieser Kritik? Da habe ich gesagt, ja, in den 90er Jahren, da war ich in der Grundschule. Aber der Professor hatte natürlich einen Punkt. Natürlich wäre es besser gewesen, wir hätten schon in den 90er Jahren angefangen, unser Rentensystem zu stabilisieren. Natürlich wäre dann heute vieles leichter. Und deshalb will ich stellvertretender Bundesvorsitzender einer Partei sein, die die Lösung schon hat, bevor die Probleme zu drängend werden. Die immer selbst schon weiterdenkt. Die immer selbst neue Ideen entwickelt. Und die Lust hat auf die Debatten unserer Zeit. Das müssen wir ausstrahlen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein ganz aktuelles Beispiel zum Abschluss. Wenn die Menschheitsaufgabe Klimaschutz so groß ist, wie sie ist, dann sollten wir dafür zum Beispiel auch das wirksamste Instrument nutzen, was wir haben, nämlich die Kräfte der Marktwirtschaft. Und dann sollten wir einen dichten Deckel für CO2, nämlich den Zertifikatehandel für Verkehr und Wärme auch schon einführen, sobald wir können. Nämlich nicht erst 2027, ja, richtig, Lukas, sondern schon jetzt. Das ist das Programm der FDP. Und das bringt den Klimaschutz besser voran als grüne Planwirtschaft, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Die Wahrheit ist doch, im neuen Parteiensystem können wir uns nur auf uns selbst verlassen. Nicht auf taktische Wechselwähler, nicht auf vermeintliche Lager, die es nicht mehr gibt. Die gute Nachricht aber, es gibt da draußen ganz viele Menschen, auf die wir uns verlassen können. Ganz viele Frauen und Männer, die mutig sind, optimistisch, die unser Lebensgefühl teilen und die Freiheit in Wirtschaft und Gesellschaft wollen. Und von denen können wir noch ganz viele, doch viel mehr für eine moderne, liberale Partei begeistern. Denn denen können wahrlich weder Grüne noch SPD ein Programm und ein Angebot der Freiheit machen. Und um es ganz offen zu sagen, die neueste Steuer-Rauf-Partei, CDU, kann das auch nicht. Denn die hat nur einen Vorsitzenden aus der Vergangenheit zu bieten und noch kein Konzept für die Zukunft. Das ist doch die Wahrheit, liebe Freundinnen und Freunde. Die Wahrheit ist, Rot und Grün kann uns nicht schrecken. Schwarz niemals das Herz erwecken. Freiheit bleibt unser Ideal. Denn wir sind Freie Demokraten und wir haben die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes. Und ich würde sehr gerne für euch, für Sie als stellvertretender Bundesvorsitzender dabei weiter mitarbeiten. Dafür bitte ich um Ihr Verstrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank. Johannes Vogel, seit zwei Jahren ist er bereits stellvertretender Bundesvorsitzender, der Bundesvorsitzende tritt hier wieder an. Er hat ja auch einen wichtigen Job innerhalb der Bundestagsfraktion, denn dort ist er erster parlamentarischer Geschäftsführer, der also die Organisation mitorganisiert mit dem Fraktionsvorsitzenden. Er ist schon sehr lange innerhalb der FDP aktiv, war ja lange Bundesvorsitzender der jungen Liberalen von 2005 bis 2010. Und 2009 ist er dann zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Dort saß er 2013, als die FDP sich dann ja erst mal verabschiedet hat aus dem Bundestag. Und seit 2017 sitzt er wiederum drin. Er war lange Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Das merkt man eben auch an. Das ist immer noch sein Thema. So, der Wahlgang wird ein bisschen dauern. Deswegen haben wir Zeit, ans Setz zu schauen. Und zu Marc Steinhäuser. Vielen Dank, Jeanette Clark. Zu mir, vor allen Dingen aber auch zu Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin. Wir haben jetzt auch noch Johannes Vogel gehört, der sich wieder als stellvertretender Parteichef bewirbt. Er wurde in den letzten Tagen in dem ein oder anderen Medium sogar als möglicher Nachfolger von Christian Lindner gehandelt. Wenn man das sich jetzt auch anschaut und anhört, was er hier präsentiert hat, ist das eine Option für die Liberalen für die Zukunft? Naja, grundsätzlich gilt erstmal alle, die stellvertretende Parteivorsitzende werden, sind natürlich potenziell auch immer Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt selbst, des Parteichefs. Johannes Vogel präsentiert sich als Kandidat vor allen Dingen der jungen Stimmen, der zukunftsorientierten Stimmen in der Partei. Er hat viele Unterstützerinnen und Unterstützer, gerade bei den Julis beispielsweise, hat jetzt nochmal stark gemacht, dass Zukunft das Thema ist. Und er hat einen wichtigen Aspekt angesprochen, der auch die Politikwissenschaftlerin interessiert, nämlich, dass in einer so volatilen Situation des Parteien, Gemeinsystems, wo Menschen teilweise sich vorstellen können, vier unterschiedliche Parteien zu wählen, es am Ende darauf ankommt, das eigene Profil herauszustellen, die eigenen Punkte und Ideen zu setzen, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist, wer mit wem koaliert oder wer mit wem Mehrheiten bilden kann. Also halten wir nochmal fest, Wolfgang Kubicki, abgestraft kann man nicht sagen, aber mit einem Dämpfer versehen. Ja, der war schon, würde ich sagen, recht deutlich. Also klar, er ist dabei und er hat auch seine Unterstützerinnen und Unterstützer, aber es war schon deutlich, ja. Es war deutlich schlechter als beim letzten Mal Kubicki. Dann Bettina Stark-Watzinger, 88 Prozent, ganz ordentlich. Und jetzt Johannes Vogel. Gibt es da eine Hackordnung unter diesen Vize-Vorsitzenden? Ja, also in den Ergebnissen sieht man natürlich schon, wer mehr oder weniger Unterstützung erfahren hat. Womöglich spiegelt sich das auch ein bisschen wider. Wobei ich gleich sagen würde, ich glaube nicht, dass Wolfgang Kubicki ein Parteifize ist, der sich da wirklich einordnen ließe oder sich jetzt in eine Reihe zurückzieht, nur weil sein Ergebnis vielleicht am Ende das Schlechteste war. Aber die Frage ist natürlich, bilden diese Parteifize jetzt tatsächlich die Breite der Partei ab? Und insofern, glaube ich, hat man mit diesen drei Kandidierenden bis hierhin auf jeden Fall ein sehr spannendes Bild, was die FDP programmatisch und auch personell für die nächsten Jahre oder das nächste Jahr anbieten will. Johannes Vogel gilt ja eher als Sozialliberaler. Ist das ein Flügel, den die FDP auch stärken muss noch weiter in der Öffentlichkeit oder muss sie sich eigentlich innerhalb der Ampel mehr abgrenzen? Naja, es ist zumindest ein Flügel, der der Partei über viele Jahre hinweg auch Regierungsbeteiligung ermöglicht hat. Gerade in der Zusammenarbeit mit der SPD kommt man da eben zusammen. Insofern ist dahingehend, glaube ich, die Abgrenzung nicht so notwendig. Aber auch bei der Sozialpolitik treffen dann natürlich die Steuerungsvorstellungen aufeinander etwa mit den Grünen. Wenn wir jetzt an die Debatten ums Bürgergeld denken, um die Kindergrundsicherung, die ja in Teilen auch sozialpolitisch ist, die Rentenfragen, Aktienrente, haben wir heute viel hier drüber gehört, im Parteitagsgeschehen, dann sind das natürlich am Ende doch unterschiedliche politische Angebote. Und da wird es erwartbar in der Koalition sicherlich auch Reibereien geben. Wir beide warten jetzt hier mit den Delegierten zusammen, muss man sagen, auf das Ergebnis. Noch liegt es nicht vor. Danach steht noch mehr an. Dann geht es auch um den Generalsekretär noch später. Kann man schon unter die ersten Ergebnisse jetzt so eine Art Zwischenbilanz ziehen? Naja, ich wiederhole mich wahrscheinlich. Ich bleibe bei solide. Also auch hier keine großen, vielleicht auch ein bisschen unspektakulär, vielleicht auch ein bisschen erwartbar, keine großen Ausreißer, kein, wir haben heute schon drüber gesprochen, Scherbengericht, sondern eher eine Partei, eine Delegiertengruppe, die sich hier ein bisschen versammelt hinter denen, die antreten, die die Gesichter dieser Partei sein wollen in den nächsten Jahren, Monaten. Aber auch keine, so würde ich es vielleicht mal vorsichtig formulieren, große Euphorie. Also man sieht schon, dass diese Regierungsbeteiligung der Partei einiges abverlangt, dass es immer noch Schwierigkeiten, Diskussionen gibt. Das ist keine Aufbruchsstimmung, die man jetzt hier von diesem Parteitag ausstrahlt, meines Erachtens. Sagt Julia Reuschenbach und es gibt ein Ergebnis. Bestimmt 150 und enthalten haben sich 26 Delegierte. Damit ist Johannes Vogel eindeutig gewählt, wenn er die Wahl annimmt. Johannes signalisiert mir, dass er die Wahl annimmt, auch vom Präsidium, herzlichen Glückwunsch. Ja, 71 Prozent hat er bekommen. Damit lag er noch knapp hinter Wolfgang Kubicki mit 72 Prozent. Und das stärkste Ergebnis der Stellvertreterriege hat Bettina Stark-Watzinger tatsächlich bekommen mit 86 Prozent. Und der Parteichef Christian Lindner, um die Liste noch mal komplett zu machen, ja, 88 Prozent. Ja, solide Ergebnisse hier und deswegen gehen wir noch mal in den Saal und hören, was die Delegierten zu diesen Ergebnissen sagen. Ja, danke, Janett Klark. Ich bin jetzt hier im Landesverband Baden-Württemberg und da hören wir mal nach zu den letzten Wahlen. Darf ich Sie mal fragen? Johannes Vogel, letztes Mal 79 Prozent, heute 71. Woran kann das liegen, dass er jetzt weniger bekommen hat, als stellvertretender Bundesvorsitzender? Also 71 Prozent ist für eine demokratische Partei ein solides Ergebnis. Johannes ist eine Person, die für uns wichtige inhaltliche Positionierungen trifft im Bereich der Sozialpolitik, das seit vielen Jahren macht. Und deswegen finde ich das ein ordentliches Ergebnis. Ich hätte ihm ein besseres gewünscht, aber ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können. Wir hörten es ja gerade schon im Gespräch. Er wird schon manchmal bei einigen Zeitungen als möglicher Nachfolger gehandelt. Und da ist es natürlich nicht so gut, wenn man dann so ein Ergebnis einfällt, oder? Da müsste wahrscheinlich auch eine Achtziger reingehen, oder? Also ich glaube, entscheidend ist das, was man inhaltlich voranbringt für die Partei. Da leistet Johannes gute Arbeit. Und ob und wann er als Bundesvorsitzender kandidiert, das sehen wir ja dann. Aber ich glaube, wichtig ist, dass er jetzt weiterhin gute Arbeit macht. Vielen Dank. Wir gehen mal jetzt mal weiter. Jetzt Bettina Stark-Watzinger ist jetzt eine neue Stellvertreterin für Nicola Beer. Heißt das jetzt mehr Bildung im Vorstand, im Präsidium? Das glaube ich nicht. Nicola Beer war ja auch Bildungspolitikerin in Hessen. Eine Hessin löst die andere Hessin ab. Wir haben eine weiterhin starke Frau im Präsidium, die wir nicht nur im Bundeskabinett sitzen haben, sondern jetzt auch im Präsidium der FDP. Mit einem sehr, sehr guten Ergebnis gewählt. Und ich freue mich. Vielen Dank. Und jetzt eine Reihe weiter, noch eine Delegierte weiter. Wir hatten vorhin gesprochen, Sie sind auch von den Julis, also von der Jugendorganisation der FDP. Da geht es jetzt auch mal um Wolfgang Kubicki. Dann Ihre Chefin Franziska Brandmann, die Bundesvorsitzende der Julis, hat ja gesagt, nachdem Herr Kubicki den Herrn Habeck, den grünen Wirtschaftsminister, zum Teil verglichen hat mit Putin, beim Freiheitsgedanken, hat sie gesagt, ob das sein muss, dass er wieder gewählt wird. Und auch Gerhard Baum, der ehemalige Bundesinnenminister, hat ja gesagt, warum muss jetzt nochmal der alte Mann antreten? Besser wäre doch nur junge Frau. Was sagen Sie als junge Frau dazu? Na ja, Kubicki ist definitiv ein streitbarer Kämpfer für die Freiheit. Aber wer eben zuspitzt, aber trotz dem Zeitgleich auch noch die Politik für die Bürgerinnen und Bürger erklären will, schießt manchmal eben auch über das Ziel hinaus. Er hat sich für diesen Satz entschuldigt und für mich ist daher die Sache gegessen. Man hört aber so aus Kreisverbänden, wenn dann junge Frauen dahin kommen, vielleicht Mitglied werden wollen, dann ist möglicherweise so ein Herr Kubicki eher jemand, der abschreckt, weil sie brauchen ja junge Frauen. Im Nachwuchs, in der Partei. Ja, Nachwuchs brauchen wir auf jeden Fall. Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir auch für die gesamte Bevölkerung ein Angebot machen können. Und da ist eben auch Wolfgang Kubicki ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Partei und eben auch unseres Angebots an die Bevölkerung. Und dann eben auch natürlich bei Wahlen, dass wir eben möglichst vielfältige Politik für die gesamte Bevölkerung auch machen können. Vielen Dank. Ja, das waren erste Stimmen hier zu den Wahlen im Bundesvorstand. Die Wahlen gehen jetzt noch weiter hier aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Und damit gebe ich zurück. Vielen Dank an David Frechenhäuser. Ja, jetzt laufen hier auf diesem Bundesparteitag der FDP einige weitere Abstimmungen. Es geht jetzt gerade zum Beispiel um die Position des Bundesschatzmeisters, also des Art Finanzministers in der Partei. Das ist keine unwichtige Aufgabe, aber eine, die in der Öffentlichkeit doch eher, ja, sage ich mal, etwas unter dem Radar läuft, wenn es mit den Parteifinanzen nicht ganz aus dem Ruder gerät. Wir haben aber eine andere Person schon sprechen können, die im Fokus der Öffentlichkeit sehr stand und steht. Das ist der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der ja in den letzten Wochen und Monaten für das E-Fuel, für die E-Fuel-Option gekämpft hat, gegen das Verbrenner aus auf der EU-Ebene und der auch in den letzten Tagen sich viel Kritik anhören musste von Klimaschützern. Er will sich jetzt treffen mit den Klimaaktivisten von der sogenannten letzten Generation am 2. Mai. Und auch darüber konnten wir bei Phoenix mit dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing hier sprechen. Herr Wissing, Sie haben ja hier schon im Vorfeld für Fragezeichen gesorgt, weil man sich gefragt hat, kommen Sie hier überhaupt hin? Sind die Klimakleber jetzt vor Ihrem Ministerium oder vor dem Parteitag? Jetzt sind Sie nun mal da. Wie entspannt sind Sie mit den Aktivisten vor der Tür, bei Ihrem Haus und auch hier? Nun, ich finde, in einer Demokratie muss man miteinander sprechen und nicht andere Menschen blockieren. Ich finde diese Bereitschaft, die da gezeigt wird, mit Gewalt anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, mehr als befremdlich. Und gegen diese Dinge muss auch mit aller Konsequenz vorgegangen werden. Ich habe Gesprächsbereitschaft signalisiert. Selbstverständlich bin ich bereit, mit den Betroffenen zu reden über Maßnahmen, wie wir den Verkehr klimaneutral gestalten können. Aber andere Menschen blockieren, sich auf Straßen festzukleben. Das lehne ich also strikt ab. Sie sagen, Sie lehnen das ab. Jetzt treffen Sie sich am 2. Mai, so heißt es, mit der letzten Generation. Haben Sie denn überhaupt den Eindruck, dass es sich lohnt, dieses Gespräch zu führen? Weil Sie sind ja so ein bisschen die Zielscheibe dieser Proteste geworden. Ich finde, man muss gesprächsbereit sein. Und ich erwarte auch, dass ein sachliches Gespräch geführt wird, ein inhaltliches Gespräch geführt wird. Ich finde das nie gut, wenn in der Öffentlichkeit über andere gesprochen wird, anstatt miteinander zu sprechen. Wir müssen eine Herkulesaufgabe leisten, nämlich unsere Gesellschaft klimaneutral stellen und dabei die Mobilität der Menschen sichern. Menschen müssen mobil sein. Und im ländlichen Raum spielt das Auto eine ganz zentrale Rolle für die Mobilität. Das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Und wir brauchen auch ein Zusammendenken der unterschiedlichen Bedürfnisse und keine Spaltung des Landes in Stadt und Land. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir vom Bürger, der Bürgerin her, die Klimaneutralität angehen. Und nochmal, das Auto spielt auf dem Land eine ganz entscheidende Rolle. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, die Menschen sollten nicht einfach blockieren. Sie tun das ja auch, wenn auch in anderer Form. Sie blockieren ja auf EU-Ebene, Sie blockieren in der Ampel. Zwar nicht mit Klebstoff, aber sehr nachdrücklich, wenn es um Ihre Lieblingsthemen geht. Stichwort Verbrenner, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben sich über Wochen einen Schlagabtausch mit der EU-Kommission geliefert. Haben Sie jetzt das erreicht, was Sie erreichen wollten? Oder haben Sie sich da verkämpft? Ich habe überhaupt nichts blockiert. Im Gegenteil, ich habe verhindert, dass Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen blockiert werden. Ich habe die Blockade gelöst, die man vorgehabt hatte. Jetzt habe ich erreicht, dass diese Technologie, die uns klimaneutrale Mobilität bietet, auch nach 2035 genutzt werden kann. Warum setzen Sie da auf was, wo die Autoindustrie im Prinzip sagt, das sei im Moment marktwirtschaftlich nicht lohnenswert? Weil ich mir Sorgen mache um die Bürgerinnen und Bürger, die bezahlbare Mobilität brauchen. E-Fuels sind sehr teuer. Das sind sie heute. Aber das weiß man nicht, ob sie das auch in Zukunft sind. Und wenn man mehrere Technologien hat, einen Wettbewerb unterschiedlicher Technologien, dann wissen wir in der Marktwirtschaft, dass bei Vielfalt und Wettbewerb die Preise niedriger sind und die Angebote besser. Und deswegen möchte ich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger technologieneutralen Wettbewerb haben, um den besten und preiswertesten Antrieb. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich im Interesse der Industrie oder anderer mich auf eine Technologie beschränke. Und genau das habe ich durchgesetzt und damit nichts blockiert, sondern Blockaden gelöst. Das sagt der Verkehrsminister, der andererseits ja auch darauf Wert legt, dass es nicht blockiert werden soll, was den Autobahnausbau betrifft. Da wollen Sie beschleunigen. Wenn man sich das im Detail anguckt, geht es ja um diese 144 Autobahnprojekte, die Sie den Grünen abgerungen haben. Dennoch sollen jetzt grüne Landesminister etwa in Baden-Württemberg und in NRW da eingebunden werden, wenn es um die Realisierung geht. Was wird beschleunigt, wenn grüne Landesverkehrsminister beteiligt werden? Nun, wir beschleunigen sehr viel. Mit dem Genehmigungsbeschleunigungsgesetz beschleunigen wir den Brücknersatzneubau und zwar aller Autobahnbrücken. Wir beschleunigen Autobahnprojekte und zwar alle, indem wir das Raumordnungsverfahren bereits verkürzt haben. Wir beschleunigen dadurch, dass wir die Ausgleichsmaßnahmen bei Umweltbelangen vereinfacht haben, verbessert haben. Das alles sind Beschleunigungsmaßnahmen, die gleichzeitig auch noch dem Umweltschutz dienen. Und zusätzlich wollen wir 145 Engpässe in unserem Autobahnnetz im überwiegenden öffentlichen Interesse besonders schnell ausbauen, weil wir diese Engpassbeseitigung brauchen, um Güterverkehre abwickeln zu können, die in den nächsten Jahren spürbar zunehmen werden. Und zwar sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Stichwort Schiene und Straße. Sie sind ja jetzt sehr erleichtert worden, was die Erreichung der Klimaziele betrifft. Christian Lindner hat das ja hier auch gesagt. Die Sektorziele sind quasi kurz vor der Abschaffung. Sie müssen sich an nichts mehr halten. Sie haben jetzt einen Freifahrtsschein, dass im Verkehrssektor Ihnen die negativen CO2-Zahlen nicht mehr angelastet werden. Haben Sie die politische Verantwortung für Ihr Ressort abgegeben? Nein, ich habe dafür gesorgt, dass wir jetzt wieder einen Blick auf das Ganze haben. Die Bundesrepublik Deutschland hat im vergangenen Jahr ihre Klimaschutzziele erreicht. Und wir haben überhaupt keinen Grund, deswegen verschärfte Maßnahmen für das vergangene Jahr anzuordnen, denn die Klimaschutzziele wurden erreicht. Und es ist ja sehr schwer, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wenn die Klimaschutzziele erreicht werden, bekommen sie trotzdem Auflagen, die sie im Alltag einschränken. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir diese Gesetzessystematik ändern. Das jetzige Gesetz sieht vor, dass man trotz Erreichung der Klimaschutzziele zusätzliche Maßnahmen im Verkehr vorlegen muss. Das werden wir tun. Aber wir wollen, dass das Gesetz geändert wird und wir dann in Zukunft einen Gesamtblick haben im Interesse der Menschen. Es ist ja keinem zu erklären, wenn wir die Klimaschutzziele als Gesellschaft erreichen, dass dann einzelne Bereiche wie etwa Bauern oder Wirtschaft oder Verkehr Einbußen zusätzlich hinnehmen müssen. Es gibt keinen anderen Bereich, wo man es gut findet, wenn man den Blick auf die gesamte Gesellschaft verengt. Ein Spatendenken war nie besser als der Blick aufs große Ganze. Soweit der Bundesverkehrsminister hier bei der FDP. Es steht jetzt zumindest fest, dass der Schatzmeister im Amt bestätigt worden ist mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. 95 Prozent. Das Beste, was hier jemand bisher hingelegt hat. Und es geht jetzt weiter mit einigen Wahlen im Präsidium. Wir blicken auf die FDP und auf ein bisschen auch die Lage über die FDP hinaus. Und bei mir ist eine der profiliertesten, prominentesten Köpfe der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen bei Phoenix. Frau Strack-Zimmermann, wir müssen einmal dazu sagen, Sie stehen hier heute nicht im Moment gerade zur Wahl. Sie sollen aber Europaspitzenkandidatin werden. Verraten Sie uns doch mal, wann wird das dann jetzt offiziell und warum machen Sie das? Also das Erste, ich stehe zur Wahl für den Bundesvorstand. Der wird morgen gewählt. Jetzt sind wir noch beim Präsidium. Das ist das eine. Warum mache ich das? Wir haben, nachdem klar war das Nicola Beer, die ehemalige Spitzenkandidatin, die das ja auch jahrelang gemacht hat, nicht mehr zur Verfügung steht, habe ich Christian Lindner angeboten, das zu machen. Und angeregt, was man machen könnte. Und der Vorstand fand das gut. Und deswegen bin ich bereit, diese Kandidatur anzunehmen. Das heißt einmal? Formell, also der Bundesvorstand hat mich nominiert. Formell wird aber die Wahl sozusagen, der Nummer 1, 2, 3, 4 folgende, im Januar stattfinden. Da wird es dann extra Europa-Parteitag hier geben. Da kriegen Sie noch mal einen eigenen Parteitag. In jedem Fall sind Sie dann nicht mehr in Berlin tätig, im Verteidigungsausschuss, wo wir Sie in den letzten Monaten ja viel auch gehört haben, sondern in Straßburg und Brüssel. Früher gab es ja mal diesen bösen Spruch, hast du einen Opa? Nein, das sagen Sie jetzt nicht. Schick ihn nach Europa. Das war bei der Opa, nicht die Oma. Deswegen die Frage, dass Sie mich jetzt hier nicht aus dem Konzept bringen. Entschuldigung. Alles gut. Sie machen das freiwillig, gerne. Sie haben sich selber vorgeschlagen und es hat niemand Sie jetzt nach Europa gedrängt. Also, ich habe mich natürlich nicht vorgeschlagen. Ich habe angeboten, dass ich es mache. Dieser Spruch, den Sie gerade sagt mit dem Opa und Europa, den gab es, ich weiß nicht, ob es ihn je gab, aber vor 20 Jahren war das vielleicht so. Das Europaparlament spielt heute eine große Rolle. Europa generell macht ja großen Teil der Gesetze. Die mendeln sich durch, übrigens bis in die Kommunen. Also, so gesehen ist das wichtig. Nein, mich lobt auch keiner weg. Das würde, glaube ich, auch keiner versuchen. Hätte auch keinen Sinn. Schade ist keiner. Das weiß ich nicht. Aber wissen Sie, Spaß beiseite. Ich glaube, ich habe in den letzten Monaten, vor allen Dingen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sehr viele Verteidigungs-Außenpolitiker aus europäischen Hauptstädten kennengelernt. Das Thema Resilienz, Werte verteidigen, auch am Ende militärisch, das ist ein europäisches Thema. Und wir machen sehr viel in der Bundesrepublik inzwischen, 100 Milliarden Sondervermögen etc. Aber wirklich Europa schützen, verteidigen können wir nur im Chor der Europäerinnen und Europäer. Und deswegen würde ich gerne meine Expertise eben in Europa einbringen. Und freue mich natürlich, wenn Phoenix mich trotzdem einlädt. Ich reise auch aus Brüssel oder anderen Stellen an. Wir sind ja auch in Brüssel und in Straßburg. Wir übertragen ja auch von dort. Insofern werden wir Sie da auch auf jeden Fall noch begleiten und uns das dann genau ansehen, was Sie dann da für die Liberalen im Europäischen Parlament machen. Jetzt sind wir nochmal im Moment hier in Berlin auf dem Parteitag, wo gerade die Ergebnisse zum Bundesvorstand, auch zum Vorsitzenden und zu den Parteifizes vorliegen. Ganz ordentlich gelaufen für Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger. Schlechtere Ergebnisse Johannes Vogel und Wolfgang Kubicki. Ist das denn eine gute Aufstellung jetzt für die FDP, auch mit Wolfgang Kubicki? Also 88 Prozent zu bekommen nach zehn Jahren. Christian Lindner ist vor zehn Jahren zum ersten Mal Vorsitzender geworden. 88 Prozent ist sehr cool. Also meine Ergebnisse, als ich noch stellvertretende Bundesvorsitzende war, waren, glaube ich, bescheidener. Nein, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Persönlichkeiten gewählt worden sind. Und insofern freue ich mich, dass das Präsidium jetzt zusammenkommt und dass wir dann auch wieder in die inhaltliche Arbeit gehen können für die kommenden zwei Jahre. Gehen wir mal ein bisschen in die inhaltliche Arbeit, in Ihre inhaltliche Arbeit. Sie sind im Moment Vorsitzende im Verteidigungsausschuss. Nun hat heute ja auch in Rammstein ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe stattgefunden. Es ging auch noch mal um die Frage der Kampfjets. Der deutsche Bundesverteidigungsminister Pistorius ist dort zurückhaltend. Sind Sie es auch? Sie haben in der Vergangenheit ja oft weniger Zurückhaltung an den Tag gelegt in solchen Fragen. Ja, ich bin zurückhaltend an der Stelle. Ich habe immer gesagt, auch als endlich die Panzer Leopard 2 und Marder freigegeben wurden, es war ja eine unendliche Debatte, wo immer wieder versucht wurde, das zu verhindern. Und als das endlich passiert ist im Januar, da wurde ich direkt gefragt, und nun kommen jetzt die Kampfjets. Es werden, wenn es nach uns geht, ganz sicher keine Kampfjets deutscher Bauart, Eurofighter-Tornado im Luftraum der Ukraine geben. Etwas anderes ist es mit den MiGs. Das ist altes, ich sage mal älteres sowjetisches Material, das die DDR auch benutzt hat, was die Osteuropäer benutzen. Das ist eine Plattform, das kennen die Ukrainer seit Jahrzehnten. Und wenn die Polen jetzt ihr Material rüberschieben und wir die Erlaubnis geben, weil da auch ehemalige DDR-Maschinen dabei sind, das muss Deutschland genehmigen, dann macht das Sinn, um die Bodentruppen der Ukrainer durch ihre eigenen Flugzeuge zu schützen. Darf ich nochmal nachfragen? Aber das darf man eben nicht verwechseln. Das eine, also Kampfmaschinen, MiGs sind was völlig anderes als das, was der Eurofighter beherrscht. Aber das ist ja wirklich eine sehr, sehr dünne Linie, die Sie da versuchen zu ziehen. Ich verstehe sozusagen deutsche Kampfjets aus deutscher aktueller Produktion. Produktion nein. Alte DDR-Bestände, die jetzt in anderen osteuropäischen Ländern sind, die Deutschland genehmigen muss, ja. Das ist sozusagen die Linie, die Sie da ziehen. Und das ist für Sie in Ordnung? Also das ist keine dünne Linie. Wenn Sie eine MIG anschauen, das ist ein Luft-Luft-Verteidigungssystem, wo die ukrainischen Piloten russische Flugzeuge bekämpfen können. Ein Eurofighter hat eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Bewaffnung und vor allen Dingen eine komplett andere Reichweite. Und Sie müssen ja, wenn wir Ukrainer Material geben, diese daran ausbilden. Wir haben eine Menge ukrainische Soldaten in Deutschland, die unter anderem am Leopard 2, an der Panzerhaubitze, am Gebhardt ausgebildet werden. Das sind erfahrene Leute, die in sechs, sieben Wochen diese Systeme lernen. Ein Eurofighter lernen Sie auch als MIG-Pilot nicht in wenigen Wochen. Das ist völlig ausgeschlossen. Und insofern, das muss man trennen. Und jemand, der sich damit intensiv beschäftigt, weiß den Unterschied, auch die Kampfkraft des Eurofighters einzuschätzen. Und man kann sagen, das geht und das geht nicht. Und die DDR gibt es seit 34 Jahren nicht mehr. Diese Maschinen sind zum Teil 50, 60 Jahre alte Eurofighters, ein moderner Kampfflugzeug. Sie machen jetzt hier technische Unterschiede und zählen sozusagen auf, was kann das eine Flugzeug, was kann das andere. Am Ende zählt ja, was Wladimir Putin dann dazu sagt. Oder was der Ukraine an der Front wirklich hilft. Aber Putin macht doch da gar keinen Unterschied. Für den ist doch eine deutsche Beteiligung jetzt schon eigentlich gegeben und eine NATO-Beteiligung. Sie haben da gar keine Sorgen, dass wir immer weiter hineinrutschen in immer weitere Waffenlieferungen und in immer mehr auch deutsche Beteiligung. Nein, überhaupt nicht. Dieser völkerrechtswidrige brutale Angriff wird beantwortet völkerrechtskonform, indem wir der Ukraine Material zur Verfügung stellen. Übrigens nicht nur Waffen, sondern auch vieles andere inzwischen einem sehr, sehr hohen Wert. Und das ist völkerrechtskonform, das machen wir. Was wir nicht machen, sind Bodentruppen zu schicken. Auch das waberte mal rum. Wird kein deutscher oder europäischer Soldat in der Ukraine stehen. Und nochmal, es ist ein Unterschied, ob Sie einen Eurofighter fliegen oder eine MIG. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Der Eurofighter hat ein Potenzial, weit nach Russland rein zu wirken. Und das eben ist nicht Ansinnen, sondern die Ukraine zu verteidigen. Und da muss man auch einen Unterschied machen. Und auch wenn Sie sagen, es ist sehr technisch. Aber das macht eben einen Unterschied, ob Sie einen Golf I, mal ein Beispiel, oder einen Golf VIII fahren. Das sind riesige Unterschiede, glauben Sie mir. Und in Ihrer Wirkung. Es geht also nicht darum, Deutsch oder nicht Deutsch. Es geht um die Wirkung eines Flugzeuges. Und da ist ein in der Tat großer Unterschied. Der Bundesverteidigungsminister, der macht jetzt einen Aufschlag, um sein Ministerium zu reformieren. Es soll da sehr viel auch verändert werden. Umstrukturierungen. Es sind schon auch Generäle von ihren Aufgaben entbunden worden. Und neue werden eingesetzt. Das hat für Unruhe gesorgt am Bändlerblock. Sie haben in der Vergangenheit ja durchaus gesagt, da muss mehr passieren. Ist das jetzt diese Unruhe, die da passieren soll? Sind das die richtigen Schritte? Oder sollte man nicht besser begründen, warum man Generäle austauscht? Naja, er begründet schon, der Minister. Und Unruhe, das ist immer, wenn es einen neuen Chef gibt oder eine neue Chefin. Und der nimmt den Hörer in die Hand und sagt, er will Abteilungen verändern. Gibt es in jedem Unternehmen Unruhe. Ich nehme an, das wäre in Ihrer Redaktion auch nicht anders. Also die Unruhe muss keinen beunruhigen. Sie sind also für diese Unruhe von Herrn Pistorius? Ich bin dafür, dass er das macht. Weil wir leben in einer Zeitenwende. Und Zeitenwende heißt ja nicht nur mehr Geld fürs Militär. Heißt auch eine schnellere Beschaffung. Und heißt auch, andere Aufgaben zu definieren. Weniger Stäbe, mehr unmittelbarer Einsatz. Das BMVG, also das Ministerium, hat in den letzten 34 Jahren Regeln geschaffen. Die sind gar nicht nötig. Und diese Regeln binden alle und jeden, der da arbeitet. Und insofern macht das Sinn, da reinzugehen. Und ja, es macht auch Sinn, wenn Generalinspektor Zorn, der einen super Job macht, jetzt aber ausgetauscht wird gegen einen anderen General Breuer, der einen anderen Blick auf die Sache hat. Das ist ganz normal. Ich kann den Minister nur unterstützen dabei, die Strukturen zu verändern und möglicherweise den ein oder anderen auszutauschen. Aber damit Sie mich nicht recht verstehen, das heißt nicht, dass die, die ausgetauscht werden, Deppen sind, sondern dass man ihnen andere Aufgaben gibt, dass man anders strukturiert. Und das ist unheimlich wichtig, damit die Zeitenwende auch in diesem Haus ankommt. Ja, vielen Dank an die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Schack-Zimmermann, demnächst Europaspitzenkandidatin der FDP. Vielen Dank. Und mit diesem Interview hier live vom Parteitag gebe ich nochmal an meine Kollegin, die Ihnen jetzt einen Überblick schafft darüber, wo der Parteitag steht. Und das weiß Janett Klag. Vielen Dank. Neun Mitglieder insgesamt müssen für das FDP-Präsidium gewählt werden. Fünf sind bereits gewählt, auch der Bundesschatzmeister ist gewählt, Michael Link mit einem sehr guten Ergebnis, 95 Prozent. Und jetzt läuft der Wahlgang gerade für diesen Herren, den Sie im Bild sehen mit dem magentafarbenen Schlips. Das ist nämlich Michael Theurer, das ist der Landesvorsitzende der FDP in Baden-Württemberg. Er ist Mitglied des Bundestages, er ist parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er ist schon Beisitzer im FDP-Präsidium. Das sind die drei Personen, die sozusagen nachgeordnet in der Hierarchie, wenn man das so sagen möchte, nach den stellvertretenden Parteivorsitzenden kommen. Und Michael Theurer ist der erste von dreien, der sich hier zur Wahl stellt. Bei ihm ist es sozusagen zur Wiederwahl stellt. Und in diesen Minuten läuft also der Wahlgang, der aber auch gleich geschlossen sein dürfte. Wir erwarten dann noch zwei weitere Kandidaturen. Das sind zwei Frauen, um darauf nochmal hinzuweisen. Es sind sechs Männer und drei Frauen, die hier antreten für das FDP-Präsidium. Die beiden Frauen, die jetzt noch als Beisitzer sich gleich bewerben werden. Das ist einmal Lydia Hüskens, das ist die Landesvorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt. Und das wird Daniela Schmidt sein, die stellvertretende Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz. Dann können wir den Wahlgang schließen. Und ich bitte um Feststellung des Ergebnisses. Das dauert noch einen Moment mit dem Ergebnis. Und deswegen gebe ich ganz schnell nochmal zu meinem Kollegen David Frechenhäuser. Ja, danke, Janett Klark. Ich bin hier im Landesverband Nordrhein-Westfalen, denn ich wollte nochmal wissen, wie hier so die Ergebnisse von bisherigen Wahlen angekommen sind. Fangen wir mal an bei dem Parteivorsitzenden Christian Lindner. Von 93 Prozent 2021 auf die 88. Was heißt das für Sie, wenn Sie das jetzt analysieren würden? Erste Antwort. Also so erbsenzählen Parteitagsergebnisse zu analysieren, da halte ich nicht viel von. Also ich glaube, es war im Bereich des Erwartbaren. Wir sind halt jetzt in einer Koalition auf Bundesebene mit zwei linken Parteien. Das gefällt nicht jedem. Wir müssen Kompromisse machen. Und deswegen ist es ganz natürlich, Christian Lindner hat eine große Unterstützung in Nordrhein-Westfalen, aber auch im ganzen Bundesverband. Das hat man heute auch gespürt. Ist das trotzdem so ein bisschen Abstrafen durch die Hintertür dafür, dass Sie viele Kompromisse eingehen müssen in der Koalition? Manche sich sogar vielleicht eine Koalition eigentlich mit der Union wünschen. Geht das so in diese Richtung? Viele können sich, ich würde mir auch eine Koalition mit der Union wünschen, aber das war leider nicht drin nach der letzten Bundestagswahl. Und ja, Abstrafen davon würde ich nicht sprechen. Das ist ein Weg, auch eine gewisse Unzufriedenheit zu prononcieren. Und dass es nur fünf Prozent sind, halte ich eher für eine Zustimmung zur Ampel. Jetzt sehen wir gerade das Ergebnis hier von Michael Theurer, einer der drei Beisätze im Präsidium. Michael Theurer ist der Staatssekretär im Verkehrsministerium. 60 Prozent, das ist jetzt nicht so viel, oder? Auch da würde ich nicht zu viel hineininterpretieren. Ja, müsste man jetzt nochmal genauer in die Analyse reingehen. Aber es ist jetzt für mich immer noch kein Ergebnis, um sich da jetzt großartig Besorgnis erregend zu zeigen. Ich bin jetzt auch hier, weil natürlich nicht nur Christian Linden aus NRW kommt, sondern auch Johannes Vogel, auch wieder Stellvertreter im Bundesvorstand, wiedergewählt. Da auch ein Rückgang von 79 Prozent auf 71. Kann man da irgendwas zu sagen, zu deuten bei diesen Zahlen? Na ja, da würde ich schon auch sagen, Menschen mit guten Ideen, vor allem Politiker mit guten Ideen, ecken halt gerne an und das gefällt dann halt nicht unbedingt immer jedem. Und da kann man dann, ja, da würde ich jetzt das auch so sehen bei Johannes Vogel. Ist das denn so, auch dass er so ein bisschen abgestraft wird, weil er ist ja nicht derjenige, der so Stammtischparolen raushaut, wie sein Kollege aus Schleswig-Holstein, sondern eher auch mal den ruhigeren Ton hat, auch sozial-liberal unterwegs ist? Ja, gerade halt Wolfgang Kubicki und Johannes Vogel, die machen Fachpolitik in zwei völlig verschiedenen Bereichen. Wolfgang Kubicki ist typischer Verwächter von Bürgerrechten, was ich jetzt auch Johannes nicht absprechen will, aber er ist natürlich halt ein ganz klassischer Sozialpolitiker und da muss man halt auch nach den Themen entsprechend schauen und auch andere Töne anschlagen. Vielen Dank. Ja, das waren hier Stimmen aus dem Landesverband NRW und damit gebe ich zurück zu Marc Steinhäuser. Danke an David Frechenhäuser. Willkommen zurück bei Phoenix und am Set bei mir ist eine neue stellvertretende Parteivorsitzende und das ist Bettina Stark-Watzinger, auch Bundesministerin für Bildung und Forschung. Willkommen. Herzlichen Dank. Sie haben ein Ergebnis gehabt, das war besser als bei den männlichen Stellvertretern. Sind Sie jetzt die neue starke Frau der FDP? Also erstmal freue ich, dass wir viele starke Frauen in der FDP haben. Nicola Beer, haben wir ja heute gesagt, wird eine ganz wichtige Person, wenn es um Europa geht. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist angekündigt worden. Insofern viele Damen, die kandidieren und ich finde es aber eine tolle Unterstützung und ich freue mich über das Ergebnis. Freude über das Ergebnis. Sie haben in Ihrer Rede allerdings gesagt, Sie landen mit Ihrem Ressort Bildung und Forschung selten auf Seite 1. Nun ist es ja so, dass das nicht nur vielleicht an den Journalisten liegt, sondern vielleicht auch an dem, was die Ministerin macht. Sie hatten neulich einen Bildungsgipfel, wo viele Landesminister gar nicht gekommen sind. Bei der Digitalisierung ist es teilweise schleppend in den Ländern. Jetzt hat das Abitur in NRW sogar nicht mal mit dem Download geklappt. Stichwort Digitalisierung. Was wollen Sie da konkret eigentlich noch nachlegen? Sie haben einen Digitalpakt 2.0 in Aussicht gestellt. Ja, im Digitalpakt 1.0, beziehungsweise dann in der Verbesserung in der zweiten Version, wurde ja erstmal die digitale Infrastruktur geschaffen, dass überhaupt mal in den Schulen überhaupt die Hardware da ist, mit der man arbeiten kann. Jetzt geht es aber darum, das auch zu nutzen. Und wir haben gerade in dieser Woche die Kompetenzzentren für digitale Bildung gestartet. Denn es geht ja auch darum, Didaktik. Also wie nutze ich diese neue digitale Welt, um den Einzelnen zu fördern, um mein Fach auch umzusetzen? 98% der Schulleitungen sagen, wir brauchen die Fortbildung, wir helfen hier, dass Wissen in die Fläche kommt. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch wirklich die Didaktik, da passiert schon viel, aber noch besser bekommen, damit es nicht vom Zufall abhängt, an welcher Schule ein Kind ist, ob es digital einen guten Unterricht hat oder nicht. Das ist ja im Moment leider noch der Fall, muss man so sagen. Wie sehr ärgert Sie eigentlich, wenn dann Landesminister gar nicht zum Bildungsgipfel kommen? Und welchen Gipfel machen Sie demnächst, damit sich da endlich mehr tut? Also nochmal, bei dem Bildungsgipfel geht es ja nicht um die Minister oder mich, sondern es geht ja auch um die Zukunftsperspektiven unserer Kinder. Und ich glaube, keiner wird bestreiten, dass sehr viel passieren muss in unserem Land. Und das werden wir auch nicht an einem Tag lösen. Es war nie gedacht, dass wir mit Autos vorfahren, alle klatschen und wieder rausgehen, sondern es ist der Start von einem Prozess. Wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen besser zusammenarbeiten, zwischen Kommune, Land und Bund. Denn die Kommunen sind die Schulträger. Bisher bin ich mit ihnen noch gar nicht in Kontakt. Wenn wir also einen neuen Digitalpakt machen... Das ist aber auch merkwürdig, oder? Ja, die Länder sind zuständig für die Kommunen. Also im Kontakt schon, aber Sie wissen, was ich meine. Also fachlich nicht eng. Das heißt also, wenn wir neue Programme machen, müssen wir alle mit einbeziehen, die an Bildung beteiligt sind. Dann können wir nämlich auch die Kräfte bündeln. Dann werden wir schneller und unbürokratischer. Schneller und unbürokratischer. Sie wollen beim Thema Digitalisierung in Ihrem Leitantrag auch was zum Thema künstliche Intelligenz beschließen. Da geht es um künstliche Intelligenzregulierung, KE-Regulierung, innovationsfreundlich gestalten. Eine Frage an die Bundesforschungsministerin. Innovationsfreundlich gestalten. Ist das ein Freifahrtsschein für Fake News? Wir haben in unserem Land unheimlich hohe Standards. Ethisch. Wir machen sehr viel Forschung, auch in dem Bereich. Und wir haben einen tollen gesellschaftlichen Diskurs. Und deswegen sollten wir in unserem Land diese Technologien auch anwenden. Denn sie passieren um uns herum. Wir können Standards setzen. Und jetzt geht es darum, etwas, was auch Zukunft bringt, was auch unterstützen kann, dass wir die Risiken erkennen. Dass wir nicht die Technologie an sich als falsch sehen, sondern jedes Mal schauen, wo steht ein Risiko. Da sind wir am Anfang des Prozesses. Wir tragen das dazu bei, was wir leisten können aus der Forschung heraus, damit eben das Nutzen und das hohe Potenzial eben da ist und wir aber auch gut damit umgehen können. Wenn jetzt jemand ins Internet ein Video von uns beiden einstellt mit einem Interview, was völlig andere Themen beinhaltet, aber mit unseren Stimmen, muss derjenige da die Plattform für haften, muss das vom Netz genommen werden? Es ist ganz klar, dass man auch als Plattform eine gewisse Verantwortung hat für das, was man auch veröffentlichen lässt. Insofern gibt es ja auch schon Regulierung. Da ist es uns wichtig, dass am Ende des Tages auch immer noch mal der Mensch mitschaut, ob eben dort Dinge, Fake News sind oder es passiert ja auch leider sehr viel Hass und Hetze im Netz. Auch hier muss klar sein, dass das geahndet werden muss, aber eben auch in der Art und Weise, dass Meinungsäußerung möglich ist, aber das, was wir alle nicht tolerieren wollen, in unserer Gesellschaft auch unterbunden wird. Sagt Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungs- und Forschungsministerin und seit eben auch stellvertretende Parteivorsitzende der FDP. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, und mit diesem Eindruck hier gebe ich zurück an meine Kollegin Janett Klapp. Und ich gebe ganz schnell nach vorne. Dort stellt sich gerade Lydia Hüskens vor als weitere Beisitzerin im Präsidium. Was meine ich damit? Ich stelle mir ein Verfahren oder Verfahren vor, die genau so sind wie das, was wir für Bettina Stark-Watzinger umgesetzt haben, für den Bund, nämlich die Einmalzahlung für Studierende. Das ist für mich tatsächlich ein Muster. Da sind unbürokratisch Daten von den Hochschulen und Fachschulen an die entsprechenden Stellen übermittelt worden. Die Studierenden hatten zwei, drei Minuten, um sich anzumelden und sie einzutragen. Nach weiteren zwei, drei Minuten kommt der Bescheid und am nächsten Arbeitstag kommt das Geld. So stelle ich mir deutsche Verwaltung vor. Wir haben uns in unserem Bundesland entschieden, wir machen das jetzt einfach. Und wir machen das jetzt auch bei den weiteren Verwaltungsvorgängern. Wir wissen auch, ja, es gibt immer Kritik, es gibt immer Diskussionen. Aber ich glaube, dass der Mehrwert der End-zu-End-Digitalisierung ebenso wie auch die Umsetzung einer Registermodernisierung uns endlich voranbringen können in den Bereichen, damit wir in Deutschland nicht mehr hinterherlaufen bei der Digitalisierung, sondern vorneweg. Und dass die Menschen ihre Verwaltung wieder als einen Ort empfinden in Deutschland, der funktioniert. Meine Damen und Herren, ich will meine Behördengänge in Zukunft von zu Hause erledigen können. Und ich möchte auch, dass die Verwaltung auch der Kommunen in Zukunft ihre Arbeiten auch noch erledigen können. Wir begreifen Digitalisierung als Chance. Die Themen von Datenschutz und Datensicherheit werden wir lösen können. Ich bin sicher und überzeugt, wir Freien Demokraten haben bei diesem Thema eine richtige, wichtige Aufgabe. Wir werden uns dem in Sachsen-Anhalt stellen. Und ich möchte meine Kompetenzen und meine Erfahrungen gerade aus dem Blickwinkel eines ostdeutschen Flächenlandes auch in die weitere Arbeit im Präsidium unserer Partei einbringen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Delegierten aus den Landesverbänden Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für die Nominierung danken. Es ist nicht selbstverständlich... Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin Ihnen dafür herzlich dankbar. Und ich bitte jetzt um die Unterstützung aller Delegierten hier im Saal. Unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme. Ich danke Ihnen. Die Frage an die Delegierten. Gibt es Fragen an Frau Dr. Hüskens? Das ist nicht der Fall. Dann, liebe Delegierte, kommen wir auch hier in bewährter Praxis zur Wahl. Wieder mit den elektronischen Stimmgeräten. Auch hier immer noch die Eins für Ja, Zwei, Nein und Drei Enthaltung. Der Wahlgang für die Beisitzerin des Präsidiums, Dr. Lydia Hüskens, ist eröffnet. Ja, ein weiterer Wahlgang. Und bisher, muss man sagen, hat das hier rein technisch mit diesem digitalen Abstimmungstool doch ganz gut funktioniert. Die Delegierten hier auf diesem Bundesparteitag, die konnten ihre Stimmen entsprechend abgeben. 662 Delegierte sind es ja laut Parteisatzungen maximal. 660 aus den Landesverbänden und zwei aus Europa. Und bei einigen Abstimmungsgängen, da waren es auch über 600, die hier teilgenommen haben. Also ein bisschen unterschiedlich. Und ja, dieses digitale Tool. Man spart tatsächlich sehr viel Zeit damit auf Bundesparteitagen im Vergleich dazu, wenn hier alle ihr Zettelchen ausfüllen müssen, dann die Urnen rumgehen und dann entsprechend ausgezählt werden muss. Also das erleichtert für die Parteien, die das mittlerweile nutzen, doch sehr die Arbeit. Ja, Lydia Hüskens, vielleicht noch ein, zwei Worte zu ihr. In der FDP ist ja natürlich bestens bekannt. Nach außen vielleicht nicht so präsent. Die Landesvorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt. Das ist ja eines der beiden, ja, letzten verbliebenen Länder sozusagen, wo die FDP an der Landesregierung beteiligt ist. Rheinland-Pfalz in einer Ampel-Koalition und Sachsen-Anhalt in einer Deutschland-Koalition. Deswegen ist dann entsprechend Lydia Hüskens dort in Sachsen-Anhalt auch Ministerin für Infrastruktur und digitales und zweite stellvertretende Ministerpräsidentin im Mai. Hat 2021 übrigens auf dem Parteitag, da ist sie bereits mit 89 Prozent ins FDP-Präsidium gewählt worden als Beisitzerin. Also damals auch ein sehr gutes Ergebnis. Ja, was gibt es noch zu Lydia Hüskens zu sagen? 2021 hatte sie die FDP als Spitzenkandidatin nach immerhin zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition in Sachsen-Anhalt zurück dort in den Landtag geführt. Also man kann wirklich sagen, die starke Frau der FDP in Sachsen-Anhalt. Und sie hat ja auch gesagt, sie tritt auch nochmal an, nicht nur, aber auch um die Perspektive der Menschen in Ostdeutschland auch künftig in die Präsidiumsarbeit einzubringen. Nach Lydia Hüskens wird sich eine Frau bewerben aus Rheinland-Pfalz. Ich habe es eben schon gesagt, Rheinland-Pfalz ist ja das andere Bundesland, in dem die FDP derzeit noch an der Landesregierung beteiligt ist. Dort wird jetzt der dann als weitere Beisitzerin antreten, Daniela Schmidt, die stellvertretende Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, die auch in Rheinland-Pfalz Ministerin ist, nämlich für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Sie kompletiert dann die Riege der Beisitzerinnen und Beisitzer im Präsidium. Und dann steht noch aus, eine Wahl, nämlich die des Generalsekretärs Bidjan Giyasarai, der hier wieder antritt. Dann schauen wir mal. Alle diejenigen, die noch nicht ihre Stimme abgegeben haben, haben jetzt dazu noch einen kurzen Moment die Gelegenheit. Ja, eigentlich war dieser Parteitag an diesem ersten Tag ungefähr bis 18 Uhr geplant. Dann hatte man das schon auf 19 Uhr hochgesetzt. Nicht ganz so glücklich war man hier bei der Partei, dass heute Abend sozusagen zeitgleich zum Bundesparteitag der Bundespresseball stattfindet in Berlin. Also eine Veranstaltung der Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten. Und dort sind üblicherweise auch einige aus der FDP-Riege anzutreffen. Und natürlich auch viele berichterstattende Journalistinnen und Journalisten, die heute Abend auf den Bundespresseball wollen. Aber der richtet sich natürlich nicht nach Parteitagen. Also eigentlich wollte man diesen Parteitag dann um 19 Uhr unterbrechen, um auch diesen Tag nicht ganz so lang zu machen. Heute Morgen kurz nach 11 Uhr hat man ja hier angefangen. Und schließlich haben die Delegierten noch zwei Tage vor sich. Und morgen, da geht es ja dann nochmal wirklich an die inhaltliche Arbeit. Das ist der Tag der Anträge, ein Leitantrag des Bundesvorstandes. Den wird um 12 Uhr, wie es die Parteitagsregie im Moment zumindest noch vorsieht, der Generalsekretär Bijan Sarai einbringen. Und dann steigt man also da in die Beratung ein. Das Profil will die FDP schärfen. Wir haben es ein bisschen heute ja schon gehört in der einen oder anderen Rede. Mehr FDP pur. Das wird sich morgen auch inhaltlich hier abbilden. Jetzt bildet sich erstmal das nächste Ergebnis ab für Lydia Hüskens. 85 Ja-Stimmen, das heißt 85,97 Prozent ist Lydia Hüskens gewählt. 66 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen. Damit darf ich fragen, liebe Lydia Hüskens, du nimmst die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch auch hier von Seiten des Präsidiums. Ja, da geht der Daumen nach oben. 86 Prozent, 89 Prozent hatte sie vor zwei Jahren, aber mit diesen 86 Prozent, da kann sie wohl zufrieden sein. Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, damit kommen wir zur Wahl des dritten Beisitzers oder der dritten Beisitzerin für das Präsidium der Freien Demokraten. Und ich sehe, dass Volker Wissing einen Vorschlag machen möchte. Lieber Volker, du hast das Wort. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, für den Landesverband Rheinland-Pfalz schlage ich Ihnen die stellvertretende Landesvorsitzende, die Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt, vor. Vielen Dank, Herr Volker Wissing. Gibt es weitere Vorschläge? Die sehe ich nicht. Ich darf Daniela Schmidt fragen, ob du kandidierst. Daniela Schmidt nickt und Daniela Schmidt macht sich auch schon auf den Weg zur Vorstellung. Daniela, du hast das Wort. Wertes Präsidium, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich bin Daniela Schmidt, Wirtschaftsministerin des Landes Rheinland-Pfalz und ich bewerbe mich heute als Beisitzerin im Präsidium der Freien Demokraten. Liebe, in Rheinland-Pfalz tragen wir seit 2016, also bereits in zweiter Legislatur, in Folge Regierungsverantwortung. Und genau diese Erfahrung als Ministerin eines Flächenlandes mit den Themen Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und Verkehr, die möchte ich in das Führungsgremium unserer Partei einbringen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, erfolgreich sind wir dann, wenn wir zusammenhalten. Und noch so erfolgreicher sind wir, wenn wir breit aufgestellt sind. Und deswegen möchte ich genau diese Perspektive einbringen. Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Und als Ministerin bin ich viel im Land unterwegs. Und ich erlebe tagtäglich die Sorgen und Nöte in den Unternehmen, beim Mittelstand, im Handwerk, aber auch in der Industrie und in der Landwirtschaft. Und die Unternehmer stellen sich die Frage, schaffen wir das alles überhaupt noch? Kann ich die Verantwortung meiner Tochter oder meinem Sohn übertragen? Oder an welchem Standort macht eine zukünftige Investition überhaupt Sinn? Und liebe Freundinnen und Freunde, in den zurückliegenden Jahren, mit den Herausforderungen der Pandemie, aber auch der Auswirkungen des Krieges, der Energiekrise, konnten wir in Deutschland viele Unternehmen unterstützen. Und wir sind einigermaßen durch diese Krise gekommen. Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Erstens, wir haben eine sehr resiliente Wirtschaft, starke Unternehmen, anpassungsfähig, agil, mit einer soliden wirtschaftlichen Basis die letzten Jahre aufgebaut. Und zweitens, der Staat hat massiv Hilfen und Unterstützungsprogramme auf den Weg gebracht, die Härten abgefedert und Schlimmeres verhindert haben. Aber liebe Freunde, wir müssen uns klarmachen, ein starker, handlungsfähiger Staat fußt immer auf einer starken Wirtschaft. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Und ich bin Christian Lindner dankbar für einen klaren Kompass in der Haushaltspolitik. Denn wir können nur das verteilen, was wir haben. Und wir brauchen hier diesen ordnungspolitischen Kompass. Und deswegen diese Haltung, die müssen wir behalten. Liebe Freunde, ermöglichen statt vorschreiben, forschen statt verbieten, Offenheit, Mut und Ideen statt Ängste und Verzicht. Denn es geht um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts- und Industriestandortes Deutschland. Und deswegen müssen wir jetzt mit aller Kraft, mit aller Vehemenz an zukunftsfähigen, fairen Wettbewerbsbedingungen arbeiten. Und dazu zählen für mich international wettbewerbsfähige Energiekosten, aber auch international wettbewerbsfähige Unternehmenssteuer. Und deswegen freue ich mich an der Stelle auch auf die Debatte in unserem Leitantrag. Ich finde, er hat kluge Ansätze. Und die sollten wir morgen auch diskutieren. Liebe Freunde, vieles ist in einem dynamischen Wandel. Auf dem Weg zur Klimaneutralität brauchen wir aber nicht nur das Know-how unserer Wissenschaft, unserer Forscherinnen und Forscher. Wir brauchen auch starke Unternehmen mit klugen und innovativen Geschäftsideen. Und ich werbe auch dafür, dass wir jungen Menschen mehr Lust machen auf Unternehmertum. Und ich werbe auch dafür, junge Menschen auch für die Klimaberufe zu begeistern. Denn wir brauchen Leute, die mit klugen Köpfen und fleißigen Dingen Händen anpacken und das umsetzen, was wir brauchen. Lasst uns dafür werben. Wenn wir, liebe Freunde, wenn wir die letzten Jahre etwas gemerkt haben, wir müssen schneller werden und dabei auch insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. In den Krisen mussten Unternehmen sich schnell anpassen, agil Geschäftsmodelle umstellen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch mehr Tempo in der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen. Und genau daran arbeiten wir, Freie Demokraten, in Sachsen-Anhalt, liebe Lydia Hüskens, aber auch in Rheinland-Pfalz, wo wir in den Ländern Regierungsverantwortung tragen. Aber ich bin Volker Wissing auch außerordentlich dankbar, dass wir auf der Bundesebene jetzt auch die Weichen gestellt haben, die digitale Kfz-Zulassung. Das sind Themen, wo die Bürgerinnen und Bürger bei Alltagsthemen merken, wir werden schneller. Und das ist die Handschrift der Freien Demokraten in Regierungsverantwortung. Liebe Freunde, so groß die Herausforderungen sind, so groß sind aber auch die Chancen. Und wir Freie Demokraten können sie mitgestalten. Lasst uns stärker über das reden, was wir umgesetzt haben, was wir erreichen konnten, was wir mitgestaltet haben. Lasst uns mit Verantwortung und Zuversicht die Zukunft gemeinsam gestalten. Und ich will zum Schluss sagen, unser Ziel in den letzten Jahren war es immer, uns breiter aufzustellen, vielfältiger zu werden. Und deswegen bin ich bereit, die Perspektive einer Landesministerin in das Präsidium einzubringen und freue mich auf Ihre und Eure Unterstützung. Herzlichen Dank. Ja, Daniela Schmidt, die sich hier vorgestellt hat. Und auch für Sie wird es diesen digitalen Wahlgang geben. Eben, Sie verpassen hier nichts bei Phoenix. Wir erwarten ja auch noch die Wahl des Generalsekretärs, wollen Ihnen aber in der Zeit, in der der Wahlgang läuft und ausgezählt wird, nochmal ein Interview zeigen, was mein Kollege Marc Steinhäuser hier geführt hat, nämlich mit der Vorsitzenden der Julis, Franziska Brandmann. Frau Brandmann, Sie haben im Vorfeld und auch heute gesagt, dass Ihnen der jetzige Vorstand nicht ganz so passt, namentlich Wolfgang Kubicki, 71 und in den letzten Wochen und Monaten auch aufgefallen, etwa damit, dass er Robert Habeck mit Wladimir Putin verglichen hat. Sollte Wolfgang Kubicki hier nochmal wiedergewählt werden? Ja, ich habe mich beim Bundeskunders der jungen Liberalen da klar geäußert und ich habe gesagt, es zieht sich nicht für einen stellvertretenden Parteivorsitzenden einer liberalen demokratischen Partei, einen politischen Mitbewerber oder das Freiheitsverständnis eines solchen mit dem von Wladimir Putin zu vergleichen. Das ist inakzeptabel und Wolfgang Kubicki hat sich dafür zwar entschuldigt, aber das ist ja jetzt auch wieder eine Äußerung, die immer mal wieder fällt, so in die Richtung einfach unter der Güterlinie und deshalb wünsche ich mir, dass das tatsächlich nicht mehr vorkommt. Entweder sollte Wolfgang Kubicki nicht mehr antreten oder solche Statements in Zukunft unterlassen. Es sieht momentan nach zweiterem aus und ich hoffe, dass er sich dann entsprechend etwas auch anders verhält. Das würde mich sehr freuen. Also er tritt nochmal an, aber er hört dann künftig auf Sie. Habe ich das so verstanden? Da müssen Sie ihn fragen. Er ist bestimmt auch nochmal bei Ihnen im Interview. Ich glaube, er hat unsere Kritik deutlich vernommen als Jungliberale. Wir wünschen uns eine klare politische liberale Kante von Wolfgang Kubicki, so wie man ihn kennt, aber eben nicht mit solchen Schüssen zwischendurch immer wieder. Ich glaube, das geht auch gut ohne und ich glaube, die klare liberale Linie, die kann man auch ohne diese Schüsse unter der Güterlinie auch laut ausleben. Jetzt schauen wir mal darauf. Sie vertreten ja die junge Generation in der FDP und dennoch muss man sagen, die FDP ist auch Zielscheibe von vielen Aktivisten in den letzten Wochen und Monaten beim Thema Klimaschutz wirft man Ihrer Partei vor, andauernd zu blockieren. Haben Sie eigentlich irgendwas, wo Sie sagen, da müsste die FDP mal eine Klimaschutzmaßnahme hier präsentieren oder ein Thema nach vorne setzen, was im Moment einfach fehlt, weil es entsteht doch der Eindruck, die FDP ist viel dagegen, auch wenn Christian Lindner das hier anders dargestellt hat. Ja, also sowohl Lukas Köhler als auch Konstantin Kuhler haben vor kurzem einen Aufschlag gemacht in der FAZ zum Thema Zertifikatehandel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ganz klar machen, wir sind eine Partei für Klimaschutz, aber eben nicht für Klimaschutz mit Verboten, vor allem nicht mit staatlichen Verboten, sondern für Klimaschutz durch Marktmechanismen. Ich nehme Ihrer Frage, dass Sie uns das noch nicht ganz abkaufen. Das weckt in mir den Sportsgeist. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Inhalte. Ich glaube, inhaltlich sind wir beim Thema Klimaschutz sehr gut aufgestellt, aber es geht um die Kommunikation. Wir müssen das besser auch nach außen tragen und auch glaubwürdiger vertreten. Mit Lukas Köhler zum Beispiel, der ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, der zum Beispiel auch heute antritt als stellvertretender, nee, als Beisitzer im Präsidium der Partei, da sehe ich zum Beispiel eine Person, die das immer sehr stark nach außen trägt und da wünsche ich mir tatsächlich noch mehr von. Sie wünschen sich da mehr von, aber vor allen Dingen kaufen das Ihnen ja vielleicht deshalb auch die Leute nicht ab, weil der Zertifikatehandel immer so ein bisschen wie eine Wette auf die Zukunft ist, auf einen CO2-Preis, der dann demnächst, irgendwann in einigen Jahren erhöht wird. Die erschreckenden Klimazahlen, auch die Verfehlungen im Verkehrsbereich, die sind ja jetzt. Also was hat die FDP jetzt für Antworten? Also der Zertifikatehandel, den gibt es ja schon und aktuell wird das zum Beispiel wieder erweitert, beispielsweise auf den Verkehrssektor. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Klimaschutz. Und Sie stellen das jetzt so dar, als würde niemand der Bürgerinnen und Bürger uns das abkaufen, dass wir Klimaschutz betreiben. Ich glaube, man sollte da auch nicht die Statements der letzten Generationen für repräsentativ für die Gesellschaft halten. Ich habe das Gefühl, gerade bei vielen jungen Menschen, gerade zum Beispiel bei vielen Mitgliedern der jungen Liberalen, wir haben ziemlich genauso viele Mitglieder wie die grüne Jugend, da ist das durchaus angekommen. Und deshalb glaube ich, man sollte da auch nicht immer die Lieder am lautesten schreien, quasi ja so betonen als repräsentative Gruppe, sondern ich glaube, tatsächlich gelingt uns das etwas besser, als die letzte Generation uns das zugute hält. Aber es muss noch besser werden. Sie kleben sich zumindest nicht fest. Sie sagen aber zum Beispiel bei einem anderen Punkt, da ist Ihre Position, da sollte man was tun, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Sie haben vor wenigen Tagen gesagt, wer Florian Silbereisen sehen will, der kann dafür zahlen, genauso wie andere für Ihr Netflix-Abo zahlen. Das hat durchaus Schlagzeilen gemacht. Sie sind kein Fan von Florian Silbereisen-Shows, höre ich da raus. Ich habe noch nie eine Show von Florian Silbereisen gesehen. Dann ist das aber eine mutige Aussage. Nein, sondern es ist eine Aussage, es kommt bei Unterhaltung, glaube ich, sehr stark auf den Geschmack an. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe nach dieser Aussage, das bedeutet ja vor allem, ich wollte ja, dass der Rundfunkbeitrag stark gesenkt wird, dadurch, dass der ÖER sich in Zukunft auf Informationen, wie zum Beispiel hier, konzentriert und nicht so stark auf Unterhaltung, wo jedes Jahr Millionen ausgegeben werden, um solche Unterhaltungsformate zu produzieren. Ich habe da ganz viele E-Mails bekommen von völlig entrüsteten Bürgern, die gesagt haben, was fällt Ihnen ein, Florian Silbereisen zu attackieren. Das war gar nicht mein Anliegen. Ich habe gar kein Interesse daran, Florian Silbereisen zu canceln. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ich finde, es kann doch nicht sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in diesem Land, freiwillig Wehrdienstleistende, Studierende, Auszubildende, dass die über 18 Euro im Monat zahlen müssen dafür, dass irgendeine Bevölkerungsgruppe zum Beispiel Florian Silbereisen guckt. Die können das ruhig machen. Meine E-Mails zeigen ja die, die ich erhalte, dass es viel Nachfrage nach Florian Silbereisen gibt. Aber das können auch Privatsender ganz gut. Dafür brauchen wir noch keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den brauchen wir für Informationen, für Meinungsaustausch, für Debatte, wie in diesem Format zum Beispiel, aber nicht für rote Rosen und Co. Wobei viele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das ja einschalten. Und dann nochmal die Frage, Sie haben das Canceln angesprochen. Die jungen Liberalen, die FDP ist gegen das Canceln, gegen die Cancel Culture. Sie sagen, es ist eine Geschmacksfrage. Sie wollen eigentlich keine Verbote bei anderen Themenbereichen. Warum verbieten Sie dann in dem Punkt den Leuten Ihre Unterhaltung, die Sie vielleicht nicht kennen oder nicht mögen? Nochmal, ich habe überhaupt kein Interesse daran, Florian Silbereisen zu verbieten. Das lädt mir völlig fern. Ich möchte auch betonen, nachdem ich mich jetzt nicht erhalten habe in letzter Zeit. Sondern es geht ja darum, eine Debatte darüber zu führen, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft aussehen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, glaube ich, wichtig als Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger. Gerade in diesen Zeiten, in Zeiten von Disinformation und Co. Aber ich glaube, dass wir schon auch eine Debatte darüber führen müssen, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn leisten. Und da sage ich, das, wofür er da ist, für zum Beispiel dieses Informationsangebot. Aber doch nicht für private Unterhaltungsshows, die private Fernsehsender schon anbieten. Also ich bin mir sicher, Florian Silbereisen, der hat zum Beispiel auch schon Gagen von RTL erhalten. Der ist auch auf dem Privatmarkt ganz gut vermittelbar. Dafür braucht der ÖRR keinen Rundfunkbeitrag anziehen. Den kann man dann deutlich senken, indem man nicht mehr auf Unterhaltung, sondern auf Informationen setzt. Ich sehe schon, das Thema Silbereisen, das halte auf jeden Fall bei Ihnen nochmal nach. Ich hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können. Rote Rosen, Kochshows und so weiter und so fort. Das ist ja tatsächlich sogar über die Hälfte der Sendezeit. Ich glaube, da könnte man tatsächlich deutlich kürzen. Bei Phoenix definitiv ist es nicht die Hälfte der Sendezeit. Wir senden ja jetzt die nächsten drei Tage quasi nur vor dem Parteitag hier. Phoenix, gucken Sie. Dann schauen wir noch einmal auf das Thema Digitalisierung. Da wollen Sie auch die Bundesregierung stärker in die Pflicht nehmen. Gleichzeitig gibt es hier eine Bildungsministerin der FDP, die bei dem Thema auch nicht so richtig aus dem Puschen kommt. Also erst einmal, die Frage hat ja zwei Nuancen, einmal zum Thema Digitalpolitik. Wir haben plakatiert Digital First, Bedenken Second. Und das möchte ich jetzt sehen von der Bundesregierung. Da muss die FDP auch noch wahrnehmbarer werden. Wir haben jetzt digitale Kfz-Anmeldungen. Wir haben jetzt im Bereich Digitalisierung nur einzelne Einzelmaßnahmen erreicht. Aber der große digitale Wurf ist das noch nicht. Da erwarte ich mehr. Und zweitens, ich glaube, wir haben ein riesiges Thema vor der Brust. Das ist das Thema Chatkontrolle in der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission möchte das Screening aller privaten Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft zulassen. Ich finde, wir brauchen eine Innenministerin, die ganz klar sagt, das geht nicht. Wir lassen das nicht zu. In Deutschland wird die Privatsphäre weiter geschützt. Das macht Frau Faeser nicht als Innenministerin. Marco Buschmann hat eine ganz klare Sprache und sagt, mit uns gibt es keine Chatkontrolle. Aber ich finde, das muss eine Aufgabe der ganzen Partei sein. Es muss absolut zentrale Aufgabe der FDP als Bürgerrechtspartei sein, zu sagen, Digitalisierung und Privatsphäre, das muss zusammengehen. Und zwar ohne Chatkontrolle. Und dafür muss die FDP ganz klar eintreten. Das war die Juli-Vorsitzende Franziska Brandmann bei meinem Kollegen Mark Steinheuser heute am späteren Nachmittag. Ich habe Ihnen versprochen, Sie verpassen nichts. Ich kann Ihnen nämlich sagen, dass Daniela Schmidt aus Rheinland-Pfalz die letzte aus der Beisitzerinnenriege im FDP-Präsidium gewählt ist mit 74 Prozent. Der Parteitag hat sich gerade noch mal versichert, ob er sein Programm heute durchziehen will, obwohl man hinter dem eingesteckten Zeitplan hinterherhängt. Und es gibt jetzt einen Antrag zur Geschäftsordnung, ob man jetzt also noch weiter im Programm fortfährt. Das heißt beispielsweise auch noch den Generalsekretär heute wählen wird oder nicht. Wir hören mal gerade nach vorne zum Tagungspräsidium. Da gibt es eine zweite Gegenrede. Dann gerne auch an Saalmikro 1. Ja, ich denke, die Kurfürsten und die Delegierten, die Beisitzer zu wählen, ist nicht das Problem. Aber gerade Satzungsänderungsanträge sind etwas, wofür man vielleicht einen etwas klaren Kopf braucht. Das ist unsere DNA. Das ist, wie wir funktionieren. Da sollten Leute mit drüber nachdenken und nicht gelangweilt hier im Raum sitzen und eigentlich nach Hause wollen oder was essen gehen wollen. Und deswegen würde ich das heute eigentlich ungern noch machen. Ja, also wir haben uns beraten. Aus unserer Sicht ist der Antrag, alles, was wir uns für den heutigen Tag vorgenommen haben, heute auch noch zu erledigen, der weitgehendste. Mit Blick einfach darauf, dass wir damit das umfangreichste Programm und damit zwangsläufig die längste zeitliche Verlängerung beschließen würden. Deswegen würden wir den jetzt zuerst abstimmen. Deswegen frage ich mit Handzeichen bei Geschäftsordnungsanträgen, wer stimmt dafür, dass wir das uns heute vorgenommene Programm heute auch noch abarbeiten gemeinsam hier im Saal. Kann man das einfach mit den Geräten machen, damit wir sicher sind, dass wir die Debatte kriegen? Ja. Alles klar. Dann wer stimmt dagegen? Das Zweite. Gut, das Zweite ist eindeutig die Mehrheit. Damit machen wir heute nicht mehr das ursprünglich geplante Programm. Dann würde ich, dann mache ich es jetzt einfach, weil es unterschiedliche Sichtweisen gab, Kurfürstensatzung, was wir noch machen. Ich würde die Punkte einzeln durchgehen. Wer ist dafür, dass wir heute noch eine Generalsekretärin oder einen Generalsekretär wählen? Wer ist dagegen? Gut. Das Erste war eindeutig die Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? Frage ich trotzdem der Form halber. Gut. Dann ist das so entschieden. Nach dem ursprünglichen Plan beschraten wir danach die Satzungsänderungsanträge vor der Wahl der ersten Abteilung der Beisitzer. Wer ist dafür, dass wir noch die Satzungsänderungsanträge heute beraten? Und wer ist dagegen? Eine breite Mehrheit. Jetzt wird es ein bisschen lustig, weil wenn wir dann die Beisitzer noch wählen, ist das eine Änderung der Tagungsreihenfolge. Also, Fragen. Ja, ja, ich mache jetzt alles ab, was wir heute noch machen, Leute. Also, frage ich, wer möchte noch die erste Abteilung der Beisitzerinnen und Beisitzer heute wählen? Gut. Alles klar. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ersteres war eindeutig die Mehrheit. Das heißt, die erste Abteilung der Beisitzerinnen und Beisitzer wählen wir auch noch. Dann haben wir noch zwei Dinge heute auf der Tagesordnung. Das ist die Beschlussfassung über die Dringlichkeit der eingegangenen Dringlichkeitsanträge. Wer ist dafür, dass wir die heute noch durchführen? Mit Blick auf das Alex-Müller-Verfahren hat das gewisse Relevanz? Also, ich will das einmal sagen in der Abstimmung. Einmal bitte kurz noch einmal einsteigen, bitte in die Beratung. Wenn wir das heute Abend nicht mehr machen, über diese Dringlichkeit befinden und das Alex-Müller-Verfahren, was wir elektronisch nicht mehr machen, verzögern wir uns morgen ungemein die Antragsberatung. Das sind zwei relativ formale Akte. Das einfach als Hinweis. Mit diesem Hinweis noch einmal die Frage, wer möchte, dass wir heute noch über die Dringlichkeit der eingegangenen Dringlichkeitsanträge befinden? Herzlichen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ersteres war eindeutig die Mehrheit. Darüber befinden wir noch. Und dann bleibt noch das Alex-Müller-Verfahren auf der Tagesordnung für heute. Wer ist dafür, dass wir die Antrags- und Beratungsreihenfolge für den morgigen Tag heute noch abstimmen? Das ist nämlich das Alex-Müller-Verfahren, benannt nach einem FDP-Mitglied. Also, welche Anträge werden in welcher Reihenfolge und werden sie überhaupt beraten? Das soll eigentlich abgestimmt werden, weil morgen steigt man ja dann ein in die Antragsberatung. Das war aus unserer Sicht nicht in dem Maße eindeutig. Deswegen würden wir das nochmal machen. Erstmal per Handzeichen. Wer ist dafür, dass wir heute noch die Beratungsreihenfolge abstimmen? Die Beratungsreihenfolge der inhaltlichen Anträge, wie sie dann morgen stattfinden soll. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Wer ist, da bitte ich einfach die Technik einmal eine Abstimmung einzurichten über die Frage, ob wir die Antragsreihenfolge heute noch abstimmen, ja oder nein? So, an diesem Moment kann man ganz gut ablesen, wie wichtig es ist, dass es dieses Tagungspräsidium gibt. Und Philipp Fernes, der hier gerade für die FDP das Tagungspräsidium leitet, aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz, der macht das doch mit sehr klaren Worten und hat hier noch einiges abzustimmen. Ein solcher Parteitag, der kann eben auch eine ganz eigene Dynamik entwickeln, wenn die Delegierten schon mal über sieben Stunden hier zusammensitzen und debattieren und noch zwei Tage vor sich haben. Also, wie viel kann man sich selbst heute noch zumuten? Kann man noch über satzungsändernde Anträge beraten? Oder wie es die eine Delegierte sagte, dafür braucht man doch einen klaren Kopf und machen wir das lieber morgen. Aber dadurch kommt natürlich der Zeitplan morgen ins Rutschen. Also, das müssen wir jetzt abwarten, die letzte Entscheidung, wie dann das Verfahren heute Abend ist. Wir wollen Ihnen ja noch zeigen, die Wahl des Generalsekretärs Bidjan Gieserei, der da in der ersten Reihe sitzt und das wahrscheinlich auch gerne schon hinter sich gebracht hätte. Müller ist digital, ja. Ja, also ich weise noch einmal darauf hin, das Alex-Müller-Verfahren ist dann auch elektronisch, so wie wir jetzt elektronisch abstimmen, ob wir es heute noch machen oder nicht. Wer möchte, dass wir heute noch die Beratungsreihenfolge abstimmen, stimmt jetzt mit Ja, wer das nicht möchte mit Nein oder es gibt die Möglichkeit der Enthaltung. Eins, zwei, drei, wie gehabt, der Wahlgang ist eröffnet. Genau, und Sie sehen es, wie beim Generalsekretär, die Delegierten haben ein Gerät, da müssen Sie Ihre Delegiertenkarte einstecken, dann können Sie entsprechend abstimmen. Also, damit gewährleistet, dass hier nicht mehrfach abgestimmt wird und jeder Delegierte, der registriert ist, eben entsprechend seine Stimme abgeben kann. Also, das Alex-Müller-Verfahren zur Antragsberatungsreihenfolge, über die abgestimmt wird, ein wichtiges Element intern, parteiintern für solche Parteitage. Denn natürlich gibt es wesentlich mehr Anträge, auch auf diesem Parteitag, ganz abgesehen von dem Leitantrag des Bundesvorstandes oder den Dringlichkeitsanträgen, die aus den Landesverbänden oder aus den Kreisverbänden kommen und die hier beraten werden. Aber für alle wird die Zeit nicht reichen und deswegen ist es schon ein wichtiges Verfahren und ein interessantes Verfahren für die Partei, womit sie sich morgen beschäftigt und auch eben Beschlüsse fassen kann. So, wir sind bei 494 und wenig Dynamik, wo ich sage, kommen noch welche? So. Wir haben 510, 510 zum Ersten, zum Zweiten, 511, zum Ersten, okay, es kommen noch Blöcke, Leute haben noch Karten gefunden. 520 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, der Wahlgang ist geschlossen. Wir haben ein Ergebnis. Mit Ja haben gestimmt 210, mit Nein 306, enthalten haben sich neun. Die Antragsreihenfolge stimmen wir nicht mehr ab. Gut, die Kollegin Freire übernimmt. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir haben aber jedenfalls entschieden, wir wählen heute Abend einen Generalsekretär oder eine Generalsekretärin natürlich auch. Aber ich ahne mal, in welche Richtung das geht. Dafür hat das Vorschlagsrecht der Bundesvorsitzende der Freien Demokraten. Lieber Christian Lindner, du hast das Wort. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich schlage Ihnen zur Wiederwahl den Mann vor, über den der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag neulich sagte, immer dann, wenn ein komischer Vorschlag von diesem oder jenen gemacht wird, dann weiß man, es meldet sich mit konstruktiven Gegenvorschlägen. Liebe Delegierte, Sie haben den Vorschlag gehört, Bijan Diasaray, der auch tatenmutig hier nach vorne schreitet und sich vorstellt. Bitte schön, lieber Bijan Diasaray. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde. Vor einem Jahr stand ich hier als Kandidat und habe mich für das Amt des Generalsekretärs beworben und habe um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung gebeten. Vor einem Jahr auf dem Bundesparteitag hier haben wir noch über die pandemische Lage im Land gesprochen. Wir haben über den Krieg in der Ukraine diskutiert und vor allem über die Folgen dieses Krieges für Deutschland und Europa. Vor einem Jahr auf diesem Parteitag stand ich hier und habe etwas gesagt, was ich auch gerne heute wiederholen werde. Ich bin kein Minister, ich bin kein Regierungssprecher und ich bin auch nicht der Generalsekretär der Ampelkoalition, sondern ich bin Generalsekretär der FDP, meine Damen und Herren. Meine Mission lautet FDP, eine erfolgreiche FDP. Das habe ich vor einem Jahr hier so gesagt und daran hat sich nichts geändert, meine Damen und Herren. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben nach der letzten Bundestagswahl Verantwortung übernommen für dieses Land. Während andere mit sich selbst beschäftigt waren, haben wir Verantwortung übernommen. Wir sind heute Teil einer Koalition, die nicht einfach ist und auch weiter nicht einfach sein wird. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir eine selbstbewusste Partei sind und sein müssen, die kein Konflikt aus dem Weg geht, wenn es um die Interessen unseres Landes geht, meine Damen und Herren. Es ist gut und richtig, dass wir in dieser Koalition diejenigen sind, die sich für solide Finanzen einsetzen. Es ist gut und richtig, dass wir in dieser Koalition diejenigen sind, die sich für Infrastruktur einsetzen, für Planungsbeschleunigung einsetzen. Es ist gut und richtig, dass wir in dieser Koalition diejenigen sind, die innovationsfreundlich denken, sich für Technologieoffenheit einsetzen, in Deutschland und in Europa. Und es ist richtig, meine Damen und Herren, dass wir in dieser Koalition bei jeder Gelegenheit diejenigen sind, die permanent darauf hinweisen, dass ein Land wie Deutschland eine strategische Energiepolitik braucht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. 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 Janett Klark. Ja, jetzt wissen wir, wie die FDP sich personell aufstellt für die nächsten zwei Jahre. der Generalsekretär, der Generalsekretär, der Generalsekretär ist soeben ja auch bestätigt worden im Amt mit einem ja nicht so guten Ergebnis, auch nicht so gute Ergebnisse hatten Johannes Vogel nur knapp über 70 Prozent und Wolfgang Kubicki 72 Prozent. Das sind die Ergebnisse für die stellvertretenden Parteichefs. Dann gibt es Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, die jetzt neu hier auf diesem Parteitag auch zur stellvertretenden Parteichefin gewählt worden ist. Sie ersetzt Nicola Bär und es ist so, dass sie 88 Prozent erhalten hat. Genauso viel wie im Übrigen Christian Lindner, der Parteivorsitzende der FDP, hat auch 88 Prozent erhalten. Das sind die wesentlichen Zahlen von heute. Christian Lindner hier mit einer Rede, die durchaus hier und da kämpferisch war, insgesamt aber doch sehr staatsmännisch daherkam. Da gab es die ein oder anderen, die hier auch bei uns bei Phoenix gesagt haben, das war mehr Bundesfinanzminister als Parteivorsitzender der FDP. Aber er ist damit wiedergewählt worden und vom Ergebnis her, muss man sagen, auch mit dem Rücken gestärkt worden hier von seinen Parteimitgliedern in Berlin. Wir machen jetzt an dieser Stelle hier heute mit diesen Wahlergebnissen, mit den Vorstandswahlen einen Punkt hier in der Station in Berlin, wo die FDP auch viele inhaltliche Themen auf den morgigen Tag verschoben hat. Morgen um 10 Uhr melden wir uns wieder hier aus dieser Halle, werden weiterhin live den Parteitag der FDP übertragen, einordnen und analysieren, so wie sie das von uns gewohnt sind. Jetzt geht es aber hier an dieser Stelle weiter mit allem anderen, was heute wichtig war, unter anderem ja das Treffen in Rammstein der Verteidigungsminister und was dabei rausgekommen ist und was heute sonst noch auf den Zettel steht, das weiß im Studio in Bonn bei Phoenix meine Kollegin Maja Weber.